Ich musste nochmal nachdenken über diese ganze Sache. Dieser arme, verwirrte Typ, der da gestern reinkam. Und diese komischen Sachen da gemacht hat. Und seinen Danke dir unbelief. Der seinen armen Sohn da in den Islam verführt hat. Wenn ihr Kinder habt, lasst das niemals zu, dass sie den Islam annehmen. Ihr wisst ja, das ist der gefährlichste Satz, den man aussprechen kann. Weil, stellt euch mal vor, euer Kind erfährt dann auf einmal später, dass der Islam Quatsch ist und dann verlässt er den Islam oder möchte den Islam verlassen, dann kommt der ohne seinen Kopf ja gar nicht mehr raus. Das ist das Problem. Deswegen muss sich jeder bewusst sein, was das eigentlich für eine Religion ist. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, ihr Lieben, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Danke, Würge, der Engel. Moin, mein Bester. Morgen, ihr Lieben, ihr Gesegneten. Danke, John. Widersprüche in der Bibel von F. Steineisen. Bei Amazon erhältlich. Aha. Das Meisterwerk von Christian Prince. Allahs Täuschung, um den Islam zu ruinieren. Auf Amazon erhältlich. Die 31 verschiedenen Koran-Versionen könnt ihr euch auch schon mal bestellen. Da kann mir ein Muslim mal bitte beantworten, welcher Koran jetzt von Allah herabgesandt wurde. Welcher denn jetzt? Der Durie, der Wasch, der Hafs. Welcher von diesen Versionen wurde herabgesandt? Welcher von diesen Kiraat? Ihr könnt die Bibel das Wort Gottes nicht angreifen, denn Gott lässt sich ja nicht spotten von euch Menschen. Ihr Muslim, ihr habt aus Gott einen Clown gemacht, der nicht in der Lage ist, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Da bügel ich ja lieber meine Hemden und mach den Islam noch nebenbei Einheit gebieten. Ja, eine Religion, wo der Gründer dieser Religion sagt, dass die Frauen Spermien haben. Das musst du dir mal geben. Und dann sagen die, was das ist, dass der Islam die Wahrheit sei. Unglaublich. Guck mal, wie schön der Dr. Cheikh Abourami das macht. Hä? Schöner Sonntagmorgen und der Dr. Cheikh Abourami ist schon fleißig dabei. Hallo Bruder Abourami, hallo mein Lieber. El Presidente. Hast du eine Frau? Nein, ich habe keine Frau. Ich mache alles alleine. Während andere Schemchem Menschen sich die Pampers wechseln lassen von ihren Frauen, machten Vercheid Abourami das alles alleine. Gute Morgen, Schalom mein Bruder. Gottes Segen, mein Lieber. Gottes Segen dir auch, mein Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Deine auch. Ich habe eine Frage an dich, mein Bruder. Ja. Vielleicht kannst du sie mir beantworten, weil du ziemlich viel Bibelkenntnis hast. Ich habe keine Bibelkenntnis. Was spricht Gott über Demut in der Gemeinde? Über Demut in der Gemeinde? Ja, Demut. Weil wir haben zurzeit ein bisschen, ich muss dir erklären, wir haben zurzeit ein bisschen Probleme. Ich bin auch freier Christ. Und die Unterordnung fällt ein bisschen schwer. Ja, natürlich. Klar, wir sind in der Endzeit. Und viele Herzen sind erkaltet. Sie holen sich nach eigenen Gelüsten, stellen sich Lehrer auf, weil es ihnen nicht passt. Verstehst du das? Das ist das Problem, was wir heutzutage haben. Darüber redet ja die Bibel. Dass es eine Zeit kommen wird, in der die Leute das gesunde Wort Gottes nicht mehr verkraften können, weil sie dem Wort Gottes nicht mehr so richtig folgen können. Das ist das. Und dann erkaltet die Liebe und sie stellen sich nach ihrem eigenen gelüsten Lehrer auf, damit sie nicht der gesunden Lehre folgen. Das ist das Problem. Deswegen siehst du das auch in den Gemeinden. Das spricht auch mein Bruder sehr oft an, dass die Gemeinden halt sehr, es gibt keine perfekte Gemeinde, aber die Gemeinschaft sollte man eigentlich nicht verlassen. Von daher. Die Gemeinschaft sollte man nicht verlassen? Eigentlich nicht. Apostel Paulus sagt ja, verlasst eure Versammlungen nicht. Auch wenn es Irrlehren gibt. Ja, okay, das ist was anderes. Natürlich, wenn da Irrlehren verbreitet werden, natürlich musst du da raus. Wenn da hier so Gottesleugner drin sind oder hier Werksgerechte und dass die sagen, du musst den Sabbat halten und so ein Blödsinn, dann raus da. Das ist nicht unbedingt, aber die Leute predigen von Gnade, aber leben selbst privat so im Gesetz noch. Ja, das ist natürlich sehr schrecklich. Oder? Ja. Deswegen sagt die Heilige Schrift, er prüft die Geist, ob sie aus Gott sind. Oder von Gott sind. Denn es sind viele falsche Christus ausgegangen. Danke dir, mein Lieber. Verstehst du? Ja, na klar. Halte immer am Herrn Jesus Christus fest. Egal, was der XYZ-Bruder oder Schwester sagt, macht oder von sich gibt. Dein Vorbild ist der Herr Jesus Christus. Menschen können dich enttäuschen, aber der Einzige, der immer treu und dich von ganzem Herzen liebt, ist der Herr Jesus Christus. Sollte man sich aus so einer Gemeinschaft entfernen, mein Bruder? Ja, wenn du merkst, dass da Irrlehren vorhanden sind, dann ja natürlich klar wird, musst du dich dann entfernen. Ja, definitiv. Aber solange da eigentlich noch gut gepredigt wird, dann kannst du dort Gemeinschaft haben. Die Bibel sagt ja auch, das Gute behaltet und das Schlechte verwirft. Mhm. Ich bin ja einfach sonntags schön am bügeln und bin das Gemeinschaft am Arme. Das ist krank, ey. Hast du noch eine Frage, mein Lieber? Danke dir. Nein, vielen, vielen Dank. Eine sehr schöne Antwort von dir bekommen. Der Herr segne dich. Gott segne dich auch. Der Herr Jesus Christus möge sein Angesicht über die leuchten lassen. Gott segne dich. Mach's gut. Amen. Über dich auch, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Warum, jetzt kommt der Dings schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Wie? Hallo, hallo, guten Tag. Wie geht's dir? Sunniten und Schiiten sind 14 Diener. Mach jetzt deine Show. Komm, beeil dich. Ja, ich schwöre bei Allah. Im Islam zählt nur der Koran. Im Islam zählt nicht die Hadithe. Und diese Sunna ist vom Teufel. Ehrlich? Die Sunna ist vom Teufel? Kommen alle in der Hölle. Alle? Ja, die Sunna ist vom Teufel. Aber der Koran ist von Allah. Alle Schiiten, sie kommen in der Hölle. Die Schiiten können Ali. Und Fatima nicht im Koran beweisen. Ich habe den Koran gelesen, ne? Und ich nichts habe über Fatima gefunden. Nichts. Okay. Ich höre bei Allah. Komm doch zum Islam, Ex-Muslim. Ich höre bei Allah. Der Koran ist verhobt nicht von Gott. Ich will dir helfen, mein Freund. Nein. Was willst du in der Hölle? In der Hölle gibt es gar nichts. Nein, ich folge keiner Religion. In der Hölle gibt es nichts. Ich folge keiner Religion, wo dieser Gott mir sagt, dass ich Frauen mit schwellenden Brüsten bekomme. Aber das ist natürlich der Teufel. Da musst du dir klar sein. Ja, aber das ist doch gut. Stell dir vor, du bekommst das Paradies so breit wie Himmel und Erde. Das Paradies ist ein ganz großer Garten. Im Paradies gibt es ein Wasserfall. Wasserfall? Und da bekommst du Paläste und Frauen mit großen Augen und große Brüste. Das Paradies ist wunderschön. Was willst du in der Hölle? Ich möchte aber auch nicht einen Gott, der mir in Zuche 52, Vers 24 sagt, dass ich kleine Knaben bekomme. Danke dir für die GGs. Komm mal, kann Gott, kann, aber kann Gott einen Paradies schaffen? Ich habe keine pädophilen Neigungen, deswegen möchte ich diesem Gott nicht dienen. Ja, okay, kann Gott einen Propheten schicken, der pädophil ist, der zum Beispiel auf kleine Kinder steht? Ja, dein Gott sagt es doch in Zuche 65, Vers 4. Ja, man kann, kann, nee, im Koran steht nirgendwo, dass man Babys heiraten kann. Du löst, das hat was mit der Scheidung zu tun. Nirgendwo steht, im Koran steht, man darf erst heiraten, wenn man Geld umgehen kann. Volljährig ist man erst, wenn man Geld umgehen kann. Kannst du uns den Vers, Zuche 65, Vers 4 vorlesen? Ja, habe ich gelesen, das hat nichts mit Babys zu tun. Das hat was mit der Frau zu tun. Warte, warte, das erklärt dir das vor. Zum Beispiel eine Frau, ja, zum Beispiel, ja, erklärt dir das besser. Immer mit, ich schäm dich nicht, würde ich sagen. Lief mal vor, Zuche 65. Ja, da steht nichts von Babys, du lügst, die Leute sollen selber gucken. Zuche 45, Vers 5. Okay, da steht nichts von Babys, aber wer sind diese Frauen, die noch nie ihre Menstruation erreicht haben? Die wegen ihrer Menstruation bekommt, bis sie ihre Tage bekommt, dann darf sie sich scheiden. Es geht darum, die Scheidung, ab wann sie sich scheiden darf. Du musst weiterlesen, diesmal 65, diesmal suche 65, Vers 6, da steht, ab die Wartezeit für die Schwangeren endet mit der Entbindung. Okay, ich mache mit, ich habe verstanden, du bist der Experte, wir sind die Dummen, lese uns mal bitte vor. Ja, ich höre bei Gott, guck mal, hör doch mal zu, du guck mal, du willst es nicht begreifen. Hör doch mal zu. Ja, du kommst immer mit demselben Vers. Ich habe dir das auch erklärt, es geht auch um die Scheidung, es geht da nicht. Ja, okay, ist doch gut, ich möchte mit dir darüber reden. Lies mal bitte den Vers vor. Wenn man mit Geld umgehen kann. Lies mal bitte den Vers vor. Ja, okay, ich lese vor. Okay, ich lese vor. Ja, Jesus ist Satan. Hier steht Jesus Satan. Jesus hat Menschen Alkoholiker gemacht. Zu Alkoholiker. Mach's gut, du verruhter Satanist du. Das ist der, der mich letztes Mal bedroht hat. Wenn ich dich sehe, dann steche ich dir ab und so. Geisteskrankheit war mit dir. Ja, das tut mir mal leid, diese verlogenen, armen Seelen. Danke, danke, danke für die Rose. Oh, der Urlaub. Der eine ist im Urlaub und der andere lügelt seine Wäsche. Was geht? Ja, nicht viel, ne? Hier. Bist du in Deutschland? Ja? Bist du in Deutschland? Ja, ich bin in Germany. Germany. Wo bist du? In Allahs Himmelreich, oder was? Nein, 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 ich bin in Montenegro. Aha, sehr schön. Urlaub machen, ein bisschen Ruhe. Oh, jetzt machst du dir, jetzt hast du genug Zeit, um dir Gedanken zu machen, um deine Ewigkeit. Denkst du mal ab und zu mal darüber nach, wo du hingehst nach dem Tod? Inschallah ins Paradies. Ja, ich mach keine. Hey, bist du raus? Nein, ich mach keine Matches. Nein, wie magst du? Ich hab dich nicht zum Match eingeladen, alles gut. Ja, da stand gerade Match-Anfrage. Nein, nein. Ich kenn dich ja, ich weiß, ich weiß deine Meinung. Ja, du weißt ja, du weißt ja, was der Allah da verspricht im Himmelreich. Kann das von Gott sein? Setz mal Hand aufs Herz. Bäche voll mit Alkohol, kleine Knaben, die dich bedienen, Frauen, deren Jungfernhäuschen du am Zerfetzen bist. Ist das von Gott? Ich kenn deine ganzen Zitate, die sind, ich weiß, ich weiß ja, ich bin nicht, ich bin nicht der Richtige, um über das Thema zu sprechen. Es ist egal, ob du der Richtige oder der Falsche bist, allein nur von der, von der Vorstellung her, dieses Himmelreich, was der Allah uns da verspricht, kann sowas von Gott sein, also ich sage das vom Teufel ist, der sowas verspricht. Und du weißt das auch ganz genau, dass das stimmt, weil nur der Teufel macht so irdische Versprechen, richtig? Ich habe den Koran ja auch gelesen. Du hast den Koran gelesen? Ja, ja, klar. Wann hast du den Koran gelesen? Jetzt an Ramadan. Ich habe jetzt das erste Mal gefastet, diesen seit längerem wieder und habe ihn dann gelesen und viele Aussagen, wie soll man das sagen, die du sagst, die stimme einfach nicht. Okay, welche denn zum Beispiel? Oder so, aber das mit den Jungferneutschen, das habe ich nicht gelesen. Was? Das, was du sagst mit den Jungferneutschen. Ja, das sagt doch nicht ich, das sagt dein Gelehrter in einer Predigt, sagt der Eben Abbas berichtet, dass der Prophet sagte, mit was sind wir denn beschäftigt, O Eben Abbas? Dann sagt Eben Abbas, das ist ja der Cousin von Mohammed, wir sind damit beschäftigt, Jungferneutschen zu zerfetzen. Ja, ich weiß, du weißt das nicht. Das ist das. Alle wisst ihr auf einmal nicht, wenn es auch um solche Themen geht. Auf einmal schaltet ihr alle auf stumm, habt den Durchzug im Kopf, wenn es darum geht, diesen Wahnsinn nach vorne zu bringen. Wer kann sowas überhaupt nicht, wer kommt auf sowas? Jungferneutschen zerreißen. Hulis, deren Hintert 1,6 Kilometer sind. Das befindet sich in Musnad Ahmadadis 10 511. Richtige Ghetto hinter, ne? Ghetto hinter. Darf ich dich mal was fragen? Ja, gerne. Was war denn der ausschlaggebende Grund, wieso du den Islam verlassen hast? Mohammeds Leben und sein angebliches Prophetentum. Wieso angeblich? Ja, weil er kein Prophet war. Glaubst du einem Propheten, der sagt, dass die Frauen Spermien haben, das aus den Rippen rauskommt? Wie? Spermien, die aus den Rippen rauskommen? Ja, der Mohammed sagt, dass die Frauen Spermien haben, das dünn und gelb ist. Okay. Ja, ist das richtig? Ich weiß es nicht, ich kann dir ja nichts sagen. Nein, du sagst nicht, ich weiß es nicht. Bitte sag mir nicht, dass du jetzt mir sagst, dass du es nicht weißt. Du weißt es. Dafür brauchst du kein Arzt zu sein, der zwölf Semester Medizin studiert hat, oder? Ich sage, wenn ich es selber nicht gelesen habe oder nicht gesehen habe, dass es jemand sagt, kann ich auch nicht sagen, dass es stimmt. Ich weiß es nicht von ganzem Herzen. Frauen haben keine Spermien, das dünn und gelb ist. Du kannst aber bei Google eingeben, was damit gemeint ist, wenn eine Frau dünn und gelb flüssige Flüssigkeit aus ihrer Vulva rauskommt, dann hat sie eine Geschlechtskrankheit und das ist das, was Mohammed gesehen hat. Er hatte nämlich mehrere Frauen, 13 an der Anzahl und er hat an einem Abend eine Runde bei allen gemacht und hat sich nur ein einziges Mal gewaschen. Hier schreibt jemand bei mir rein, dass es aus dem Kontext ist. Ja, ja, immer ist alles aus dem Kontext. Das stimmt nicht, ist alles aus dem Kontext. Immer. Das ist immer das Gleiche. Siehst du, ich bügele meine Klamotten und nebenbei widerlege ich den Islam die ganze Zeit. Ist das so schön? Das kann ich nicht widerlegen nennen, wenn du mir ein paar Aussagen hier nennst. Hä? Das kannst du ja nicht widerlegen nennen. Ja, okay. Glaubst du dann diesen Quatsch, was der Mohammed da von sich gegeben hat? Also ich glaube nicht, dass sowas gesagt wurde. Also, weil ich selber was gelesen habe. Ja, ist ja kein Problem. Möchtest du, dass wir es zusammenlesen? Was meinst du damit? Ich meine, dass ich es wieder zeigen. Ja, möchtest du, dass ich es wieder zeigen? Ja, aber ich habe noch eine Frage davor. Ja. Was ist deine Meinung zu ABK? Armer Junge, der ohne Jesus Christus verloren geht. Das soll meine Meinung zu ihm sein. Meine Meinung hat, sind wir doch dann alle verloren, oder? Bitte? Alle Moslems, Juden, Industriken, alle verloren. Alle verloren, genau. Was passiert denn mit Menschen, die den Islam nicht annehmen? Die haben doch eine ihre Religion. Nein. Allah sagt, wer eine andere Religion respektiert. Allah sagt, wer eine andere Religion als den Islam begeht, dem wird das niemals vergeben werden. Nein, nein, das stimmt nicht. Hundertprozentig, das stimmt dich nicht. Ich respektiere dich so, wie du bist als Christ, und du solltest mich eigentlich so respektieren, wie ich bin als Moslem. Gemäß meiner Religion. Ja, wir Christen, wir Christen lieben euch Muslime, aber ihr Muslime hat von Allah die Erlaubnis, uns zu demütigen, um von uns Schutzgeld zu verlangen. Suche 9, Vers 29. Schutzgeld? Ja, Suche 9, Vers 29, das ist die sogenannte Jizya. Guck mal hier, was der Mohammed sagt. Das befindet sich in Sunan an Nassai, Hadith 200. Und der Gratish-Hadith ist authentisch, Sahih. Es wurde berichtet, dass Anas sagte, der Gesandte Allah sagte, dass the man's water is thick and white, das Wasser des Mannes ist dick und weiß, and the woman's water is thin and yellow, und das Wasser der Frau ist dünn und gelb. Wer auch immer von ihnen zuerst kommt, dem wird das Kinn edeln. Hast du schon mal so einen Blödsinn gehört? Also der Orgasmus beim Geschlechtsakt ist dann dafür zuständig, warum das Kind dann wem ähnelt? Hast du schon mal so einen wissenschaftlichen Unsinn gehört? Ja, genau, so habe ich auch gesagt. Genau diese Reaktion habe ich auch gemacht. Und die Muslime verkaufen mir Mohammed als einen Propheten, der von Allah diese ganzen Dinge vorausgesagt bekommt. Unglaublich. Von wem wurde denn schon widerlegt? Das will ich mal gern wissen. Von niemandem wurde ich widerlegt. Von keinem. Ihr schreibt ein Boran 4-7, der Ex-Muslim wurde schon widerlegt. Ist jetzt nichts gegen dich, aber er hat's geschrieben. Ja, und? Wenn jemand schreibt, er wurde widerlegt, ist das aber auch wirklich so, ne? Das ist nicht so. Wie willst du denn das widerlegen? Wie willst du denn die ganzen gelehrten Aussagen widerlegen? Wie willst du denn die Hadithe einfach so weg erklären? Das ist doch Quatsch, ist das doch, Mann. Darf ich dir noch eine Frage stellen von einem hier? Der frägt auch was. Der frägt, ich sollte dich fragen, wieso? Frag den, wenn Jesus Gottes Sohn ist, wieso hat Gott nur einen Sohn und nicht mehrere Kinder? Ja, wir sind die Kinder Gottes. Seine Geschöpfe sind die Kinder Gottes. Aber er ist der ewige, einzige, eingeborene Sohn, den Gott hergegeben hat. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder da im Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet ist. Verstehst du jetzt? Okay. Ja, Jesus Christus ist ja kein Geschöpf. Er war schon von Ewigkeit her Gott, der Allmächtige, bis er sich entschlossen hat, Mensch zu werden. Und er kam. Und er kam in das Seine. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn wir rüber gehen zu Vers 14 steht da, Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich finde das schon schön, wie du deine Religion eigentlich magst und liebst. Aber ich sage dir ehrlich, ich feiere das nicht so, wie du die anderen Religionen runtermachst, explizit im Islam. Also eigentlich nur im Islam. Also wenn zum Beispiel dein Gott andere Religion runtermacht, feierst du den dann nicht, ne? Willst du mir das damit sagen? Nein, nein, ich sage dir das nicht. Wieso sagt, wieso sagt denn, ja, obwohl das ist, da kann man auch nicht sagen. Nein, du verstehst mich falsch. Dein Gott beleidigt doch die Juden und Christen in Suche 8, Vers 55. In Suche 9, Vers 28. Wir sind in Allahs Augen, Dreck. Schlimmer als das Vieh. Was soll das, Mann? Wenn du ein Problem mit mir hast, weil ich Aufklärungsarbeit mache und weil ich die Wahrheit sage, weil ich im Islam befinde, dann musst du definitiv ein Problem haben mit Allah und seiner Religion. Du siehst doch, was für eine liberale Auffassung du hast. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen würde. Ja, gar nicht. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit und komm zur Besinnung. Jesus Christus liebt dich und möchte dich retten. Er ist das gar nicht. Er will dich weckholen von diesem Bordell, was Allah da verspricht. Ja, aber solche Aussagen brauchst du nicht sagen, Mann. Hör doch auf, damit beleidigst du voll viele Menschen. Hä? Aber ist das nicht wie ein Bordell? Nein, ist es nicht. Hör mal auf damit. Ja, wie? Wenn du die 72 Jungfrauen dahin stellst und die mit üppigen Schwellen und Brüsten da auf dich am Warten sind, dann wirkt das für mich wie wie in so einem Bordell. Ich glaube, dieses Lied Like a Virgin, das wurde für euch dann kreiert. Like a virgin. Allah sagt ja in Zuge 55 bis 56, dass sie noch niemand berührt hat. Like a virgin. Daher kommt das. Die haben aus dem Koran das. Du bist so ein dreckiger Anergo. Du kannst das doch selber lesen. Ich lüge nicht. Zuge 55 bis 56. Und niemand hat vorher sie entjungt, weder Dschinn noch Menschen. Okay. Like a virgin. Voll. Gott segne dich, mein Lieber. Und was war denn mit den ganzen Kreuzzügen, die im Christentum gemacht wurden? Ja, aber außerhalb der Lehre Jesu Christi, weil Jesus Christus sagt, liebe deinen Feinde. Also jetzt war es auf der Fall. Genau. Tu wohl denen, die dich hassen und bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. Weißt du? Und außerdem waren die Kreuzzüge sogenannte Verteidigungskriege. Die Dschihad ist aber zur Ausbreitung des Islams gedacht. Du siehst ja, wie viele Territorien der Islam erobert hat. Die ganze islamische Welt ist durch Schrecken, Schwert und, du weißt schon, zum Islam konvertiert. Nur durch Angst und Schrecken. Und das geben ja heutige Gelehrte ja zu. Ja, und wieso kommentieren dann immer mehr Leute zum Islam? Ja, weil die sich nicht damit auseinandergesetzt haben. Sobald jemand sich hinsetzt und der Geschichte nachgeht, wie der Islam sich verbreitet hat, werden die anderen Menschen warnen und sagen, ey Leute, der Islam darf hier nicht Fuß fassen. Dann seid ihr alle dran. Die werden euch versklaven und werden von euch Schutzgeld verlangen. und ihr werdet dann ihre Diener sein. Und sie werden dann eure Herren sein. So ist das. Na dann. Hast du noch eine Frage? Ich bekomme Fragen, aber ich bekomme keine Antworten. Ja, ansonsten hole ich dann jetzt den nächsten rein, mein Lieber. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen, büten und beschützen. Mach's gut, mein Bistar. Allah kann mich nicht recht leiten. Allah ist nur ein Bein. Soll ich das auch beweisen? Immer wenn die sagen, möge Allah dich recht leiten, sage ich so, ja, ein Schienbein kann niemandem recht leiten. Er ist nur ein Bein. Und dann haben wir diesen verwirrten, hier, den verwirrten Typen, der eine Milliarde Korane verteilen will, der nicht mal Allah aussprechen kann. Der sagt Allah. Allah. Er ist nicht mal in der Lage, Allah auszusprechen. Das müsst ihr euch mal geben. Er ist also in eine Religion hinein konvertiert. Jetzt musst du Arabisch lernen, die Al-Fatih auswendig lernen, um mit Gott ins Gebet zu treten. So Panne. Eine Religion, die überhaupt nichts mit seinem Kulturkreis zu tun hat. Ja, aber das ist lächerlich. Ich gebe euch Garantie, in ein, zwei Wochen, in ein, zwei Monaten, wenn die Muslime dann zu ihm kommen und ihn zu Dingen verführen und alles Mögliche. Ich habe das ja mit meinen eigenen Augen gesehen, wie die Muslime dann die Deutsche oder die Konvertiten, die überhaupt gar keine Ahnung von Tuten und Blasen hatten, wie sie dann Gehirnwäsche mit ihnen praktizieren. Ihr habt das mit eigenen Augen gesehen, wo ich den gesehen, wo ich den Jungen dann schön wieder auf den Boden der Tatsachen geholt habe. Ich habe ihn wieder deradikalisiert. Weil er hat mir das erzählt. Er meinte, Armin, die kamen zu mir und haben mit mir über Dschihad geredet und so. Die wollten, dass ich dann auswandere und fieser Bidila kämpfen gehe und sowas. Man ist so, lass dich nicht von diesen Sekten da verführen und so. Da hat er nach und nach Abstand gehalten von diesem Wahnsinn. Ja, das ist das. Und die sind ja zu, danke für die ganzen Geschenke, ihr Lieben, und die sind ja zu Scharen hier. Ich weiß ja, wie meine ehemaligen Glaubensgeschwister sind. Die haben das halt auch. Leute zu manipulieren. Aber das ist heftig, ne, mit Like a Virgin, ne? Sura 55, Vers 56. Und vor euch hat niemand sie entjungfert. Weder Djinn noch Menschen. Daher kommt das Lied Like a Virgin. Möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen segnen. Schwiegermamas Liebling, ne? Hallo, wer ist da? Hallo. Schwiegermamas Liebling, grüß dich. Ist das nicht beeindruckend, dass Mohammed solche Aussagen tätigt, ne? Das, ähm... Na, du 3-Sekunden-Spritzer. Ekelhafter Typ, ey. Da kannst du jetzt zu deinen Propheten sagen. Pass mal auf, ich zeig dir das mal. Er musste so sehr von seinen Anhängern als der beste Liebhaber dargestellt werden, weil ich glaube, er, der ist wie ein... Ja, jemand, der es überhaupt nicht gebracht hat, ne? Weil die Muslime versucht haben, ihn als den heftigsten, potentesten Mann darzustellen, ne? Der die Kraft von 100 hat. Gabriel, inform me. Gabriel, inform me. Ich möchte euch das zeigen, dass der Hadith eindeutig zeigt, dass Allah Gabriel schickt, um Mohammed diesen Quatsch zu erzählen. Pass mal auf. Okay, Ich weiß nicht, wie ich lebe. Ja, da gibt es ja gar keine Diskussion. Sahir Al-Bukhari, das müsst ihr euch mal geben. Danke dir David, schönes Wochenende, dir auch. Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervollen. Nicht auf mir anfangen zu schicken. Gott segne euch. Gott segne euch. Ich schreibe das mal in den Kommentarbereich, damit ihr das habt. Danke mal, Jena. Ihr wisst ja, der Dr. Sherabu amir redet niemals ohne Beweise. Weil die Muslime, ihr kennt ja, sobald man nur irgendwas sagt, ohne was zu beweisen, dann... Habt ihr das gesehen? Da wird nur gekückeln. Der richtige... Richtig teufelig. Hier, ihr Lieben, Sahir Al-Bukhari, 3329. Merkt euch das. Macht einen Screenshot. Diesen Kommentar fixieren. Ich habe meinen eigenen Kommentar hier fixiert. Guckt euch das bitte an. Ich lese euch das vor. Wenn Abdullah ibn Salim heard the arrival of the prophet, als Abdullah ibn Salim die Ankunft des Propheten sah, oder hörte, hörte, dass er ankommt, von Medina, he came to him and said, er kam zu ihm und sagte, I'm going to ask you about three things which nobody knows except a prophet. Ich werde dich drei Dinge fragen, die niemand weiß außer einem Propheten. Zieht euch das bitte rein. What is the first apparent of the hour? What will be the first meal taken by the people of paradise? Why does a child resemble its father and why does it resemble its maternal uncle? Allah's Messenger said. Jetzt kommt die Antwort von Mohammed. Gabriel has just now told me of their answers. Also Gabriel, Allah hat jetzt Gabriel gesendet und Mohammed die Antworten gegeben. Jetzt pass mal auf. Das ist eine Lüge. Gabriel has just now told me of their answers. Abdullah said, he, Gabriel from amongst all the angels is the enemy of the Jews. Also diese Gabriel ist der Feinde der Juden. Schaut euch das bitte an. Und daran merken wir, dass der Engel Gabriel im Koran, dieser Jibril, niemals Engel Gabriel ist aus der Bibel. Weil er hasst ja nicht die Juden, ist ja Quatsch. Und ist nicht der Feind der Juden. From amongst all the angels, von allen Engeln, dieser Jibril hasst die Juden, is the enemies of the Jews. Allah's Messenger said, Allah's Gesandter sagte, the first person of the hour will be a fire that will bring together the people from the east to the west. The first meal of the people of paradise will be extralobe. Also so Fischleber. As for the resembles of the child. Was die Ähnlichkeit des Kindes angeht zu seinen Eltern. If a man has a sexual intercourse, also wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat und kommt als erstes, dem Kind wird dem Vater ähneln. Und wenn eine Frau als erstes kommt, dem wird das Kind ähneln. Wenn die Frau dann kommt. Und dann, on that Abdullah bin Salem said, I testify that you are the messenger of Allah und ich bezeuge, dass du der Gesandte Allahs bist. Das ist Quatsch, meine Leute. Das ist völliger Blödsinn. Was hat denn der Orgasmus mit der Ähnlichkeit des Kindes zu tun? Mohammed ist ein falscher Prophet laut euren eigenen Schriften. Rafft ihr das nicht, oder was? Das ist euch völlig egal. Das ist euch so egal. Danke dir, Ghost. Oh, Galaxy. MPC Walking. Galaxy. Seitdem ich diese blöde NPC einmal angeklickt habe, ist meine ganze For You-Page voll. Danke dir für die Rosen, S.R.W. Die ganze... Oh, Roses. Oh, Roses. Oh, oh. Sich nicht mit der Religion auskennen. Und wenn ich dann auf einmal sowas sage, die dann alle schockiert sind und sagen, wo steht denn sowas? Was ist das denn? Warum sagt das das niemand? Guck mal, Bruder, jetzt. Du holst so irgendein Quatschding. Keine Ahnung, wo das steht. In welchem Buch ist das? Okay, Quatschding. Wo da steht, ich sage dir Vers, Nummer, alles und dann sagst du mir Quatschding. Ist das die Grundlage einer Diskussion? Okay, Bruder, jetzt würdest du jetzt mich zum... Was willst du machen genau, Janik? Was ist dein Absicht? Ich will mir zeigen, dass wir in einer Religion geboren worden sind, wo der Gründer des Islams überhaupt gar kein Prophet ist. Er hat behauptet, ein Prophet zu sein, aber er ist gar kein Prophet. Danke, Tithilo. Bruder, du bist ein bisschen kranker. Ich bin ein bisschen krank, wenn ich dir die Wahrheit hier präsentiere. Das nennst du auch... Und du bist nicht... Ja, ein bisschen mit der Wahrheit. Das hat sich dein Respekt mir gegenüber. Du nennst mich krank. Bruder, guck mal. Habe ich zu dir gesagt, du bist krank, weil du keine Ahnung vom Islam hast? Versuch nicht, fame zu sein. Aber habe ich dich jetzt verleidigt als krank? Guck mal, wenn du fame sein willst, dann gehe. Du sagst doch im vorigen Satz. Du sagst doch im vorigen Satz. Du sagst im vorigen Satz, dass wir respektvoll miteinander sind. Ich bin respektvoll zu dir. Auf einmal sagst du dich, wer krank? Guck mal, du bist krank. Okay, danke schön, Gott. Leg dich für deine Zeit und mach es. Unglaublich. In einem Satz sich dreimal widersprechen. Das ist doch heftig. Ich bin respektvoll zu dir. Okay, dann bist du respektvoll. Das ist doch schön. Ja. Und dann auf einmal... Ja, aber Bruder, du bist schon so ein bisschen krank, wenn ich dir die Wahrheit präsentiere. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank. Und das Schlimmste ist, die Muslime gehen ja für alle Ewigkeiten verloren, weil der Umar dem Muhammad verweigert hat, etwas aufzuschreiben, worin sie niemals verloren gehen. Das ist auch ein sehr, sehr problematischer Hadith. Das kann einem nur leid tun, was mit den Muslimen ist. Sich nicht auseinandersetzen mit der Religion. Gott sei Dank verlassen er zigtausende auf der gesamten Welt den Islam tagtäglich. Er kommt zur Besinnung. Im Zeitalter des Internets ist es unmöglich für jemanden, ein Dawa-Propagandist, Werbung für den Islam zu machen. Das ist das, ne? Bist ehrlich und genau das mag ich. Ja, danke, Thomas. Du siehst doch, alles, was ich sage, beweise ich auch anhand der Quellen. Danke, Jesus is King. Majenka, danke. 1100 Leute, ne? Pause, wir kommen gerade vom Party. After hour. Moin. Moin. Wie geht's dir, alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch, dankeschön. Gott segne dich an deine Familie. Vielen Dank, vielen Dank. Kann ich mir Gott zurückgeben? Ja, danke schön. Und du bist jetzt Christ geworden? Ja, ich bin Christ geworden. Gott sei Dank, Hand um Jesus. Find ich gut. Findest du gut? Ja, klar. Ich bin ja selber Christ. Ah, super. Der segne dich. Hast du deine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus getroffen? Ne, ich bin nur aufgewachsen, so geboren. Ach, du hast noch niemals dann eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Also, ich bin mit der Religion geboren und ich führe auch die Religion weiter zu sagen, ne? Von klein auf. Ja, du musst doch eines Tages bewusst Jesus Christus in deinem Herzen aufgenommen haben, oder nicht? Du, ich bin, was heißt, ich bin, ich befasse mich jetzt nicht so, so übertrieben damit, jetzt mit der Religion, aber von klein auf, wohl, ich musste ich immer, äh, danke dir für die, Galaxy. Von klein auf. Wie wäre es denn, wenn du, mein Lieber, wie lange ist es her, als du die Bibel gelesen hast? Sei ehrlich. Äh, wo habe ich gesagt? Zwei Jahre? Sei ehrlich. Zwei Jahre. Zwei Jahre? Ja. Und meinst du nicht, dass das ein Problem ist, wenn du zum Beispiel zwei Jahre die Bibel nicht liest und keine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus hast? Was hältst du von jemandem, der sagt, dass der dich liebt, aber er nur mit seinem Mund sagt, er liebt dich, aber seine Taten eine ganz andere Sprache sprechen? Was hältst du von so jemandem? Möchtest du so einen als dein Freund haben oder, äh, jemanden, der, äh, so an deiner Seite ist? So einen als dein Freund haben oder, äh, jemanden, der, ja, du hast einen Rücklauf. Ja. Grüß dich. Hi, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Wie geht es dir? Alhamdulillah, wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich danke dir. Ähm, genau. Ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Also ich, also ich kann ja von mir sagen, Alhamdulillah, ich bin ein Muslim, ja, Jesus Christus ist auch mein Prophet. Ähm, was hat dich dazu bewegt, dass du den, ähm, Islam, sag ich mal, abget, also abget, dass du aus dem Islam ausgetreten bist und, ähm, in dem Christentum, dass du den Christentum angenommen hast? Ja, ich habe ja gerade, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass, äh, ich Mohammeds Leben mir betrachtet habe und herausfinden wollte, ob er wirklich ein Prophet ist. Und du weißt ja, alles hängt vom Prophetentum von Mohammed ab. Wenn er kein Prophet war, dann ist der Islam und, äh, der Koran ja Quatsch, verstehst du? Und wir müssen ja Beweise finden, wir müssen ja prüfen, ob der, äh, ein Prophet geht ist oder nicht. Und wir können ja nicht blind einfach glauben. Stehen wir vor, ich würdste dir sagen, ich bin ein Prophet und bringe aber gar keine Beweise. Ja. Würdest du dich auf die Idee kommen und das Ganze zu hinterfragen und zu sagen, ey, warte mal, ich muss mal, äh, nachdrucken, ob der überhaupt ein Prophet war. Verstehst du? So, das Ganze habe ich dann gemacht und das macht, du siehst ja, dass die Muslime einfach blind akzeptieren und sagen, Handel, ich bin Muslim, ohne sich einmal damit so beschäftigt zu haben, richtig? Da hast du recht, natürlich, aber das Gleiche kann man ja auch, ich sag mal, ähm, über unseren Propheten, also wie gesagt, ähm, es gibt ja Menschen, also Christen, die erkennen, äh, Jesus als den Herrn an oder so Gottes, also ich erkenne Jesus Christus als, ähm, einen der größten Propheten an, egal welcher Religionsrichtung, ähm, das ist ja natürlich meine Meinung, ist ja nichts Schlimmes, ne? Jeder Mensch vertritt ja seine eigene Meinung, aber, ja klar, du hast definitiv recht, dass man alles hinterfragen muss, aber wenn man jetzt mal, sag ich mal, darüber nachdenkt, was für ein Werdegang unser Prophet vorher hatte, also, und was für ein Werdegang Jesus Christus vorher hatte, ist eigentlich der Eindruck, derselbe Werdegang, so, und die sind ja erst im Nachhinein, sag ich mal. Du willst das Leben von Jesu bis das Leben von Mohammed vergleichen, ist das richtig? Nein, das Leben von, ich möchte nicht das Leben vergleichen, sondern allgemein den, ähm, Werdegang, weil soweit ich weiß, war ja, glaube ich, Jesus Christus im, bevor die ganzen Geschehnisse überhaupt aufgetreten sind, war ja auch, glaube ich, oh, wenn ich mich nicht irre, Schreiner, ne? Ist das richtig? Aber der hat ja auch selber Berufe ausgeübt und genauso wie zum Beispiel unser Prophet Mohammed ein, ähm, Hirte war, ne? Er war ja zum Beispiel, die haben ja beide irgendwie, äh, ganz normale Berufe ausgeübt und irgendwann ist ja dann, sind ja dann Taten, sag ich mal, waren ja da irgendwelche Erleuchtungen, sag ich mal, auch wie bei Jesus Christus, so wie auch bei unserem Prophet Mohammed, und, ähm, eigentlich ist es ja zwar dasselbe, nur in blau oder in grün oder in gelb oder in lila, so, ne? Aber ich, was ich sagen will, ist, guck mal, als erstes gab's ja die große Religion, den Judentum, so. Danach kam der Christentum, danach kam der Islam. Und ich hab mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht, ich hab natürlich jetzt, ich bin hier ehrlich, ich bin kein praktizierender Muslim, okay? Ja, dann bist du überhaupt kein Muslim, du betest überhaupt nicht, ne? Doch, ich bete, natürlich, ich bin aber jetzt nicht, ich gehe aber nicht zu 100% nach den fünf Säulen des Islams, ne? Also, ich sag mal, äh, ich bete, ja, ich faste, etc., pp., aber es gibt, im Islam heißt es nicht nur ein Muslim zu sein, um beten und um zu fassen, es müssen, es müssen mehr Taten sprechen, so. Ist genauso wie auch nur, ist genau auch so wie im Christentum. Aber, was ich jetzt sagen will, ist... Ja, aber findest du das okay, wenn es alles okay, mein Lieber, findest du das okay, dass beispielsweise deine Glaubensgeschwister, die jetzt nicht beten, fünfmal am Tag, hingerichtet werden sollten? TikTok-Sportlich? Natürlich nicht. Wenn ich mir jetzt mal so die Geschichte der Taliban anschaue, was sie dann in Afghanistan fabrizieren, das ist für mich auch die ISIS oder sonst was, die haben alle mit dem Islam, meines Erachtens nach, nichts zu tun. Okay, was ist, wenn der, was ist, wenn der Koran sagt, dass diejenigen, die aufhören zu beten und nicht zakat bezahlen, bekämpft werden müssen und umgebracht werden müssen? Das kann ich definitiv verneinen, weil ich habe selber den Koran gelesen und im Koran gibt es keinen einzigen Vers, in dem da steht, dass, also beziehungsweise ein Muslim, der nicht betet oder nicht zakat gibt oder fastet, dass er bekämpft beziehungsweise umgebracht werden soll. Im Koran steht drin, im Koran steht drin, oder über 9 Vers 5. Da steht definitiv nicht drin, dass die Leute bekämpft werden müssen. Es steht im Koran, deine Brüder und deine Schwester, die vom Glauben abgekommen sind, sollst du wieder Recht leiten. Nein, das steht dann nicht. Nein, das steht dann nicht. Du hast vorhanden gelesen. Das ist das Problem. Okay, wenn du das, wenn du das sagst. Ja, ich merke, ich höre das doch anhand deiner Aussagen aus. Du bist ein Euro-Muslim, der sich nur oberflächlich mit dem Islam beschäftigt hat. Du, welcher Rechtsschule gehörst du an? Bitte? Welcher Rechtsschule gehörst du an? Welcher Rechtsschule? Ja, du bist doch Sunni, oder nicht? Ich bin kein Sunni, ich bin Alawi. Alawi? Dann bist du überhaupt kein Muslim. Ja, warum bin ich kein Muslim? Ja, mit Konsens. Die Alawiten sind doch keine Muslime, Mann. Was sind denn die Alawiten? Ja, bestimmt nicht Muslime. Das fragt die Muslime, ob die euch als Muslime anerkennen. Ja, das können ja die Sunniten oder die Schafi oder die Wahhabiten sagen, wie sie wollen, aber ein Alawiten, der sagt, er sei kein Muslim, ist in meinen Augen kein Alawiten. Ich kenne keinen Alawiten, der sagt, er ist Muslim, die haben doch ihre eigene Religion, haben mit dem Islam gar nichts zu tun. Was erzählst du denn da, Mann? Nein, der Alawitentum ist keine eigene Religion. Natürlich ist das eine eigene Religion. Nicht. Er lebt ein sehr, sehr modernes Leben und hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun, Mann. Was redest du denn da? Die Alawiten gehen den Weg der Ehlibet, den Weg unseres Propheten und seiner Familie. Also, wie gesagt, das, was du jetzt gerade von dir gibst, das ist ein völliger Schwachsinn, weil ich merke, du bist ein bisschen radikalisiert, was den Christentum angeht und irgendwie ist irgendwas in deinem Leben passiert, dass du so gegen, sage ich mal, gegen eine Religionsrichtung hauptsächlich den Islam schießt und ich finde, das ist nicht in Ordnung, weil nicht mal der Christentum erlaubt dir das, eine andere Religion so runterzumachen, wie du den, wie du den Islam runterzumachen, wie du das, was du machst, definitiv nicht tolerierst. Nein, nein, definitiv nicht. Nein, nein, definitiv nicht. Unser Prophet hat sich die Islam, Alter. Möchtest du dir die ganze Zeit reden oder bist du auch mal locker? Ich würde das, was du machst, definitiv nicht tolerieren. Definitiv nicht. Ich nur meine Geschwister bzw. meine Geschwister und ich tolerieren auch keine Religion, die aufruft, uns zu unterdrücken und von uns Schutzgeld zu bezahlen und uns die Schädel abzuschneiden. Was hältst du denn davon? Ja, wer denn? Sag doch mal, wer macht das denn? Du redest gerade hier von der Al-Qaida, von der Taliban. Das steht doch im Koran. Das steht doch im Koran. Das steht doch im Koran. Das ist ja nicht normal. Das steht doch im Koran, Mann. Ja? Ja. Okay. Direkt die Vorlesung. Lesen wir mal die Verse bzw. deine Psalmen aus der Bibel vor, wo drin steht, dass man, wenn, also in der Bibel steht auch drin, dass man töten soll. Oder steht das nicht drin? Du kannst die Bibel nicht mit dem Koran vergleichen und wenn jetzt auf einmal da etwas töten, dann sagst du, okay, da steht mit töten, jetzt können wir auch töten. Was ist das für eine Argumentation? Ist doch völlig bekloppt, Mann. So geht doch keiner vor. Das ist ja genauso, als würde ich sagen, okay, du hast vergewaltigt, dann gehe ich jetzt auch vergewaltigen oder was? Weil du vergewaltigt hast. Um Gottes Willen. Ich habe nur eine kleine Frage an dich. Der Koran, den du hast, hast du den damals von so einem Lies-Stand geschickt? Nein, du hast doch die Möglichkeit im Internet. Danke, lieber. Du hast doch die Möglichkeit im Internet. Mein Lieber, hallo. Du hast doch die Möglichkeit im Internet kannst du doch Koran suchen im Vergleich aufschlagen. Dann kannst du doch eine Übersetzung dir raussuchen. Lass doch mal das Internet sein. Geh dir doch mal, guck mal, wenn du kein Geld dafür, wenn du kein Geld für den Islam ausgeben möchtest. Ich schwör's dir, gib mir eine Postfachnummer, ich kaufe dir das, ich schicke dir das dorthin. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das heißt, das Buch, was du liest, ist jetzt anders als genau das Buch, was ich hier in digitaler Form habe. So verrückt ist das Ganze. So kaputt. So verrückt. Ich danke dir für das. Ich hol mal jemanden rein, der ein bisschen bescheiter ist. Das ist doch unglaublich. Das ist doch nicht mehr normal. Hier, vielleicht la ilaha illallah. Wahrheit sagen. Und steht zu deiner Religion. Jetzt ist der Ort. Das kann doch nicht wahr sein. Wie verrückt kann man nur noch sein, zu sagen, ja, wenn du kein Geld hast, ich schicke dir einen Koran. Koranübersetzung. Dann frage ich den ja, ist das von Bubenheim? Wer hat das übersetzt? Wer hat den Koran übersetzt? Kein Problem. Ich schaue im Internet nach und habe das hier in digitaler Version. Wie Panne muss man nur noch sein. Und das Schlimmste ist, guck mal bitte die Kommentare, Leute. Das ist heftig. Guck mal bitte. Wie verrückt das ist. Merkt ihr, manchmal denke ich, dass das Gehirn komplett abgeschaltet ist, ne? Ja, das ist das, ne? Das Gehirn ist komplett auf Durchzug. Wir arbeiten mal von oben nach unten ab. Salaamu alaikum. Wie alt bist du? Ich habe eine Frage an dich. Das suchte ich nicht, wie alt ich bin. Ja, aber ich kann dich nicht hier reinlassen, wenn du so 15 bist, oder was? Nein, keine Sorge, ich bin schon alt genug. Nein, sag mir, wie alt bist du? Junge, ich bin 20. Nein, du bist nicht mehr. Du bist 20. Du bist 16. Junge, wie die Rede. Das sind diese typischen Muslime. Ey Junge. Ey Junge, alle muslimischen Mädchen sind schon wie Jungs transformiert. Das ist unglaublich. Ey Junge. General Maslow. Hallo, hörst du mich? Hallo, General Maslow. Wie geht's? Gut, du bist Albaner, ne? Ich weiß. Was bin ich? Albaner? Ja. Bruder, was ist mit dir los? Ich bin Kurde. Kurde? Okay, Maslow heißen sie auch sehr viele Albaner. Nein, Bruder. General Maslow Kobani ist der General der YPG in Syrien. Kennst du dich? Herbiji Kurdistan, ne? Herbiji, mein lieber Freund. Wie heißt er eigentlich? Ich kenne dich gar nicht. Amir, heiße ich. Amir. Amir, Farsi Baladi. Farsi Baladi. Farsi Baladi. Aber Bruder, ich bin Kurde aus der Türkei. Nur mal so nebenbei. Okay. Bruder, du hast aber eigentlich den Falschen. Ich würde schon gerne diskutieren, aber bitte nimm einen Moslem rein. Ja, okay. Dann hole ich den nächsten rein, ja? Nein, aber ich bleib da, ne? Ich bleib da, du holst den nächsten Moslem rein und ich diskutiere mit ihm, wenn du erlaubst. Ach nein. Dann diskutiere ich nicht. Doch, Bruder. Doch, Bruder. Doch, Bruder. Danke dir, mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ist doch nicht hier im Kindergarten. Gude. Prag? Ja, mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Wann bringst du eigentlich den nächsten Shisha-Tabak raus? Demnächst. Ich habe versucht, eine gute Location zu finden, da in Berlin-Kreuzberg und Neukölln, aber ich habe noch keine gute gefunden. Kannst du vielleicht Arafat fragen, dass er mir eine gute eventuell findet? Nein, nein. Ich frage mal den Dachbodengeist von ABK. Vielleicht hilft dir die ein bisschen. Den Dachbodengeist, ja, ja, genau. Guck mal, wie der sich am Hut lacht, ey. ABK haben mich. Ach du, hey. Hey, richtiger, richtiger Kindergartenverein. Richtiger Kindergartenverein. Hier, la ilaha illallah. Komm rein. Nutzer kann ich rein, dann nicht. Roshat. Ist auch cool, oder? Mati. Einfach 1700 Zuschauer, ey. Dr. Cheikh Abwamil ist hier seine Klamotten anmachen und nebenbei einfach 1700 Zuschauer. Das ist crazy, ey. Unfassbar. Leute, wir müssen ein Typiko machen. Beeilt euch, ihr Lieben, ihr Wunder von. Danke, Leona. Immer viel Typiko mit eurem Dr. Cheikh Abwamil. Dr. Cheikh Abwamil hat hier sein Multimedia, hier ist er am bügeln und nebenbei auch am reden. Das ist so krank. Richtig multitaskingfähig. Komm, sag das jetzt endlich. Was ist denn los jetzt hier, ey? Was ist denn los jetzt hier, ey? Was ich mich jeden Tag rumschlagen soll, aber jede Seele ist wichtig, ne? Einmal lieber Gott segne dich und deine Familie. Danke. Die auch. Schnauhe. Christ. Du bist auch Christ? Ja. Wer ist der Jesus Christus für dich? Ja, der ist groß. Okay, danke dir, mach's gut. Gott segne dich und deine Familie. Gut, dir auch. Amir, du wirst am jüngsten Tag alles bereuen. Nein, ich werde meine Schuhe ausziehen und auf Allah werfen, weil er war es, der mich in die Ehre geführt hat. Und dann bestraft er mich für etwas, was er getan hat. Und genauso alle Christen auch. Allah, du bist es doch schuld. Du hast die Christen doch in die Ehre geführt. Du hast jemanden ähnliches ans Kreuz schlagen lassen, der so aussah wie Jesus Christus. Und dann willst du uns noch dafür fertig machen, dass wir daran glauben, die ganzen historischen Beweise, die da sind, das werde ich ihm sagen, wenn ich vor ihm stehe. Mach dir keine Sorgen. Dann werde ich auf Allah Schienbein schauen und sagen, du bist nicht Gott gewesen. Leute, guck mal hier, Allah hat ein Schienbein. Für die Muslime, die gerade hier drin sind. Allah und sein wunderschönes Schienbein. Guck mal. 4739. Sahi Bukhadi 4739. Einen Moment. Bukhadi 7439. Sieben, vier, nein, nein. Ich pinne das nochmal jetzt hier an, ja. damit ihr das habt. Allah Schienbein. Allah Schienbein. Allah Schienbein. Bukhadi. 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 Sieben, vier, drei, neun. Los geht's. Harambein. Diesen Kommentar fixieren. Das geht nicht, warte mal. So geht das denn nicht. Ne, geht nicht. Habt ihr das gescreenshuttet? Ne, geht's. 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 Ja, ich weiß nicht. Salam alaikum, Ex-Muslim. Wie geht's euch? Gut, und dir? Sollen wir uns gegenseitig unsere Herzen küssen? Aha. Gut, aber diese Einstellung hast du noch. Diese Herzen-Einstellung. Nein, hört auf. Ich wusste, dass ihr sofort matchen wollt. Hör auf mit. Warte mal, warum bist du? Na ja, komm. Sofort Match-Anfrage. Dankeschön, ihr Lieben. Danke, Nadim. Danke auch. Danke, Maria. Danke, Andi. Sahih al-Bukhadi, 7, 4, 3, 9. Dann wird der Allmächtige in einer anderen Gestalt zu ihnen kommen, als die, die sie beim ersten Mal gesehen haben. Und er wird sagen, ich bin dein Herr. Und sie werden sagen, du bist nicht unser Herr. Und niemand wird zu ihm sprechen, außer den Propheten. Und dann wird zu ihnen gesagt, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könnt? Sie werden sagen, das Schienbein. Und so wird Allah dann sein Schienbein entblößen, woraufhin sich jeder Gläubige vor ihm niederwerfen wird. Und es werden diejenigen bleiben, die sich vor ihm niederwerfen, nur um anzugeben und einen guten Ruf zu erlangen. Ihr werdet euch vor einem Schienbein niederwerfen. Und Allah wird dann so sein sexy Schienbein zeigen. So, oh, hier, guck mal. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Religion ist, Mann. Einfach. Guckt euch das bitte an. Allah hat zwei rechte Hände. Guck mal, two right hands. Das ist so grausam. Das ist so grausam. Both of his hands are right hands. Oh, warte mal. Ach, muss fast leer. Das darf nicht sein. Dr. Schien, aber am Ende ist schon, muss er weitergehen. Oder nicht, ihr Lieben. Wir können doch nicht jetzt einfach hier aufgeben. Das geht doch nicht. So. Perfekt. Ich hoffe, das hält. Oh, was ist hier? Hältst du das? Hältst du das? Danke. Two right hands. Ich schreibe das wieder hier in den Kommentarbereichen, ihr Lieben. Das ist Aufklärung vom Feinsten. Sondern An-Nasai 5379 5379 5379 Der Grad des Hadiths ist sai korrekt. Danke Fabiana, danke Alexan. So, ich lese wieder vor. Der Prophet sagte, Those who are just and fair will be with Allah. Warte. Warte. Dieses hat er auch nicht. direktoratoren. DaAAA 7379 5374 5373 5373 5 Можно an betrachten – An-Nasai 5379 5371 541 13673 5374 6477 6477 6477 6477 7477 7477 7 säga 5377 7487 5367,7477 8476 7477 7477 299 Der Prophet sagte, diejenigen, die gerecht und fair sind, werden bei Allah dem Allerhöchsten auf thronendes Licht sein, zur Rechten des Barmherzigen, diejenigen, die gerecht sind in ihren Entscheidungen und im Umgang mit ihren Familien und diejenigen, die sie verantwortlich sind. Muhammad, einer der Überlieferer, sagt in seinem Hadith, und seine beiden Hände sind rechte Hände. Allah hat einfach so zwei rechte Hände. Ist das zu fassen? Dann sagen die zu uns Christen, ihr betet einen Menschen an. Ja, Allah hat doch zwei rechte Hände, er hat ein Schienenbein, er hat wolliges Haar. Was ist das für eine Kreatur, Mann? Das kann doch nicht mehr euer Ernst sein. Zwei rechte, das sehr schnelle Arbeiten, dann danke dir, Tissi. Ja. Oh, 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 roses, roses. Ich muss euch das unbedingt zeigen. Danke, Alex. Danke für die ganzen Likes, ihr Lieben. Tippico. Viel Tippico machen, damit wir hier Aufklärungsarbeit machen. Vielen Dank. 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 ... 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 Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie auch. Meine Frage ist, warum? Wie ist es dazu gekommen? Warst du vorher dem Islam verbunden und jetzt dem Christentum? Wie ist das passiert? Ich habe mich dann eines Tages damit auseinandergesetzt und wollte herausfinden, ob Mohammed wirklich ein Prophet ist. Danke Omar. Was ich dann herausgefunden habe, hat mich natürlich sehr, sehr schockiert. Das Ganze teile ich jetzt mit den ganzen Menschen. Ja, das ist ja natürlich deine Entscheidung. Welche Religion du antrittst oder welche auch nicht, weißt du, ist deine Sache. Also viele Hate-Kommentare, das gefällt mir halt gar nicht. Ich finde auch, Religion, das teilt sehr viel. Also das macht uns alle ein bisschen aggressiv, dieses Thema. Also nicht so, du weißt, wie ich das meine, hoffe ich. Ja, natürlich, klar. Das ist natürlich ein sehr, sehr kontroverses Thema und die Gemüter sind natürlich ein bisschen angeheizt. Aber wir müssen halt über gewisse Themen sprechen, weil du weißt ja, eines Tages gehen wir in den Tod und was passiert mit uns nach dem Tod? Das würden wir herausfinden. Wir können euch einfach blind glauben, wenn jemand sagt, Mohammed war ein Prophet. Ja, wo sind denn die Beweise? Dann gehe ich doch, danke, Bello. Dann gehe ich doch dahin und versuche doch herauszufinden, ob Mohammed wirklich ein Prophet ist. Danke, Alex. Danke. Auch an die anderen. Es ist ein schwieriges Thema. Also generell, ja, es ist sehr schwierig auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall das Beste für dich und deine Familie. Danke, ich wünsche dir auch das Beste, mein Lieber. Ich bin nur hier reingekommen. Ich wollte nicht haten oder so. Ich wollte einfach nur... Danke dir für deine Worte. Man merkt auch, dass du ein ganz anderer Geist bist. Ich danke dir, ja. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und Gott segne dich auch, ja. Auf geht's. Ciao. Wo ist denn, Abo-Hetzerei? Alexa antwortet. Wo ist Abo-Hetzerei? Danke, Jackie. Deine Seele ist böse, ne? Die Seele von Mohammed und den Sahaba war ultra böse, ne? Ja, der muss mir eine Anfrage schicken, Alexa. Ich habe ihm doch gerade eine Anfrage geschickt, aber der nimmt ja nicht an. Ich habe dir eine Einladung geschickt. Ich mache mir mal kurz einen Kaffee, ich komme sofort, die Wundervoll. Hi. Hi, mein Lieber Gott segne dich und deine Familie. Ich bin dich ebenfalls. Ich habe dich das erste Mal jetzt auf meiner For You gesehen. Und ich habe jetzt auch ein paar Hate-Kommentare gelesen und bin echt sprachlos. Ja, du siehst ja, das ist ein sehr kontroverses Thema. Und wenn du den Islam halt widerlegst, oder beziehungsweise danke, Nadine, danke, Loco, dann regen die sich halt darüber auf. Sie dürfen alles über Jesus, die Christen, Juden und alles sagen, aber wenn ich dann anfange, dann auch Beweise zu bringen gegen den Islam, dann flippen die alle aus. Das ist krank, ne? Du sprichst mir gerade echt aus der Seele. Ich finde es echt hart. Ich finde, jeder sollte selber entscheiden. Und ich finde es krass, aber mich interessiert halt, wie du darauf gekommen bist. Weil ich bin ja selber katholisch. Und ich bin auch sehr gläubig. Und deswegen interessiert es mich, wie du jetzt darauf gekommen bist. Ja, wenn man sich dann damit auseinandersetzt und herausfindet, ob Mohammed überhaupt ein Prophet ist, dann wirst du zu erstaunlichen Erkenntnissen kommen, dass er niemals ein Prophet war, dass der Koran niemals das Wort Gottes ist und wir die einzige Möglichkeit in Jesus Christus haben. Aber was mich dann speziell davon sehr, sehr überzeugt hat und wo ich wusste, dass der Islam Geschichte für mich ist, war die Kreuzigung. War die Kreuzigung Jesu Christi. Weil die Kreuzigung ist das bestbezeugteste historische Ereignis der Antike. Und das kannst du nicht einfach so weg erklären. Verstehst du? Wir haben zu viele Beweise. Und damals habe ich mir dann auf Englisch eine Debatte angeguckt, die geführt wurde von Josh McDowell gegen Ahmad Dedad. Ahmad Dedad war so der muslimische Apologet schlechthin. Also die ganzen Muslime weltweit haben den Übelst gefeiert. Und dann hat er sich mal mit einem echten Christen, der wirklich Ahnung von der Materie hat, getroffen in Südafrika und haben in einem Stadium von 5000 Menschen debattiert, ob Jesus Christus wirklich gekreuzigt und auferstanden ist. Das waren zweieinhalb Stunden geballte Power. Danach, als ich dieses Video gesehen, als ich die Debatte gesehen habe, wusste ich sofort, der Islam ist Geschichte. Der Islam lügt über Jesus und der Herr Jesus Christus wurde gekreuzigt und ist auferstanden. Und selbst der größte Bibelkritiker unserer Zeit, Bart Ehrmann, sagt, ja, der Herr Jesus Christus, obwohl ich die Bibel kritisiere in sehr vielen Punkten, muss ich zugeben, dass Jesus Christus auf der Anordnung von Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Und somit hat er den Islam ruiniert. Ich finde es echt faszinierend, wie du dich damit zusammengesetzt hast. Also größten Respekt. Ja, das ist das. Wer macht das noch? Wer nimmt sich dann die Zeit, setzt sich hin und guckt sich Debatten an, um sich die Argumente von ihm und die Argumente von dem anderen anzuhören? Fast gar keiner mehr. Keiner liest mal, was Mohammed in seinem Leben getan hat. Nein, sie glauben ihren Imamen und Shiuk, die sie von morgens bis abends anlügen. Und dann sind die natürlich schockiert, wenn ich dann auf einmal die ganzen authentischen Quellen raushole und denen das ins Gesicht brettere und sage, du willst mir sagen, dass Mohammed ein Prophet ist? Guck dir mal an, was er sagt. Weißt du, was Mohammed so von sich gibt? Guck dir das mal bitte an. Das ist ja der Knaller überhaupt. Er sagt, dass niemand weiß, was für ein Geschlecht sich im Mutterleib befindet. Das ist der Knaller. Und das hat Gott ihm gesagt. Ich bin dir ehrlich, ich habe mich mit dem Koran noch nie befasst, weil ich habe mich immer auf mein Glauben konzentriert. Und mit alles drumherum hat es mich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich interessiert. Also viele sagen zu mir, er liest erst mal den Koran. Nee, ich bin da zu religiös aufgewachsen, dass mich das auch nie wirklich interessiert hat. Leute, schreibt euch das bitte auf. Sahih al-Bukhari 4697. Sahih al-Bukhari 4697. Bukhari 4697. Merkt euch das. Bukhari 4697. Alexa antwortet, pin das bitte an. Sahih al-Bukhari 4697. Und ich lese euch das mal vor, was der Mohammed hier sagt. Und dann kriegst du natürlich Schock. Dann denkst du dir so, hier stimmt irgendwas nicht. Der Mohammed, entweder der Bukhari ist der größte Lügner oder Mohammed muss der größte Lügner sein. Und dann sieht es auf einmal, wie Gelehrte sagen, dass jeder einzelne Hadith aus Bukhari, Muslim und Co. authentisch überliefert wurde. Dann ist Mohammed gar kein Prophet. Ganz einfach. Warte, ich lese euch das mal vor. Okay. Ja, genau. Sahih al-Bukhari 4697. Sehr gut. Der Gesandte Allah sagte, die Schlüssel des Unsichtbaren sind fünf, die niemand außer Allah kennt. Die niemand außer Allah kennt. Guck dir das mal bitte an. Niemand außer Allah weiß, was morgen passieren wird. Da stimmen wir noch mit ein. Niemand außer Allah weiß, was im Mutterleib ist. Ein männliches oder ein weibliches Kind. Wusste dieser Prophet des Islams nicht, dass es sowas wie Ultraschall gibt, dass man genau wissen kann, ob das ein männliches Geschlecht ist oder ein weibliches Geschlecht. Jetzt pass mal auf. Niemand weiß, wann es regnen wird außer Allah. Wusste Mohammed nicht, dass es so Meteorologen gibt, die genau die Uhrzeit sogar nennen können, wann es regnet? Merkst du jetzt? Ja. Okay. Guck dir mal bitte an. Hier ein Atomwissenschaftler in den Kommentarbereichen. Da lacht er sich kaputt wegen Ultraschall. Obwohl ich richtig sage. Weil wie siehst du denn im Mutterleib das Kind? Mit Ultraschallbilder, oder? Ja. Ja, das sind diese Atomphysiker. Merkst du jetzt die Muslime, wie die sind? Merkst du? Und so sind sie alle. Sie lachen, obwohl sie nicht wissen, was hier los ist. Ich bin gerade echt schockiert, was ich alles lese. Oh Gott. Ja, jetzt siehst du mal, was hier los ist. Aber wie kommst du damit klar? Wie fühlst du dich? Ich komme damit klar, weil der, der mich geliebt hat, sein Leben für mich gegeben hat und ich bin auch bereit, diesen Weg zu gehen und die Menschen zu lieben und ihnen die Aufklärungsarbeit zu bringen. Ja. Du bist eine Frau. Du bist eine Frau. Und schau dir mal bitte an, was Mohammed sagt über Frauen. Warte. begrüßt alle zusammen mit den zweitgrößten Hetzer der Menschheitsgeschichte mit einem großen Herzchen. Da kommt mein Bruder. Da soll der Herzchen zum Hetzerei fliegen. Da kommt mein Bruder, die größte Abo-Hetzerei von ganz Deutschland. Drei Mal am Tag Hetzen nach dem Essen und du wirst sehr gesund und alt werden. Schreibt euch das bitte auf. Schreibt euch das bitte auf. Sondan Ibn Majah, Hadis 1986. Sondan Ibn Majah, Hadis 1986. Und hier heißt es, ich zitiere. Ja, Aramäherin. Eines Nachts war ich Gast im Haus von Umar und mitten in der Nacht ging er hin und schlug seine Frau und ich trennte sie. Als er zu Bett ging, sagte er zu mir, oh Ashas, erfahre von mir etwas, was ich vom Gesandten Allahs gehört habe. Ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt. Das ist unglaublich, ne? Ich finde es eh schlimm, mit den vier Frauen heiraten. Ich weiß nicht, jede Frau hat Respekt verdient. Das ist keine Religion von Gott. Das ist das teufliche Zeugsmann. Ja, ich bin katholisch, falls ich gemeint bin. Du kannst mir doch nicht sagen, dass ein Prophet Gottes sagt, ein Mann sollte nicht in Frage gestellt werden, warum er seine Frau schlägt. Ist das ein Prophet? Nein. Definitiv nicht. Definitiv nicht. So ist das. Wir müssen das Kind beim Namen nennen, Leute. Und guck mal, was für eine Reichweite ich habe. Seht ihr? Und das kann ich überall allen zeigen, damit die sich Gedanken machen. Ja. Da schreibt jemand, ich habe auch keine Ahnung. Wenn du für vier Leute, für Frauen heiraten bist, dann mach das. Wenn eine Frau das mitmacht, dann muss sie es auch machen. Aber ich komme aus einer arabischen Mentalität und ich sehe selber, wie einige Frauen behandelt werden. Und ich toleriere sowas absolut nicht. Tut mir leid, da ist jeder seine Meinung. Hast du noch eine Frage? Ansonsten hole ich dann den nächsten ein. Nein, nein, ich bin schon durch. Okay, Gott segne dich, mein Lieber. Mach's gut. Ich auch. Alles Gute dir. Ciao. Ciao. Amir, die Leute sagen, ja, Moment, als der Mohammed, dass da was gesagt hat, dass man nicht das Geschlecht des Kindes erkennen kann. Hallo. Da gab es auch keine Ultraschall. Ex-Muslim. Ex-Muslim. Ja, mein Lieber. Ich hoffe, jeder Muslim knallt deine Mutter. Jeder Muslim soll in deine andere reingehen. Guck mal, guck mal, guck mal, was für ein Teufel. Siehst du? Das hat Barello und die ganzen Leute mit dir gemacht. Nichts Barello, Digga, du bist einfach nur ein Hetzler, genauso wie dieser... Seht ihr? Seht ihr? Er kann es nicht ertragen. Man zeigt ihm Quellen und dann auf einmal sowas. Du bist so ein Lappen, Digga. Such dir mal. Äh, und deine Familie. Gott segne dich, und deine Familie, mein Lieber. Gott segne dich, Gott segne dich, mein Lieber. Was? Was war das? Was war das? Chinesisch, oder was? Was war das Chinesisch? Das war chinesische Schahada. Oh wei, 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 wei. Siehst ihr, ihr Lieben, kommt weg vom Islam. Die sind alle so, glaubt es mir. Die haben einen bösartigen Geist. Bösartigen Geist. Ja, man muss sie trotzdem segnen, auch wenn die so böse Sachen sagen. Ja. Jesus hat uns immer dazu angestiftet, unsere Feinde zu lieben und für sich auch zu beten. Amen. Hallo. Hi, Gott segne dich mit meiner Familie. Wie geht's dir? Handel, Jesus. Wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut. Hänge mal noch ab, mit der Luz auf bei dir. Wie kannst du alle in einen Topf schmeißen, nur weil jetzt ein Moslem, der vielleicht 15 Jahre alt ist, jetzt in den Livestream kommt und beleidigt? Ja, normalerweise sind die alle gleich, also 99% von den Muslime, die ich gekannt habe in meinem Leben, haben jeden Tag von morgen bis am Abend eine Statistik in deinem Kopf und du weißt das, ja? Ja, ja, genau. Alle Muslime, die ich bis jetzt gekannt habe, haben immer gesagt, ich äffle deine Mutter. Ich stech dich ab und sowas. Das ist ganz normal, das wissen auch alle, das ist Allgemeinbildung. Guck in Islam, steht da drin, man soll sagen, ich stech dich ab. Warum machen das die Deutschen nicht? Kannst du uns das mal sagen? Warum machen die Deutschen das nicht? Warum machen das die Christen nicht, die Buddhisten nicht? Warum ist das nur ein Phänomen unter den Muslimen? Nein, das stimmt nicht. Na, ja, komm, bitte. Sei mal ein bisschen, dass die Hörn einschalten. Komm, komm, wir reden ganz vernünftig, wir reden ganz vernünftig miteinander. Ich frage mich, was dein Auftrag ist. Nenn dich doch einfach amir.christ. Was ist los mit dir? Was für Ex muss man? Was interessiert dich, wie ich mich nenne? Interessiert dich, was für Beweise ich dir bei dir gegen den Namen? Merkst du nicht, wie das hetzt? Ja, dann brauchst du dir das noch nicht anzugucken. Dann hole ich den nächsten rein, dann kann man mit dem vernünftig reden. Guck, guck, guck. Mit dir kann man ja anscheinend nicht vernünftig reden. Mir kann man vernünftig reden, aber ich merke das schon. Du bist voll unglaublich. Nicht offen einfach Dings. Ja, das ist ein trauriger, geistiger Zustand. Ja. Aber so sind die alle. Ja, 99%. Hallo. Hallo Berliner, Gott segne dich und deine Familie. Und ich auch. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, haben wir Jesus. Wie geht's dir? Alles super. Ich guck mir ein bisschen deinen Stream an. Hammer, ne? Guck mal die Reichweite, die ich mir aufgebaut habe. Ist das nicht wundervoll? Ist okay, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist stabil, ne? Ist auf jeden Fall cool anzuschauen. Ist nicht verkehrt, um ehrlich zu sein. Aber sag mal, gib mal zu, ist schon stabil, ne? Ja, ist okay, um ehrlich zu sein. Also, ich finde es jetzt nicht schlecht. Ja, also, ich bemerke, dass diese Aufrufzahl, also, diese Aufrufe, dann Leute haben mit 6, 700.000 Abonnenten und ich hier mit 20.000 Abonnenten einfach 1.000 Leute drin habe. Das ist unglaublich, ne? 2.000 Abonnenten. freut mich aber. Was willst du den Menschen vermitteln? Das frage ich mich. Ich möchte sie aufklären über den Islam und ihnen zeigen, wer der Herr Jesus Christus in Wahrheit ist, was der Islam für Lügen verbreitet über Jesus Christus. Okay. Viel Glück bei deiner Arbeit. Ich selber, ich bin Jeside. Ich finde es jetzt nicht verkehrt. Ich habe auch viele muslimische Freunde. Ja, du weißt, was die Muslime euch angetan haben, nach Sorge 9.5. Heißt du, ausgedacht? Ja. Ja, die Jesiden haben einen Genozid fast verabreicht bekommen, ne? In Irak und Syrien, ne? Die waren mit die härteste, verfolgteste Gruppe in Irak und Syrien, ne? Zusätzlich dann noch zu den Christen und so. Danke, Chef. Danke, Big Pizza. Äh, Big Pazzo. Big Pizza. Big Pizza. Ja. 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 Normalerweise sollten die Jesiden komplett aufgewacht sein, ne? Was der Islam ist, ne? Es sind auch viele, viele Kurden aufgewacht. Es kommen ja auch einige Kurden zu. Genau. Das ist ja auch ein bisschen. Aleikumussalam. Aleikumussalam. Was kann ich für dich tun? Ich wollte einfach mit dir reden, mein Baby. Was möchtest du von mir, mein Baby? Ich will wissen, wann du endlich deinen Shisha-Tabak rausbringst. Du wärst der Erste, wenn er das kaufen würde, ne? Ich würde sofort kaufen. Ich weiß, weil ich den härtesten Tabak der Welt hätte, glaub es mir. Der würde euch so in Dimensionen rein verfrachten, das glaubst du nicht. Du musst rausbringen. Ich glaube, das ist das. Ich weiß. Wir müssen mit Arapat reden. Wir müssen hier mit dem ein Dings machen. Sag mal schnell. Kooperation mit Arapat. Business machen mit Arapat, ja. Mit Arapat? Ja klar. Das wäre nicht schlecht, ja. Das wäre nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, es wird verlangen bei dir. Er kennt ja die Leute für Marketing und Vertrieb und ich stelle meinen Namen dann zur Verfügung. Dr. Chef Abu Amir. Big flavor for everyone. So. Möchtest du noch was sagen, dann lass euch den Nix rein. Ähm. Ähm. Hallo, mit geht's dir? Ja, ganz gut. Handel, Jesus. Wie geht's dir? Ja. Ja. Amir, du hast diesen Hadith zitiert mit Frauen schlagen, ne? Ja. Der ist, der ist unauthentisch. Ich kenne den Hadith. Der ist unauthentisch. Ich kenne selber diesen Hadith. Nein, das ist eine Lüge, was du gerade tätigst. Sunan ibn Majah, Hadith 1986. Der ist Hassan bei Al-Albani. Ja. Nein, das ist ein Hadith, deswegen ist er unauthentisch. Oh mein Gott, das kann er nicht wahrnehmen. Also verbreiten die Lüge nur bei deinen Propheten. Guck mal, bei Sunan.com ist sowieso sehr viel Katastrophen seit, da ist nur viel falsch übersetzt. Ich danke dir von ganzem Herzen, obwohl sie Buchreferenzen angeben, ist Katastrophe. Sehst du, sehst du, sobald etwas Kritisches kommt, die schämen sich in Grund und Boden. Anstatt die Wahrheit zuzugeben und sagen, okay, das ist schlimm, das muss ich überprüfen und wenn das überprüft wurde und es festgestellt wurde, dass das so stimmt, dann eben auch die Konsequenzen ziehen. Das ist wie, wenn man zu dir kommt und sagt immer, deine Frau geht dir fremd. Du glaubst das erstmal nicht, weil das so schockierend ist, weil du eben so viel von deiner Frau hältst und du denkst, ja, meine Frau ist das Beste, aber dann sagt er, ich habe es auf Video und wenn du dann sagst, nee, ich möchte es nicht sehen, das Video, meine Frau geht mir nicht fremd, dann stimmt was mit dir nicht. Du möchtest die Wahrheit nicht wissen. Ja, du möchtest die Wahrheit nicht wissen. Du möchtest die Wahrheit nicht wissen. Wenn jemand sagt, ja, kein Problem, jemand kommt und sagt, deine Frau geht fremd, dann sagst du, ja, das kann ja jeder sagen, jemand will mir Schaden zufügen, meine Frau schlecht machen, kein Problem. aber wenn er das auf Video hat und die das zeigt und du sagst, nein, das möchte ich nicht sehen, dann, dann möchtest du die Wahrheit nicht wissen und du hast das Problem. so ist das auch mit diesen schockierenden Hadithen, Wahrheiten über den Islam. Du musst dir mal vorstellen, als wäre Al-Albanier ein Idiot, der nicht den Islam überprüfen könnte. Du musst dir mal vorstellen, was die Muslime da machen. Ja, die sind sich darüber ja nicht bewusst, was sie da tun. Also er schlucht das schon als Hassan ein, gesund, und dann kommt der und sagt, mir ist unauthentisch. Ein TikTok-Muslim. Ja. Ja, das ist das Problem. Also durch das Internet haben die Muslime jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben so eine Bandbreite an Kritik sozusagen, sind die da entgegengesetzt. Das gab es ja vorher nie, weil in den islamischen Ländern hättest du nur einmal den Mund aufgemacht und irgendwas gesagt in den Islamen, dann wärst du ja kopfkürzer gemacht. Aber jetzt geht es ja. Gott sei Dank geht das ja in so einer freien Gesellschaft. Genau, genau. Jetzt müssen sie es eben zulassen und dass die Beweise so um die Ohren fliegen und die können nichts dagegen tun. Das ist das Problem. Deswegen ist das ja die beste Zeit auch gerade für die Muslime, eben sich den Beweisen und den Argumenten zu stellen, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken oder den Sand in den Kopf. Je nachdem, worauf man Lust hat. Ja. Lieber den Kopf in den Sand, anstatt den Sand in den Kopf zu stecken. Hallo. Hi Gott, ich bin nicht in deiner Familie. Dankeschön ebenfalls. Ich möchte nur ganz kurz was sagen. Und zwar, ich finde das wirklich schön, wie du von deiner eigenen Religion überzeugt bist. Also es ist wirklich was sehr, sehr Schönes und ich finde das auch schön, dass du in der Öffentlichkeit darüber reden kannst und andere Leute davon überzeugen kannst. Aber es ist okay für dich, wenn ich kritisiere, oder? Natürlich kannst du deine Kritik äußern. Ich komme nicht zu dir und mache den Kopf kürzer. Nee, nee, also meine Kritik ist einfach nur vor allem, dass man andere Religionen nicht dafür schlecht darstellen muss. Wenn du zum Beispiel etwas widerlegen kannst, dass du das dann zum Beispiel auf eine respektlose Art und Weise machen kannst, ohne andere Menschen beziehungsweise andere Religionen runterzumachen oder auf eine respektlose Art und Weise irgendwie allem damit reinzubeziehen. Ich kann verstehen, dass man Menschen im Leben kennengelernt hat, die diese Religion vielleicht falsch repräsentiert haben oder auf deren eigene Art und Weise repräsentiert haben oder sonst auch immer. Ich weiß ja nicht, was du alles gesehen haben könntest. Was habe ich denn die letzten Stunden hier getan, meine Liebe? Wie lange bist du jetzt hier? Ich bin jetzt nicht seit Stunden hier drin. Was habe ich dir gerade eben getan, als ich gesagt habe, der Hadith ist da und da, Hassan und gebe die Einstufung und sowas. Was meinst du, warum ich sowas mache? Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass du auf jeden Fall, hier steht ja dein Name Ex-Muslim, dass du damals Moslem warst anscheinend und diese Sachen selber abgecheckt hast und gemerkt hast, dass das für dich gar keinen Sinn ergibt. So, genau. Siehst du? Also checke ich Dinge ab und dann teile ich sie mit anderen, weil mein Bruder auch gerade gesagt hat, im Zeitalter des Internets waren die Muslime noch niemals so konfrontiert mit diesem ganzen Wahnsinn und jetzt auf einmal müssen die sich dem ganzen stellen und dann sehen die auf einmal, dass Mohammed niemals ein Prophet war, dass er diese Dinge angeordnet hat und wir dann schockiert sind über das Ganze, weil die Imame und Schioks uns ja nicht in die Wahrheit sagen. Verstehst du? Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe deine Seite und ich verstehe auch, dass du daran glaubst, aber ich finde trotzdem, dass man irgendwo ein bisschen Grenzen setzen wollte, weil im Endeffekt gibt es ja trotzdem Menschen, die daran glauben. Verstehst du? Die das trotzdem Respekt... Ja, aber was ist denn, wenn dieser Mensch an etwas glaubt, was ihn dann auf einmal nach seinem Tod ein böses Erwachen bekommt? Was würdest du noch machen? Würdest du dich sagen, ey, du bist gerade auf dem Weg in die ewige Verdammnis oder beziehungsweise mal ein anderes Beispiel. Wenn jemand mit 300 auf dem Weg ist Richtung Leitplanke und du das gesehen hast, würdest du ihn nicht warnen und sagen, hey, geh mal auf die Bremse. Ja, natürlich, du hast recht, aber das macht man dann meiner Meinung nach nicht auf einer provozierenden Art und Weise, weil wenn man das wirklich mit schönen Worten versucht, ohne zu provozieren, es geht jetzt nicht um mich, weißt du, es gibt Menschen, die sich provozieren lassen und damit dann sozusagen meine Religion auch in den Dreck ziehen können. Ja, gut, aber da werden wir leider keine Rücksicht nehmen, meine Liebe. Warum? Weil es Ideologien gibt und Anhänger solcher totalitären Ideologien auf der Erde gibt, die sich auf den Schlips getreten fühlen, wenn du sie kritisierst. Zum Beispiel, wenn du zu Nazis gehst in den Osten und sagst, der Nationalsozialismus oder die nationalsozialistische Ideologie ist menschenverachtend, das ist keine gute Ideologie, dann werden die dich angreifen, weil sie ihre Ideologie lieben. Also wenn man aber auf Gruppierungen guckt, dann wird das, also ich sage mal so, es gibt ja auch christliche Gruppierungen, die den Christentum nicht richtig darstellen sozusagen. Es gibt auch islamische Gruppierungen und was weiß ich was, die halt den Islam auch falsch darstellen. Ja, aber welche von denen ist so gewalttätig, wenn man sie kritisiert? Nee, aber wenn man jetzt zum Beispiel Beispiele gibt... Kannst du mal bitte antworten? Wie bitte? Welche von den Ideologien, wenn man zum Beispiel Christen kritisiert, Buddhisten kritisiert, Hinduisten kritisiert, Juden kritisiert oder was weiß ich, wen kritisiert, welche von denen ist gewalttätig? Außer der Islamisten. Meiner Meinung nach sind alle Religionen an sich, der Hauptpunkt ist ja, dass man auf jeden Fall friedlich ist, also dass die Religion an sich friedlich ist und dann liegt es ja an dem Menschen selber. Ja, dann fliegt ja der Islam ja raus. Nee, 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 das Problem ist ja, das liegt ja an dem Menschen selber. Wenn der Mensch selber nicht friedlich ist und das eher auf eine gewaltsame Art und Weise versucht zu klären, dann hat das ja wieder nichts mit Islam zu tun. Ja, was ist das, wenn mein Vorbild mir ein gewaltsames Leben vorgelebt hat und ich seinen Fußstapfen nachfolge? Also ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, alle Verse vorher und nachher auch nochmal zu lesen. Also, nein, nein, ich verstehe dich, aber ich verstehe nicht, warum du keinen Respekt davor hast, dass ich trotzdem daran glaube. So, es ist ja eine Glaubenssache, verstehst du? Ich respektiere deinen Glauben und ich erwarte nur, dass du dann auch meinen Glauben respektierst und dementsprechend dann halt auch mit mir kommunizierst. Ja, aber das habe ich ja gerade gesagt. Was ist, wenn ein Nazi zu dir sagt, hör auf, meine Ideologie zu kritisieren, den Nationalsozialismus? Weil es mich stört, weil ich diesen Nationalsozialismus liebe. Hab Respekt vor Nationalsozialismus. Wenn dieser entsprechende Nazi, sage ich mal, Respekt vor mir hat und vor dem, was ich bin und meine Religion und sonst was, dann sollte ich auch Respekt vor ihm haben, solange er mich nicht angreift. Bist du gegen die nationalsozialistische Ideologie oder magst du das, wenn solche Schwarzafrikaner als Affen bezeichnet werden? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich respektiere das. So hast du einen Kritikpunkt gegenüber der nationalsozialistischen Ideologie. Das ist ja Ausgrenzung von Menschen. Verstehst du, was ich meine? Das ist zum Beispiel Ausgrenzung von Menschen aufgrund der Hautfarbe. Das ist nicht okay. Das gehört weder zu meiner Religion noch zu meiner Religion. Ja, aber es gibt weltweit viele Menschen, die das gut finden. Sollen wir das trotzdem kritisieren oder sollen wir Respekt haben vor den Gefühlen von denen? Also Menschen, die das zum Beispiel gut finden, bei denen kann man ja zum Beispiel diskutieren oder sonst was. Aber wenn das deren Meinung ist, dann ist das halt deren Meinung. Einige Köpfe kann man halt nicht ändern. Aber wir wissen für uns sozusagen, dass diese Hinsicht sozusagen falsch ist. Dass es falsch ist, nur weil man Menschen aufgrund Hautfarbe aussehen, Krankheit, was auch immer oder Religion halt ausgrenzt. Das ist nicht okay. Das macht man nicht. Nein, du verstehst etwas vom Grund auf nicht. Darf man eine Ideologie kritisieren und tut es den Leuten, die dieser Ideologie anhängen, weh? Ja oder nein? Nein, nein, man kann ruhig kritisieren. Das ist ja kein Problem. Das tut dem weh, richtig? Nee, es kommt nicht weh auf. Das heißt, keiner hat ein Recht darauf, gegenüber Kritikimmunität. Keiner hat ein Recht auf Kritikimmunität. Also ich finde, solange man auf eine ebenmäßige Art und Weise kommt... Die versteht dich nicht, Chesadine. Ich schalte da komplett ab. Die möchte der Argumentation nicht. Freude, merkst du das? Ja. Ja, okay. Dann ist es so halt, wie ihr denkt. Dann sei es so, wie ihr denkt. Ich bin zum Beispiel gegen Frauenflagen. Deine Religion aber erlaubt Frauenflagen. Siehst du? Dann muss man das kritisieren. Ja, du kannst es ja kritisieren, aber dann auf eine respektvolle Art und Weise. Ich meine ja nicht, dass man dann sagt, ha ha ha, der Islam ist so und so. Ha ha ha, das macht gar keinen Sinn und was weiß ich was. Ich habe zum Beispiel eine aramäische beste Freundin. Sie ist Autodachstin. Und wir verstehen uns super. Wir reden lieber gerne darum, was unsere Religionen gemeinsam haben. Und wir sagen nicht, ey, mir wäre es lieber, wenn du kommentieren würdest. Oder sie sagt mir auch nicht, mir wäre es lieber, wenn du kommentieren würdest. Ja, traurig. Nee, nee, wir sagen natürlich, also nach meiner Religion würde es mich freuen und so was, weil nach meiner Religion ist meine Religion sozusagen die richtige Religion. Und sie sagt es natürlich auch andersrum. Sie ist auch traurig, dass ich Moslem bin und ich bin traurig, dass sie Christin ist. Aber im Endeffekt verstehen wir uns super, weil wir respektvoll miteinander umgehen. Das ist ja die Hauptsache. Ja, natürlich bei einer Diskussion, bei einer Kritik sollte es friedlich bleiben, dass beide Parteien sich eben respektvoll auf Augenhöhe begegnen. bei einer sachlichen Diskussion. Aber zum Beispiel bei Mohammed hat ja bei einer sachlichen Diskussion und Kritik die Kritiker umbringen lassen. Wie findest du das? Also ich sage erstens gar nichts dazu, in dem Sinne von, dass ich... Warum? Du kannst doch sagen, das ist gut oder schlecht. Ja, die muss dann ihren eigenen Propheten jetzt kaputt machen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Die hat doch ein Urteil über irgendeine Angelegenheit. Ja, ein Urteil gegenüber Menschen, aber nicht gegenüber ihrem Propheten. Das ist das, woran ihr glaubt. Ich glaube eher daran, dass mein Prophet ein sehr friedlicher Mensch war und sowas nicht gemacht hat. Hast du dich eigentlich nicht eine Sekunde mit deiner Religion auseinandergesetzt? Ich danke, dass ich hier sein durfte. Aha, siehst du, wie die Angst bekommt? Guck mal. Ich habe gar keine Angst. Weil sie weiß, dass Mohammed einen sehr, sehr kritischen Geist hatte. Und Menschen umbringen lassen. Und sie das zu provozieren, das macht keinen Sinn mit dir. Nein, 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 nein. Wenn man Kritiker umbringen lässt, dann haben wir das zu kritisieren. Ist die jetzt selber rausgegangen oder hast du ihn rausgeschmissen? Nein, die ist selber rausgegangen. Ja, die wollte einfach nur diesen oberflächlichen Wir haben uns alle lieb. Liberalismus hier reinwerfen und das hat nicht geklappt. Wir sind da energisch dem entgegengetreten. Mit Fakten. Ja, natürlich. Diese Walt Disney-Islam, die sie da an den Tag gelegt hat gerade, das hat überhaupt nichts mit dem Islam zu tun. Das hat sie sich selber zusammengesponnen. Eine Art Entschärfte Walt Disney-Version von Islam und sowas gibt es nicht. Es gibt einen Islam und damit hat sich es. Entweder du magst diesen Islam oder du magst ihn nicht. Aber selber einen Islam basteln, was einem gefällt, das geht gut. Leute, warte mal ganz kurz. Ein Moment, Milatu Ibrahim. Schreibt euch das mal bitte auf. Sahih al-Bukhari 3032. Das kann man sich merken. 30 und dann 32. Ich zitiere. Der Prophet sagte, wer ist bereit, Kapi bin Aschaf zu töten, der Mohammed so geschmäht hat, kritisiert hat. Mohammed bin Maslama antwortete, magst du, dass ich ihn töte? Der Prophet sagte, ja, natürlich Mohammed bin Maslama. Und Mohammed bin Maslama sagte, dann erlaube mir ihm etwas zu sagen, was ich möchte. Der Prophet sagte, mach, geh, tu. Siehst du den Geist? Das ist das Problem. Grüß euch. Grüß dich. Ich wollte eigentlich ein paar Fragen, wenn ihr mir erlaubt, über die Dreieinigkeit, wenn das möglich wäre. Ja. Ja, folgendes. So wie ich das mitbekommen habe, wie ich die Bibel gelesen habe, heißt es also laut eurem Verständnis, dass Jesus vor seiner Geburt schon da war, richtig? Ja, Johannes 17, 5, genau. Richtig, okay. Hebräer 13, 8, Offenbarung 1, 18. Ja. Okay, du kennst das auswendig, super. Ja, heißt das jetzt, Jesus hat einen Anfang, also als Gottes Sohn, oder nicht? Nein, der Herr Jesus ist Gottes Sohn sowohl als Mensch, als auch Gottes Sohn als Gott. Er hat ja diese zwei Hypostasen. Einmal Mensch und einmal Gott. Okay. Er war in der Ewigkeit. Also er ist ewiger Gott. Nein, nein, das ist nicht jetzt meine Frage. Meine Frage ist, er könnte mir beweisen, dass Jesus nicht, also am Anfang, dass er vorher tatsächlich immer da war. Ja, sag dir doch selber in Johannes 17, 5. Vater, verherrlichst du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Siehst du? Okay. Am Anfang war das Wort, kann man das auch als Beweis nehmen? Ja, du kannst es auch nehmen, ja. Wie versteht ihr diese Vers? Am Anfang war das Wort. Am Anfang der Schöpfungsgeschichte, das ist der Bezug zu 1. Mose 1, 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde durch sein Wort. Er sprach, sei und es wurde. Durch sein Wort hat Gott erst nach so sein Wort. Allah, kun, kun, kun. Allah, kun, kun. Allah, kun, kun. Sei und es ist. Ja, ja, das ist mir klar. Mich interessiert nur, welcher Anfang ist hier gemeint? Der Anfang der Schöpfung. Also bevor irgendetwas existiert hat. Und das Wort? Das Wort ist schon da. Wo steht das Wort? War schon da? Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Schau mal, ihr kennt diese Sache, der muss hier einen Anfang haben. Das müsst ihr ganz genau diesen Vers lesen und nachdenken und forschen und prüfen. Das geben so viele Christen zu, dass er einen Anfang haben muss. Nein, dieser Anfang, das ist nicht, äh, Johannes 1,1 ist damit gemeint, nach der Schöpfungsgeschichte, du musst du schauen, 1. Mose 1,1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und dieser Anfang ist damit gemeint, dass das Wort Gottes bei dem Anfang der Schöpfung da war. Reza, Reza, ich rede nicht davon. Ich rede, am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Und wer ist dieses Wort? Wer ist dieses Wort? Er wird ja beschrieben im Vers 14, das Wort wurde Fleisch. Ja, aber wer ist dieses Wort? Wer ist das? Jesus Christus. Jesus Christus. Okay. Jesus Christus. Das heißt, er war schon da. Okay. Und wo war hier der Heilige Geist? Der Heilige Geist wird an anderer Stelle, du kannst nicht alle drei Komponenten der Gottheit in einem Satz immer finden wollen. Zum Beispiel in der ersten Johannes Kapitel 5 Vers 7, da haben wir eben die Trinität bei, das ist ein Vers. Aber sonst ist die Gottheit immer aufgeteilt. Mal wird der Vater als Gott bezeichnet, mal der Sohn 1. Johannes 5 Vers 20, mal der Heilige Geist. Milad Ibrahim. Milad Ibrahim. Du siehst so, dass Gott in 1. Mose sagt, und Gott schuf die Welt durch sein Wort. Richtig? Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Wir haben Gott, das Wort und sein Geist. Gut. Okay. Was kann der Geist machen? Der Heilige Geist. Was kann er machen? Kann er das Gleiche? Kann er was erschaffen? Kann Jesus etwas erschaffen? Natürlich. Der Vater, der Sohn und den Heiligen Geist ist ja ein Gott. Die haben erschaffen. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich weiß, die sind laut eure Glauben eines, das weiß ich. Mich interessiert, kann Jesus von sich selbst etwas erschaffen? Ja. Von sich selbst. Allah von sich selbst aus etwas erschaffen? Aber warum kommst du jetzt mit Gegenfrage? Du bist auch Muslim. Ich möchte auch eine Frage dir stellen. Schau mal, wenn wir über Islam reden, wir reden. Kein Problem. Aber ich... Okay, dann antworte. Eine Frage von dir, eine Frage von uns. Okay? Aber warum antwortest du mit Gegenfrage? Hast du Angst? Hast du Angst? Bei uns ist Allah der einzige Schöpfer und er hat keinen Partner. Punkt aus, Mickey Maus. Und jetzt frage ich dich, kann der Heilige Geist etwas erschaffen? Kann der Jesus... Ganz drüber bitte zu Surin 9, Vers 31 gehen. Na, schau mal, schau mal, schau mal. Nein, du schaust jetzt mal. Nein, nein, mein Lieber, nein. Ich antworte mir. Ich antworte dir, aber erstmal bleiben wir erst mal bei meiner Frage. Hallo? Jetzt bleiben wir erst mal bei meiner Frage. Das zeigt, dass du nicht ein ehrlicher Mensch bist. Wir reden ernst. Man darf nicht mal ihm eine Frage über den Islam stellen. Du kannst mich fragen stellen, ich habe dir doch geantwortet. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ja, hast du anders zu reden über die Bibel oder was? Ich bin noch nicht fertig. Okay. So. Leit mal bitte Surin 9, Vers 31 auf und guck mal, wie der Koran sagt, dass man Allah und den Messias als Gott nehmen soll. Wirst du mich jetzt verarschen? Verzeih mir, aber warum lachst du? Lachst du nicht? Ja, weil das so ist, es gibt es bei uns. Jesus, Jesus ist bei uns ein Gotteswort. Hab ich mir gerade gesagt, du sollst dein Koran Surin 9, Vers 31 aufschlagen oder sollst du mir eine Predigt halten? Okay, ich muss Koran holen, ich habe nicht bei mir. Sehr gut. Dann kommen wir ins Gespräch kommen. Surin 9, Nummer? Vers 31. 31, okay, ich komme gleich. Ja, sie nehmen sich ihre Mönche zu Göttern außer Allah und dem Messias. Ja, ja, ich kenne den Vers. Der muss das erst mal lesen. Schau dir jetzt eine Ausrede an, dieser. Außer Allah und dem Messias zu Gott und Herrn. Genau. Das ist ein Riesenfehler. Leute, der Isa aus dem Koran, der Jesus aus dem Koran weiß, was 8 Milliarden Menschen in ihren Häusern aufgespeichert haben. Surin 3, Vers 49. Der Jesus aus dem Koran ist allwissend. Ja. Ne, also ihr Lieben, dieser Anfang, im Anfang stuf Gott Himmel und Erde. Das ist damit gemeint mit Johannes 1, 1. Also das Wort war bei Gott. Im Anfang war das Wort. Das heißt nicht, dass das Wort einen Anfang hat. Nein. Dieser Anfang ist die Anfang aller Schöpfung. Alles, was erschaffen wurde, der Beginn der Schöpfung, Geschichte, beziehungsweise der Schöpfung, der Materie, Raum und Zeit. Da war das Wort, um es zu erschaffen. Das ist damit gemeint. Schau dir das ganz genau, Risa. Schau dir das ganz genau. Bitte. Ja, aber warte mal, du beantwortest, auf einmal ist da eine Frage. Okay. Der Koran-Wers ist, sie nahmen sich ihre Gelehrten und Mönche als Herren von Außer von Allah und Masih, der Sohn, der... Genau so ist das. Genau so ist das. Richtig ist los. Genau so ist das. Was lachst du? Hast du gesehen? Ja, was habe ich gesehen? Was? Der Allah und Masih ist auf einer Stufe. Wo steht das? Riesenfehler im Koran. Das hast du gerade gelesen. Da sagt er, wo steht das. Hallo, hallo. Würdest du, dass alle Leute über euch lachen? Oder... Riesenfehler im Koran. Die lachen dich. Glaubst du, wir muslimer sind dumm und kennen unsere Koran nicht? Ja, leider schon. Du hast so gerade gelesen. Warum nimmt Allah denn überhaupt einen Partner mit sich? Schau mal, schau mal, wenn ihr ehrlich reden würdet... Antworten! Antworten! Was soll ich antworten? Was? Warum nimmt Allah einen Partner neben sich? Wo steht das? Ja, du sollst Allah und Masih als Herren haben. Warum? Schau mal, tust du so, als ob du das nicht verstehst? Nein, lieber, wir haben dich. Das war's. Wir haben dich. Du bist gerade in der Ecke. es tut der 931, jeder kann selbst lesen und jeder weiß. Und jeder verlässt den Islam. Dankeschön, dass du alle darauf aufmerksam machst. Danke. Ah, jetzt wirst du abhauen. Nee, ich bin doch hier. Guck mal, ich bügele nebenbei und nehme den Islam auseinander. Hör zu, hör zu. Allah sagt was. Sie haben sich, was, neben Allah, falsche Götter genommen, ihre Gelehrten und manche sagen, die Monarchen, dass der Messie, der Sohn von Maryam, dass sie ihn als Gott angesehen haben. Was ist das? Lied den Vers, nicht deine Interpretation. Sofort. Gleich wieder das verdreht, er den Vers. Das ist ein Teufel, du Teufel. Du, hör mal zu, hör mal zu, nicht reden, nicht reden, hör mal zu. Teufel, ein Schaitan in mir. Der verfälscht dein eigenes Koran vor euch alle. Das ist dein eigenes Koran. Was bedeutet, kannst du Arabisch? Ja, du kannst Arabisch, erzähl uns mal. Ja, wo steht da? Du bist gerade am Stocken, dein Herz ist gerade am Ferrer. Sag mal auf, wenn du wirklich was hast, dann bring, aber komm nicht mit so Lügen rüber. Du stehst gerade, du lügst gerade. Steht doch gerade, die haben anstatt jeder, jeder kann das lesen, macht bitte alle Augen. Also Allah und Messias ist auf einer Stufe, in einem Atemzug. Schau mal, schau mal, ich bin ein ehrlicher Mensch und ich möchte nicht mit Lügen meinen Dien verbreiten, so wie er es gerade macht. Du lügst gerade mit Absicht. Was soll das? Musst du so dein Christ? Schau mal, der will das nicht machen. Ja, ich weiß, der ist leider, also in seinem Herzen leider verschlossen. Das ist heftig. Okay, wollt ihr jetzt weiterreden oder habt ihr schon aufgegeben? Also gibst du es zu, dass die Leute neben deinem Gott Allah und Messias anbeten sollen? Was ist neu, wenn Allah sagt, die haben Jesus angebetet? Was ist da neu? Nein, lies nochmal vor, hör auf, dass du verdrehen waren. Der ist total geschockt, der ist total geschockt. ich bin sehr geschockt. Wo vorne und hinten ist jetzt gerade. Ich zittere, zittere. Hast du den rausgeschmissen oder hast du den selber gegangen? Hast du den selber gegangen oder hast du den rausgeschmissen? Nein, ich will jetzt jemand anderen reinhören. Ja, ich kenne den. Ich glaube, wir haben schon mehrmals mit dem gesprochen. Ich erinnere mich. ich weiß. Gut, geht's mir. Beherzetes Herzens. Leider. Und ihr müsst bitte aufpassen, ihr Lieben, ja, wenn einer eine falsche Trinität bezeugt, dann müsst ihr sofort die Türen zumachen. Auch unter den sogenannten Christen. Ja. Da haben sich nämlich auch Wölfe im Schafspelz hineinbegeben, die eine verdrehte Dreieinigkeit vertreten. Und dann müsst ihr sofort die Türen zumachen. Das sind Diener des Teufels. Wir kommen, um euch zu verwehren. Das ist ganz, ganz wichtig. Jo, grüß dich. Grüß dich. Was geht alles fit? Ja, bei mir soweit. Alles gut bei dir auch. Alles bestens. Danke dir. Wunderbar. Ich habe mal eine Frage. Du warst ja mal Moslem, ne? Und redest du mit Amir? Ja, mit Amir, ja. Ja, da ist man schon. Da hat er einen Kaffee anmacht. In einem Moment. Mit seiner, mit seiner, mit seiner, mit seiner, grüß dich, grüß dich, grüß dich, Amir. Du hast ja mal grüß dich, ne? Ja, der ist fröhlich, weil Gott sein Herz fröhlich gemacht hat. Ja, ist doch richtig so, ne? Ist doch gut, wenn er fröhlich ist. Jedenfalls, äh, was wolltest du denn sagen, genau? Du warst ja mal Moslem und du bist jetzt seit Längerem nicht mal Moslem, also bestimmt schon seit 5, 6 Jahren, oder was? Wie lange ist das her? Nein, seit 5, 6 Jahren betreibe ich meinen Kanal, aber so ungefähr vor 8, 9 Jahren, so 10 Jahre, habe ich den Islam dann verlassen. Oder sogar noch länger. Nein. Ja, ich weiß, du hast recht, weil ich hab mal, ich weiß schon ganz, ein Video von dir, ich weiß schon, ob du es aufgenommen hast, da wo der, dieser eine Prediger da, in der Stadt oder so war das, da hast du ihn da voll getestet, dass alles falsch ist. Abo Nazi. Ja, genau, Abo Nazi, Naji. Genau, der hier. Das ist ja komplett viral gegangen, ne? Weißt du, wie viele Muslime, die Islam verlassen haben, dadurch, Wahnsinn. Ja? Ja, 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 Jedenfalls, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil ich meine, warst du auch viel so, hast du auch viel gedacht, wie ein richtiger Moslem, hast du auch gedacht, ich muss so machen, ich muss das machen und hast dich nach diesen ganzen Regeln benommen und dann irgendwann hat es bei dir dann irgendwie geklickt gemacht. Ich hatte immer schon einen kritischen Geist in mir und wollte herausfinden, ob das, was diese Leute da von sich gibt, du siehst ja immer, wenn die Muslime sagen, der Islam ist die Wahrheit, der Islam ist die Wahrheit. Und dann wollte ich mal das prüfen und dann habe ich den Islam auf den Prüfstand gestellt und mal herausgefunden, ob der Islam die Wahrheit ist. Und dann habe ich gemerkt, der Islam ist alles andere als die Wahrheit. Der Islam ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Ja, 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 ich meine, ich sage mal so, also das, was er gemacht hat, alles da, der Profil von denen, das war alles jetzt nicht richtig, ne? Mein Kurti? Ich bin Kurti, ja. Ich muss das. Ich muss das, Hammer, ne? Wusstest du? Ja, ne? Ich muss das. Ja klar, ich erkenne meine Kurtis. Ja, Wolle. Giovanni, ah, Giovanni, Tzitki, eh? Wolle, nichts Wildes zu Hause, wir arbeiten jetzt zu Hause. Auf den Kontag. Ich kenn meine Kurtis. Ja, Mann, so sieht's aus. Jedenfalls, weißt du was? Dass du dazu gekommen bist, also du selbst bist ja dazu gekommen, du hast dir gemerkt, dass es alles doch nicht so ist, wie du's gedacht hast, ne? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich find es auch teilsweise traurig, dass die Leute nicht einfach die Wahrheit akzeptieren wollen. Verstehst du? Ich beobachte das ja manchmal bei dir. Du fragst den Leuten dann, wenn sie Engpass haben, wenn sie Engpass haben, wenn sie Engpass sind, hast du grad überlegt. Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Genau. Sobald sie Engpass haben, sagen sie, wenn sie beleidigen oder gehen einfach raus oder was ist was. Nein, grad eben haben wir seinem Bruder gesagt, dass Allah einen Partner neben sich hat und zwar Jesus. Und wie kann das sein? Das steht im Koran und da war der schockiert gerade. Hast du gesehen? Ja, ja, hab ich gesehen. Dass sie sich Allah und den Messias anstatt diese Leute zur Herre nehmen sollen. Unglaublich, ne? Riesenfehler im Koran. Ich weiß ja, das ist, das ist, das ist nicht. Also ich sag, es hat den Koran noch nicht gelesen. Der Koran ist nicht von Gott. Der Koran ist von einem Menschen gemacht, der nur nach seinem Gelüste ging. Und ich zeige euch das. Pass mal auf. Ich zeige euch das aus den Hadithen, wie Aisha den Mohammed auseinandergenommen hat. Pass mal auf. Achtung. Guck mal, was Aisha selber sagt, als die Frauen sich dem Mohammed anbieten für SEX. Jetzt geht ihr kaputt. Leute, schreibt euch das bitte auf. Sahih Muslim 1464a. Alexa antwortet, pin das bitte an. Sahih Muslim 1464a. Und hier heißt es, I feel jealous of the woman who offered themselves to Allah's Messenger. Also ich fühlte mich eifersüchtig gegenüber den Frauen, die sich Allah's Gesandten anboten. Und dann, then, Allah, the exalted and glorious, revealed this. Und als Allah, der Glorreiche, das offenbarte, you may defer any one of them you wish and take to yourself any you wish. Also du kannst jede Frau haben, die du wünschst und auch jede, die du gerne haben möchtest. And if you desire any you have, set aside, no sin is chargeable. Und wenn du jede Frau haben willst, neben deiner Seite, es ist keine Sünde für dich. Aisha sagte dann zu Mohammed, it seems to me that your Lord has to satisfy your desire. Es kommt mir so vor, als würde dein Herr sich beeilen, deine Wünsche zu erfüllen, deine Triebe. Deine Gelüste, ja, genau. Heftig, ne? Sie hat den Mohammed vernichtet. Ja, da wurde eben die Aisha stutzig. Dass da irgendwas, irgendwas läuft da nicht richtig so, irgendwas stimmt da nicht. Verlass den Islam alle, kommt zu Jesus, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, wie ist das eigentlich zum Beispiel jetzt, du bist jetzt, als Moslem, sag mal, du hast jetzt eine Frau, ne? So, du bist jetzt mit ihr zehn Jahre zusammen, 20 Jahre zusammen, keine Ahnung, hast vier Kinder und jetzt hast du nicht wirklich Bock auf sie, jetzt hast du Bock auf eine andere. Ist die andere da, fragt er sie dann und bist du damit einfach schon oder macht er das einfach? Ja, der macht das einfach. Das ist ja Allahs Anordnungsfuge, vier fest vier. Und sie können sich bis zu vier Frauen nehmen und so viel das SEX-Kunkubin, wie sie wollen. Das ist Anordnung von Allah. Warum sollte sich eine Frau den Anordnung Allahs widersetzen? Das ist doch Quatsch. Wenn es dann den Wünschen der Frauen gehen würde, dann würden die meisten 99 Prozent der Frauen sagen, nein, bist du wahnsinnig, du und ich, wir beide sind verheiratet, ich will nicht, dass du noch eine andere Frau hast. Welche Frau will, dass der Mann noch eine andere Frau hat? Also können wir nicht die Frauen fragen. Wenn es danach gehen würde, würde kein Moslem vier Frauen haben, weil die Frauen, wenn alle dagegen, dass der Mann noch eine Frau nimmt. Also... Es ist auch diese Wahnsinnigen, die sagen, ja, okay, ich akzeptiere das, weil Allah das sagt. Wahnsinn. Ja gut, also wenn die... Also guck mal, das sagt man so, guck mal, wenn es so wirklich ist, dass da steht, guck mal, dann ist es ja so, jetzt die Mosleme, zum Beispiel jetzt Eltern haben, die schon 70 sind, 60 sind, ne? So. Und die lieben ja ihre Mutter. Jetzt kommt ein paar meiner anderen Frau noch dazu. Ich glaube nicht, dass die Kinder das akzeptieren würden, so auch die Kinder allgemein generell. Das ist doch, weißt du? Das ist doch ein bisschen banal. Ja, weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass die Muslime nicht nur vier Frauen heiraten dürfen, nein, sie dürfen sich sogar an Frauen befriedigen und ihnen ein bisschen Geld geben und sich wieder von ihnen scheiden zu lassen. Das nennen sie dann Ehe. Hälfte, das ist die sogenannte Mutter-Ehe. Die Schiiten praktizieren das nach wie vor. Ja, weil die kein Problem haben, die schämen sich nicht, ne? Und das ist aus dem Koran. So, das ist die 24. Natürlich, die Schiiten haben kein Problem mit manchen Suchen, die Suniten haben ein Problem mit manchen Suchen und so wechseln sie sich gegenseitig ab. Dann haben wir Ja, es gibt jetzt Suniten und Schiiten und ich weiß, wie heißt der, Abu Bakr und Piafoglum sind, was sind das für Welt, sind das Suniten oder Schiiten? War da, war da, war da, war da, genau, was sind? Das sind Suniten. Suniten sind da, sie sind ja ein bisschen anders denkend, genau. Die sind ja ein bisschen anders denkend, die sind ja ein bisschen heftiger denkend. Ne? Ja, tun sich nicht viel. Tun sich nicht viel. Ja. Also wir haben im Iran zum Beispiel den schiitischen Islam und die ganzen Todesstrafen werden da auch ausgeführt. Wenn du zum Beispiel den Islam verlässt, wirst du auch im schiitischen Islam hingerichtet. ja genau und es ist auch so zum Beispiel, was zum Beispiel du bist jetzt Jesido oder was auch immer, du lernst jetzt eine Muslimin kennen, willst sie heiraten, ne? Ja. Dann musst du erstmal den Islam annehmen, von den Eltern aus und vom Haus aus und dann darfst du sie heiraten. Sonst nicht. Ja, genau. Ja, das ist ja dann einfach, dann ist das ja, dann ist das ja Zwang eigentlich, ne? Natürlich, Islam ist Zwang. Der Mohammed hat ja gesagt, ich bin gekommen, um jeden zu bekämpfen, bis er die Schahade ausbricht. Es gibt kein Gott außer Allah und ich dein Gesandter bin. Kommen sie dieser Forderung nach, erst dann ist ihr Leben und ihr Besitz von mir sicher. Ihr Blut ist von mir sicher. Wenn nicht, dann ist ihr Blut halal. So ist das. Islam ist eine einzige Zwangsreligion. So hat der Islam sich dann verbreitet in den Jahrtausenden. Mit Schmerzen. Die Tunesier, die Marokkaner, die Algerier, die gesamte Nordafrika wurde vernichtet und islamisiert. Und Schmerz. Ja, Unser Land, das beste Beispiel. Da haben sie halt Iran angegriffen, getötet und islamisiert. Wer den Islam nicht annehmen wollte, der musste dann mit dem Leben bezahlen. So hatte sich der Islam aus Saudi-Arabien in die Welt getragen. Ja, das ist, das ist, ja, das ist leider so. Das ist leider so. Ich meine, wir Kurden waren ja auch vor eine gewisse Zeit auch alles Jesiden. Ja. Und jetzt ist 80% hat es ja zu Islam gegangen. Aber ja, nicht freiwillig eigentlich, sage ich mal. Ja, ihr habt dieselbe Geschichte, deswegen heißt es auch die Medo-Perser. Also die Meda, seid ihr ja, die Kurden. Und wir waren ja immer in der Geschichte zusammen. Eigentlich verwurzelt, die Perser und die Meda, die Kurden. Und die haben eigentlich dieselbe Leidensgeschichte ertragen müssen, wie wir Iraner durch den Islam. Die Araber, die Muslime, haben uns angegriffen, unsere Männer getötet, unsere Frauen versklavt, unsere Kinder versklavt. Und das ist dann, so ist der Islam dann in unsere Länder gekommen. Leute, Leute, ich will euch mal den Imam At-Tabari vorlesen. Tabari 9, Band 9, Seite 69. Araber sind die nobelsten Menschen in der Abstammung. Die besten und die prominentesten in der Wurzel. Wir sind die Ersten, die zum Ruf des Propheten rufen. Wir sind Allahs Helfer und seine Visiere des gesamten Allahs. Wir bekämpfen jeden in Allahs Weg. Wer, der an Allah glaubt und an seinen Gesandten hat sein Leben vor uns gesichert. Aber was den betrifft, der ungläubig bleibt, den werden wir für immer bekämpfen in der Sache Allahs. Und ihn zu töten ist für uns das kleinste Problem. Guck mal, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist Islam. Ja. Müllhaufen. Und das ist Imam At-Tabari, ne? Was ist denn das? Imam At-Tabari. Der größte Muftazin überhaupt. Muftazin überhaupt. Der größte Muftazin überhaupt. Ja, keine Ahnung. Ich stelle mich jetzt nicht wirklich aus. Wer wäre... Genau so wie du war ich ja auch am Anfang, bis ich das alles herausgefunden habe. Das war ein langer Prozess. Und ich wollte herausfinden, warum gibt es so viele Terrororganisationen im Islam. Das kann doch nicht normal sein. Und dann habe ich herausgefunden, diese Leute berufen sich alle auf den Koran, die Gelehrten und die Aussagen von Mohammed. Und dann war ich schockiert und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Also ist es kein Phänomen von RTL und Satta 1 und sowas, dass sie sowas behaupten, dass der Islam so und so ist. Nein. Der Islam hat ein Riesenproblem mit sich selber. Das ist das Problem. Ja, und die berühmteste Surah im Koran mit Zwang zum Glauben, zum Islam, ist dann Surah 9, Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben, bis sie Tribut entrichten, vor allen Dingen, also die Leute der Schrift, also das sind wir Juden und Christen, bis sie in voller Entriegung Schutzgeld bezahlen. Also der Muslim muss alle Menschen bekämpfen, entweder Islam oder Tod, durch das Pferd. Zuge 9, Vers 29. Na ihr Muslime, versuch dir gerade zu melden, versuch dir die ganze Zeit zu melden, so seid ihr, ne? Ja, aber Gott lässt das nicht zu. Ja, und im Gegenzug ist es in der Bibel so, dass der Gott der Bibel eben den freien Willen des Menschen akzeptiert, zum Beispiel in Matthäus 23, Vers 37, da sagt der Herr Jesus, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Also Gott wollte sie haben, aber aufgrund des freien Willens konnten sie gegenüber Gott Nein sagen. Und Gott sagt, ja, ihr habt das selber nicht gewollt. Das heißt, der freie Wille des Menschen wird akzeptiert bei Gott. Gott zwingt niemanden. Ne, ist ja auch richtig, zwingt niemanden. Gott hat uns ja was denken, Gott hat uns ja was fühlen, denken, sehen, alles gegeben, des ganzen Sinne. Bei uns gesehen heißt es eigentlich so, Sie sehen ein bisschen aus, ja, ne? Ganz wenig. Ganz wenig. Jedenfalls ist es ja auch bei uns so, dass sie uns kritisieren, dass unser Engel, der ausgewählte Großsmannik, dass es der gefallene Engel ist, ne? Ja, genau. Dass wir den, dass wir den, äh, Teufel anbieten, dass wir Teufelanbieter sind. Und dadurch wurden wir damals ja alle, äh, bekämpft, ne? Ja. So. Es geht ja bis heute noch so, es ist bis heute noch so, was ich alles überhaupt traurig finde, allgemein, wir sind alles Menschen, wir sind alle aus Blut und Fleisch, verstehst du? Ob ich jetzt da bin oder dies bin, wenn wir einfach alle nicht so scheiße denken würden, dann würde das alles heute nicht geben. Verstehst du? Wir brauchen nur die Worte des Herrn Jesus Christus, Matthäus 5, Vers 43 und Lukas 6, 27, richtig? Ja, genau. Lasst mich euch das vorlesen, lasst mich euch vorlesen, damit wir Balsam für die Seele haben, ihr Lieben, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Lasst uns mal den Herrn Jesus Christus selber hören, was er zu dem Thema sagt. Jesus Christus ist der Mensch durchgewordene Gott, der ewige, unsichtbare Gott hat sich lichtbar gemacht in Jesus Christus und hat sich uns offenbart. Amen. Sehr viele, die hier sieht, kommen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ja, ja, klar, öfters, ja. Hier, Achtung, Leute, Lukas 6, Vers 27, euch aber, die ihr gehört habt, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch Fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, gebiete ihm auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet und von dem, der dir das, das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie in gleicher Weise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Die Muslime lieben ja nur sich selbst, nur ihre Muslime. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leidt, von welchem ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leiden den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist Balsam für die Seele. Das ist es, was wir brauchen. Und dann sieht sie, wie die Gesellschaft in Liebe miteinander umgeht. Das war's. Wir brauchen keine Religion, wir brauchen die Worte des Herrn Jesus Christus. Ende. Und dann spürt man auch als Mensch, das sind Worte, die kann man nicht mehr übertreffen. Das ist an Moral, an Ethik das Höchste. Du kannst das nicht mehr übertreffen. Das heißt, Gott setzt immer den Standard. Und Gottes Standard ist immer so hoch, dass du es nicht mehr übertreffen kannst. Und da weißt du, oh, da spricht gerade der Höchste. Da spricht gerade Gott. Amen. Weil diese Standards sind nicht von einem Menschen. Amen, Leute. Es blutet die ganze Kommentarbereich. Amen, Leute. Ja. Wer kann das übertreffen? Wer kann den Herrn Jesus Christus auch nur in den Körsen? Kann keiner übertreffen. Das heißt, es handelt sich hier um das höchste Wesen. Das ist Gott. Und dadurch auch, sieht man auch die Gottesliebe in diesen Worten für die Menschen. Dass er will, Gott will, dass wir uns eben gegenseitig lieben, achten, respektieren, schätzen sollen. Amen, Amen. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke, Herr. Eine Frage, guck mal, bei den Christen ist es ja auch so, dass man sagt, zum Beispiel, dass Jesus auch letztendlich Gott war und sein Sohn. Also Gott ist Sohn und auch Gott war, ne? Ja. Richtig. Und der Geist, ne? Genau. Ja, also Gott ist der Geist. Der Heilige Geist ist ja auch, ne? Johannes 4, da sagt der Herr Jesus, Gott ist Geist. Also der Heilige Geist ist auch Gott. Ja. Ja. Der Heilige Geist ist auch Gott. Ja. Also der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Es ist eine Gottheit, ein Gott, aber drei Personen. Und wo sind wir die ganzen Stellen? Der Vater ist Gott, Johannes 17, 4, der Sohn ist Gott, er ist Johannes 5, 20 und der Heilige Geist ist Gott, Apostelgeschichte 5, Vers 6 oder 4. Aber die Originalschrift von der Bibel ist Aramäisch oder was? Oder wie? Ne, Originalschrift, einmal aufgeteilt, Altes Testament ist etwas, also Hebräisch geschrieben. Hebräisch. Testament, Griechisch. Da sind auch ein paar Worte Aramäisch drin. Aber grundsätzlich Griechisch, das Neue Testament im Urtext und das Alte Testament Hebräisch. Das sind auch ein paar Worte. Aber nicht so weit ich mich erinnern kann. Ja. Aber die Trinität zum Beispiel ist auch im Alten Testament schon, ne? Psalm 33, Vers 6. Ich lese dir das mal kurz vor. Das heißt, also die Juden hätten vorbereitet sein müssen, hätten die das Wort richtig gelesen, ihr eigenes Schrift, die Tora. Psalm 33, Vers 6. Und jetzt kommen alle drei Personen der Gottheit vor. Die Himmel sind durch das Wort, das ist also der Sohn, Jesus Christus, das Wort Gottes, der Herren gemacht, das ist der Vater, der Herr, und ihr ganzes Herr durch den Hauch seines Mundes. Hauch ist Ruach im Hebräischen, das Originalwort steht da Ruach. Und Ruach ist Geist. Kennst du das Wort, Ruach? Da haben wir alle drei Personen der Gottheit bei der Schöpfungsgeschichte in einem Satz. Der Vater, das Wort und der Geist. Amen. Das heißt also, die Juden haben keine Ausreden. Amen. Ja. Ja, ja, ist so. Ja, ist halt schwierig, seid ihr ganz ehrlich. Machen wir auch Gedanken um deine Ewigkeit, mein lieber Kurt, ja. Das ist echt, ja. Ja. Nicht nur, weil wir unsere Familien lieben und Familienkradition, sondern hier geht es um viel, viel mehr. Weil eines Tages werden wir vor uns vor dem Herrn stehen ohne unsere Familie und dann. Aber guck mal, ich habe mal eine andere Frage. Stellt euch jetzt mal vor, okay, du bist Christ, eines Moslem, deines Jesus, deines Jude, was auch immer, ja. Alle machen, also alle gehen nach ihren Regeln, ne. So, dann geht einer, er sagt, ich glaube nur an Gott, für mich gibt es keinen Propheten, für mich gibt es gar nichts, nur einfach Gott. So, ich mache keine Scheiße, ich mache nur gute Taten. Was passiert mit ihm, wenn er stirbt? Er hat keine Scheiße gebaut, er hat nur gute Taten getan, aber jetzt nicht an Jesus, nicht an Mohammed, er hat nur an Gott gebrochen. Aber was ist mit deinen schlechten Taten? Was ist mit deinen schlechten Taten? Sind die einfach weg oder was ist damit? Nein, sag mal, weiß ich nicht, meine schlechte Tate, ich sag mal, ich hab mal Scheiße gebaut, okay? Ich hab Scheiße gebaut, bis ich 17, 16 war, was weiß ich, oder auch nicht, und irgendwann wurde ich ganz gerade. Ich bin arbeiten gegangen, ich bin meine Frau nicht trennen gegangen, ich hab Familie gemacht, ich hab nie, nie wieder was geklaut, ich hab alles bereut, von meinem Herzen aus, mit Gott gesprochen. Aber ich glaub jetzt nicht, dass ich jetzt unser Prophet Mohammed ist oder Prophet Jesus ist, einfach nur neutral Gott. Aber ganz etwas Gutes getan. Heißt das dann, wenn ich jetzt immer, man sterben würde. Jetzt kommt das Problem. Hast du auch, wo du eine, also wenn du jetzt verheiratet warst, mit einer Frau, hast du trotzdem mal, einmal in deinem Leben, einen Blick auf eine Frau draußen auf der Straße geworfen, wo die sehr attraktiv waren, nur mit Blick. Und du hast dich kurz begehrt in deinem Herzen, sexuell. Hab ich, hab ich bestimmt, haben wir alle. Siehst du, und da sagte Herr Jesus, wer das getan hat, wer außer seiner Frau auch nur einen Blick einem anderen Frau zugeworfen hat, um sie zu begehren, der hat den Ehebruch begangen. Das heißt, du bist ein Ehebrecher. Du hast eine andere Frau begehrt, als deine eigene Frau. Okay. Und was, wenn ich nichts gemacht habe? Nein, es gibt keinen Mann. Wir sind alle gleich, du weißt es. Ja, okay, warte mal. Okay, und ja, ich hab's gemacht. Ja, wenn man das jetzt so, okay, weiter, erzähl mal weiter. Ich will jetzt, ich will verstehen, was ich von mir habe. Gott, der Herr Jesus sagt, wenn ihr das getan habt, dann seid ihr schuldig vor mir. Ihr seid Ehebrecher. Das heißt also, du kannst Gottes Standard durch deine Werke nicht erreichen. Ja. Da musst du vollkommen sein, damit Gott dich reinlässt in seinen Himmel. Weil nur im Himmel, mit Gottes, in Gottes Nähe, in Gottes Gemeinschaft darf nur alles perfekt sein. Es darf kein Fehler in Gottes Himmel reinkommen. Weil es ja Perfektion ist da im Himmel. Also, hast du ein Problem? Ja, okay. Du erreichst Gottes Standard. Okay, das verstehe ich auch. Jetzt mal eine ganz andere Frage, das wird auch natürlich damit tun, es gibt ja eigentlich Gott und keinen anderen neben ihn und unter ihn und was auch immer. Eigentlich gibt es nur Gott den Allmächtigen. Ja. So ist unser, bei uns die Sieden, sagen wir so, ne? Und wir sagen, es gibt es nicht neben ihn eine Kraft, nicht unter ihn und was auch immer. Es gibt es das Böse nicht. Der Böse ist der Mensch. Wenn du jetzt Scheiße wirst, zum Beispiel, du bringst jetzt ein kleines Kind um, dann war das nicht der Teufel. Du nimmst Drohung, dann war das nicht der Teufel. Dann bist du es. Du bist der, der den Charakter trägt. Du bist der, der verantwortlich ist. Du, Gott hat dir dieses, geh hin, sehen, er hat dir diese ganzen Denken geben, dass du weißt, was richtig und falsch ist. Verstehst du? Man kann jetzt nicht immer sagen, wenn ich jetzt Scheiße baue, ist das der Teufel. Wenn ich dies mache, ist das der Teufel. Verstehst du? Man kann nicht alles auf den Teufel schieben, aber der Teufel ist auch hier auf der Erde und hat seine Machenschaften. Okay. Er nimmt den Grundstein für die Verführung. Also viel öfters verführt er auch zu schlechten. Okay. 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 Alles klar. Das verstehe ich. Aber warum gibt es denn neben Gott sowas Böses, dass Gott sowas zulässt, dass er einfach, hör mal, was heißt, hör mal, dass Gott überhaupt sowas zulässt. Also eigentlich ist meiner Denkung so, es gibt es, es gibt keine andere Macht als für Gott. Weißt du? Weil im Zweifel... Nee, 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 Moment, Moment. Wenn der Teufel zum Beispiel durch die Musikindustrie ein Video produziert durch diese Rapper und diese Rapper zeigen den Jugendlichen, wie sie schnell Sex vor der Ehe haben, also rumhuren sollten, vor der Ehe Drogen nehmen sollten und rauchen sollten. Ja. Diese Verführung kommt ja vom Satan. Es ist eine geistige Verführung, damit die Jugendlichen eben diese Dinge tun, damit sie sich versündigen, sich verdrecken, damit sie von Gott kurz einen Prozess bekommen. Weil erinnerst du dich, Gott will keine Gemeinschaft mit ein Prozent Dreck. Er ist heilig. Und deswegen möchte Gemeinschaft nur mit Vollkommenheit. Ja. Also geht der Teufel hin und verführt die Menschen, damit sie sündigen, damit sie eben nicht in den Himmel kommen. Durch solche Leute, wie Rapper oder so Musikstars oder was auch immer. Und da siehst du die Verführung des Satans, wie er die Jugendlichen verführt zu einem sündigen Lifestyle, damit sie in die Hölle kommen. Aber guck mal, warum? Ich verstehe dich, ich verstehe dich. Aber warum? Ich verstehe, nein, ich verstehe, aber nur warum denken oder warum ist das so, dass man dann sagt, das ist der Teufel oder das ist Satan. Es ist doch der Mensch, der das macht. Das ist der Rapper, ob es der Robben ist. Es ist nicht nur der Mensch, es ist nicht nur die Gelüste des Menschen, dass er ein Sünder ist und Sünde beginnen will. Das stimmt, da hast du recht. Aber es gibt auch eben der Satan und seine gefallenen Engel, die hier auf der Erde auch ihre Machenschaften machen, im Geheimen. Also es ist beides. Du kannst nicht jede Sünde, die du tust, auf den Teufel schieben. Nein, aber gewisse Dinge hat der Satan auch dich verführt in deinem Leben zu Sünden. Also es ist beiderlei. Es ist wie eine Münze mit zwei Seiten, sowohl als auch. Ja. Er hat seine Daseinsberichtigung hier auf der Erde. Er ist erstmal als Engel erschaffen, ewig erschaffen und er hat eben die Aufgabe, die Menschen zu verführen. Und Gott sagt, lasst euch nicht verführen von ihm, kommt zu mir, wandelt ordentlich, wandelt in der Heiligkeit. Ok, ok, hast du, ok. Warum macht dann Gott nicht so, dass er einfach den, zack, den Teufel mit, sage ich mal, einfach den Zerstatt, von null auf von der Zipp. Das weiß ich auch nicht, aber noch nicht. Noch nicht, weil es müssen noch Menschen geboren werden, die auch selber eben sich beweisen müssen, die eben diese Prüfung bestehen müssen. Die eben absagen müssen dem Satan und zu Gott kommen müssen. Diese Prüfung muss jede Generation, jedes Kind, was geboren wird, auf der Erde bestehen. Du kannst ja nicht die Prüfung wegmachen, nur weil die Leute da durchfallen könnten und irgendwie die nächste Schule nicht schaffen könnten. Nein, die Prüfung ist dafür da, damit eben die Leute durchkommen, die wahrhaftig würdig waren und die Leute eben zurückbleiben, die leider gefaulenzt haben. Die Prüfung ist an sich nicht schlecht. Es kommt auf dich drauf an. Gehst du durch diese Prüfung und meisterst sie oder bleibst eben zurück? Der Gott erlaubt die Prüfung vom Satan. Genau. Und wisst ihr, wer die Prüfer am besten bestanden hat? Das war der hier. Sein ganzes Leben ist er von morgens bis abends Sünde. Er ist ja wirklich von Schädel bis zum Fuß. Das ist mein bester Freund. Ach du Schiss. Der sieht aber hässlich aus, Alter. Ey, lass den A.B.K. in Ruhe. Nein, aber jetzt zurück nochmal zur Geschichte. Also das musst du ernst nehmen. Also die eine Sünde, du erinnerst dich an, im Garten Eden haben wir Adam und Eva nur eine Sünde begangen, ein Gebot übertreten und sie wurden rausgeschmissen. Das heißt also, Gott erlaubt nur perfekte Menschen in sein Reich. So, jetzt bist du aber nicht perfekt. Du hast dein Leben lang dich verunreinigt mit Sünden. SAX vor der Ehe, belogen, betrogen, gestohlen. Es reicht auch schon, wenn du einen Kugelschreiber nimmst von irgendwo. So eine kleine Sache, was dir nicht gehört. Da hast du gestohlen. Da bist du ein Dieb. Du hast dich gesehen. Das heißt, du hast dich verunreinigt. Und jetzt hast du ja Milliarden von solchen kleinen und großen Sünden auf deinen Buckel geladen. Bis jetzt. Und jetzt kommen noch weitere dazu. So, das heißt, du wirst niemals in den Himmel kommen, sondern du musst in die Hölle. Aber Gott will eben nicht, dass du in die Hölle kommst, sondern jetzt schickt er eben seinen Sohn zur Errettung. Damit er deine Sünden auf Sicht nimmt und für dich bezahlt mit dem Tod und mit Leid. Damit du nicht in der Hölle bezahlen musst. Also er rettet dich. Er kann dich ab. Also, sag ich mal so, ja. Ja. Er kauft dich ab mit deinen Schulden. Er bezahlt deine Schulden, damit du nicht sterben brauchst. Also in der Hölle kommen musst. Also in der Hölle, ja, ja. Ja. In der Hölle. Also, ja, ja, ja. Ich hab mal auch eine andere Frage. Guck mal, ne? Die anderen wollen auch langsamer rein. Das ist jetzt die letzte Frage. Okay. Also wo die uns gekreuzigt haben, ne? Eine ganze Frage. Ich weiß ja, es gibt ja so Geschichten, mehrere Geschichten. Diese Illuminaten zum Beispiel. Ja. Die sind ja richtig gegen Gott. Die sind ja gegen alles. Die sind ja richtig. schlimme Rituale mit Babys und Kindern, ja, ja. Ja, das ist schon krank. Ja. Aber die Welt wird von denen geleitet, ist aber leider so, ne? Die Welt wird von denen geleitet zu 90%. Ja, natürlich. Ja, so ist das leider. Deswegen, ich hoffe, dass alles gut geht für uns alle, weißt du? Ja. Dass du alles zum Herrn Jesus schaffst, dass du keine Zeit verlierst, weil du weißt nicht, wann du stirbst. Wenn du jetzt Gott bewahre heute Nacht, Herzinfarkt oder Schlaganfall in der Nacht beim Schlafen, dann bist du verloren in der Ewigkeit. Dann wird Gott mit dir einen kurzen Prozess machen. Mit deinen ganzen Sünden. Und das ist gerecht. Du wirst vor ihm stehen und der Herr wird dir alle deine Sünden aufzeigen und dann wirst du stumm werden, weil du nichts zu sagen hast, wenn er dich fragt, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Und dann wirst du stumm. Du kannst ja nicht sagen, ich bin Sünder. Du kannst nur sagen, ich bin Sünder, verzeih mir. Aber da wird er sagen, ja, aber auf der Erde hättest du mich um Vergebung bitten müssen. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist das Gericht. Du musst deine Sünden bereuen vor Jesus Christus, am besten heute noch. Du trittst vor Jesus Christus in einem Gebet aus ganzem Herzen, aus Glauben, sprichst zum Herrn, Herr Jesus, ich gebe meine Sünden alle ab an dir. Du hast sie bezahlt für mich am Kreuz. Ich danke dir dafür. Rette mich. Komm in mein Leben. Sei mein Herr und sei mein Gott. Da bist du errettet. Ab dem Zeitpunkt wirst du errettet und hast das ewige Leben in der Tasche. Und dann gehst du durch die Gegend und bist fröhlich. Und dann siehst du die ganze Welt. Man darf ja danach nicht trotz dessen, wenn du es gemacht hast, nicht weiter sündigen. Aber du wirst leider fallen. Das haben wir alle versucht. Wir haben alle unsere Sünden bereut und Wüste getan, aber trotzdem, weil wir Menschen sind und die Sünde noch in unserem Fleisch ist, werden wir trotzdem sündigen. Aber es findet einen Wechsel statt, eine Veränderung. Du wirst dann mit dem Heiligen Geist versiegelt werden und dann wirst du viel heiliger wandeln als vorher. Ja. Ja. Aber du musst eben diese Wiedergeburt hinlegen. Du musst der Welt und der Sünde absterben und dann mit dem Herrn Jesus wandeln. Ja. Du musst absterben der Welt. Dann lässt du die ganze Dünne hinter dir. Okay, mein Lieber. Mach dir Gedanken um die Worte meines Bruders. Mach das. Ich wünsche dir was. Ich wünsche dir was. Gott wege dich. Also, tschau. Tschau. Ja, wundervoll. Bitte auch um Gebet für den guten Mann. Amen. Keiner da? Okay. Der Nächster. Ich glaube, die haben alle schon zu lange gewartet und sind am Schlafen. Vielleicht kommt die eine nach dem anderen und schnarchen. Marlon, Marlon Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Wie bin ich denn jetzt hier reingekommen? Gottes Segen euch. Amir. Und Arza, ihr seid die Besten. Wirklich. Ich schaue euch stundenlang zu. Ihr habt mich echt gefangen irgendwie. Seit, immer wenn ihr live seid und ich kann das alles so 100% unterschreiben, was ihr sagt. Es ist Hammer. Ich glaube auch an Herrn Jesus Christus. Er ist unser Herr, unser Gott. Und ja, Amen. Ich wollte, ja, gut, super, dass ich mal hier war. Ich wollte mal sagen, mach weiter so. Danke dir für deine Worte. Mach's gut. Gott bewahre dich, schau. Amen, die ganze ABK-Army ist hier, ne? Ich weiß. Ich hab rausgekickt, ich glaub, ey, warte ganz kurz, Bruder, warte. Warte, ich muss einmal zur Sura 9, Vers 31 was sagen. Ich hab sogar extra ChatGBT angemacht für dich, wallah, ich hab extra ChatGBT sogar gefragt. ChatGBT, guck mal, der letzte von einer K. Aber nein, damit das extra nochmal umgeschrieben wird für dich, ob ich das falsch verstehe oder du das falsch verstehst. Dieser Vers unterstreicht die Bedeutung des Monotheismus im Islam und verurteilt die Anbetung von anderen Göttern, Rabbinern, Mönchen oder Jesus als göttliche Wesenheiten. Er betont, dass es nur einen Gott gibt, dem zu dienen ist. Jesus wird im Islam als ein bedeutender Prophet. Das ergibt keinen Sinn, was du da gesagt hast. Jetzt kannst du lachen, jetzt kannst du lachen, mein Bester. Ich gönne dir dein Lachen. Ich küsse dein Ernst, ich gönne dir dein Lachen. Aber Jesus Christus, bitte, was sind das für Menschen? Mika, du hast den Satz nicht verstanden. Die haben ihre Rabbiner und Mönche zu Herren genommen neben Allah und ebenso dem Messias, den Sohn der Maria. Du verstehst kein Deutsch, glaube ich. Du verstehst nicht, was man mit und ebenso oder so wie meint. ihre Rabbiner an die Herren genommen an Allah und und den Messias. Nein, das steht aber nicht so, ich verstehe diese und ebenso nicht. Was für Unsinn? Was für Unsinn? Du kannst mit Zitik den Blödsinn ums Blödsinn und dann kommst du wieder. Danke für Blödsinn. Danke für Blödsinn. Wir sind am Nullpunkt angedacht. Vielen Dank, Willi von dir. Vielen Dank für die Blödsinn. Wie Tom und Jerry. Wie Tom und Hetsi. Der geht selbst die BG-Fragen, das ist auch nicht. Nach Zitik 9, Vers 31. Wir sind in der Irrenanstalt, Jeza. Das ist so. Das war's. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, aber das ist schon wieder sehr, 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 sehr schlimm. Das ist sehr, sehr schön. Solche Verrücktheiten. Danke, liebe, danke, die Roses, Roses. Isabel. Du grüßt dein Bär. Warte mal, warum bin ich da drin ist. Digga. Ey, du hast es geschafft, in der Hetslashow zu sein. Ja, aber ich will weder hetzen noch irgendwas Negatives sagen. Ich wünsche jedem das Gute, aber Bruder, bitte rede mit diesem Patriot. Ich schaue ihn seit drei, vier Tagen, der Junge fickt meinen Kopf, dieser Mann. Nein, der ist doch verwirrt, Mann. Hör auf mit dem Blödsinn, hör auf, sowas zu sagen. Das ist doch nicht mehr normal. Ich habe nochmal rein kommentiert, rede mit ihm, bringe ihn mal wieder zum Vernunft. Der Typ übertrefft. Der ist doch am Ende, das ist doch nicht mehr normal. Das ist die Nachwirkung von LSD und sowas. Merkst du das nicht? Ey, Jungs, ich gehe nie live oder so, Digga. Aber cool, dass du angenommen hast. Konkretel, ich mach's gut. Ciao. Ich weiß nicht raus, Bruder. Ja. Und was meint ihr denn mit Patriot? Wie ist das denn, dieser Patriot? Ach, dieser Russe, Dieser Russe, der da die verwirrt sten Sachen sagt. Oh, man, das ist ja, traurig, ja. Das ist so traurig, ne? Und Résa, der sagt, der kann doch nicht mal als Allah aussprechen. Der sagt Allah. Allah. Résa. Was soll man da mal zu sagen? Abgefallen, leider. Sein Hochmut, sein Hochmut hat ihn zum Fall gebracht. Weder hatte das eine verstanden richtig, die Bibel, noch das andere. Noch hatte sich das, er ist irgendwo dazwischen gefangen und weiß nicht mehr, wovor er noch hinten ist. leider. Die Liebe Gottes aufgegeben für eine Religion, die mörderisch nicht sein kann. Wie kann man denn einfach aufgrund von Verhalten von Menschen irgendeine Religion annehmen? Also die Zeugen Jehovas, die sind ganz, ganz friedlich und ganz, ganz vernünftig, immer gut angezogen. Wenn ich jetzt so ein oberflächlicher Mensch wäre, würde ich sagen, das sind vernünftige Leute. Deren Glauben muss die Wahrheit sein. Wie kann man den Glauben an Gott an irgendwelchen Menschen festmachen? Genau. Wir Menschen sind alle fehlbar. Was ist, wenn zum Beispiel dieser Typ einen Christen an einem schlechten Tag erlebt hat, wo er nur Schlechtes erlebt hat an dem Tag und so schlecht drauf war und ein bisschen unfreundlich und mit ihm umgegangen ist. Das heißt, deswegen gehe ich jetzt zu seinem anderen Gott, weil der eine Typ an dem Tag einen schlechten Tag hat und mich nicht so freundlich angenommen hat. Wie kann man seine Ewigkeit und seine Seele von solchen oberflächlichen Kriterien abhängig machen? Ich gebe dir noch ein paar Wochen, dann hat er gesagt, ich will mit Islam nichts zu tun haben. Glaub es mir. Warte mal. Ja, ja, der Höhenflug wird auch wieder einen Tieffall haben. Ja, der muss sich ja jetzt ein Bart wachsen lassen, der muss jetzt aussehen wie Charlie Chaplin, der darf ja die Hose nicht über den Knöchel tragen. Ja, vor allen Dingen, wenn er herausfindet, was da alles an Gewaltsachen auf ihn erwarten, was er so praktizieren muss, was da alles noch kommt, wenn er das richtig noch studiert in der Tiefe, dann wird er noch ein blaues Wunder haben. Die Menschen sind sehr, sehr unvorsichtig mit ihrer Seele und so weiter. Sehr, sehr unvorsichtig. Leute, komm, wir müssen Tipico machen, Leute, komm, Tipico. Komm, ich gebe dir auch ein paar. Leute, Tipico. Leute, Tipp für den Weltfrieden. Wenn ihr viel tippt, gibt es Weltfrieden. Wenn ihr viel tippt, gibt es Weltfrieden, genau. Tipp für Frauenrechte. ich bin auf allen For You Pages, das ist so krank. Und die können das auch nicht abstellen. Das ist das Heftige. Der Algorithmus zeigt das immer wieder. Du bist wie ein Virus. Wie eine Grippe-Virus, den man nicht loswerden kann, egal wie viel Ibuprofen man einschmeißt. Egal wie viel Ibuprofen, du bist der heftigste Corona-Virus. Elisa, kennst du die Sura Corona? Hast du die schon mal gehört, Elisa? Nein. Hier, Elisa, pass auf. Jetzt ist vorbei. Sura Corona. Sura Corona. Ja, es ist auch ein Landsmann von uns drin gewesen. Ich wünsche nur, dass unser Land befreit wird, so schnell wie möglich. Amen. Das hört sich an wie Koran, ne? Elisa, stell dir mal vor, dass ich diesen Russen ab spiele. Der sagt, siehst du nicht, Armin, du Idiot, was du gemacht hast? Guck dir mal an, wie schön der rezitiert. Dabei redet er über Covid-19 und hier Vakzinen und so. Genau dieses Gehirn, Jäzer, genau dieses Gehirn. Ja, das ist traurig. Gestern, gestern hatte ich einen im Chat, Jäzer, gestern hatte ich einen im Chat, da sagt, schreibt der so in den Kommentarbereichen in so einem Muslim, sagt der so, boah, wie wunderschön die Rezitation, dabei merkt der gar nicht, dass das gar nicht der Koran war. So heftig ist das, Jäzer. Ja, ja, die gehen nur nach dem Klang, Jäzer, die gehen nur nach dem Klang. Ja, das gefällt halt die Musik, diese Sounds gefallen halt ihrem Fleisch, ne? So wie jemand, zum Beispiel, keine Ahnung, Britney Spears mag oder so, ne? Und dann, ja, es ist ja, diese Musik ist dann halt ihr Gott, weil denen das so gefällt. Ich hab herausgefunden, kennst du das Lied von Madonna, Like a Virgin? Ja. Ja, Sura 55 Vers 56, die sind noch Jungfrauen und keiner hat sie entjungfert, weder Gin noch Menschen. Like a Virgin. Ja, aber Madonna, also ich glaube schon, dass die Madonna auf die Jungfrau Maria, also die Mutter des Herrn, eben auch sein will. Ja, ja. Also sich darüber lustig macht, heftig, ne? Ja. Diese ganzen Stars da an der Spitze, sind ja richtig in Satans Hand und die machen eben diese Videos, um die Heiligstümer in der Bibel zu verspotten. Hey, mach. Hallo, hört man mich? Ja, Gott segne dich und deine Familie. Gleichfalls, danke schön. Eine Frage und zwar bin ich gerade hier mit meinem besten Freund, der ein bisschen Islam-affin ist, sag ich jetzt mal. Was ist der? Islam-affin. Ja, okay. Und er stellt sich jetzt die Frage, wenn Jesus für all unsere Sünden gestorben ist, wo zieht man da die Grenze? es lügen die Grenze, wo man sagt, Jesus ist für unsere Lügen gestorben oder ist die Grenze, ich ermorde jemanden, weil ich bin ja errettet und Jesus vergibt alle Sünden. also wo zieht man da die Grenze? Der Herr Jesus ist natürlich für unsere Sünden gestorben, der bezahlt für deine Sünden, für die zukünftigen, für die Vergangenheit und für die Gegenwart. Es muss ja eine ganzheitliche Errettung erfolgen, weil das kann doch nicht sein, dass der Herr Jesus nur für deine vergangenen Sünden und die gegenwärtigen Sünden bezahlt, weil Gott ja weiß, dass du auch in Zukunft sünden wirst. Also er muss dich ganzheitlich retten. Eine halbe Rettung ist gar keine Rettung. Entweder ganz oder gar nicht. Ja, genau. Aber er argumentiert jetzt, dass das so eine Art Freifahrtsschön ist. Ich glaube jetzt an Jesus und solange ich an den glaube, kann ich machen, was ich will. Also wo zieht man da die Grenze? Ja, wenn du natürlich Buße tust, deine Sünden vor dem Herrn Jesus bereust und der Sünde abstirbst, dann empfängst du den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird dich nach deiner Bekehrung im Führen Kraft geben, gegen die Sünde zu widerstehen. Auch nach deiner Bekehrung wirst du sündigen. Das weil wir Menschen sind. Wir werden ja nicht nach unserer Bekehrung Götter. Wir werden ja nicht zu Gott. Perfekt. Ja, es findet ein Wechsel statt. Unser inneres Wesen wird verändert. Der Herr Jesus verändert uns und er schickt ja seinen Heiligen Geist in uns, dass er uns eben führt und Kraft gibt, gegen die Sünde zu widerstehen. Aber wir werden auch nach unserer Bekehrung fallen in der Sünde leider. Aber wir wollen nicht mehr sündigen. Das ist der Wechsel. Vor der Bekehrung wollen wir auch sündigen. Also wir haben überhaupt kein Problem mit der Sünde. Jede Sünde kommt her. Dich nehmen wir auch noch mit. Aber nach der Bekehrung findet eine Veränderung statt in dir. Du hast die Sünde. Du willst die Sünde nicht tun, aber weil die in deinem Fleisch ist, in deinem Körper programmiert, seit der Erbsünde von Adam und Eva, wirst du sündigen. Auch wenn du das nicht mehr willst. Also vor der Bekehrung willst du sündigen und du hast kein Problem mit Sünde. Nach der Bekehrung willst du nicht mehr sündigen und du hast mit jeder Sünde ein Problem. Keine Freifahrt scheint. Du musst gegen die Sünde kämpfen. Okay, also ich habe jetzt das Problem, dass dank Amir seinen Streams würde ich mich gern zu Gott bekennen, sage ich jetzt mal. Ja, aber vielleicht ist jetzt auch dumm der Gedanke, aber ich fühle mich nach der Bekennung noch mehr beobachtet von Gott und denke mir so, er wird mich wahrscheinlich hassen, wenn ich ihn nach Vergebung frage, aber dennoch weiter sündige. Ist das widersprüchlich oder ist das irgendwie vereinbar mit dem Also ich würde dir vorschlagen, Römer Kapitel 6 mal kurz selber und mit deinem Kumpel zusammen zu lesen. Zum Beispiel Römer 6 Vers 2 Wie wollen wir jetzt Moment mal Wie sollten wir die wir der Sünde gestorben sind noch in ihr Leben? Siehst du, du musst erst mal der Sünde absterben in Reue vor Jesus Christus alle Sünden und dann erst wirst du freigesetzt, freigemacht. Aber was du mit deiner Freiheit tust, das ist dir überlassen, aber frei bist du. Jetzt musst du natürlich diese Freiheit nicht nehmen als Deckmantel für Sündigen. Nein. Das darf nicht. Wenn ich mich praktisch heute Abend zu Jesus bekenne um die Vergebung aller Sünden bitte und sündige Morgen nochmal, egal was es ist, ob es Lügen ist, ob es Frauen mit lüsternem Blick angucken ist oder sonst was, wird mir die Sünde dann vergeben oder ist es dann so wie du hast mich gestern alle Sünden sind dir vergeben. Wenn du dich bekehrst, sind erstmal alle Sünden auch die zukünftigen dir vergeben. Wenn du aber dieses Sündigen leicht auf gleiche Schulter nimmst nach deiner Bekehrung, wirst du Strafe bekommen von Gott. Aber errettet bist du. Verstehst du? Die Errettung hat nichts mit deinen Werken zu tun. Die Errettung geschieht alleine durch dein Glauben an das, was der Herr Jesus für dich getan hat. Der Glaube rettet dich, nicht deine Werke. Aber wenn du hingehst und deine Errettung, deine Freiheit dazu benutzt, die Sau rauszulassen danach, kann sein, dass der Herr dich sogar aus dem Leben nimmt, weil du ein schlechtes Zeugnis bist für ihn. Also das ist dann praktisch diese Werksgerechtigkeit, die abgelehnt wird durch neugeborene Christen. Genau. Du wirst allein durch Glauben gerechtfertigt vor Gott. Wenn du an den Sohn Gottes glaubst, was er für dich getan hat und das für dich in Anspruch nimmst, was der Herr Jesus für dich bezahlt hat, wenn du sagst, ja, ich nehme das für mich in Anspruch, Herr Jesus, dass du für mich bezahlt hast, um mich reinzuwaschen, für den Himmel, dann bist du errettet. Du glaubst an diesen Werk, was am Goldgatter geschehen ist, was Jesus Christus für dich getan hat. Dann bist du errettet. Nach deiner Errettung, wenn du es leicht auf die leichte Schulter nimmst, deine Errettung und sündigst, weil du denkst, du bist errettet und jetzt kann ich die Sau rauslassen, dann wird Gott dich heftig züchtigen, erstens, und wenn du dich damit aufhörst, wenn du deine Heiligung nicht fortschreitest, sondern nach Lust und Laune, kann sein, dass Gott dich sogar mit dem Tode bestraft, aus diesem Leben nimmt, aber errettet bist du trotzdem. Errettung hat nichts mit deinen Werken zu tun, aber aufgrund deiner Werke, wenn du sündigst, kannst du unter schwerste Strafe Gottes kommen. Wir haben ein Beispiel in 1. Korinther 5, das ist ein Klassiker, da hat einer aus der Korinther Gemeinde die Frau seines Vaters sexuell, der schläft mit der Frau seines Vaters und Apostel Paulus sagt, nur einen Menschen, der so eine Sünde begeht, so eine schlimme Sünde, den werde Todesstrafe, aber er ist errettet am Tage des Gerichts. Also aber das heißt, wenn ich jetzt eine normale alltägliche Sünde begehe, wie zum Beispiel Lügen, Lügen tun wir ja alle, unbewusst, bewusst, keine Ahnung, dass wir dann nach meiner Bekehrung praktisch vergeben, weil das praktisch unbewusst passiert. Ob du unbewusst oder bewusst sündigst nach deiner Bekehrung, alle deine Sünden sind vergeben, weil du errettet bist. Aber wenn ich dann sage, zum Beispiel, ich bin jetzt im Extrembeispiel, ich habe mich jetzt bekehrt, jetzt kann ich auch jemand umbringen, vergewaltigen, was weiß ich, dann checkt das Gott schon und sagt, du warst nie gläubig oder hast Nein, 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 du kannst auch in so einem fleischlichen Situation hineinkommen, wo du sogar einen Menschen eben Schlimmes antun könntest, theoretisch. Aber da sagt der Herr Jesus in Römer Kapitel 13, sind, ja, wenn du dir deine Freiheit herausnimmst, so eine böse Tat zu begehen, zum Beispiel einen Menschen zu töten, dann sei dir gewiss, dass ich die Obrigkeiten des Staates nicht umsonst hingestellt habe, dass du lebenslänglich ins Gefängnis geschmissen wirst. Oder wenn du in einem Land lebst, wo Todesstrafe ist, dann werde ich die Obrigkeit so walten lassen, dass du getötet wirst. Wo Todesstrafe Kapitel 13 Also fürchte dich, fürchte dich, nach deiner Bekehrung dich gehen zu lassen und machen, was du willst. Fürchte dich. Hab Respekt davor. Ja, das ist das grundlegende Problem, warum ich mich irgendwie davor fürchte, mich zu bekehren, weil ich dann mich noch mehr beobachtet fühle. Du bist beobachtet. Hast du das schon zum Herrn bekehrt oder wie ausbewusst? Ich bin geboren als Christ, aber bewusst habe ich mich nicht zu Gott bekannt, weil ich mir denke, dann werde ich wahrscheinlich noch mehr unter Beobachtung stehen als vorher, obwohl das keinen Sinn macht. Ich weiß, das ist ein dummer Gedanke. Herr beobachte dich auch so. Du kannst nicht mehr unter Beobachtung stehen, aber du hast recht. Du stehst dann unter einem anderen Bund. Du wirst strenger beurteilt nach dem du dich bekehrt hast. Ja, deswegen. Das ist das Problem, warum ich mich davor drücke. Nein, nur weil das Wasser kalt ist am Schwimmbad. Heißt das nicht, dass du nicht reinspringen? Nein, du musst reinspringen und dann kannst du das Wasser danach genießen. Dann kannst du schwimmen und dann genießt du das Wasser. Für den ersten Moment ist das Wasser natürlich sehr, sehr unangenehm an deiner Haut. Das schaust das stimmt. Du musst ins kalte Wasser springen und nicht zurückschauen. Amen. Hallo. Okay, sehr gut. Gut, das war's dann schon. Am liebsten würde ich ja, dass du dich jetzt bekehst. Ich würde mir wünschen, wenn sie sich jetzt sofort bekehren würden. Ja, glaubst du denn jetzt an den Herrn Jesus Christus? Glaubst du schon an den Herrn Jesus Christus? Glaubst du, dass er Gott ist? Das Ding ist, ich würde mich eher als Stand jetzt als Agnostiker bezeichnen. Also ich glaube schon, dass es Gott gibt, aber ich kann mich noch keiner Religion, obwohl ihr ja sagt, Religion ist vom Teufel, ich kann mich keiner Religion zuordnen. Ich weiß nur, dass Islam dank Amirs Arbeit nicht das Richtige ist, aber ja, keine Ahnung, ich habe noch keine Entscheidung an sich so getroffen. Aber ich glaube, wenn es einen Gott gibt, dann ist es jemand wie Jesus, der sind. Ja, sehr gut, du bist sehr nah dran, du bist sehr, sehr nah dran. Jetzt musst du den letzten Schritt auch noch schaffen. Ja, darauf hoffe ich. Also wie gesagt, ich drücke mich schon seit vier, fünf, sechs Wochen davor, Buße zu tun, aber wie gesagt, der Gedankengang, den ich die ganze Zeit habe, das schiebe deine Bekehrung nicht vor dir hinaus, nicht vor dir hin. Schiebe deine Bekehrung nicht vor dir hin, das ist sehr heftig. Ja, wie gesagt, es ist dieses schlechte Gewissen, wenn ich mich heute bekehre, dann werde ich noch mehr beobachtet und für meine Sünden noch mehr gestraft. Ja, genau, weil dann musst du ablassen, das ist das Häftige, du musst dann ein anderes Leben leben als das, was du jetzt lebst. Genau, ja. Ja, aber das ist die Wahrheit, du hast keine andere Wahl, das ist die Wahrheit, du kannst du nicht von der Wahrheit abhauen, du musst das Schlechte, was du in deinem Leben getan hast, vor Gott bereuen. Du denkst, ja, wenn ich das nicht bereue, dann komme ich davon. Nein, das selbst betrüft. Du betrüft dich doch selber, du siehst doch, dass du dich beobachtet. Stand jetzt weiß ich, dass ich im ewigen Feuersee verweilen werde, aber ich denke mir halt, wenn ich ihn heute um Vergebung bitte und sündige dann weiter, dann wird die Strafe noch härter, das ist gerade mein Gedanke. Nein, 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 komm erst mal zum Herrn. Tu Buße, kehr um von deinen Sünden, gib dein Leben mit dem Herrn Jesus Christus und dann schauen wir weiter. Okay, sehr gut. Da gibt es etwas mit dir, Gott wird dich dann versiegeln mit dem Heiligen Geist, aber vorausgesetzt, du hast wirklich Glauben, dass es den Herrn Jesus Christus wirklich gibt und dass er der Gott, also der Gott ist, der ewige Gott, der Mensch wurde. Du musst erst mal glauben, dass das alles so ist. Ja, da habe ich, diesbezüglich habe ich noch eine Frage, eine letzte Frage, vielleicht an Resa, du bist ja sehr Bibel belesen, sage ich jetzt mal. Ja, ein bisschen. Also ich, ich vertraue sehr, sehr gern in die Wissenschaft und generell in so Dinge und Amir hat letztens Jesaja 53 sich abspielen lassen, wo ja Jesus Zeit wird, im Alten Testament schon. Ja, genau. Wer garantiert, dass das Neue Testament nicht einfach eine Fortsetzung ist von dem Alten Testament, wie Jesaja 53? Also, dass Jesaja 53 sagt, es kommt jemand, der ins Kreuz genagelt wird und stirbt für die Sünden aller Menschen und sich dann irgendwelche Menschen irgendwann ausgedacht haben, ah, jetzt haben wir einen, wir setzen jetzt einfach das Buch fort, das ist jetzt so praktisch Teil 2. Ach so, dass also Jesus Christus mit seinen Jüngern wie so eine Art Verschwörung das Alte Testament studiert haben und haben gesagt, jetzt machen wir das so in die Gang setzen, das römische Reich, Pontius Pilatus an die Stellen setzen, damit ich gekreuzigt werde und so weiter. Das ist doch absurd. Die Geschicke der Welt kann der Herr Jesus ja nicht so auf einmal wie eine Verschwörung installieren, damit die Prophezeiung aus dem Alten Testament auf ihn zutreffen. Dazu müssen eben die Weltreiche auch da sein, zum Beispiel das römische Reich mit der Pontius Pilatus muss existieren, damit er den Herrn Jesus sozusagen zu Kreuzigung freigibt. Das kann doch Christus nicht alles installieren. Das ist der Ding der Welt, der Weltgeschichte. Das kann nur Gott steuern. Das kann kein Mensch. Das ist so, als wenn du sagst, ja, ich habe jetzt extra mein Geburtsdatum so gewählt, dass ich bei Merkel-Zeit geboren werde. Ja. Nein. Da fängst du an, in Wahnsinn abzugleiten. Ja. Dann kannst du alles relativieren. Wenn du in diesen geistigen Gefilden hingehst, ja, dann kannst du auch sagen, ja, also, ich rede gar nicht mit Reza. Reza ist jetzt gerade ein Huhn. Ja, Philosophieerei. Nein. Dann endet das im Wahnsinn. Okay, sehr gut. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal vielmals für das Beantworten der Fragen. Ja, Gott segne dich. Ich hoffe, dass du so schnell wie möglich zum Herrn gehst. Tatsächlich, mein Geburtsdatum. Du schaffst das. Du musst ein Zugang immer machen. Du bist nicht weit entfernt vom Reich. Gott, es braucht nur noch den letzten Schritt. Das musst du schon tun. Du musst den Sprung ins kalte Wasser machen. Wir beten für dich. Wir beten für dich, mein Lieber. Du schaffst das. Du bist ein intelligenter Junge. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke dir auch. Armin, wenn es geht, kannst du mich bitte rauskicken? Ja, natürlich, alles klar. Gott segne dich, mein Lieber. Ciao, mach's gut. Lies doch mal bitte Römer Kapitel 1 bis 7. Also, wenn du mich noch hörst und du in den Chat bist, gleich ganz in Ruhe. Nimmst du die Bibel, nimmst den Römerbrief, Kapitel 1 bis 7 oder 8, ist egal. Diese 7 bis 8 Kapitel mal kurz durch, das dauert keine 10 Minuten. Aber du wirst sehen, wie Gott perfekt dich da reinführt. Ja, hallo, grüßt euch. Hallo, Asi. Hi, grüß dich. Also, ich wollte noch mal kurz, also, Kritik kannst du ja einstecken, wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, Armin, der macht dich deinen Kopf kürzer, wenn du was Falsches sagst. Nee, nee. Ja, gut. Der Armin hat so einiges gesagt, was so nicht so ganz richtig stimmt. Wie zum Beispiel, dass Muslime jetzt ungläubige Christen töten, die über den Islam lästern oder den Islam schlecht darstellen. Das stimmt nicht, weil wenn das stimmen würde, dann wäre es ja gar nicht mehr am Leben. Ja, die haben es ja schon versucht. Ihr seid ja eine Unterzahl. Nein, nein. Was passiert denn mit Muslime, die anfangen auf einmal einen Islamkritiker zu töten? Werden sie dann bejubelt vom Staat oder werden sie eingesperrt? Nein, das ist ja deren Willen. Das ist ja im Koran oder wird ja von Gott nicht, das muss man immer im Kontext sehen. Das, was im Koran steht, das war dieser Vers, ist zu der Zeit, ich sag mal, zur Schlacht von Badr oder zu der Schlacht. Du hast doch ein bisschen Ahnung. Du weißt doch, dass es sogenannte Tafsire gibt, oder? Genau, richtig, genau. Und wenn ich dann auf einmal zure 9 Vers 5, Ayatot Seyf, das ist ja der sogenannte Schwertvers, und wenn ich dann zum Beispiel den Tafsir von Ibn Kathir lese, einer der größten Gelehrten des sunnitischen Islams, der den Koran ausgelegt hat, der eindeutig auch Beweise anführt, dass er sagt, dies ist ein allgemeingültiger Vers, der auf jedem Platz der Erde angewendet werden darf. Also ich darf die ganzen Moschekien auf der gesamten Erde killen. Nein, guck mal, den Vers 9, den Kapitel 9, Vers 31, den du vorhin erwähnt hast, den hast du nicht verstanden, ganz einfach. Der Vers, der sagt eindeutig, sie haben die Schriftgelehrten, also die Theologen und Rabbiner und den Messias zu ihrem Herren genommen. Nein, 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 das steht definitiv Nein, das steht ja nicht nur Lüge selber. Nein, 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 ich lüge nicht. Das steht und oder sowie, das kannst du auslegen, wie du willst. Aber damit ist gemeint. Du kannst den Vers für alle Menschen vorlesen, damit wir wissen, was falsch ist, du oder er, was falsch ist, sagt. Genau, also ich habe ja schon vorgelesen, jetzt kannst du ja vorlesen. Ja, damit wir Klarheit haben, nicht, dass die Menschen verwirrt werden. Dieser Vers besagt nur diesen Monotheismus oder bestätigt den, dass es nur einen Gott gibt, ganz einfach. Nein. Nein. Natürlich. Das ist so eine Sprache, wie du gerade sagst. Im Arabischen klingt das noch heftiger. Achtung, ich zitiere, Sie haben sich Ihre Schrift gelehrt und Mönche zu Herren genommen, neben Allah und dem Messias. Siehst du? Danke. Nein, nein, nicht neben Allah und dem Messias. Dankeschön. Nein, 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 nein. Dankeschön. Dankeschön. Nein, nein, da steht, Sie haben die Schrift gelehrt. Dankeschön. Einmal umdrehen, Amir, einmal umdrehen. Einmal umdrehen, die Kamera. Also, Spiegel verkehrt machen. Ja, warte. Dankeschön, Asis. Danke. Es ist kein Gott außer ihm. Also, allzu heilig ist, der für Gott. Genau, das ist ja ein Monotiv. Das ist Schirk. Das ist Schirk. Natürlich ist das Schirk, wenn man zu Allah jemand beigesellt hat. Das macht doch Allah gerade. Ja, genau, der sagt, dass das Schrift ist. Richtig, genau. Man soll ja nur Allah anbeten. So, du hast eine Blockade. Sie haben ihre Schriftgelehrten anstelle von Allah und dem Messias als Herren genommen. Also Allah und Messias in einem Atemzug, sagte Allah. Nein, 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 nein. Das war... Sie haben sich ihre Schriftgelehrten... Du weißt das. Nein, das ist nicht. Du hast ja vorhin auch noch... Der Poban ist eine Dinge. Amir, du hast vorhin erwähnt, zum Beispiel, dass der Koran oder dass Allah sagt, man weiß nicht, wann ein Embryo oder wann man schwanger ist. Ja, Mohammed sagt das. Ja, Mohammed sagt das. Aber das stimmt ja auch. Wie, das stimmt ja auch. Durch uns, wahrscheinlich können wir doch sehen, was das für ein Kind ist. Ob das ein Kind ist, wenn ein Junge ist. Aber wann? Aber wann? Ab wann? Ab der siebten Woche. Ab der siebten Woche. Du darfst dir das nicht so zurechtlegen, wie du es musst. Guck mal, ich möchte mich beruhigen. Der Mohammed sagt, es sind fünf Dinge, die das un... Also das, was nur Allah weiß. Und dann sagt der Mohammed, dann sagt der Mohammed, nur Allah weiß, was sich im Mutterleib befindet. Ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Mohammed ist kein Prophet und konnte in die Zukunft sehen. Er wusste nicht, dass Ultraschall gibt. Er hat die Leute verarscht. Guck mal, selbst beim Ultraschall, weißt du, erst ab der neunten Woche, was das für ein Geschlecht ist. Aber wir können es doch trotzdem ausbequissen. Aber wir können es doch... Jetzt kommen wir noch mal zu deinem Regen. Jetzt kommen wir noch mal zu deinem Regen. Du hast ja auch den Regen erwähnt, richtig? Ja. So. Wissen die Meteorologen, ob es in zehn Wochen regnet oder nicht? Manchmal können die wissen... Wissen die, ob es in 30 Wochen regnet oder nicht? Nein, wissen die nicht. Ja, ganz spätere Zeit ist schwierig. Aber es reicht schon in einer Woche. In einer Woche wissen sie schon sehr genau. Das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Nein, nein, nein. Du weißt, wenn die Wettervorhersage kommt nächste Woche... Ja, Wettervorhersage mit Prozent gegeben immer an 60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, 40 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Aber Asis, Asis, die können dir eine Woche Wettervorhersagen. Mohammed, muss nicht kommen mit der Meteorologie. Dann gibt mir für die Nivea... Wenn du dich nicht selber, Asis, komm raus aus dem Islam und warne deine muslimischen Familien und Freunde. ob es in einem Jahr regnet oder nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist leider so. Der Schöpfer weiß das nicht. Der Wettervorhersage ist auch erst seit kurzem. Durch die Wissenschaft haben wir eben die Möglichkeit, Wettervorhersagen... Vorher konnte kein Mensch die Wettervorhersagen, zum Beispiel in einer Woche. Ja, damals sowieso nicht. Heutzutage ist es möglich. Aber wie gesagt, nur mit Wahrscheinlichkeiten. Und auch nur bis zu gewissen Tagen. Die Wissenschaft entführt sich ja auch. Es kann sein, dass in ein paar Jahren, zum Beispiel man schon in mehreren Monaten vorher sagt... Außerdem, Amir, ich glaube nicht, dass du Ex-Muslim gewesen bist. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich kann dir auch sagen, warum. Weil wenn du schon sagst, dass Mohammed kein Prophet ist, wie kannst du denn ein Ex-Muslim gewesen sein? Er sagt das doch jetzt, nachdem er zu Jesus Christus gekommen ist, dass Mohammed kein Prophet ist. Er stellt das ja in Frage. Er stellt das ja in Frage. Er stellt die Frage, ich habe doch herausgefunden, dass Mohammed kein Prophet ist. Deswegen habe ich den Islam verlassen, weil der Islam eine Lüge ist, und Mohammed kein Prophet. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das heißt, du hast ja die ganze Zeit an den Koran geglaubt und an den Propheten Mohammed und irgendwann mal nicht mehr. Genau. Bis ich zu dem Punkt gekommen bin, als ich das alles herausgefunden habe, habe ich gesagt, das ist eine große Lüge, ich muss andere warnen davor. Oh, nein. Oh, nein. Guck mal, Religion ist und bleibt ein Glaube. Ob es jetzt Christentum ist oder Hinduismus oder Islam. Aber was machst du, wenn Gott auf einmal sagt, dass die Frauen sperren, wenn das aus ihren Rippen rauskommt? Ja, genau wie mit dem Schienbein. Du musst ja das Schienbein nicht wie ein menschliches Schienbein davor nehmen. Das sind andere Dimensionen. Wenn Allah in dem Hadith erwähnt wird von Sahih Bukhari, dass man Allah erkennt an einem Schienbein. Du als Mensch musst das ja nicht so nehmen, dass Allah wirklich ein Schienbein hat, so wie du. Also hat Allah Körperteile. Genau, das sind andere, die können wir uns als Menschen nicht vorstellen. Genau wie du erwähnt hast. Okay, an was ist denn Allahs Schienbein gebunden? Keine Ahnung, das weiß nur Allah selber. Wir können das nur vermuten. Was ist Allah in seinem Schienbein oder außerhalb seines Schienbeins? Kann ich ja leider nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Wir dürfen soweit nicht denken. Das ist das Problem. Genau wie du erwähnt hast, Allah hat zwei rechte Hände. Hast du erwähnt vorhin? Das mag sein, das ist so. Aber wie gesagt, das ist für uns Menschen oder für unseren Menschenverstand viel zu weit entfernt, um sich da ein Bild über Allah zu machen. Allah ist so Transformers oder was hat so zwei rechte Hände, ein Fuß, das in der Hände ist. Keine Ahnung, keine Ahnung, das kann ich nicht. Wo die Gestalt sind. Was ist das bitte, Mann? Allah ist der Schöpfer, der Allmächtige und wir dürfen uns als Muslime verhindern. Warum sagt dann Allah leysa ka miflishe? Warum sagt dann Allah leysa ka miflishe? Es ist sowieso eine Sünde, sich ein Bild von Allah zu machen, wie er sich... Warum macht dann Mohammed sich ein Bild von Allah? Mohammed ist ein Prophet wie Jesus auch und die haben andere Privilegien als wir Menschen. Das kann man. Ja, aber warum hat es zum Beispiel falsche Prophezeiungen gegeben? Zum Beispiel, dass der männliche Samen in einer Frau 40 Tage verweilt. Das ist wissenschaftlich absolut falsch, weil wir wissen, der männliche Samen bleibt bis zu fünf Tagen maximal in dem weiblichen Körper. Nicht fünf Tage, bis zu zwei Wochen. Ich gebe dir die Referenz, Aziz, Sahih Muslim 2643B. Merkt euch das, ihr Lieben, Mohammed hat hier schon wieder falsche Aussagen getätigt. Sahih Muslim 2643B. Alexa antworte, pin das bitte an. Der Mohammed sagte, ich zitiere, the creation of any one of you is like this, that semen is collected in the womb of the mother for 40 nights and in the Hadith transmitted on the authority of Shubba, the words are 40 nights and 40 days and in the Hadith transmitted on the authority of Jared and Isa, the words are 40 days. Das ist eine wissenschaftliche Katastrophe, Hör mal, da gibt es auch eine Quelle im Koran selber, da brauchst du kein Hadith, wie der Embryo sich entwickelt, ist perfekt im Koran erklärt. Dankeschön, soll man mal gucken, pass mal auf, jetzt hast du den Islam vernichtet. Da haben Mediziner das schon bestätigt, du bist kein Mediziner, guck auf dich. Wir sind beide keine Mediziner und von daher kannst du keinen Mediziner jetzt Unrecht und Unwissen darstellen. Das ist schon alles bewiesen, dass das stimmt. Die islamische Embryologie wurde schon tausendmal widerlegt, tausendmal. Nein, nein, das ist keinmal, das ist perfekt bis heute. Alleine schon in Suche 86, das ist von Unwissenen vielleicht. Lies mal vor, lies mal vor. Ich lese dir Tafsin Ibn Kassir vor. Nein, nein, ich dachte, du wolltest den Koranvers lesen. Ja, das ist doch Suche 86, Vers 6 bis 7, Tafsin Ibn Kassir. Er sagt und zitiert die Sahaba, Ruhe, er ist aus einem Wasser erschaffen, das hervorsprudelt. Das heißt, die sexuelle Flüssigkeit, die aus dem Mann und der Frau herausquillt, so wird das Kind mit der Erlaubnis Allahs aus beiden hervorgebracht. Allah weiß nicht, dass die Frauen Eier haben, Mann. Keine Früchte mit Eis, pass auf. Genau. Das ist eine Grundsituation. Achtung, Asis, hör zu, damit du Islam verlässt. Aus diesem Grund sagt Allah, zwischen dem Rückgrat und den Rippen verlaufen. Das heißt, das Rückgrat oder die Lenden des Mannes und die Rippen der Frau, was sich auf ihre Brust bezieht. Shabib Ibn Bishr berichtete von Ikramah, der von Ibn Abbas überlieferte, dass er sagte, zwischen dem Rückgrat und den Rippen verlaufen, das Rückgrat des Mannes und die Rippen der Frauen. Es ist die sexuelle Flüssigkeit, ist gelb und hat eine feine Textur. Das Kind wird von beiden geboren, das heißt, von ihren Geschlechtsflüssigkeiten, was Allah Aussage betrifft. Wahrlich, er hat Macht, ihn zum Leben zurückzubringen. Das ist eine Katastrophe, Islam ist Geschichte. Nein, nein, wie gesagt, das wurde schon von Medizinern bestätigt. Das ist, der Koranpferd wurde von Medizinern bestätigt, als korrekt. Das hast du gerade gehört. Das kannst du nicht dementieren und ich auch nicht. Das ist gerade vor deinen Augen, vor deinen Augen. Nein, nichts vor meinen Augen. Das wurde abends untersucht und alle, und das wurde für korrekt bestätigt. Ganz einfach. Ja, ja, das ist so. Also der Mensch, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Mediziner, und ich weiß, aber den Mediziner. Okay, kein Problem. Nimm das mal, nimm das, nimm den Tastik und geh zu einem Mediziner, geh zu deinem Arzt und sag, hier, das ist der Islam. Was sagst du dazu? Stimmt das? Na, ist hier schon, ist hier schon alles passiert. Nein, die Leute haben den Islam verlassen aufgrund dieser blödsinnigen Aussagen. Nein, Quatsch. Nein, nein, Quatsch. Guck mal, du denkst auch mit deiner Reichweite hier von 1600 oder 1800, da sind meistens 1500 Muslime bei dir drin. Ja, sehr gut. Es ist doch egal, ob 1000 Muslime oder nicht, das ist unrichtig. Es geht um die Wahrheit. Der Arme geht auch live, wenn nur 200 Leute da sind. Das ist kein Problem. Die Zahl interessiert erstmal keinen. Es geht um die Seelen der Menschen. Ob jetzt eine Seele gesetzt wird oder 1000, das ist unrichtig. Wir sind um jede Seele bemüht. So sieht's aus. aber wie gesagt, der Islam ist die letzte Religion mit Mohammed, der letzte Prophet. Danke für den Schmergischen, du machst auf Durchzug. Danke dir für deine Aufmerksamkeit. Klar, danke, du kannst es selber berühren. Du kannst es selber berühren. 86 bis 7. Unglaublich, Leute. Unglaublich. Ja, es ist einfach nur die medizinische Wahrheit gewesen, damals, die medizinische Errungenschaft zu der damaligen Zeit und der Koran übernimmt das einfach eins zu eins, was damals so gedacht wurde, medizinischer Stand war. Ja. Ja, und das ist falsch halt, weil wir wissen mittlerweile, wie die Sachen sind. Wenn hier jemand drin ist, der dem Islam angehört, verlasse den Islam und komm zum Herrn Jesus Christus, rette deine Seele von dieser Lüge namens Islam. Ja, weißt du, was das Heftige ist? Hier sind ja Leute, die heimlich zugucken, die wollen das herausfinden, ob das die Wahrheit ist. Auf einmal gehen die selber auf die Suche und finden heraus, haben ja recht. Ja, natürlich. Ja, also die weibliche Eizelle, Eierstöcke der Frau, konnten die Wissenschaft damals ja nicht herausfinden. Die Embryologie war ja noch nicht so weit. Die Wissenschaft war ja noch nicht so weit. Und... Und... Und jetzt wissen wir, dass nicht die Frau eine Aufsamen hat, so wie der Mann, ja, sondern die Frau hat eben Eierstöcke. Und das wird das Ei der Frau befruchtet durch die Spermien. Reza, hast du schon mal in Google eingegeben, gelbe Flüssigkeit Vagina, Reza? Nee. Da kommt raus, Geschlechtskrankheit. Das ist es, was Mohammed gesehen hat. Nicht Samen einer Frau, sondern Geschlechtskrankheiten der Frauen. Ja. Ja. Nee, es gibt auch gute Videos dann, die auch beschreiben, dass das eben der medizinische Stand von damals war. Die haben, die Menschen, der Antike haben wirklich falsch gedacht, dass das so ist, mit den Flüssigkeiten. Ja, weil die dachten, dass die Nieren, zwischen den Lenden und alles ist hinter die Nieren, das abtransportiert, wegen dem Urin. Und so dachte auch der Refukatis, dass genau diese Abteilung der Bereich ist, wo auch die Samen abgeschossen werden. Aber wir wissen auch, dass die Samen im Hoden produziert werden. Ja, genau. Das ist eben eine absolute, eine absolute wissenschaftliche Falschaussage im Koran. Absolut. Allein nur diese Sache kann man schon den Islam vergessen. Wobei, ist eine antike Religion mit falschen Wissenschaften. Und deswegen, hat Ali Dawa gesagt, dass scientific miracles in der Koran are debunked. Wurden widerlegt. Ja. Das geben ja Muslime jetzt, wie du schon sagst. Und jetzt versteht ihr, als ich diesen Russen da erwähnt habe, dass er sein Kind nicht aufkriegt gegenüber dieser Religion und ihn einfach die Sahada aussprechen lässt. Weil ohne seinen Kopf kommt er auch nicht mehr raus. Ja. Ja. Trauriger Fall von ihm. Aber ich wusste es, früher oder später wird er abfallen. Der war schon so auf der Kippe. Ja. Ich wusste, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Und das ist auch so gekommen. Ja, aber wir müssen halt versuchen, eben die anderen Menschen zu retten. Klar, der Satan fischt auch Leute aus unserer Mitte. Und wir fischen wiederum Leute aus seiner Hand. Es ist halt ein Kampf. Es ist ein Schlagabtausch. Er nimmt Leute von uns, wir nehmen Leute von ihm. Aber glaube es mir, wenn du Leute von ihm nimmst, Amir, aus seinen Fängen und dem Herrn Jesus zuführst, dass sie gerettet werden, glaube es mir, dass er dich so töten würde in derselben Sekunde. Der würde dich auseinanderreißen, aber wenn der Herr Jesus seine schützende Hand nicht da hätte. Du weißt nicht, wie zornig er wird, wenn du eine Seele aus seinen Fängen rausholst und dem Herrn Jesus zuführst, was da mit ihm und seinen Dämonen passiert, was für eine Hass und Mut entsteht. Ja, du siehst, wie der Herr Jesus Christus diese Reichweite uns erlaubt, dass wir alles den Leuten zeigen und dass die Leute sofort sich Gedanken machen um diese Religion und austreten und zum Herrn finden und so. Wie genial ist das, bitte, Mann? Das hat der Herr von mir geöffnet. Hier, guckt, ich habe vor dir eine Tür geöffnet und niemand vermag, sich zu schließen. Spiegel verkehrt an mir. Ja. Wisst ihr noch die Schwester, die ich euch erzählt habe, die mir den Vers gebracht hat nach meiner Taufe von tausenden wundervollen Versen, als ich den Herrn gefragt habe, Herr, wenn das alles dein Wille ist, gib mir einen Vers. Er hat mir Offenbarung 3, 8 gegeben und sie hat mir Offenbarung 3 eingerahmt. Ich war am Ende, ich wusste, Herr Jesus, alles gleich, ich gehe diesen Weg. Du willst, dass ich das mache? Kein Problem. Niemand kann diese Tür schließen. Niemand! Die Leute sind am Ende, die denken so, wie kann das sein? Wieso ist der nicht gesperrt? Ja. Du bist John Wick. Kennst du den Film John Wick, ne? Der läuft ja da rum in der Stadt und da sind so in der Stadt, in jeder Stadt, wo er ist, hat er so Millionen von Feinden, die ihn so beobachten. Ja, ja, genau. Das ist dieser Zustand. John Wick. Ja, ja. Ich danke dem Herrn Jesus Christus, dass er uns, alle hier drin, alle, die ganzen Geschwister benutzt, um das Ganze nach vorne zu treiben, weil ohne die Geschwister ging es ja auch nicht. Er sagt, mit dem Teilen, Leid, das ist ja auch der Verdienst der Geschwister. Gott segne euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Und wenn wir der Herr eure Seelen ins Himmelreich auffahren lassen und ihr bei der Entrückung dabei seid. Amen. Amen. Ja, genau. Diese Geschichte mit der Entrückung, das ist auch eine ganz, ganz gefährliche Sache. Wenn die Entrückung jetzt gleich geschieht und jeder, also einer im Chat hat sich nicht bekehrt, dann ist es leider schon zu spät. Er wird diese Evakuierung verpassen. Das nehmen die meisten Leute auch leider auf die leichte Schulter. Vielleicht kannst du noch mal 1. Thessalonischer 4, Abvers 16 für die Leute lesen, damit die sehen, dass das in der Bibel steht, dass das kommen wird. Die Entrückung. Die Evakuierung der Erretteten vor der großen Apokalypse hier auf der Erde. Wer diese Evakuierung verpasst, muss leider die Reise antreten. die schlimmste Reise seines Lebens und in der Ewigkeit. Also ganz, ganz gefährlich. 1. Thessalonischer Kapitel 4, Abvers 15. Abvers 16. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen und drückt, werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Ich tröste dich, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mit diesen Worten. Halt am Herrn fest. Ja, genau. Das heißt also, der Herr Jesus kommt kurz aus dem Himmel, aus dem himmlischen Bereich raus in unsere Atmosphäre, in unser Universum, in diese erdliche Atmosphäre und ruft seine Heiligen in einer Millisekunde zu, sich inklusive aller Menschen, die bis jetzt gestorben sind in Christus, also im Glauben an den Herrn Jesus waren und gestorben sind seit 2000 Jahren, die werden zusammengeführt und dem Herrn Jesus in die Luftbegegnung. Wir werden dem Herrn in die Luft entgegengeschossen. Und dann gehen wir in den Himmel, der Himmel schließt und die Menschheit geht in die schlimmste Phase, in die Albtraumphase, die die Weltgeschichte jemals erlebt hat, die Apokalypse des Johannes. Ja, heftig. Danke, Amelie. So, ich hole den nächsten noch. Amelie, die Leute im Chat empfehlen dir wieder sehr viel Stummschaltpaket. Was verteilst du da die letzte Zeit? Ja, wenn jemand dich hören will. Genau, dann kriegt er ein Stummschaltpaket, Cesar. Ich kann nicht mehr. Ich will auch so einen haben. Gib mal. Was ist das? Nee, du darfst ruhig reden. Du bist wichtig mit deinen Hetzern. Ach so, okay. Ja, weil es hört sich so verführerisch an, wie so ein Monatsabo so bei Samsung. Ja, genau. Stummschaltpaket im Angebot. Genau, Tissi. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Ja. Damien, du und ABK seid ein geiles Duo. Ja, wir haben ganz YouTube auseinandergenommen. Also ABK und ich. Ganz YouTube haben wir auseinandergenommen. Hallo? Hallo? Du hast doch noch gar kein Stummschaltpaket von mir bekommen. Antworte. Dann nicht. Ah, wir bitte hören nie auf. Nein, der Jesus Christus segnet uns ja. Warum sollen wir diese Arbeit denn aufhören? Hallo? Selbst wenn ich im Rollstuhl sitze und fast schon nicht mehr sagen kann, weil ich immer noch sage, oh, guck mal hier. Ja. 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 Amir, danke, dass du mich hochgeholt hast. Eine Sekunde, bitte. Ja. Boah, ich hab ganze Klamotten weggebügelt. Das ist ja krank, ey. Einfach drei Stunden bügeln, ist er. Hier ist der Amir. Gott segne euch. Hallo, erstmal. Ja, richtiger Hausmann. Amir ist ein vorbildlicher Christ, macht Hausarbeit. Ja, siehst du, was für ein Vorbild ich dann für die Leute bin, ja? Wenn ich dann denke, Dr. Schett, aber mir bügelt ein wenig seine Kleidung. Okay, das mach ich auch. Legal. So, Amir, kann ich auf zwei Punkte eingehen? Embryologie im Koran ist, da gibt es einen Philosoph, er hieß Galenos von Bergamon. Ja. Er ist 216 nach Christus gestorben. Die haben die Embryologie Wort für Wort aus seinem Buch kopiert, in den Koran rein. Ja. Galen, Galen von Bergamon heißt der Typ, mit P geschrieben, Bergamon. Ja, ja, ja. Und dann wollte ich noch was zu Surah 9 sagen. Surah 9, ja? Die einzigen zwei Personen im Koran, die das Al vor dem Namen haben, ist einmal Al-La und einmal Al-Masih. Und die ganzen anderen 25 Propheten, die im Koran nicht, die erwähnt werden, die haben dieses Al nicht. Also Allah und Al-Masih sind gleich im Koran. Also die können bei Surah 9 gar nicht ausweichen. Ja, sage ich doch, Surah 9, Vers 31 ist eine Vernichtung für jeden. Genau. Weil dort wird klar, dass Allah sich einen Partner nimmt, und zwar Jesus Christus. Heftig, ne? Wie gesagt, wir wissen ja, dass der Al ein Artikel ist, ne? Und den Artikel haben nur Gott und Jesus im Koran. Ja, so sieht's aus. Wir können das nicht leugnen. Also nochmal im Chat, wer die Quelle haben will, mit der Embryologie, ich hab das Buch, ich hab auch die Seite, ich kann das schicken. Ihr müsst mich nur anschreiben. Bro, Armin, immer wenn ich bei dir online bin, schreiben mich bestimmt 20, 30 Leute an und schreiben, wo hast du diesen Hadith? Kannst du mir dazu was sagen? Ja, ist doch gut, sie wollen ihre Leute aufklären und so. Das ist ja heftig, das geht ja wie so ein Schneeballsystem. Sie lernen das hier und dann müssen sie dann auch weiter fortschreiben. Hammer, ne? Ein Deutscher hatte mich angeschrieben, hat gesagt, ich wurde vom Islam verführt, vielen Dank für eure Arbeit. Hammer. Ich hab zu Herrn Jesus gefunden, man kriegt so viele schöne Nachrichten. Amen, genau wie bei mir auch, ey, Wahnsinn. rechts verlassen die Muslime den Islam und kommen zum Herrn. Noch eine Sache, bevor ich runtergehe, kennst du Sahi Muslim 78? Wo da steht, wer Ali nicht liebt. Wer Ali nicht liebt? Ja, das ist auch was krasses, weil letztes Mal hab ich doch gesagt, dass Zeynep Mohammed zum Propheten erklärt hat und die Aussage von einer Frau nicht gültig ist laut Mohammed. müssen mal zwei Frauen sagen. Du meinst Khadijah. Entschuldigung, Khadijah, ja. Und damit kann man Mohammed als falschen Propheten deklarieren. Und dann mein Bruder, weißt du, dass der Mohammed gesagt hat, dass die Zeugenaussage einer Frau nicht reicht, sie muss immer durch eine andere Frau bestätigt werden. Und sein Propheten wurde einfach nur von einer Frau bestätigt, das war's. Riesen Widerspruch. Ein Riesen Widerspruch. So, damit ist Mohammed raus. Und wir können die Sahaba komplett ausschalten mit Sahih Muslim 78. In Sahih Muslim 78 wird gesagt, wer Ali nicht liebt, der ist gegen mich, sagt Mohammed selber. Wahnsinn. Und die Sahaba oder besser gesagt, seine Kindsfrau Eiche, die haben ja gegen Ali Krieg geführt. Ja, stimmt. Sahih Muslim 78. Ja, die Schiiten haben in dem Punkt recht, dass die Sunniten ihre eigenen Quellen nicht mal ernst nehmen. Ja, das stimmt, weil wie gesagt, Mohammed selber hat gesagt, ich übersetze mal kurz. Genau, also wer Sahih Muslim 78, wer Ali nicht liebt, ist laut Mohammed ein Heuchler und hat Groll gegenüber Mohammed selber. Wahnsinn. Sahih Muslim 78. Wie gesagt, Mohammed ist kein Prophet, laut deren eigenen Quellen und die Sahabah, das sind alles Heuchler und sind selbst gegen Mohammed. Siehst du, die Schiiten haben recht, die Kihar haben recht. Amir, du kriegst die besten Argumente von Debatten zwischen Schiiten und Sunniten, das habe ich nämlich aus einer Debatte raus. Ja, ich weiß, die sind heftig, wenn sie miteinander debattieren. Ich habe das schon gemerkt, die Schiiten haben schon sehr, sehr gute Beweise gebracht. Ja, und da haben wir natürlich auch diese Sachen mit Aiche, dass die Muslime geführt hat, obwohl Mohammed selber gesagt hat, dass wenn eine Frau eine Nation führt, dass diese Nation ins Verderben geht. Reza, Reza, die dürfte ja gar nicht alleine das Haus verlassen. Ja. Ohne ihres Ehemann. Die ganzen Geschichten in den Seedern und alles erfunden. Sie dürfte das Haus auch nicht alleine verlassen. Aber gegen Ali in der Kamelschlacht darf sie aber kämpfen. Ja, wie gesagt, das ist ein Wünsch dir was. Jeder hat ein Wünsch dir was draus. Jeder hat sich das Beste raus genommen, aber andere Menschen werden gesteinigt. Der Islam ist wie ein Supermarkt. Brauche ich Gewalt wäre sie? Nehme ich mir einfach von dem Regal ein paar Gewalt Ferse. Brauche ich friedliche Ferse? Nehme ein bisschen friedliche Ferse. Brauche ich etwas, wo ich wieder ein bisschen davon? Nehme ein bisschen wieder davon. Guck dir es mal an. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, das sage ich nur. Jesus ist Gott. Amen. Das sage ich nur. Seht ihr? Das sage ich nur. So sieht es aus. Okay, Amir, ich danke, dass du mich hochgerollt hast. Vielen Dank. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich. Ein gesegnetes Stream noch. Tschüss. Ciao. 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 Oh Amir, was geht ab? Wie geht's dir? Ich bin zu meiner Familie. Ja, ja, danke. Ich frage mal Fragen, können wir mal zusammen trainieren gehen? Nein, ach warum? Du kannst auch allein ohne mich trainieren. Allah, du, ABK und ich, lass uns zusammen trainieren gehen. Was sagst du, Bruder? Du warst damals behinderte Kante. Du deutst deine Beine in Sicherheit bringen. Ja, aber hey, Sport ist doch auch nötig. Du hast auch schon ein bisschen zugedäumen. Ich seh das schon. Ja, ich bin Massephase seit zehn Jahren. Ja, ich seh, ich seh. Du warst damals kannte, du warst echt eine Maschine. Lass uns zusammen like, äh, lass uns zusammen trainieren. Ja, okay, ich komm in deine Stadt. Wann soll ich kommen? ich hab noch was. Okay, Bruder, Köln, komm sofort, wann du willst. Okay, wo sollen wir trainieren? Ich hab noch was. Ich hab noch was. Guck mal, die Diskussionen, die hier alle führt und sowas, ja? Ihr könnt ja ruhig diskutieren, ist ja alles schön und gut. Und was ich einfach nicht so cool finde oder nicht verstehe, ist, dass, ähm, ich guck jetzt nur in diesen Chat, ja? Bro, die machen aber auch richtig eibs Sachen. Also, du musst ja nicht den Islam jetzt akzeptieren oder die müssen nicht den akzeptieren. Ist mir auch völlig egal, ne? Aber, dass sie so respektlos miteinander reden, ist doch eib, Bro. Ja, du siehst, was hier, die Gemüter sind natürlich aufgehitzt, ne? Dieses Thema ist ein sehr, sehr kontroverses Thema und die Leute regen sich darüber auf, warum die Muslime so auf stur schalten oder so auf ignorant und alles mögliche, obwohl man denen die Beweise liefert, ne? Das ist krank, ne? Ja, aber warte mal, heißt das jetzt, wenn ich jetzt jemanden im Beweis liefern, der will nicht zuhören, heißt das, dass ich auf einmal respektlos werden darf? Nein, das meine ich nicht, das meine ich nicht, aber die Leute regen sich da so ein bisschen auf, die müssen auch locker bleiben, aber du siehst, dass die Muslime die meisten sind, die nur beleidigen. Also, ich sag dir ganz ehrlich, da musst du schon ehrlich sein, oder? Nein, eigentlich, also ich bin ehrlich, also ich sehe viele Christen, die dort beleidigen, es gibt natürlich auch Muslime, so ist nicht, du musst ehrlich bleiben und zu sagen, ja, du hast recht, Armin, die Muslime sind die Hardcore-Leute beleidigen. Nein, das stimmt nicht so, weil du siehst jetzt zum Beispiel, nur dein Bruchteil dieser Community ist ja auch nicht alle, deswegen kann ich auch nicht für alle sprechen, aber das, was ich sehe, ist, dass die Christen mehr beleidigen, aber das ist ja jeder sieht das ja anders, wir haben ja nicht komplette Sicht für die ganze Welt. Auf jeden Fall, ich wünsche dir noch was, Cousin, lass uns auf jeden Fall trainieren gehen, hier in Köln bei mir. Du bist herzlich eingeladen, ich müsste einmal zu dir deine Shisha wahrnehmen. Ja, danke dir, du bist herzlich eingeladen. Spaß, gut, mein Herr, Gott sei Dank. Danke schön. So, die wollen alle immer trainieren und in die Shisha-Bar gehen, was soll ich machen? Ja, mach doch eine Shisha-Bar auf mit einer Handelbank-Ecke. Das wäre der heftigste, das wäre die heftigste Shisha-Bar, also die würden alle kommen. Ja, natürlich. Und dann, ne, immer direkt von der Handelbank, wo man Pause macht, zwischen den Sätzen immer eine Apfel drauf. Hammer, Traube, Minze, das ist ja. Sehr schön. Sehr schön. Nein, Leute, raucht keine Shisha-Zeug, das ist alles ungesund, das ist alles vom Satan. Alles. Gottes Segen. Gottes Segen. Hallo. Gottes Segen. Hi. Ja, Amir, weiter so, also, ja, was ich wollte jetzt noch sagen, nach, mit dem, am Anfang war Wort, der Wort war bei Gott, der Wort war Gott, und, äh, das Wort ist, also, das Wort ist Fleisch geworden. Da kann man auch am Anfang sagen, am Anfang war Jesus, Jesus war bei Gott, und Jesus war Gott, und Jesus ist Fleisch geworden. Ja, sehr gut. Ja, genau. Ja, aber die Leute, die Leute das verstehen, weißt du, weil, weil da steht am Anfang, äh, äh, und da, wenn jemand sagt, oder, weißt du, wir, wir, so, und da lesen wir, Gott schuf die Erde und Himmel, aber, na, auf normaler Weise, da hat Jesus das gemacht, alles. Ja, natürlich. Also, aber, siehst du, da sind Sachen, wo, okay, da muss man den, den Bibel auch verstehen, weil, ich sage, für Christen ist auch manche Sache nicht zu verstehen, wenn ich sage, Anfang, oder Gott hat alles geschafft, also, ja, da gut, habe ich gesagt, ja, okay, aber das war Jesus, da war dieser, dieser Meister von der ganzen Sache, von Gott hat Befehl gekriegt, der soll alles erschaffen, und da hat Jesus das alles erschaffen, dann ist schon schwierig bei Christen auch, die sagen, nein, das war Gott, habe ich gesagt, nein, da war Jesus, und dann, dann, die Christen sind schon auch Streiterei, weißt du? Ja, die Frage ist auch, ob das überhaupt Christen sind, die die Gottheit des Herrn Jesus, ja, ja, Leute, meine, meine ewige Sache, wir sind alle Menschen, alle Menschen auf diese Welt eingeboren, im Ingeruch, welche Glaube, beispielsweise, ich, wenn ich, wenn ich in muslimische Familie reinkomme, dann selbstverständlich, wenn ich in diese Glauben reingehe, also gehe, aber, ab 18 Jahre, oder sage ich 20 Jahre, sollte ich mich selber, für mich selber, nicht für meine Familie, meine Nichte, oder sowas, ich für mich selber entscheiden, ob ich gut gehe durch die Welt, oder nicht, darum sage ich, das soll man, jeder Mensch für sich selber, nicht, dass ja jemand sagt, okay, die christliche Familie, aufgewachsen, der muss auch Christ bleiben, aber da, weißt du, zweite Sache, wenn wir als Christen, Inger, wenn also andere Leute sprechen, gegen unsere Glaubensschläge, was sage ich als richtiger Christ, ich kann dich nicht, Inger, aber sage, ja, du bist schlimm, oder so, dann Gott bezahlt dir das alles, und dann nur in die eine Glaube, also in die Islam Glaube, das ist, wenn du Inger, was Schlechtes redest, dann die drohen dir, also keine andere Glaube, das droht die andere, Ja, aber das ist Religion des Friedens, Religion des Friedens, Ja, 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 okay, wenn ich, wenn ich, weißt du, ich muss nicht sagen, ich hätte auch in meiner Familie, auch solche Fall, da sind ein paar Leute, also von der ganzen Familie, die sind herausgetreten, meinst du, wir hätten nur ein bisschen so, okay, ob du weißt, was du tust, ja, ich weiß, was ich tue, okay, deine Entscheidung fertig, aber keine Inger, wovon die Familie, weißt du weg, oder die mussten von uns Angst haben, war ganz ruhig, der hat gesagt, das ist meine Entscheidung und wir respektieren das, mach mal das gleiche in Islam Glaube. weil der Geist des Islams eben nicht derselbe Geist ist wie der Gott der Bibel, der Gott der Bibel lässt den Menschen freie Wille, der Gott des Islams will den Menschen nicht freie Wille lassen, sondern er will die zwingen mit Gewalt, genau, und deswegen haben wir diese Probleme, dass die Muslime manchmal auch drohen, wenn man zum Beispiel den Islam eben verlässt oder schätisiert, ja, weil eben der Geist des Gottes, des Islams selber so ist. Ja, der Herr Jesus ist ja nicht so, deswegen sind wir auch nicht so. Darum, darum ich sage, Leute, das, was ihr macht, ist wirklich gute Sache, aber die Entscheidung muss treffen, selber jede, jede Menschheit muss selber Entscheidungen treffen, weil dann kein, keine sage, wenn ich bin Muslim, ich mache alles gut, ich mache keine Schade für die anderen Leute, aber bist du auf die falsche Religion, also Leute, wenn du dann stirbst und du bekehrst dich nicht oder du wirst irgendwo nicht suchen, die Antwort, dann bist du verloren, wenn du auch alle, also gute Tate tust, weil du durch die gute Tate kommst du nicht ins Himmel, du musst anerkennen, dass Jesus, unser Gott, hat für unsere Sünde gestorben, wenn du das nicht erkennst, also ist vorbei und das, Zeit, Zeit ist schon nah, Leute, das, was jetzt im Welt vorgeht und was uns noch erwartet, das soll jeder normale denkende Mensch schon wissen, dann stimmt schon was nicht mit der Welt, also da langsam geht es zu Ende. Absolut, absolut richtig, ja. Amen. Das wollte ich nur sagen, danke für deine Worte, danke für deine Worte, mein Lieber Gott segne dich schon in der Familie. Euch auch, euch auch, Leute, und ich bin die ganze Zeit, also sage ich dir, Ex-Muslim, ich bin bei jedem, wenn du ihn ausstrahlst, bin ich nicht mehr dabei und ich lasse mich dort, weil manchmal habe ich die, wie soll man das sagen, diese Hass in mich, aber nicht an die Leute, nur auf die Religion, das sage ich die ganze Zeit offen, ich hasse keine Muslimen oder andere Glauben, ich hasse die Religion, weil die Religion hat kaputt die Menschen gemacht. Ja. So ist es. Das sind liebe, liebes Menschen, also wirklich, und wenn jemand ist auch ganz schön, also wie soll man das sagen, im Leben gibt es auch solche Sachen, du kennst jemanden, beispielsweise, der ist nur ein Verbrecher, nur so, sowas, aber wenn du dann mit ihm resten, in seine, kann man so sagen, also sein Verstand oder so, irgendwann, der Mensch ändert sich auch, und wenn es sich nicht ändert, dann weißt du, du kannst nichts mehr machen für den, das ist total besessen durch Teufel oder sowas, also schlechte Kräfte, aber versuchen immer die Leute, also selber sagen, also Leute, geht mal heute nach Hause oder so, bitte lese mal, bitte lese mal, Bibel, Koran, stell mal, also Jesus auf eine Seite, stell mal Mohammed auf andere Seite und versuch mal die als Personen, die erkennen, also, das ist echt wichtig. Amen, sehr gut zu sein. Okay, also, Servus. Danke für deine Worte, mach's gut. Gottes Segen, ciao. Gottes Segen. Ciao. Boah, ich kann nicht mehr. Ja, Gott ist Segen für euch beide, ich freue mich endlich hier drin zu sein. Gottes Segen, auch dir, ich freue mich. Gottes Segen, ich freue mich. Amir, ich feiere dich total, ich gucke deine Sachen und ich finde das so toll, was du machst. Ähm, alle Ehren sind fertig. ich wollte dich, ich wollte dich auf etwas aufmerksam machen. Ich habe dir heute ein Video geschickt und ich wollte dich bitten, dir das mal anzugucken und vielleicht kennst du das auch. Der Typ nennt sich Joker und er hat, er ist Mosleme und zitiert was aus der Bibel, er bestätigt die Bibel, aber er kennt es nicht. Das ist, das ist für mich der Rede, das sind Leute, die kennen sich überhaupt nicht aus, die machen das noch, weil sie irgendwie gerochen haben, dass man dadurch eine Reichweite oder sowas bekommt. Den geht es ja gar nicht um den Islam, sonst würde er sich nicht die Fingernägel lackieren und würde sein Leben ja verändern. Verstehst du? Das ist ein LGBTQ-Muslim. Ein was? Das habe ich gerade nicht verstanden. Ich habe gesagt, das ist ein LGBTQ-Muslim, also keiner. Also der ist auch eigentlich zum Tode, nach seiner Religion, zum Tode verurteilt. Die machen ja keinen Halt vor so einen wie ihn. Ja, viele meiner Geschwister haben mich auch dafür gewarnt, haben gesagt, ey Sascha, halte dich da voll fern und sowas, weil das ist nur der Teufel, der will dich davon ablenken, aber weil ich deine Sachen gesehen habe und auch gefeiert habe, vielleicht kannst du ihn auch mal animieren und zu sagen, ey Mensch, das, was du da machst, ey, ist eigentlich das halte Wegschwunsch. Der ist ja wohl nicht beladen, den kannst du nicht mehr retten. Der hat schon sein Gewicht vor sich. Ach, du kennst ihn, okay, dann weiß ich Bescheid. Wir hatten schon das für genügend. Das ist mein persönlicher Hofnarr. Der ist, wie nennt man das? Der ist persönlich für mich engagiert worden, damit der schwimmt für mich Werbung macht. Und so ist das auch gut. Ja, schön, das hatte ich nur auf dem Herzen und ich freue mich, dass ich hier drin bin. Des Weiteren bin ich natürlich sehr, sehr, sehr doll mit Jesus verbunden. Zwar habe ich jetzt vor zwei Tagen meinen Vater leider ist ja eingeschlafen, aber durch Jesus Christus, der gibt mir so viel Kraft, dass ich durch diese schwere Zeit jetzt durchkomme. Ich will euch auch nicht, ich will euch auch nicht weiter jetzt hier in dem Livestream vollquatschen mit meinen Sachen, aber das mit diesem Joker, das wollte ich eigentlich mal loswerden. und ich wollte euch noch in diesem Wege Gottes Segen und viel, viel Kraft für deine Lebensarbeit wünschen. Danke dir, ciao. Ciao, ciao, Gottsegen. Ich bin K.O., ich bin richtig K.O. Ja, kein Geburtschland. Du hast eine Marathon hinter dir. Ja, ich glaube, ich beende das Ganze jetzt. Also, ich glaube, warte, wir sind fast auf eine Million. Komm, sollen wir die eine Million noch knacken? Ja, natürlich. Komm, Leute, die eine Million knacken wir noch, ihr Lieben, ihr Wundervollen. Kommen die eine Million knacken? Eine Million knacken. Knacken wir auch noch, Leute. Hallo? Hört man mich? Ja, man hört sich. Danke. Guck mal, ich habe eine Frage. Also, in der Bibel finden wir die Antwort darauf, wieso Jesus gekreuzigt wurde. Also, neben dem offensichtlichen Grund für unsere Bünden. Also, die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben ihn ja angeklagt, weil er ja vorgab, Gott selbst zu sein, was er ja auch ist, ne? Ja. Aber, gibt es eine Begründung im Islam? Weil man kann ja nicht einfach wirklich Leute kreuzigen. Ja, die Kreuzigung im Islam ist ja eine Täuschung seitens Allah. Das weiß ja, ne? Ja, wenn das eine Täuschung war, was war die Begründung, warum überhaupt jemand gekreuzigt wurde? Ja, der Allah wollte ja seinen Propheten Isa, wollte er bewahren vor dem Tod. Und, wir wissen ja, dass die Vergebung in der, für die Sünde ja die Kreuzigung ist. Deswegen macht Allah, oder versucht Allah, die Kreuzigung zunichte zu machen. und betrügt und belügt alle Beteiligten und lässt jemand ähnliches wie Jesus an das Kreuzschlag. Das ist ein Teufel. Also hat das quasi, also wurde quasi selbstverständlich eine Täuschung oder Jesus gekreuzigt mit dem, mit der Begründung, ähm, ich weiß nicht, ich habe es verloren. Nein, im Islam ist es ja so, dass jemand anstelle von Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde und Jesus Nochmal? Aber die müssen ja diese Person dann ja trotzdem anklagen. Ja, ja, die stellen das einfach an, dass dann im römischen Reich eben ein anderer Mensch gekreuzigt wurde anstelle von Jesus Christus und Jesus Christus wurde von Allah in den Himmel entbohrt, entbohr gehoben. Ja, aber ich meine jetzt, weil, also, bei uns in der Bibel steht ja drin, dass er Jesus gekreuzigt wurde, weil er vorgab, Gott selbst zu sein, aber... Ja, im Islam gibt es keine Geschichte darüber. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst damit sagen, warum ist denn im Koran nichts von der Anklage gegenüber dem, dem Jesus, ne? Ja, aber du, das müssen ja... Ja, da gibt es, die Geschichte wird dann nicht mehr weiter fortgeführt, sondern einfach nur die Täuschung Allahs dann von, wird dann weiter praktiziert. Allah transformiert dann jemand Ähnliches bei dem Kreuzesgang von Jesus und bewahrt ihn dann vor dem Tod, ne? Ja, das habe ich mich gefragt. das ist der größte Betrug. Allah ist der beste Listenspiel, das ist ja gesagt, wenn er es auch der beste Listenspiel ist. Ja, das wollte ich auch eigentlich schon, danke schön, Gott segne euch und... Ja, danke dir, Gott segne dich auch. Also, ich würde uns eine Sache sagen, weil viele Leute kritisieren dich ja bezüglich, wie deine Art und Weise ist, aber deine Art und Weise ist genau richtig. Ich hatte sogar mal so eine Begegnung mit einem Muslim und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil früher dachte ich auch so, hm, ich weiß nicht, vielleicht könnte man es anders machen, aber nein, deine Art und Weise ist genauso, wie es sein muss. Und ja, möge der Herr dich weiterführen und noch viele Leute durch, also, noch zum Glauben führen mit deiner Arbeit und ja, gepriesen sei der Herr und Gott segne dich. Amen, Amen. Amen. Patron hat mein Bild. Patron, du hast ein sehr schönes Bild. Ja genau, so verpasst du deine Ewigkeit. Genau so. Genau so. Gut mit beiden. Hallo. Hi. Eine Frage an den, an Reza. Und zwar, wie viele Augen Allah hat? Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Wie viele Augen Allah hat, weil es gibt ja den Hadith, dass vor dem Dajjal gewarnt wird und den Dajjal erkennt man daran, dass er ein Auge hat. Genau. Allah ist nicht ein Auge. Das ist ein Auge für die Augen von Allah. Soweit ich das weiß. Vielleicht gibt es ja auch wo es steht, was soll ich, dass Allah 100 Augen hat. Ich weiß nicht. Aber genau, Allah ist nicht einäugig, also er hat mehr gebraucht. Aha. Und neulich habe ich mal, ja, neulich habe ich mal eine Debatte gehört von Abu Barra, den kennt er ja auch. und er meinte, dass Allah zwei Hände hatte und die wären beide rechts. Ja, das ist richtig. Das sind zwei rechte Hände, der Allah. Und die sind beide rechts. Okay. Ja, aber das hat er auch so gesagt. Das wäre so und ja. Ja, da sieht man, dass Abu Barra eben in der Hinsicht kein Heuchler ist, sondern er gibt das auch so weiter wie in den Fristen. wo es geht. Ob die Leute damit ein Problem haben, die Muslime oder nicht, das ist dann egal. Aber er gibt das wenigstens so weiter. Ja, und da wollte ich nochmal fragen, ihr wart ja Schiiten. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Schia und Sunni? Weil die Schia lehnen ja diese Hadithe ab. Quasi. Ja, genau. Und haben die nicht da keinen großen Unterschied. Also, die eine köpfen, die andere hängen am Baukram. Das ist so die wissenschaftliche Unterschiede, die grobe. Der eine sagt, nein, man muss ihn zuerst steinigen und dann beköpfen und die andere sagt, nein, man muss ihn jetzt zuerst köpfen und dann steinigen. Das ist so der grobe Unterschied zwischen den. Aber die Schiiten haben ja nicht diese Sunna wie die Sunniten quasi, oder? Doch, wir haben auch, das nennt sich Kaffi. Al-Kaffi, das ist so eine Hadith-Sammlung. Aha, okay. Nennt sich wie Bukhari oder Muslim. Ja. Mehr wollte ich gar nicht. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ne? Danke. Danke. Gott segne dich. Es war ein bisschen essen. Warum? Ich hab auch Hunger. Nein, du bist im Livestream. Du darfst nicht. Es war ein bisschen essen hier. Wieso versorgst du deinen Bruder nicht, Esa? Esa? Was glaubst du, warum ich immer ihm als Gast reine? Da kann ich jede Zeit meine Sachen machen, schön. Du küsst immer schön alles ab. Du schlauer, du ehrlich, ey. Das ist echt ein Aufmerksam. Da kann ich zwischen Glück mal mit. Und du dann schön in Saus und Braus verlebst, ey. Das ist Wahnsinn. Man muss das Gehirn immer einschalten an mir. So geht das nicht. Ja, du hast vollkommen recht. Alles klar. Ah, ihr Lieben, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Allerhöchsten. Ah. Jetzt kommt Attila der Hund. Ich hoffe, ihr hört mich auch gut. Ja, Attila der Hund. Es ist ungefähr. Er ist ein ganz netter Hund, den ich habe. Ich habe den Attila den Namen gegeben. Passt auch ein bisschen zu dem. Ist ein ziemlich kräftiger Hund. Attila war ja auch ein kräftiger Mann, so gesehen. Ein bisschen großarm veranlagt, aber mein Gott, das waren so die früherigen Zeiten. Was ich euch eigentlich fragen wollte, so, ich bin ja selber Christ und so, aber ich halte mich so ein bisschen als Distanz, was Kirchen angeht. So, weil ich bin so der Überzeugung, jetzt nehmen wir mal aus dem Alten Testament, gibt es ja da so ein Vers, dass Christen eigentlich kein Schweinefleisch essen sollten. Steht ja drinnen, Christen sollten hinter dem Haus nicht schlachten, kein Schwein, äh, eine Million Likes. Dankeschön, ihr Lieben, danke für die eine Million Likes. Das ist ja Wahnsinn. Vielen lieben Dank, eine Million. Ja. Auf jeden Fall steht ja drinnen, dass Christen kein Schwein essen sollen, hinter dem Haus nicht schlachten und auch kein Fleisch räuchern. Wo steht das, dass die Christen das nicht dürfen? Im Alten Testament steht das drinnen. Zum Beispiel, die Katholiken begründen das damit, dass, was in uns reingeht, kann uns nicht verschmutzen. Also, ihr kennt den Satz besser, den ich jetzt meine. Also, es kann euch nicht verunreigen, was reinkommt, nur das, was aus euch rauskommt. Aber da kommt ja wiederum Jesus, der sagt, ich tue die alten Gesetze nicht aufheben, ich erfülle sie. Also, sprich, das Gesetz steht ja so gesehen immer noch, dass Christen kein Schwein essen dürfen. Nein, die Braut Christi hat eine ganz andere Verheißung als Israel. Du darfst die nicht miteinander vermischen. Es gibt zwei, zwei Wege zum Heil. Einmal für Israel und einmal für die Heidenationen. Diese Günde dürfen nicht miteinander vermischt werden. Israel steht unter Gesetz. Die Braut Christi, also die Gemeinde Jesu steht nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Israel muss die Gesetze halten. Also, sprich, für Volker Jesu Christi sind die alten Gesetze aufgehoben, oder? Ja, wir Heiden hatten überhaupt etwas zu tun mit dem Tora. Die Heidenationen haben nicht einen Bund mit Gott durch die Tora, sondern Gott hat durch Mose dem Volk Israel die Tora gegeben, nicht den Heidenationen. Das ist ein Bund zwischen Gott und Israel. Okay. Jetzt bin ich so, dass zum Beispiel Chinesen, Japaner, Iraner, Inder, Schweden nicht den Sabbat halten, weil die wissen gar nicht, was das ist, weil Gott eben nicht diesen Völkern das Littoral gegeben hat. Aber fragst du einen Juden, was ist mit Sabbat? Dann wird er dir sofort antworten. Weil, ja, die Gesetze sind, das Gesetz, der alte Bund ist nur für Israel, nicht für die Gemeinde. Okay, ich verstehe, damit du einfach so verstehst, woher so mein Wissen, was dem Christentum angeht und Jesus angeht, ist einfach nur, weil ich mir so bestimmte Einzelpunkte googeln tue. Sprich, ich google mir dann einfach so, dürfen Christen Schwein essen, dann komme ich auf biblische Verse, das alte Testament und dann kam ich so auf diesen Satz. Und wenn ich weiter google, dann kommt ja von Jesus selber, ich habe die alten Gesetze nicht aufgehoben, sondern ich habe die alten Gesetze erfüllt. Okay, du bist da viel besser belaufen, was das angeht. Also sprich, du hast dich damit viel umfangreicher auseinandergesetzt, als wie ich jetzt. Also für mich wäre das jetzt wiederum ein bisschen schwer zu verstehen. Weißt du, was ich meine? Ja, also wie gesagt, man muss Gottes Verheißung zwischen Israel und den heiligen Aktionen auseinanderhalten, sonst kommt man durcheinander. Das darf man auch gar nicht. Im Galaterbrief zum Beispiel sagt Apostel Paulus, wer sich beschneiden lässt, der fällt von der Gnade ab und Jesus Christus nutzt ihm nichts, der ist von Jesus Christus abgefallen. Das heißt also, die Gemeinde hat nicht mit den Geboten des Alten Testaments, was Gott mit Israel geschlossen hat, mit dem Bund, zu tun. Sondern wir stehen nicht unter Gesetz, sondern wir sind unter Gnade. Gott hat uns begnadigt. Und deswegen dürfen wir nicht die Gnade verwerfen und wieder uns unter Gesetz stellen. Weil wenn man sich unter Gesetz stellt, dann musst du die Gesetze auch perfekt halten. Und du kannst die Gesetze nicht perfekt halten. Das heißt, du bist automatisch unter Fluch. Gott sagt, du sollst nicht lügen. Du lügst aber 200 Mal am Tag. Genau, du sollst nicht lügen, du sollst einfach ein aufrechtiger Mensch sein im Leben. Nein, 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 Gott sagt zum Beispiel in einem Gesetz, du sollst nicht lügen, aber der Mensch lügt jeden Tag 200 Mal. Das heißt also, der kommt automatisch unter Fluch Gottes durch das Gesetz. Weil du die Gesetze brichst, muss Gott dich bestrafen. Gott muss dich in die Hölle werfen, weil du seine Gebote brichst. Also brauchst du Gnade, dass Gott dich begnadigt, obwohl du ein Sünder bist, obwohl du die Gesetze brichst, musst du begnadigt werden. Sonst kommst du in die Hölle. Okay, ich verstehe jetzt. Sagen wir mal, wenn ich mich an so Sachen halte, wie ich so kein Schwein essen, dann stelle ich mich selber unter Gesetz. Und dann kommst du wieder unter Fluch. Dann komme ich wieder unter Fluch. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Also entweder Gesetz und du hältst die Gesetze perfekt oder du sagst, nein, ich kann es nicht, ich habe es nicht, ich bin ein Sünder. Selbst wenn ich will, ich werde alle Gesetze Gottes nicht erhalten können. Stell mich bitte unter Gnade, begnadige mich. Und der Herr Jesus sagt, komm, komm, komm zu mir, ich begnadige, ich begnadige dich. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst, das hat mir jetzt auch viel weiter geholfen und auch so, wie ich die Bibel und bestimmte Verse verstehe. Also auf jeden Fall Dankeschön euch, das wollte ich jetzt eigentlich nur wissen, weil ich bin serbisch-orthodox und ja, wie gesagt, ich bin auch an so einen Satz gekommen, weil wir Serben, wir haben so um die 90 Slavas, also sprich, ich habe den heiligen Stefan, das wäre der 9. Januar und sprich, wenn wir unsere Slava haben, in der Bibel steht ja auch drin, ihr sollt keine heiligen in Goldrahmen, denn sie können euch nicht schaden und sie können euch auch nicht helfen, ihr stellt sie auf, die fliegen rum oder irgendwie so, also sprich, diese heiligen Bilder sollte man jetzt, also wenn man versucht, ein Christ zu sein, so gut es geht, das zu befolgen, sollte man jetzt auch keine heiligen Bilder irgendwie anbeten. Absolut, absolut, alles weg tun. Es geht nur um Gott, dass du nur eine Beziehung hast zu Gott und keine Bilder, keine Statuen und so weiter, die musst du alles beiseite schaffen. Wie sieht es mit Kreuzen aus, die man um den Hals trägt? Das ist doch so gesehen auch eine Art Kürzendienere. Nein, 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 du kannst das machen, es ist dir überlasten. Also das Kreuz um den Hals hat eigentlich damit nichts zu tun, ob du Christ bist oder nicht, also es zeigt schon, welchen Weg du gehst, aber man sollte es jetzt ja nicht sagen, so, ja, du verstehst dich ja, man sollte es nicht mit Jesus in Einklang bringen, also sagen wir mal, ich trage jetzt das. Also ich habe... Nicht dein Äußeres, wenn du ein T-Shirt trägst mit Kreuz, das nützt dir nichts, das schadet dir auch nichts, wie du schon selber gesagt hast. Ja, das kannst du auch sein lassen. Es ist aber nicht unwichtig, dass du wahrhaftig Buße getan hast und deine Sünden vor dem Herrn Jesus gebracht hast im Gebet und dich selbst verleugnet hast und dich selbst vor Jesus Christus bereut hast. Dein ganzes, altes, schundiges Schindluderleben vor dem Herrn Jesus bereut hast, das ist wichtig, dass du Buße tust und deinen toten Werken umkehrst. Okay. Und pass auf mit dem Lesen des Alten Testaments, nicht, dass du durcheinander kommst. Wenn du Probleme hast erstmal mit dem Alten Testament, bleib erstmal, was weiß ich, ein, zwei Jahre nur mit dem Neuen Testament, damit du nicht beim Werken wirst. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Nee, wie gesagt, ich muss jetzt auch hier weitermachen. Ich bedanke mich bei euch gerne und ich finde es echt toll, wie ihr heute arbeitet. Gott segne dich und deine Liebsten. Euch ebenso. Ciao. Danke. Ciao. Kadir. Hallo. Gott segne sich und deine Familie. Ja, guten Tag, hallo, hören Sie mich? Du kannst dich duzen. Dann segne dich auch zurück. Aber ich habe jetzt eine... Okay, ich duze sie. Und zwar, ich möchte von Ihnen gerne mal wissen, ja? Okay, ich duze sie. Und dann macht er wieder sie. Weil morgen ist Pferderinnen. Ja, ich wollte fragen, ob Sie sich einmal bitte die Zähne putzen können, weil morgen ist Pferderinnen. Weil Sie mit Ihrem Pferdegebiss ständig gegen Islam reden. Das finde ich überhaupt nicht gut von Ihnen. Ja, dann musst du das aushalten. Lassen Sie das bitte sagen. Selbst mit Pferdegebiss, selbst mit dies und selbst mit das musst du das aushalten, dass sich Allahs Religion auf dem Boden eine Tatsache geholt hat. Guck mal, Kadi, ich möchte bitte, dass du deine Zähne putzt. Guck mal, Kadi, und du sollst das bitte unterlassen. Ja, ständig zu hetzen. Lass es bitte sein. Ja, können Sie das bitte sein lassen? Ja. Kani, lass es die Hetzerei sein. Ansonsten, wuuh. Warte, ich muss wieder das Lied anmachen, warte. Warte. Ich finde es auch nicht gut, Kadi. Warte, der bekommt dir sein Lied, warte. Aber der hört einfach nicht auf mich. Der sagt, Hetzerei ist so ein Spaß, der hat einfach Spaß daran. Ja, aber die sagten es ja die, dass Jesus, ich glaube nicht, dass der, ich weiß nicht, wie du mal sagst, zu dir kam und in dein Ohr geflüstert hast, komm, lass alle Menschen dich hassen und hältst mal ein paar Leute auf dich auf und mach hier so ein Rambazamba, Hauptsache es läuft bei dir. Also das ist schon eine Nummer zu hoch, oder? why you always lying, why you always lying, why you always lying, man? Hör doch auf, endlich immer so viel zu lügen gegenüber mir. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Was ist das denn, für die? Why you always lying, why you always lying? Danke, ihr Lieben, für die eine Million Likes. Wahnsinn. Da sagt er zu mir Pferdegebiss, guck dir das mal an, das sagt. Das ist neidisch. Ja, das ist neidisch. Das ist neidisch. Aber auch für ihn muss man auch beten, ne? Ja. Aber rückwärts, Salto. Aber rückwärts, also Leona. Danke. Kanada. Kanada. Trabzonlu. 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 Wie geht's? Gut dir? Leila, danke. Ja, dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Kanada, die Jesus. Dankeschön. Gut. Wie heißt du, damit ich dich ansprechen kann? Der Doktor steht, Abu Amir. Danke, Lula. Ja. Okay, ich wollte dich fragen, was dich dazu überzeugt hat, den Christentum anzunehmen? Jesus Christus, sein Leben hat mich überzeugt. Die Kreuzigung und Auferstehung ist das bestbezeugteste historische Ereignis, das wir aus der Antike kennen. Die Geschichte, die wirklich bestbezeugt ist und die Gott macht, keine halben Sachen. Deswegen habe ich mich entschieden, dem wahrhaftigen Gott und dem ewigen Leben meine Seele anzuvertrauen. Amen. Und darf ich noch nur fragen, warum du den Islam so extrem schlecht redest? Ist es nicht eigentlich so, dass man jede Religion respektieren sollte? Ja, wenn das so ist, warum respektiert dann Allah nicht irgendeine Religion? Aber wo steht das denn? In Suche 8, Vers 55, Suche 9, Vers 28, Suche 9, Vers 29, Suche 9, Vers 123, Suche 8, Vers 39, Suche 5, Vers 51 und, und, und. Ich kann den ganzen Tag weitermachen. Okay, und was steht da? Also, was steht da an den Suchen? Ja, ich habe dir jetzt die Suchen gegeben, jetzt kannst du gleich selber schön nachschlagen, ein bisschen recherchieren und nicht irgendwie sich faul auf die Haut legen und sich von anderen so, ähm, diesen, diesen, diese, Nein, natürlich nicht. Immer das eigene Bild machen, aber, ich finde, ähm, du machst das, also du ziehst diese Religion ein bisschen ins Lächerliche. Ja, was hältst du denn von einem Gott, der zum Beispiel sagt, in Suche 6, Vers 101, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe? Also Allah ist es nicht möglich, ohne eine Gefährtin ein Kind zu zeugeln. Hast du schon mal von sowas gehört? Na, naja, aber, du wirst es nicht. Oder wirklich, ja, wie hieß denn der Schöneche? Ja, Bruder, keine Ahnung. Ja, Bruder, keine Ahnung, sehr verwirrt. Ich habe es nicht zu dir gesagt, ich habe es nicht zu dir gesagt. Ach so, okay. Egal. Okay, Gott segne dich, ich bete für dich, dass du auch eines Tages die Erkenntnis bekommst. Nee, Allahs Schienenbein kann niemandem recht leiten. Allah kann jedem recht leiten, aber dich auch. Nein, er ist nur ein Schienenbein, soll ich das zeigen? Er sagt, Allah ist ein Schienenbein. Gott möge dich recht leiten. Lady, ihr Lieben, er weiß nicht mal, dass Allah ein Schienenbein ist, ne? Wo steht das denn? In Sahih al-Bukhari, 7, 4, 3, 9. Ach so, in Bukhari, ja. Steht das da, ja? Ja. Okay. Aber auch im Koran, Sura 68, Vers 42. Was, warte, ich wollte dir was fragen. Ex, musst du mal eine Frage? Ja, Habibi. Hast du mal vor, oder hast du mal geplant, so eine Debattierunde zu machen mit anderen TikTokern, die Islam-Tiktokern oder so? Die können alle gerne hier bei mir reinkommen, ich rede mit jedem. Aber wo ist es live, so jetzt so, im Tisch von Angesicht zu Angesicht zum Beispiel? Ich habe auch eine Frage, Ex muss hin, oder eine Frage, du hattest ja mit NS-Islam, ja, wolltest du es ja mal ausmachen, warum, was ist da passiert zwischen euch? Ja, ich weiß ja, was das für ein Typ ist, ne? Ach so, du denkst, dass NS einfach mäßig, mäßig ein Betrüger, das denkst du? Ja, nicht nur denke ich, er zeigt es ja auch, ich denke das nicht nur so. Ach so, ja, da muss man seine Meinung haben, ne? Halte Stunde. Also, er hatte das nicht bewiegen, hat er nicht bewiegen, was für einen teuflischen Geist er hat? Also, ich gucke, ich höre dir mal zu. Warum muss man sich, ich warte mal, warum muss man sich treffen, wenn er selber hier reinkommen kann? Verstehe ich? einfach mal so ein Angesicht zu Angesicht. Was ist denn der Unterschied zwischen Angesicht zu Angesicht oder Angesicht zu Angesicht? Wir sehen uns doch. Das ist einfach was ganz anderes, wenn du mit einem Menschen persönlich bist. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ja, weil ihr dann länger gehen könntet, eventuell. So über... Nein, das ist nur eine faule Ausrede. Ich habe den letzten Mal nur gefragt. Da kann der Akku leer geben, weißt du? Ich habe den letzten Mal, der kann Akku-Ladegeräte machen, das ist billiger Ausrede. Ich habe den nur nach einem Hadith gezeigt, der wollte sich mit mir treffen und auch noch trainieren gehen und das hast du nicht gesehen. Das ist krank. Ex-Muslim, was wirst du eigentlich für einen Landsmann? Ich bin Iraner, bin ich. Iraner? Kannst du Iran sprechen? Ja, bestimmt nicht. Nein. Gar nicht? Nein. Okay. Einfach diese, was mich persönlich stört, ich habe auch, ich habe dein Live zum letzten Mal auch gesehen. Ja, die Sache, die mich einfach stört, ist zum Beispiel ich, ich rede jetzt von meiner Perspektive, ich rede den Christentum nicht schlecht. Also, ich mache mich weder lustig über eure Glaubensart oder halt über euren Gott. Ja, ich finde es genau lustig machen über den Herrn Jesus Christus, der nur wundervolle Sachen gesagt hat. Ja, aber guck mal, für dich, für dich ist er wundervoll, für mich ist er nicht wundervoll. Ich habe deswegen eine andere Redigung als du. Ja, aber der ist doch sinnlos. es ist wundervoll, Bruder. Israel ist wundervoll. Direkt wird er korrigiert von seinem Kollegen. Wir wissen ja gar nicht, wie er es meint im Sinne von Gott wundervoll. Gott ist wundervoll. Er meint ja in dem Sinne. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Also, er hat sich missverstoppen besser gesagt. Nein, einfach dieses, dieses, ich finde, dieser Respekt zu der anderen Religion fehlt. Ja, okay, was hältst du dann von Allah, wenn er zum Beispiel sagt in Sura 8, Vers 55, dass die Ungläubigen schlimmer sind als das Vieh? So Dreck. Nein, ich glaube, Allah, ihr habt gerade eure eigene Religion vernichtet. Das war es. Mehr ist das nicht. Was? Ihr habt gerade eure eigene Religion vernichtet, weil nach dem Kriterium, was ihr setzt, den Maßstab, warum beleidigst du, dann kannst du auch zu Allah sagen, Allah, warum beleidigst du die Juden und die Christen und alle Andersgläubigen als schlimmer als das Tier? Sind die schlimmer als Tiere bei dir, oder was? Obst du es nicht? Du weißt schon, dass es einen Unterschied macht zwischen Christen, also Christen und Juden und auch Nichtgläubigen, denn Ungläubigen sind Allah nennt sie in einem Atemzug Ungläubige. Wer sind denn die Ungläubigen? Sollen wir Allah fragen, wer die Ungläubigen sind? Christen sind Ungläubige. Sollen wir Allah fragen, wer die Ungläubigen sind? Hallo, Trafson, Trafson, sollen wir Allah fragen, sollen wir Allah fragen, wer die Ungläubigen sind? Egal, Ex-Muslim. Ja, du kannst Zuche 5 Vers 72 und Zuche 5 Vers 73 lesen. Ihr seid nicht bewandert, das ist das Problem. Was sind wir nicht? Ihr seid nicht bewandert in dem Thema. Ihr geht nur Shisha-Bar und Dönerladen, das ist das Problem. Warum hat er das? Er hat nicht recht, aber nur Shisha-Bar und Dönerladen. Ja, aber da muss man auch Experten sein, um zu wissen, welche hat die beste Shisha. Ja, die sind Experten in Shisha-Bar. Ja, leider. Die kümmern sich nicht um ihre Existenz, um ihre Ewigkeit. Das ist einfach, die lassen alles so laufen. Die Buddhisten genauso, die kümmern sich nicht um ihre Ewigkeit, ob der Buddhismus, in den sie hineingeboren sind, die Wahrheit ist, die Hindus, wenn du in einer atheistischen Familie hineingeboren wirst, du Atheist, die Leute kümmern sich nicht einfach um die Existenz, um ihre Dasein, warum sind die da, gibt es einen Gott, gibt es eine Ewigkeit nach dem Tod. Einfach geboren und gestorben. Was ist dann der Unterschied zwischen einem Tauben beziehungsweise einem Ochsen, der geboren wird und stirbt und sich nie Fragen stellt nach seiner Existenz? Was ist dann der Unterschied? Ja, mal ehrlich. Ist das nicht diese eine Frage, die uns von Tieren abhebt, woher kommen wir? Was ist der Sinn meines Lebens? Wohin gehe ich nach dem Tod? Ist das nicht genau das, was die Tiere sich nicht fragen? Das Grauenhaft, einfach nur Grauenhaft. Der menschliche Zustand ist einfach nur absurd. Geistiger Tod momentan in dieser Endzeit und je weiter wir fortschreiten in Richtung Ende, wird es schlimmer und schlimmer. Die Menschen werden immer schlimmer und schlimmer. Das Geistige stirbt und das Fleisch aber in den Menschen, das Fleischliche nimmt überhand. Nimmt überhand, ja. Das ist ja, wenn du dich heutzutage mit Menschen so ein bisschen geistig unterhältst, das ist unglaublich. Die sind einfach nur rein instinktiv gesteuerte Wesen. Haben doch nie in ihrem Leben ein Gedanke gefasst über die Existenz, über die Realität. Grauenhafte, geistige Zustände der Menschheit. Ja, die kommen immer wieder mit dem gleichen Argument. Das ist erst mal aufgefallen. Warum respektierst du nicht alle Religionen? Dabei haben sie nicht einmal den Koran gelesen, um zu erkennen, was Allah da den Juden und Christen und alle Andersgläubigen antut. Das ist so krank. Ja, das ist das eine. Außerdem, wieso soll man denn eine Ideologie respektieren? Wir respektieren die Menschen, den Menschen respektieren wir. Aber warum soll ich zum Beispiel den Nationalsozialismus als Ideologie respektieren? Nein, mache ich nicht. Ja, wenn ein Nazi jetzt kommen würde und sagen würde, hey, du sollst meine Ideologie respektieren. Du tust mir weh, wenn du das kritisierst, den Nationalsozialismus. Das ist dein Problem. Ja, dich als Menschen respektiere ich, aber nicht deine Ideologie. Deine Ideologie werde ich mit aller Härte offenlegen. Genauso wie mit Kommunismus. Ja, mit dem radikalen Sozialismus, dem Kommunismus. Genau dasselbe. Wenn ein Kommunist kommt und sagt, hey, was machst du da? Warum sagst du was Schlechtes gegen Kommunismus? Übrigens, Amir, hättest du in Stalin-Zeit, zum Beispiel Russland, Stalin, hättest du was gegen den Kommunismus gesagt? Hättest du das gewagt? Hätte der dich direkt kopfkürzer gemacht? Heftig. Genau diese diktatorischen Ideologien, die nur bei jeder Kritik sofort töten wollen. Und der Islam reiht sich weiter in dieser Ideologie ein. In diese totalitären Ideologien. Du siehst ja, dass Mohammed niemanden erlaubt hat, ihn auch nur in Frage zu stellen. Sofort muss er gekillt werden. Ja. Das sind halt diktatorische Züge. Diktatorische totalitäre Ideologien. Also wir haben Respekt und wir lieben die Muslime, aber wir haben keinen Respekt und wir lieben nicht den Islam. Wir lieben die Nationalsozialisten, die Menschen, aber wir hassen den Nationalsozialismus, weil das ist das Böse. Ja. Wir lieben die Kommunisten, die Linksradikalen, die Linken, aber wir hassen die linke Ideologie, den Kommunismus. Da trennen wir, da muss man trennen zwischen Mensch und seiner Ideologie. Das müssen Menschen begreifen, dass es einen Unterschied gibt. So wie der Herr Jesus auch. Gott unterscheidet zwischen Sünder und Sünde. Den Menschen, den Sünder liebt der Herr Jesus, der will ihn retten, aber er hasst seine Sünden. Ja. Der Herr Jesus liebt den Menschen, den Mörder. Der liebt den Mörder, aber er hasst seinen Morden, den Mord. Die Sünde hasst der Herr, das Böse. Er macht also einen Unterschied zwischen dem Sünder und der Sünde. Ja. Weil eben die Menschen jetzt unter der Gnade stehen, falls sie sich bekehren. Im alten Bund, da war es, dass der Sünder und die Sünde beide gehasst wurden vom Herrn. Ja. Weil die Menschheit eben nicht unter der Gnade stand damals. Da siehst du, zum Beispiel, dass Leute wie bei Zeiten von Lot in Sodom und Gomorra eben eingeäschert wurden. Da gab es keine Gnade. Hättest du in Israel damals das Gebot zum Beispiel Sabbat nicht gehalten, hättest du am Sabbat irgendwas getan, eine Arbeit verrichtet. Da gab es keine Gnade. Da gab es sofort Todesstrafe durch Steinigung. Hättest du zum Beispiel mit der Verlobten oder mit der verheirateten Frau eines Mannes also so versteckte Ehebruch über Gang Sex sofort Steinigung, Todesstrafe. Da gab es keine Gnade. Hättest du auch geschrien, bitter ab Gnade. Nein, nichts da. Wer das Gesetz Mose verwirft, muss sterben. Wer ist denn da? Topol. Topol heißt ja so dicklicher. Hallo Jungs, hallo, hallo. Hallo, grüß dich, Topol. Hallo, mein Lieber. Ich finde, von Ex-Moslem auf jeden Fall ich finde deine Richtung gut, dass du Ex-Moslem geworden bist, aber Bruder, wenn ich ehrlich bin, ich finde auch andere Religionen nicht die wahre Religion. Du hast schon alles richtig gemacht, aber du bist von der eine raus eingeschossen. Dein Internet schrecklich. Dein Internet ist bisschen nicht gut. Ja, jetzt wieder ein bisschen besser. Nee, ist schrecklich. Aber jetzt wieder raus. Hol den nochmal rein, Amir. Ja, mach ich jetzt durch. Weil der hat, der wollte auch sagen, dass auch zum Beispiel das Christentum auch nicht so toll ist, dass das, ja, da ist er wieder. Bin ich wieder da? Ja, ja, ich habe zu Ex-Moslem gesagt, ich habe gesagt, Respekt, dass du verstanden hast, dass Islam halt nicht das Wahre ist, aber wenn ich ehrlich bin, ich finde, alle Religionen sind nicht von Gott gekommen. Das sind menschengemachte Religionen. Damals, finde ich, gab es keine Gesetze, gab es keine Polizei, gab es kein Richter und Gericht und da kamen so die klugeren Menschen und haben einfach, sage ich mal, so wie man Kinder Angst macht, ah, mach das nicht, sonst kommt dein Onkel oder dein Papa bestraft dich, das haben die so einen Gott uns erschaffen. Da haben die gesagt, wenn du das und das machst, dann wirst du belobt und wenn du dich und jenisch machst, dann landest du in Hölle. Ja. Ich finde das auch gut, du hast recht, Ex-Moslem, wenn man jetzt Jesus mit Mohamed vergleichen will, dann war Jesus viel gnadiger, lieber Mensch, das stimmt alles, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er von Gott gekommen ist oder ich höre das auch oft, dass viele in Christentum sagen, er ist der Gott. Wenn er der Gott ist, warum lässt er so viel Böse passieren? Seit tausende Jahre sterben doch Menschen ungerecht, so viel Ungerechtigkeit, weißt du, was ich meine? Warum unternehmt er nicht? Der Gott ist doch allmächtig. Willst du darauf antworten? Ja. Ich kann nicht darauf antworten. Du hast natürlich jetzt viele Sachen hineingeworfen, müssen alles ja genau, ich wusste selber nicht, wie ich so reinsteigen soll, es sind so tausend Sachen, die in meinem Kopf gleichzeitig, du hast recht. Ja, Geh mal auf das erste Zurück, was du meintest, ähm, dass es, wenn es einen Gott gibt, da damals, also dass alle Religionen von Menschen in Hand gemacht sind. Jetzt muss ich dich fragen, glaubst du, dass es einen Gott gibt oder bist ein Atheist? Nein, guck mal, ich glaube, dass das, gut, lass uns das als Gott bezeichnen, aber ich sehe den Gott nicht so einen Gott, wie es in Religion, ich bin kein Atheist, ich glaube an einen Erschaffer, an eine Energie, okay, sehr gut, an etwas, was die Erde zu erschaffen gebracht hat, okay, aber ich kann mir nicht vollkommen, wenn ich sage, Gott ist allmächtig, ist das Beste, ist das Fehlerloseste, ne, dann, dann sehe ich den Gott nicht, dass er in Büchern schreibt, dass er zu seinen Abgesandten sagt, wenn du jemanden bekriegst und den, ich sage, ich gehe mal jetzt auf Islam zurück, okay, wenn du jemanden eroberst, seine Frau gehört dir, ich glaube nicht, dass Gott so ein kleines Gehirn hat, dass er überhaupt sowas in sein heiliges Buch erwähnt. Gut, natürlich muss man es unterscheiden, wenn es damals Kriege gab und die Männer wurden jetzt getötet, zum Beispiel, wenn Gott Israel geschützt hat vor den anderen Völkern, die Israel angegriffen haben immer, dann hat Gott natürlich auch mit den Völkern ins Gericht gegangen und hat auch Israel benutzt, um diese Völker zu bestrafen und da kamen natürlich sehr viele Männer um. Was macht man dann mit den Frauen? Ja, die Frauen müssen ja trotzdem noch irgendwie weiterleben. Das heißt, die Frauen dann verheiraten mit den Israeliten. Ja, gut, aber da braucht man kein Gotteswort, da wussten schon die Männer selber oder die Familien, dass man die Frauen nehmen kann. Aber ich meinte das jetzt nicht. Ich meine, es steht ja, zum Beispiel, wenn die diese Dschihad gemacht haben, die haben ja zum Beispiel Iran ja auch eingegriffen, damalige Persien. und die Frauen, die quasi wie Geisel genommen haben, die haben die quasi vergewaltigt und Kinder kamen ja raus. Und laut Islam ist das ja halal. Die haben Sabab gemacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mehr so erbärmig ist und sagt, hier bekriegt die Menschen, die ich selber erschaffen habe, aber weil die jetzt nicht Muslime geworden sind und tötet deren Männer und die Frauen von denen gehören euch oder deren Kinder. Da hast du recht. Das meine ich. Ja, das ist falsch. Aber zum Beispiel, ein Beispiel, wenn Gott die Deutschen während dem Nationalsozialismus bestraft hat mit Weltkrieg und sie alle umgekommen oder viele umgekommen sind, dann hat das einen Sinn. Warum? Weil die Deutschen damals einen bösen Mann namens Adolf Hitler an die Macht gewählt haben. Ja, ich will gar nicht so nah in den letzten 100 Jahren zum Beispiel sprechen. Ich meine ja über die allgemeine Theorie der Religion und Menschheit. Nicht in einzelnen Details. Ich nehme es immer so an. Wenn ich jetzt Gott wäre, fangen wir mal so an. Gehen wir mal ein Stück zurück, vielleicht versteht ihr mich besser. Man sagt ja, wir sind durch Adam und Eva entstanden, die waren im Paradies, durch einen Feder, der Eva diese Apfel gegessen hat, sind wir ja hier in die Erde gekommen. Wir sind immer auf der Erde, nur der Paradies hat sich zurückgezogen. Zurückgezogen, genau. Gott hat das Paradies weggenommen. Genau, ganz genau. Dann kommt als erste Frage für mich die Frage, ist Gott erbarmherzig und lieb, nett, verzeihlich oder ist er nicht. Wenn er das ist, warum hat er nicht diese eine Fehler verziehen, weil, stell dir mal jetzt so vor, ich mach es mal einfacher, da kam ja der Teufel und ist ja in der Haut quasi, der Teufel hat ja einfach verarscht. Genau, Schlange, hat er sich in eine Schlange hineinbegeben. Genau, ich mach es mal einfacher, jetzt stell dir mal vor, du stehst irgendwo am Ampel und ich fahr dir mit meinem Auto dir rein. Dann kommt Polizei und bestraft mich. Er sagt, mal aufgepasst, dass er dir nicht reinfährt. Weißt du, wie ich das meine? Die Polizei kommt und bestraft dich, weil du das Gesetz übertreten hast. Nein, nein, ich meine umgekehrt. Guck mal, das hört sich für mich anders an. Stell vor, du stehst an einer Ampel, jemand fährt dir rein. Wer ist schuld? Ja, der, der in mich reingefahren ist. Bravo. In dem Fall ist der Teufel schuld. Der Teufel hat sich als Schlange gemacht und hat den Eva verarscht reingelegt. Eva musste nicht unbedingt darauf hören. Eva konnte auch sagen ja. Ja, natürlich, aber mein Gott hat mir gesagt, ich darf nicht davon essen. Wie ein kleines Kind. Zum Beispiel gibt es Kinder, die höre nicht auf ihre Eltern, auch wenn die Eltern sagen, sprich nicht mit einem Fremden, das ist gefährlich. Hast du vollkommen recht. Genau darauf wollte ich auch hinaus kommen. Ich weiß nicht, ob du selber Kinder hast oder Geschwistern. Ich sage mal so, jetzt macht deine Schwester oder Bruder oder dein Sohn einen Fehler oder deine Tochter. Bestrafst du den Leben lang? Ich darf ja einen anderen Sünder nicht bestrafen, weil ich ja selber sündige. Nein, ich will sagen, wenn Menschen bestrafen würde. Nein, ich will was anderes sagen. Wenn Gott so erbarmherzig ist, wie es in Religionen gesagt wird, dann hätte Gott viel einfacher machen können. Er hätte doch gegen Satan gekämpft, gegen Teufel. Er hätte ihn vernichten müssen und ein einziges Mal den Elfer verzeihen und den Paradies weiterhin laufen lassen. Es sind mehrere Tausend Jahre so viele Menschen gestorben. Nein, wir müssen jetzt bei dem Case bleiben, bei dem Fall, bei Adam und Elfer, damit wir wirklich jetzt ein Thema durcharbeiten. Wenn Gott die Gesetzesübertretungen einfach so vergeben würde, dann wäre er nicht ein gerechter Richter. Ein Beispiel, jemand ist in dein Auto reingefahren, er hat deine Vorfahrt genommen und ist in dein Auto reingefahren, dein Auto ist total Schaden und du hast aber dein Leben lang geschuftet, dieses Auto zu kaufen. Du hast einen Riesenschaden und der Schuldige sagt zum Richter, bitte sei mir gnädig, du bist ein gnädiger Richter, lass mich bitte gehen, dieses einmal habe ich das gemacht, diese Schaden herbeigeführt, aber sonst war ich perfekt im Auto, im Straßenverkehr jetzt von Religionssicht ausspreche ich, Gott ist ja der Allmächtige, er wusste ja, man sagt ja, ohne Gottes Wille fällt nichtmals ein Blatt von dem Baum runter, genau, dann ist das ja alles Gottes Wille, natürlich ist das Gottes Wille, warum, warum hat der Herr zum Beispiel dem Satan nicht verboten in den Garten zu kommen, um Adam und Eva zu verführen, Gott hat das ja erlaubt, erstens, weil der Engel, der Satan hat einen freien Willen und Gott nimmt ihn nicht den freien Willen und geht dazwischen und Adam und Eva hatten einen freien Willen das heißt, Gott geht nicht dazwischen, der erlaubt das, der erlaubt das, diese Prüfung, dass Gott, dass der Satan kommt, die Verführung tut, Adam und Eva selber auch durch ihr Unglaube beziehungsweise durch ihr Rebellion dieses Gebot übertreten, damit die sehen, dass Gott ihnen etwas Gutes gegeben hat vorher, aber die haben das nicht wert geschätzt. Erst im Nachhinein ist der Mensch dann in der Lage, wenn er einen Fehler gemacht hat, dass er darüber reflektiert und denkt, das war ein Fehler, das hätte ich nicht machen dürfen. Aber das geschieht immer hinterher, dass der Mensch lernt. Nicht vorher. Und Gott hat das erlaubt, dass Adam und Eva durch diese schlimme Sache durchgegangen sind, aber die haben dann erkannt, dass dieser Fehler eben nicht sein hätte brauchen, sondern sie hätten das auch so perfekt haben können im Paradies ohne diesen Fehler. Aber jetzt haben sie natürlich ein neues Bewusstsein bekommen und wissen für die Zukunft, was es bedeutet, Gottes Gebote zu brechen, was man verlieren kann, nämlich das Paradies. Diese Erkenntnisse hatten die ja nie gehabt. Ein Kind, das auf der Herdplatte fasst, was heiß ist, er kann er nicht lernen, wenn er nicht auf diese Herdplatte fasst, was Schmerz bedeutet. Er kann nur lernen aus Fehlern, wenn er Gesetze übertritt, wenn der Vater sagt, fasst nicht auf die Herdplatte, wenn es heiß ist. Und das Kind will aber eigene Erfahrungen sammeln und sagt, ja, das, was mein Vater sagt, das ist mir egal, das ist seine Sache. Ich will das selber wissen, was das ist. Und fasst auf die Herdplatte und verbrennt sich. Und dann weiß es, oh, was ist Schmerz. Das heißt, der Vater hatte Recht, der wollte nicht bewahren vor dem Schmerz. Du hast Recht, wenn wir das in so einem Familienvater betrachten. Aber wir sprechen ja hier über Milliarden Menschen, die durch einen Fehler von einer Person zu verheerenden Katastrophen gelandet sind. Weißt du, wie ich das meine? Deswegen erlaubt Gott ja auch diese Entwicklung, damit der Mensch sieht, was passiert, wenn die Sünde von Vater auf das Kind übertragen wird und dann sich das total verselbstständigt auf der Welt. Wenn alle Menschen voller Sünde sind und was sie sich gegenseitig antun. Gott lässt das tun, wir sehen, was die verheerende Ausmaße der Sünde im Garten Eben bedeutet, was es bedeutet, die Sünde. Ja, die Konsequenz müssen die Menschen tragen. Wenn der Herr zum Beispiel sagt, du sollst nicht lügen und du lügst trotzdem, um einen Vorteil zu erschaffen auf dieser Welt, dann hat das nicht Gott gewollt, dass du das tust. Gott hat es nicht gewollt, aber ich sage mal so, wenn ich jetzt Gott wäre, nehmen wir mal so an, vielleicht kann ich mich so besser ausdrücken, wenn ich jetzt Gott wäre, sagen wir mal, ich würde Menschheit erschaffen wollen, dass die alle glücklich leben, bis Unendlichkeit, dann würde ich, guck mal, das wäre so, wenn ich ein Auto produziere, dann kann ich machen, ob er Airbags hat, oder nicht hat, ob er Abstand Sensor hat, oder nicht hat, ich bin ja quasi der Gott in dem Moment für den Wagen und der Gott für uns, der uns erschaffen hat, er kann ja, er könnte ja quasi uns heller frei gebären, so er hat uns ja perfekt erschaffen, so sieht es aus, ja, ja, perfekt hat er uns erschaffen, aber angreifbar hat er uns dann erschaffen, ja, aber der freie Wille ist nur einfach, das mit der Frau, du kannst doch nicht eine Frau zwingen, ne, eine Frau hat einen freien Willen, wenn eine Frau dich will, freiwillig, dass sie sich in dich verliebt, dass sie dich liebt, dann hast du eben das korrekt gemacht, aber wenn du eine Frau zwingst, durch Gewalt bei dir zu bleiben, das hat keinen Wert, richtig? Natürlich hat das keinen Wert. hat nur einen Wert, wenn sie freiwillig wäre, wenn sie sich auch gegen dich entscheiden könnte, und so hat Gott Adam und Eva eben den freien Willen gegeben, damit sie sich auch gegen Gott entscheiden könnten, und sie haben es getan, sonst hätte er Roboter erschafft, die nur das Gute tun können, das geht nicht, ein liebender Gott, der lässt eben Freiheit für seine Willen. Wenn du das die ganze Zeit berücksichtigt, mit dem freien Willen, aus Liebe heraus, dass man eine Entscheidung dafür treffen muss, dann hast du alles verstanden. Wenn du das nicht berücksichtigt, wirst du immer wieder auf diese Falle tappen, und du kommst nicht weiter. Ich weiß, was ihr sagen sollt, aber ich will nicht , weil ich will auch nicht . Das ist auch für ich will damit sagen, guck mal, wenn ich ehrlich bin, also ich habe großen Respekt für Christentum, nicht falsch verstellen, aber ich habe jetzt nicht so viel Ahnung darüber, dass ich damit sprechen kann. Aber ich habe zum Beispiel im Islam kenne ich mich aus, die sagen auf eine Art Gott hat, das ist das letzte gegebene Religion von Gott und der vollständigste Religion. Da kommt schon der Fehler raus, wenn Gott perfekt ist und fehlerfrei ist und allmächtig ist, warum hat er überhaupt so viele, warum hat er sich so geabredet? Das ist Allah, der Gott des Islams, der einfach 124.000 Gesandte setzt mit ihm Bücher, alle seine Bücher gehen verloren, alle haben die Möglichkeit das zu verfälschen und dann wartet er 600 Jahre und bringt Mohammed auf einmal und sagt jetzt habe ich laut Islam sagen wir das ist das letzte Religion und dann ich sage mal so es wurde ja bewiesen also Menschen seit die zivilisiert sind seit die Geschichten geschrieben haben gibt es ja bestimmt 5000 6000 Jahre Menschen sogar manchmal also manche Stellen sagen die sogar über 7000 Jahren warum ist Gott erst nach 5600 Jahren erst eingefallen diese perfekte Religion rauszugeben ja das macht ja keinen Sinn genau du würdest schon sagen Gott ist perfekt und wenn er uns sein Wort gibt dann ist sein Wort vollkommen du kannst ja nicht Vollkommenheit übertreffen du kannst ja nicht über Vollkommen machen das geht ja nicht wenn etwas vollkommen ist dann braucht es ja kein Update Update ist nur für etwas was sich in Entwicklung befindet und noch nicht vollkommen ist es macht Update einen Sinn aber nicht etwas Vollkommenes was Gott uns gegeben hat sein Wort die Bibel dann nochmal zu übertünschen übertreffen das macht keinen Sinn genau richtig hast du es gesagt ja entweder muss man und es endet mit der Bibel genau und also jetzt verstehe mich aber nicht falsch die die Christen sind sagen es ist nur Bibel der Heilige Muslime sagen nein es ist nur der Koran der Heilige und die Juden sagen nein und die sagen nein das ist der Heilige weißt du was ich meine Armin kannst du mal Jesaja 9 Vers 5 aus Tora lesen damit der gute Mantopol versteht was die jüdische Tora ist lass uns mal ein Vers aus der Tora lesen aus dem jüdischen Tora alte Testament damit du verstehst dass das Wort Gottes keine Zeit unterworfen ist sondern ewig das gleiche das gleiche sagt ob im Neuen Testament oder im Alten Testament Tora ist immer dasselbe aber ihr liest jetzt gleich ein Vers vor aus dem Tora Jesaja 9 Vers 5 ich zitiere denn ein Kind ist uns geboren ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber starker Gott ewig Vater Friedefürst die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit hast du gehört das war Tora Tora sagt dass ein Sohn wird uns gegeben ein Kind wird uns geboren aber dieses Kind ist der starke Gott Ewig Vater Also quasi in Christentum sagen die das ist quasi Jesus der Gott Ja aber du hast gerade selber gehört das ist Tora Judentum Im Judentum steht dass Jesus Christus der Sohn Gott selber ist Nicht wir Christen sagen das Jetzt fragst du dich wahrscheinlich ja wenn das so ist warum kommen die Juden dann nicht zu Jesus Christus Richtig wenn das so steht Ja weil die Juden genauso ignorant sind wie alle anderen Menschen auf der Erde die haben keinen Bock auf die Wahrheit so wie die 99,99% der Weltbevölkerung keine Lust hat auf die Wahrheit Okay ich sag mal so jetzt laut dem Christentum was musste man machen machen damit die Menschen wieder in Frieden leben es muss doch irgendwann mal ein Ende geben diese ganze Ungerechtigkeit diese ganze Kriege diese ganze Tötereien irgendwann mal muss es doch enden es wird gehen die erst mal durch die Menschheit durch die Hölle auf Erden und dann kommt der Herr Jesus zurück und beendet das ganze hoffentlich hoffentlich erleben wir das noch ja ich hoffe dass du auch dabei bist dass du durch den Herrn Jesus dich retten lässt dass du nicht unter den Leuten kommst ich habe großer Respekt für jeden auch Muslime wenn die Muslime sind Christen aber ich bin dir ehrlich ich ich glaube an keine Religion ich glaube an Gott es gibt 100% ein Gott aber nicht in der Form es gibt eine Erschaffer ja ob es jetzt ob man denn jetzt Energie nennen will oder Gott nehmen will oder Allah oder halt auf jede Sprache gibt es ja ein Gottes Name ja ich sag an den du glaubst du glaubst nicht dass alles durch Zufall entstanden ist sondern wirklich ein Erschaffer ein intelligenter Designer hat alles du siehst so wie intelligent alles ist was erschaffen ist wie kompliziert unglaublich intelligent und durch Tracht wiederum fängt an wiederum fängt mein Gehirn an dann denke ich mir so warte mal denk mal ein bisschen es gibt es ja so viele Sonnensysteme kennt ihr euch mit Sonnensystemen aus ja ein wenig wir haben ja wir haben ja wir sind ja in einem Sonnensystem also unsere Sonne und die Erde und halt Mars Lepton Poloton das ganze dreht sich ja um den Sonnensystem von diesem Sonnensystem was wir haben gibt es Millionen Milliarden und seeligen genau und davon die gehen ja immer man sagt ja in so ein schwarzer Loch und bis dahin gibt es wie du sagst Milliarden weitere ja ja Gott hat das ganze Universum Universum erschaffen weil wenn du jetzt die ganze Universum dir jetzt anschaust ne und dann unsere Erde in Betracht nimmst dann sind wir ein Sandkorn ja so wie wenn wir am Strand wären wenn wir ist unsere Erde ein Sandkorn davor ja warum hat Gott so viel erschaffen um den Sandkorn Menschen da drin zu erschaffen weil Gott zeigt uns seine Allmacht und seine Majestät durch diesen Raum ja aber die Allmacht ist ja jetzt erst erfinden worden also ich sage mal so die Menschen die vor tausend Jahren gelebt haben haben ja gar nicht seine Macht sehen können weil jetzt haben die Menschen ich war vier Jahre alt ich war vier Jahre in Iran in Kerman ja da habe ich den Himmel angeschaut nachts beim Schlafen ja zum ersten Mal war ich in Kerman und dann habe ich eben da draußen geschlafen auf Hof und habe dann den Himmel betrachtet und da siehst du unglaubliche Sternenbild weil alles du siehst Milliarden Sterne auf 1 Quadratzentimeter genau der Himmel ist unglaublich und das habe ich gesehen und ich war so geschockt und so perplex und so überwältigt dass ich als vierjähriges Kind gesagt habe Gott du musst ja unglaublich sein der du das alles erschaffen hast richtig bis hier ich hatte keine Ahnung von Astronomie ich habe nur gesehen dass das etwas sehr Brutales ist da oben genau das sieht mächtig aus okay aber bis zu dem nächsten Sonnensystem mit Lichtgeschwindigkeit sind wir ich glaube 60 Jahre 65 Jahre unterwegs er brauchte doch dann gar nicht wenn hart genommen jetzt warum er hatte bis dahin so weit die Universum verbreitet die Menschen kommen sowieso nicht dorthin ja also zumindest heutige Menschen mit jetziger Technik mit jetziger Technologie die Menschen haben können ja nicht so weit kommen warum wollte er seine Macht quasi die Menschen die genau jetzt hast du die Frage selber beantwortet er hat das gemacht damit er demonstriert uns wie groß er ist und wie klein wir sind damit wir uns ich habe dich schon verstanden aber die Demonstration können wir ja gar nicht sehen ich habe es ja gesagt mit vier Jahren habe ich erst gesehen dass dieser Himmel da draußen etwas Unglaubliches ist ja ja hast du recht aber dieser Himmel die du gesehen hast ist zum Beispiel 40.000 Kilometer ja aber diese andere Sonnensysteme hat mir schon gereicht genau das meine ich doch das hätte doch gereicht warum hatte Lichtgeschwind Licht Lichtjahren weiter noch weiteres gebaut um dem Kind Resa zu zeigen ich bin noch größer als du denkst als du dir vorstellen kannst ich bin noch mal größer als deine Vorstellung Amen sehr gut ja ich muss mal was damit du Ehrfurcht hast vor diesem großen Gott Ja Schabt Dishon Fischten No Pob Ehrfurcht Ma Kose Of Paz Ehrfurcht Enقد بزرگ Deroz Gerde ولی Fahyde Nedare Khe Wakt Khe Ansanha Dost Dishon Be Aonja Nemier Sied To Alhans Fikhr Khen Adem Haie Khe 500 Sali Pieş Be Dunia Aumden Aastron 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 Lugy Wujud Nedaste Nes Khe Yema Chiz Diga Yast Hemen Khafie Bude Diga Ha Hemen Khe Be Khe Khe Buk Bude Bude Aastron Niga Khe Guft Bude Bude Aajab Khuda Yer Bude Ain Heme Settar Sخت Diga Lazim Nabud Dishon 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 Yer Zonen Sistem Diga Dishon Dishon Fivos Damit Wir Seine Majestät Erleben Dass Er So Groß Ist Lieber Tor Du Musst Bisschen Über Deine Vorstellung Hinaus Denken Er Zeigt Uns Wie Groß Er Ist Und Wie Klein Wir Sind Deswegen Hat Er Demonstriert Seine Allmacht Wenn Der Himmel Bei 40 Kilometer Aufhören Würde Dann Würde Ich Die Recht Geben Das ist Ein Mickriger Gott Der Kann Nur 40 Kilometer Erschaffen Den Brauche Ich Nicht Anzubeten Das ist So ein Halb Da kann Ich Mich Selber Anbeten Weil Ich Mache Auch Selber 40 Quadratmeter Wohnung Oder 400 Quadratmeter Wohnung Da brauche Ich Nicht Ein 10 Quadratmeter Wohnung Größer Als Meine Wohnung Ja Toll Aber Wenn Er Sowas Schafft Dann Kann Ich Mich Nicht Mehr Mit ihm Messen Dann Muss Ich Erfurcht haben Respekt Und Deswegen Hat Er Das gemacht Um Seine Unglaubliche Allmacht Und Weitsicht Zu Beweisen Und Vor allen Dingen Er hat Das Alles Gemacht Nur Für Uns Damit Er Seine Liebe Beweist Für Uns Was Er Schafft Damit Wir Ihn Sehen Und Verherrlichen Das Ist Für Uns Hat Er Das Alles Gemacht Wofür Hat Er Die Tier Welt Gemacht Wofür Hat Er Die Bäume Gemacht Wofür Für Die Salamander Nein Aber Guck mal Da Kommen Wieder Fragen Zum Beispiel Für Mich Auch Es Macht Spaß Mit Euch Zu Reden Deshalb Stelle Ich Auch Die Fragen Mensch Hat Fehler Gemacht Ich Kann Mich Noch Erinnern Es Wird Immer In Bücher Gezeigt Zum Beispiel Wie Paradies Aussieht Da Das Heißt Ja Dann Es Wird Paradies So Gezeigt Dass Löwe Zum Beispiel Mit Sein Mit 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 Eine Reh Zusammen Lebt Und Er Frisst Den Nicht Auf Genau Sehr Gut So War Der Zustand Perfekt Richtig Okay Wir Menschen Haben Fehler Gemacht Okay Warum Mussten Die Tieren Leiden Weil Der Gott Die Tiere Für Uns Erschaffen Hat Also Die Gesamte Schöpfung Kam Unter Dem Fluch Verstehst Ich kann Ja Nicht Perfekt Lassen Aber Uns Dann Halt Aus einer Perfekten Tier Welt Unperfekte Menschen In Perfekte Tier Welt Lassen Nein Alles Musste Verändert Werden Unter dem Fluch Gottes Die Blumen Müssten Plötzlich Dornen Haben Damit Man sich Verletzt Ja Aber Du hast Gerade Anfang Unsere Gespräche gesagt Man hat Fehler gemacht Macht Uns Für die Tierwelt Und Für die Pflanzenwelt Also Wenn seine Lieblingsschöpfung Seine höchste Schöpfung Die Menschheit Fällt In Sünde Also In Fluch Fällt Dann wird Gott Alles Was Er 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 Schaffen Hat Für den Menschen Auch Umkehren In Fluch Ja Genau Weil er Den Menschen An Erste Stelle Setzt Weil er Den Menschen Sehr Liebt Deswegen Hat er Tiere Freigegeben Zum Essen Er Hat Ja Nicht Menschen Freigegeben Für die Tiere Menschen Essen Nein Also Im Paradies Quasi Haben auch Menschen Tiere Gegessen Nein Der Tod Gibt es Nicht Im Paradies Das Tiere Essen Kam Erst Nachdem Wir Raus Gefallen Sind Aus Paradies Da Kam Der Tod Schon In Die Schöpfung Rein Vorher Gab Es Kein Tod Ada Und Eva Waren Für Die Ewigkeit erschaffen Der Tod Kam In die Schöpfung Weil Gesetzes Übertreten Wurde Durch den Bis in den Apfel Kam Der Erste Gesetzes Übertretung Und Der Lohnt Also Die Strafe Für die Sünde Ist Der Tod Das Adem Und Eva Haben Ihre Unsterblichkeit Verloren Es Kam Die Todes Strafe In Die Menschheit Dass Der Mensch Ab Diesem Zeitpunkt Sterben Muss Und Nicht Ewig Leben Darf Deswegen Stirbst Du Oder Amir Oder Ich Das Weil Wir 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 Bei Der Auf Erstehung Ja Genau Es Gibt Eine Auf Erstehung Und Dann Muss Jeder Mensch Rechenschaft Ablegen Was Er In Seinem Leben Getan Hat Und Da Wird Keiner Bestehen Können Die werden Alle Verloren Gehen Falls Die Nicht Die Gnade Gottes In Anspruch genommen Haben Lebenszeit In der Lebenszeit Was heißt Die kommen In Hölle Oder Einfach Die sterben Wieder Nein Nein Du wirst Ewig Leben Entweder Im Himmel Oder In dem Feuersee Ja Weil Du In deinem Leben Gelogen Hast Betrogen Hast Gemordet Hast Ja Das habe Ich Verstanden Wird Das Aber Alles Hier In der Erde Sein Oder Wird Das Irgendwo Anders Sein Nein Es Wird Umgewandelt Die ganze Schöpfung Wird Nochmal Umgewandelt Für Die Ewigkeit Himmel Und Hölle Beziehungsweise Die Feuersee Da werden Alle Menschen Die Keine Vergebung hatten Also Nicht Unter Die Gnade Gestanden Haben Werden Dann In den Feuersee Geschmissen Für ihre Sünden Was sie getan Haben In ihrem Leben Okay Aber Dann Ja Gut Und Alle Menschen Die den Herrn Jesus Als ihren Opfer Lamm Angenommen Haben Sich Unter die Gnade Gottes Gestellt Haben Und diese Gnadengeschenk Angenommen Haben Dass ihre Sünden Bezahlt Wurde Mit dem Tod des Christus Am Kreuz Dass der Jesus Das Bezahlt An ihre Schuld Die sind Errettet Und die werden In das Paradies Eingehen Ewig Da wird Wieder dieser Urzustand des Paradieses Wieder hergestellt Und noch schöner Und dann Ewigkeit mit Gott Oder Ewigkeit im Feuer Du kannst entscheiden Ich Ich bin ein hartnäckiger Mensch Ich bei mir Ist das ungerecht Ungerecht nicht Aber das ist Wenn ich ehrlich bin Das ist dann sinnlos Ich freue mich auf den Himmel Warum ist das sinnlos Ich sag's dir warum Guck mal Auf diese Erde Wir Menschen wenn wir geboren wären Also das was wir also guck mal was ich sehe und erlebe ist gerade das was wir hier erleben und sehen Das alles andere wird quasi uns immer versprochen Okay Jetzt stell dir mal vor hier auf dieser Erde du wärst der reicheste Mann der Welt Ja Okay Also alles was in deinen Träumen ist man hat hier Ziele im Leben Zum Beispiel ich arbeite von morgens bis abends ich bin selbstständig ich reiße mein Po auf damit ich bessere Leben immer habe Okay Das machen fast alle Menschen Ich glaube nicht dass es irgendein Mensch gibt der sagt Ich brauche gar nichts Wir Menschen bemühen uns immer auf das bessere Leben Jetzt stell dir mal vor Alles was in deinen Träumen ist hast du es gleich Dann macht Leben am Anfang macht es dir Spaß ersten zehn Jahre danach nicht mehr Das wurde auch bewiesen Die meisten prominenten Sängerinnen und Sängers sind durch Drogen gestorben Warum Weil das Leben irgendwann mal diese Glückshormone diese Glückshormone die wir Menschen bekommen durch was zu erreichen Wenn es nicht mehr zu erreichen ist und du alles erreicht hast dann suchst du Kick Dann willst du immer höhere Kick dann kommt diese Drogen dann im Spiel Ich will jetzt nicht auf Drogen gehen Ich will nur damit du mich verstehst Aber irgendwann mal ist alles langweilig bravo macht gar keinen Spaß mehr Aber du unterschätzt Gott du denkst der kann dir nicht etwas geben was ewig dich glücklich macht da siehst du dass du Gott sehr 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 unterschätzt deswegen weil du kein Glauben hast an diesen allmächtigen Gott der dich glücklich machen kann wenn er will dein Glaube ist der ist schwach du denkst der Gott ist so ein Mehmet der ist ein Mehmet der bessere Döner macht als andere aber nach 20 mal Döner essen bei dem Super Mehmet der Gott dieser Super Mehmet Döner hab ich auch keinen Bock mehr du denkst viel menschlich von einem Wesen was allmächtig ist du denkst zu klein von ihm ich kann sein kann sein kann auch sein dass ich einfach bisschen realistisch zu trocken hart realistisch denke weiß ich nicht egal wie trocken und realistisch du siehst du denken willst du musst zugeben dass dieses unglaubliche universum jeden tag vor deinen augen ist und du verstehst das nicht das da musst du die realität ein bisschen verlassen und über die realität schauen und schauen wo kommt das her wir machen so ich hab dich schon paar mal gesehen ich folge dir ab jetzt ich guck dir ich guck öfters jetzt dein lives weil mit einem einzigen runde gespräch glaube ich werden wir beide nicht fertig ich beobachte dich vielleicht schaffst du irgendwann mal mich zu überreden also überzeugen ja ich hoffe es genau oder ich gespräch hat mir auch sehr gefallen hat mich sehr gefreut man sieht sofort dass die iraner einfach intellektuell fit sind so 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 ja es ist so ja ok hat mich sehr gefreut bestimmt hören wir uns die tage Ich wollte eine Sache sagen zu dem, was er gerade angesprochen hat mit den Tieren. Und zwar, Gott hat uns auf jeden Fall über die Tiere gestellt, aber ich denke, die Tiere sind Gott auch nicht ganz egal. Weil es gibt ja auch den Vers in Jesaja 66, Vers 3, steht, wer einen Ochsen schächtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speiseopfer darbringt, ist wie einer, der Schweineblut opfert. Wer Weihrauch anzündet, ist wie einer, der einen Götzen verehrt. Alle erwählen ihre eigenen Wege und ihre Seele hat wohlgefallen an ihren Gräulen. Darum will auch ich erwählen, was sie quält. Also Gott sagt auf jeden Fall, wir sollen Tiere nicht quälen. Ja, absolut. Sondern wir sollen sozusagen unseren Nutzen aus ihnen haben, aber wir sollen sie jetzt nicht unnötig irgendwie quälen oder so. Ja, genau, absolut richtig. Genau, das eine schließt ja das andere nicht aus. Gott hat die Tiere für uns geschaffen. Ja, sie dienen den Menschen zur Nahrung, zur Hilfe, was weiß ich was. Aber trotzdem darf das Tier nicht mit Unrespekt behandelt werden und gequält werden. Genau, diese zwei Sachen schließen sich nicht aus gegenseitig. Ja, genau. Okay, alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, danke. Gleichfalls. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, genau, absolut richtig. Sprüche 12, Vers 10. Das ist auch eben ein Unterschied zwischen einem gläubigen Menschen, der Tiere nicht quält, sondern Tiere mit Respekt behandelt. Schau mal, so wie ich euch verstanden habe, ist es so, ihr gebt die Bibel so wieder, wie sie steht. Also, ihr würdet ihr jetzt nichts eigenständig was reininterpretieren, ne? Ja, genau. Okay, ähm, jetzt nehmen wir mal an, so, wir Christen haben ja so dieses Weihnachtsfest am 24. oder am 7. Januar, so, äh, würdest du das christlich nennen, wenn man jetzt am 24. Weihnachten feiert? Wir wahren Christen haben nichts mit irdischen Festen wie Weihnachten und sowas zu tun. Das sind weltliche Feste von Menschen gemacht. Okay, so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. So. Aber, was ich mich da fragen würde, wie sieht jetzt so ein ganzer Jahreszyklus aus mit christlichen Feiertagen und Feiern, wie es jetzt so nach der Bibel steht? Zum Beispiel, äh, da gibt es ja diesen Einzeit-Reporter, den kennst du sicher, ne? Der ist einer der Christen-Ehrlehrer. Habe ich auch festgestellt. Ja. Habe ich auch festgestellt. Ja. Habe ich auch festgestellt. So. Der behauptet jetzt zum Beispiel, am Oktober sollte man das Laubhüttenfest feiern. So, aber das ist eigentlich ein jüdischer Feiertag oder wie auch immer. Das ist ein jüdisches Fest, ja klar. Das ist ein jüdisches Fest. So gesehen tue ich mich ja dann selber unter Gesetz stellen, oder? Genau. Genau. Okay. So. Wie sieht dann jetzt von deiner Seite aus so ein ganzes Jahr? Ja, mit Festen aus. Welche Feste sollte man feiern? Ostern, Weihnachten, was gibt es da noch so? Ich zeige dir, welches Fest wir feiern sollten. Er hat zu Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot etzt und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Okay. Das ist das Fest, was wir feiern, jede Woche. Warte, warte. Kannst du mir das besser erläutern? Ich habe es jetzt ja nicht so ganz verstanden. Wir wiedergeborenen Christen haben nicht mit weltlichen Festen zu tun, sondern wir erinnern jede Woche durch das Brotbrechen an das Tod des Herrn am Kreuz, was er für uns getan hat, um uns zu erlösen, was es gekostet hat. Dass ein Gott, der vollkommen ist, sich erniedrigt, wird Mensch, sich schlagen lässt, sich töten lässt für uns. Das ist das Fest, was wir feiern. Das ist das Fest, was wir feiern. Also ist es ein bestimmter Tag oder geht man da... Jeder Sonntag, wenn wir zusammenkommen, um Brot zu brechen, ja. Wir sind jetzt hier mit der Disco Halligalli. Wir sind doch in den Elementen der Welt abgestorben. Disco hatten wir doch in der Welt. Ja, wir geben uns ja... Wir sind doch in den Elementen der Welt abgestorben. Warum sollen wir nicht mal wieder so Weihnachtsfest machen? Okay, ja, klar, verstehe ich. Wenn das Gott wichtig wäre, wenn das Gott wichtig wäre, dass wir den Geburtstag des Herrn feiern, warum wissen wir nicht, wann der Herr geboren ist, welchen Tag, welchen Monat? Das steht nicht in der Bibel. Nein. Das steht ja nicht in der Bibel. Ja, weil Gott will nicht, dass wir seinen Geburtstag feiern. Gott will, dass wir seinen Tod verkünden, dass er gestorben ist für uns. Okay, okay, ich verstehe. Wir sind Halligalli. Halligalli hatten wir in der Welt. Wenn Christen Halligalli haben wollen, dann können die auch direkt in die Disco gehen. Okay, okay, guck mal. Das ist jetzt auch wieder so eine Auslegung des Christentums, nachdem du gehst. Es gibt ja den Katholik, Katholizismus, Evangelismus, Orthodoxen und dann gibt es ja noch weitere Abspaltungen und so weiter. Gibt es für deine Ausrichtung auch einen Namen? Nein, es gibt keinen Namen für die erretteten Kinder Gottes. Okay. Es gibt Leute, die eben die Bibel studieren und auch zu derselben Erkenntnis gekommen sind. Die gibt es auch, ja. Es gibt halt Leute, die zu derselben Erkenntnis gekommen sind. Ja, so die Treue. Ja, Bibeltreue oder Gottesfürchtige oder... Ja, wenn du so willst, ja. Du kannst sie nennen, wie du willst. Du kannst sie nennen, wie du willst. Aber der Herr Jesus nennt sie Wiedergeborene, echte Kinder Gottes. Okay. Wie verhält sich jetzt so von deiner Perspektive, von deiner Sicht her aus, ein Christ über das ganze Jahr hinweg? Also welches Fasten sollte er einhalten? Wie soll er mit den Mitmenschen sein? Gar kein Fasten. Also er fastet gar nicht, oder? Nein. Sprich, durch den Fleisch... Der kann fasten, freiwillig fasten, aber wir haben kein Gesetz zu fasten. Gesetze mit Fasten und so weiter hat der Christ nicht. Der kann freiwillig fasten. Okay. Ja, für Gott. Wenn er ein bestimmtes Gebetswunsch hat im Herzen, da kann er fasten und versuchen eben durch das Fasten eben dieses Gebet dem Herrn nahe zu bringen. Okay, das ist jetzt auch zum Beispiel für mich neu. Also das bezüglich auch werde ich mich selbst erkundigen und so. Das passt ja alles. Wie sieht es eigentlich mit Alkoholtrinken aus? So wie ich das jetzt, so aus meiner Sicht, aus wie ich das verstanden habe. 1. Petrus 5, Vers 8 Seid nüchtern und wachet, denn der Teufel, euer Widersacher, geht umher, um euch zu verschlingen. Genau. Das heißt, wir dürfen keine Alkoholmissbrauch machen. Aber ein Glas Rotwein beim Essen, sowas hat keiner was. Du sollst es nur nicht missbrauchen. Nicht gierig danach werden. Also du sollst es nicht im Überfluss konsumieren. Du darfst eigentlich alles konsumieren, aber nicht im Überfluss konsumieren und du darfst dich davon nicht verlaufen lassen. Genau, sehr schön. Alles ist mir erlaubt, aber ich lasse mich nicht beherrschen von allem. Genau, so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Ja, ja. Nein, das ist auch... Durch Sport kannst du dich umbringen, wenn du übertreibst. Durch hartes Training und so oft. Etwas, was gesund ist eigentlich, durch eine übertriebene, also Ausleben in einer Sache, was normalerweise gesund ist, kannst du dich umbringen. Du kannst dich durch Wasser trinken töten. Da kannst du exklusieren. Natürlich, natürlich. Aber so wie ich verstanden habe, wie Christen leben, die sollen einfach ihr Körper gesund halten. So, also für mich ist es ein Christ, der einen gesunden Körper hat und sich nicht den ganzen Tag auspeitscht und irgendwie so in Gnade verfallen will, Gott gegenüber, indem er sich auspeitscht. Also so ist es mein Verständnis jetzt der Bibel gegenüber, dass ich mich einfach nur gesund ernähren soll und Sport machen soll und natürlich einen aktiven Eindruck machen soll. So, da gibt es ja wiederum die Christen, die meinen so, also ja, die müssen Schmerzen spüren, Gott soll sehen, wie ich leide. Und ich denke wiederum, das ist so eine Irrlehre. Also jemand hat es... Das ist eine Ehrelehre. Nochmals bitte, ich habe dich kurz nicht verstanden. Natürlich ist das eine Ehrelehre. Genau. Eigentlich versteht man ja die Bibel und das Christentum, wenn man einen gesunden Menschenverstand hat. Sehr gut. Das Christentum ist das beste Mittel, wenn es um gesunden Menschenverstand geht. Ganz einfach. Genau. Eins plus eins gleich zwei. Das ist Christentum. Genau. Aber in der heutigen Zeit ist es ja momentan der Fall, dass man so versucht, diesen gesunden Menschenverstand oder diese Hirnschwelle zu senken, um so genau die Leute in die Irre zu führen. So ist heute liberal. Wer steckt dahinter, dass die Menschen eben durch ein Mömer kommen? Ja, so gesehen der Teufel halt. So das Böse ist sowas. Ja, natürlich. Das sagt ja auch das Wort Gottes. Erste Themotivis Kapitel 4, Abvers 1. In späteren Zeiten werden viele vom Glauben abfallen und den Lehren der Dämonen anhängen. Das heißt, die Dämonen geben bestimmte Lehren in die Christenheit hinein. Das kommt von Satan und seinen Dämonen. Genau. So habe ich das jetzt auch verstanden. Genau. Und was heißt Satan? Auf Griechisch Diabolos. Das kommt von dem Wort Diaballo. Das heißt, durcheinander werfen. Okay. Du hast es genau richtig erfasst. Du hast es genau richtig erfasst. Das ist der Zustand der sogenannten Christen heutzutage. Die sind alle durcheinander. Warum? Weil Satan und seine Dämonen reingekommen sind. Genau. In die Erdzeit Christenheit. Okay, guck mal. Es sind ja verschiedene Ideologien. Vor allem jetzt in Deutschland ist das ausgeprägt. Aber jedes Land hat so seine Ideologie, was in den Vordergrund gestellt wird. Aber wenn du mich jetzt erfragst, in Deutschland ist es halt so eine Sache, die Menschen leben nicht mehr, was ist gut, was ist böse, sondern die haben nur den Nullpunkt. Das Gute ist genauso böse, wie das Gute böse ist. Also sprich, du darfst nicht gut sein, du darfst aber auch nicht böse sein. Sondern du musst dich da irgendwo auf dieser Nullschwelle bewegen, so wie es dir vorgelegt wird. Und diese Nullschwelle ist halt das, was dir vorgelegt wird. Und man sagt ja, die Deutschen seien Christen. Es sind halt so sehr viele Leute, die eigentlich, wie soll ich dir das jetzt sagen, also so nach meiner Perspektive, wenig mit dem Christentum zu tun haben, sondern die haben so eher gesehen, heidnische Feste übernommen und leben so gesehen sozialistisch. So sehe ich das halt so, dass die eigentlich mehr Sozialisten sind, als wie Christen. Natürlich gehen die in die Kirche und leben da ihre Feste und so, aber im Allgemeinen, das, was du auch gesagt hast, so dass die Hirnschwelle, also beziehungsweise von meiner Seite, dass die Hirnschwelle gesenkt wird und Einflüsse von außerhalb den Verstand beeinträchtigen. Aber da ist ja jeder Mensch selber dran schuld, denn der lässt es ja zu. Genau so ist das. Jeder ist sich seines Schicksals selbst, Schmied. So einfach ist das. Natürlich kann der Mensch sich von Welt, von Traditionen und so weiter beeinflussen lassen, aber wenn wir Christen sagen, wir sind bibeltreu, dann müssen wir schauen, was Gott uns sagt und wir müssen uns von Gott und seinem Wort beeinflussen lassen, nicht von menschlichen, weltlichen Traditionen. Okay, du hast ja selber gesagt, das Christentum zeichnet sich ja nicht durch das Kreuz um den Hals ab, sondern das Christentum zeichnet sich ja durch innere Werte ab. Inneren und Umkehr, genau. Genau. Also sprich, ich kann ja weiterhin die Kirche besuchen, aber ich tue jetzt damit nicht, aber ich gehe ja nicht von dem Punkt aus, ja, ich besuche die Kirche, um Jesus oder Gott zu gefallen, sondern ich weiß es. Es gibt viele Christen, die in die Kirche gehen und die sind gar nicht bekehrt. Die haben überhaupt keine Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus. Okay. Das ist einfach Tradition, man kennt das von den Eltern, ja, man geht so manchmal dahin sonntags und auf die Kirche. Ja, das sind so die Bräuche, die man so aus, das sind jedes, sagen wir mal so, jedes Volk hat ja seine Bräuche, seine Musik, seinen Tanzstil, Tradition, genau. Nicht Bräuche, sondern Bäuche. Du musst viele Bäuche streicheln. Wie kommst du jetzt auf Bäuche? Was haben Bäuche damit zu tun? Der Arme denkt nur an seinen Bauch. Du musst viele Bäuche. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Der Herr Jesus Christus kam, um uns von diesen ganzen Fragen zu befreien. Soll ich jetzt dieses Fest feiern? Soll ich das Fest feiern? Das sind keine heilsrelevante Themen. Das sind keine heilsrelevanten Themen. Die Gottheit ist ja Jesus Christus. Das ist der Schlüssel zur Vergebung. Ehrlich. Das waren ja genau diese Streitgespräche mit den Pharisäern. Diese Pharisäer haben ja genau solche Probleme gehabt. Und dann haben die gesagt, ja, was ist denn mit rechten Fuß in die Toilette, mit linken Fuß das machen? Ja, wie im Usdiener. Ja. Und dann hat der Herr Jesus gesagt, nein, das ist alles menschengemachte Gebote. Es kommt Gott nicht auf diese Dinge an. Und ihr müsst das Kern, den Kern, diese Dinge begreifen, Gottes Wort, den Kern von Gottes Gesetz begreifen. Das habt ihr gar nicht verstanden. Genau. Genau. Ihr müsst den Kern begreifen, aber der Mensch durch sein Ego, also er stellt sich in den Vordergrund und will den Kern nicht begreifen. Eigentlich hat jeder so seinen Verstand, um den Kern selbstständig zu begreifen, bloß er hat sein Ego und der stellt einfach in den Vordergrund. Jeder Mensch hat dieses Gefühl für gut und für böse, was ist richtig und was ist falsch. Aber sobald er sein Ego irgendwie in den Vordergrund stellt, dann ist er blind, was das angeht. Also dann, sprich, macht er halt Fehler. Ja, natürlich. Der natürliche Mensch, der nicht den Heiligen Geist hat, der kann ja nicht verstehen vom Gottes Wort, weil Gottes Wort ist ja Geist. Der kann das gar nicht, also seine Antenne empfängt das gar nicht. Der kann das gar nicht empfangen. Ja, weil... Weil er noch seinen natürlichen Geist hat aus der Welt. Ja, der hat seinen natürlichen Geist. Aber guck mal, zum Beispiel, ich hatte jetzt, wie soll ich sagen, klar, ich habe die Kirche besucht, mein großer Bruder hat auch einen großen Einfluss gehabt, was so meine Religionsbildung angeht. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich von all dem so ein bisschen, also entfernt, sagen wir es mal so, und habe versucht, meinen eigenen Weg zu suchen und zu finden, habe bestimmte Sachen hinterfragt und so, einfach nur, weil ich mein Ego zurückgeschobt habe, so sehe ich das. Ich bin auf diesen Weg gekommen, weil ich mein eigenes Ego zurückgeschobt habe. Das sind zum Beispiel Muslime, die haben ein ganz großes Ego, aber das kommt auch von dem Zusammenhalt, den die in der Moschee erleben. So, die tun sich gegenseitig in der Moschee einfach großheben. Und das tun die halt dann nach außen und das zeigen die halt dann auch nach außen, weil genau das danach suchen die halt. Aber würden die jetzt ihr Ego runterschrauben, bestimmte Sachen hinterfragen, was richtig und was falsch ist, dann würde auch jeder Mensch eigentlich auf die Lösung kommen. Ihr seht doch zum Beispiel, wie Muslime sich nach irgendwelchen Gebetsritualen auch waschen, dieses sogenannte Abdest, weil die machen das dann, damit sie zeigen, guck mal, wir treten vor Gott und wir machen uns sauber und so, als würde Gott darauf achten, dass du dich so dreimal am Knöchel reinigst, deine Füße reinigst, dreimal deinen Mund spülst und so, das interessiert Gott nicht. Gott interessiert nur das, was in deinem Herzen ist. Und da sagt er in Jeremia 22, denn wenn du dich mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott, der Herr. Okay, versteht sich ja. Du kannst ja deine Sünden nicht durch Wasser und Seife abwaschen. So, versteht sich ja von selbst. Ja, aber die kommen und die denken so, die machen mit dieser rituellen Waschung, denken die, dass sie Gott gefallen. Gott sieht auf dein Herz. Gott, du kannst dich mit Lauge waschen und deine Schuld bleibt trotzdem vor ihm bestehen. Du hast ja gerade auch angesprochen mit dem Ego des Menschen und genau das ist ja das, was den Menschen von Gott trennt. Der Herr Jesus sagt ja, wer sich nicht selbst verleugnet, der kann nicht mein Jünger sein. Also er muss erst mal sein Ego bereuen, verleugnen. Ich lese mal vor, Lukas 9, Vers 23, er, also Jesus sprach, aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das heißt, also du kannst gar nicht Jesus Christus nachfolgen, bevor du dein Ego vor Jesus Christus nicht unter die Füße gebracht hast. Genau, so sehe ich das auch. so sehe ich das auch. Hätte ich jetzt ein zu großes Ego, dann würde ich ja auch das, womit ich aufgewachsen bin, so in den Vordergrund gehen und das halt versuchen, so den Leuten unter die Nase zu reiben, so, ah, mein Weg ist der richtige und so. Sondern es ist ja viel besser so, wenn man den Leuten die Chance gibt, klar, mit denen redet, aber denen die Chance gibt, einfach, dass die selbst auf den richtigen Weg, denn ich glaube, jeder Mensch sucht den richtigen Weg im Leben, sucht jeder Mensch. Es kommen halt Einflüsse von außerhalb, die den Menschen dann von dem seinen Weg ableiten, so. Aber der Mensch kann auch nur den richtigen Weg finden, wenn er, wie du gesagt hast, sein Ego, also sein Ego unter seine Füße bringt, so. Dann kann er erst noch den richtigen Weg finden. Ja, genau, Amen. Genau. Ja, nee, zehn Gebote gehören nicht dazu, die zehn Gebote sind nicht mit der Welt als Bund geschlossen, sondern Gott hat durch Mose mit Israel den Bund des Gesetzes gesprochen, also die Welt steht nicht unter den zehn Geboten. Darf ich dich nochmal was fragen? Du hast ja gesagt, wenn du dich unter Gesetz bringst, bist du unter Fluch, die Gesetze kann man nicht einhalten und du kommst ja in die Hölle, so habe ich dich verstanden. Ja, genau. Und du hast ja gesagt, die Gesetze gelten nur für Israel, also für Juden. Ja, genau. Aber die Gesetze kann man ja nicht einhalten. Ja. Kann der Jude Israel, jetzt musst du dir die richtige Frage stellen. gut, dann steht der Israel jetzt voll unter Fluch. Ja, natürlich, ein Jude, der sich nicht zum Herrn Jesus bekehrt, der steht unter dem Fluch und wird in die Hölle kommen. Aber Israel wird trotzdem noch errettet. Israel hat ja noch die Chance zur Errettung. Das lesen wir ja auch in der Schrift. Ja, Saharie 13 Vers 8 Ein Drittel von Israel wird sich zu Jesus Christus in der Endzeit bekehren. Ein Drittel von komplett Israel, von dem Land wird sich in der Endzeit nach Saharie 13 Vers 8 bekehren zum Herrn Jesus Christus und dann wird es auch errettet werden. Bis dahin steht jeder Jude wenn er stirbt ohne den Herrn Jesus Christus unter dem Gesetz und unter dem Fluch. Warum hat Gott den Juden das Gesetz gegeben? Damit sie begreifen ich kann die Gesetze von dir nicht einhalten ich schaffe es nicht alleine du sollst nicht lügen kann ich nicht halten geschweigen deine anderen 600 Gebote wir sind schuldig von dir wie ein Spiegel stellte Gott wie so ein Spiegel steht es vor deinen Augen zeigt dich die ganze Zeit als Schuldiger an du kannst nicht meine Gebote halten du bist ein Sünder du bist nicht so toll wie du denkst macht nicht ist einfach so angenommen wie es steht realistisch also was dazu interpretiert oder liberal ist realistisch da muss jeder zugeben selbst wenn ich nicht lügen will schaffe ich nicht morgen wenn ich versuche nicht zu lügen trotzdem zweimal mindestens das muss sagen Gott ich bin ein Sünder ich bin schwach ich bin ein Sünder rette mich und Gott wartet nur auf diese Erkenntnis dass du dich vor dem Gesetz schuldig erkennst dass du nicht so toll bist und dann rettet er dich aber wenn jemand meint er sei ein toller Mensch der ist so ein frommer religiöser Mensch so ein perfekter Mensch der so Gottes Gebote hält alle schön so ein toller Mensch dass er errettet werden sollte aufgrund seiner Werke weil er so ein toller Mensch ist so ein perfekter Mensch der wird dann sein Wunder erleben wie perfekt er ist wenn er vor dem Herrn steht und wenn mit ins Gericht gehen wird klar aber dieses perfekt oder wonach die Menschen leben die wollen ja alle so gezeilschaftlich akzeptabel sein denn jeder Mensch hat ja so Angst irgendwie ausgeschlossen zu werden oder diskriminiert aber das wiederum ist ja von Menschen gemacht halt so die sagen denen so du hast so und so zu reden du hast so so der humanismus diktiert eben der gesellschaft was gut ist und was schlecht ist der mensch hat seine maße erschaffen was gut und was recht ist ja so gesehen ist der mensch selber auf dem richtigen weg er will ja gut sein also das gute steckt ja in ihm bloß was er ablegen soll ist einfach so gesellschaftlich akzeptabel zu sein das ist dann so sein ego er versucht einfach genau die gesellschaft gibt zum beispiel vor ach habt miteinander ruhig sex frauen und männer kein problem aber die gesellschaft sagt den frauen nicht moment die jungs wollen euch nur verarschen und ins bett kriegen und danach weg schmeißen das hat die gesellschaft oft so auf einmal vergessen dass die frauen reihenweise verarscht werden und auf der Strecke bleiben und dann beim Psychiater Psychologen sind das hat die tolle gesellschaft den frauen vergessen zu sagen ja aber die frauen sind keine engel die wissen das selber das haben die auch wenn die keine engel sind mein lieber du weißt dass die männer die reihenweise die ganze verarschen um die nur ins bett zu bekommen danach weg zu schmeißen ich liebt so banale sind die frauen weil die gesellschaft die verarscht hat die denken gottes gebote um die frau zu schützen mit der ehe haben die gedacht ja das ist ja schrott diese gebote von so von so schrott da gott der so uns den sex verbieten will den spaß ok alles dann wird verarscht von jedem zweiten typ ja und dann sind männer die bösen so von denen aber es gibt auch männer die so wenn der Mann losgelassen ist in Freiheit mit seinen primitiven sexuellen Trieben da unten dann wird er jede Frau benutzen für seine Vertriebe das ist dem vollkommen egal die Frauen ob die Gefühle haben ihre Gefühle verletzt werden Frauen werden reihenweise verarscht und dann werden diese Frauen irgendwann mal auch im Herzen zugemacht die werden so eine Enttäuschung haben von der Männerwelt dass die kaputt gehen kein Sex vor der Ehe und die Leute lachen darüber kein Sex vor der voll Spießer aber diese Riesengehirne denken ja nicht weiter dass Gott das getan hat diese Ehe damit die Frau geschützt ist und nicht von einem F-Boy so verarscht wird ein Kind angedreht bekommt und dann da abhaut diese Institution ist von Gott gemacht damit die Frau geschützt ist verstehst du oder versteht ihr ich verstehe was du sagst und die Leute die über dieses Gesetz lachen sind alle beim Psychiater und Psychologen weil die selbst mord gefährdet sind habe ich noch ich war morgens früh in einer Stadt bei der Arbeit ich war da unterwegs auf einmal habe ich auf Kunden gewartet im Auto so 200 Meter weiter vorne auf der Straße habe ich gesehen dass jede 20 Sekunden eine junge hübsche Frau nach der anderen in so ein Gebäude klingelt und hoch geht okay ich habe gedacht was das das kann doch nicht sein dass um 8 Uhr morgens da irgendwie bordell oder puffs auf haben und dann die Frauen da reingehen das hat ausgesehen wie ein Etablissement und dann habe ich geglaubt was das sein soll dann bin ich ausgeschenkt ich muss mir angucken was das ist das kann doch nicht sein so viele alles kaputte Frauen junge Frauen die schon jetzt Psychologe brauchen Psychiater weil die Männer die reihenweise verarschen um mit denen nur ins Bett zu steigen und dann zu den nächsten und ihre Liebe missbrauchen das hat die Gesellschaft aber den Frauen nicht erzählt mit Love Sex and Harmony das Love Sex und Rock and Roll plötzlich zum Psychiater führt und zum Selbstmord wer ist der bekloppteste von allen dieser Vollasitoni wie der das so dargestellt hat den Typen habe ich nicht mal 10 Sekunden zugehört sage ich dir ehrlich der hat angefangen zu reden das hat mir gereicht das war so die Zeit wo jeder über den geredet hat aber ich habe mir 10 Sekunden reingezogen das war zu viel und seit dem hast du noch eine Frage mein lieber dann hole ich den nächsten rein ja ich hätte was heißt eine frage eher gesagt also was die frauen nicht checken ist was die frauen nicht die prostituieren sich eigentlich eigenständig auf diese apps ohne es selber zu wissen weil die männer die zahlen ja kohle dafür damit die nachrichten oder sonst was freigeschaltet bekommen so und genau diese apps wie facebook twitter es ist halt sehr schwer einen vernünftigen typen über einer dieser apps zu finden sondern es endet halt meistens in one-night stands beziehung haben und deswegen schlafen sie auch mit dem mann weil die denken wenn der mann mit ihnen schläft dass er sich dann halt verliebt das ist aber ein trug schluss die männer können sex und liebe trennen das ist das ich habe eine frage also es wird ja bei dir oft also es ist auch in den kommentaren so dass sie sagen Gott ist also jesus ist gott und jesus ist gottes sohn was ist jetzt das was sowohl als auch sowohl als auch wie geht das denn kannst du das erklären einmal Gott kann alles er kann sowohl als sohn gottes hier auftreten aber auch gleichzeitig im Himmel sein okay also der kann alles wie ich mitbekommen habe ist der wohl für die menschen für die christen ist er auf die erde gekommen nicht nur für die christen sondern für die gesamte menschheit ich habe auch eine frage und zwar als gott als jesus auf die welt kam ich weiß nicht mehr genau welchen vers er stand aber das war ja dann so dass jesus erst mal nicht allwissend auf der welt war aber gott ist ja allwissend also wie geht das eigentlich das sind fragen die mich so irritieren weißt du kannst antworten haben ja der herr ist ja ewig schon gott gewesen und als er mensch wurde hat er seine allmacht und allwissenheit abgelegt und kam als ein menschliches wesen hier auf diese erde und deswegen konnte er den tag des jüngsten gericht nicht wissen aber der jesus christus sagt sich oft mal damit wir erkennen dass er gott allmächtig ist denn seine worte werden in ewigkeit niemals vergehen denn sein gericht ist gerecht wir kennen ja wir wissen ja ganz genau dass nur das gerechte richten von gott ist und nur gott kann gerecht richten und da sind die verse die muslime rauspicken wo der jesus christus als mensch redet und lassen die verse außer acht wo er wieder als gott redet die zwei naturen in philippa 2 vers 6 bis 11 denn wir sollen so gesinnt sein wie es christus jesus auch war der als seine gestalt gottes war es nicht für ein raubfest dient gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich selbst nahm die gestalt eines knechtes an und wurde wie die menschen siehst du er entäußerte sich selbst das heißt er hat seine ganze allmacht allwissenheit und das was dieses göttliche kleid hat er ausgezogen und kam als ein sterblicher mensch auf diese erde dann kannst du alles verstehen nur mit dem schlüssel vers aus philippa 2 also war er sozusagen gleichzeitig nicht allwissend und allwissend daraus sowohl als auch der hat die verse gibt es da wo er sagt dass er seine worte in ewigkeit nie verloren gehen beziehungsweise in ewigkeit bleiben und wir wissen ja irgendwie die worte eines menschen und noch eine frage ist es im christentum erlaubt homosexuell zu sein nein nicht erlaubt homosexuell zu sein denn der her hasst die sünde und homosexualität gehört natürlich auch dazu aber auch ein homosexueller kann gerettet werden wenn er seine neigung unter kontrolle kriegt und dem herrn jesus christus nachfolgt ich lgbtq flaggen haben ja weil 2 korinther 4 4 sagt dass der gott dieser weltzeit satan ist und das ist seine welt und du siehst dass die kirchen fast schon alle infiltriert wurden bis auf einige wenige und der satan kann die bibel nicht mehr antasten sie ist ja da sie sind all unsere hände und er kann die bibel einfach nicht mehr zerstören oder uns wegnehmen also und da fängt er mit den kirchen an und dann verheiraten die auf einmal man zu man frau zu frau und so obwohl die bibel sich dagegen stellt so muss du das vorstellen satan ist hier auf dieser erde und das ist sein gebiet deswegen sagt der jesus christus mein reich ist nicht von dieser welt denn wenn sie von dieser welt wäre dann würden meine diener für mich es gibt keine neuen versionen von der bibel es gibt nur übersetzungen wir haben einen urtext und den können wir perfekt in unsere heutige zeit rekonstruieren das musst du dir immer bewusst sein aber wenn du darauf poffst dass es versionen gibt mittlerweile wurden 31 verschiedene koranversionen gefunden das kannst du nachschlagen wirklich es gibt 31 verschiedene koranversionen die zwei hauptversionen die weltweit gelesen werden sind einmal die von hafs und jede art von was und dann fragt man die muslim welches hat denn jetzt allah herab gesagt das von hafs es ging ja also wir haben keine frage über den islam gefragt nein ich meine nur falls du dich dann die muslim fragst dann sagst ja muslim ihr prangert die bibel an und versucht da Kritik auszüben aber was ist denn mit dem koran du siehst dass 31 verschiedene version zurzeit weltweit aufgetaucht sind ne um den koran geht es ja auch gar nicht wir haben nichts über den koran noch eine frage hätte ich und zwar wieso heißt du eigentlich ex-muslim und nicht christ also wieso ex-muslim ja weil ich den buddhismus verlassen deswegen ex-muslim ein moslem bin weil ich war ja früher auch christ ich kommentiert und ich sag ja auch nicht ex-christ weißt du ich sag was ich für ein moslem du kannst dich so nennen wie du möchtest ich komme nicht zu deinem live stream warum nennst du dich so was ist das ist ja nur eine normale frage oder deswegen sage ich weil er muslim war und dann den islam verlassen hat und jetzt ex-muslim ist ich habe noch eine frage du jetzt ein ex-mist bist du bist ein ex-mist so wenn du dich nennst das interessiert doch keinen ich habe eine frage noch was war für dich der ausschlaggebende punkt dass du vom islam dann zum christ geworden bist was war für dich so was also was für ein zeichen kam für das gibt ja manche die sagen ich habe davon geträumt dass das die wahrheit ist und bei uns sagt man ja auch dass eigentlich im traum nur der teufel kommt um dich zu zu irren und zu sagen ey der islam ist nicht die Wahrheit Nein ich und ganz grob gesagt ich hatte mir dann damals die Debatte angeguckt gehabt zwischen josh mcdowell und ahmad de dat die haben es da getroffen in einem stadion von 5000 menschen und dann haben die angefangen zu debattieren darüber ob jesus wirklich gekreuzigt und auferstanden ist und nach dieser Debatte war mir alles klar dass der islam einfach nur eine riesengroße lüge ist riesengroße lüge denn wir haben historische beweise das eindeutig belegen selbst der größte bibelkritiker unserer zeit sagt jesus christus wurde gekreuzigt somit ist der islam geschichte okay ja okay das war eigentlich alles von den ganzen fehlern im choralen und die aussagen von muhammad würde ich jetzt gar nicht anfangen sonst wird das wieder bis morgen weiter gehen alles gut ihr habt ja eure meinung wir streiten uns ja nicht ist ja wir tolerieren auch das christentum bei uns ist ja auch aber der koran toleriert niemals eine andere religion eigentlich schon also wir respektieren jeden das schon wieder du respektierst aber der koran sagt etwas anderes du redest schon wieder über den koran das dinge ist also wir muslime ich kenne sehr viele muslime zum beispiel in den moscheen und so die haben alle gesagt ihr könnt gerne kommen vorbeikommen wir können darüber reden und wir respektieren das ja auch wenn die sagen wir haben eine meinung wir sind wir wollen wir sind christen wir wollen das auch ausleben und hin und her wir sagen ja nicht okay du kommentierst jetzt oder mach das und das sondern noch dürft ihr sowas nicht machen weil ihr nicht in der oberzahl seid aber was passiert wenn genau wie Mohammed so die leute an stärke gewonnen haben und die mehrheit gebildet haben der muslim natürlich werdet ihr die menschen vor die wahl stellen entweder islam annehmen jesus bezahlt oder tot dich verschwärt ist normal das islam bei uns also ich habe auch noch gestern glaube ich dein stream auch noch mal angeguckt gehabt da hattest du gesagt gehabt dass die christen in anderen ländern leiden und unterdrückt werden das hatte ich auch mal mitbekommen gehabt aber du musst dir mal vorstellen zum beispiel ich bin selber türke und in Istanbul zum Beispiel sind auch sehr viele christen die ganz normal ihre religion ausleben können also die werden auch gar nicht unterdrückt oder sonst was oder fertig gemacht nur weil sie christen sind wir können ja mal einen test machen wir machen einen stand in ist wo drauf steht jesus ist der sohn gottes mohammed ist kein prophet und allah ist nicht gott was meint was passiert wie bitte was meinst was passiert wenn ich einen stand aufmache dort so slogans habe wie allah ist nicht gott mohammed war kein prophet die bibel wargt uns vor muhammad ihr müsst jesus finden und so was meinst du was mit uns passiert ich denke mal dass nichts passieren würde die menschen würden da einfach nur verbreitern du denkst da würde nichts mit uns passieren hast du mal gesehen wie die türken über atheisten denken dass man sie verbrennen sollte dass das keine menschen sind und so was sind denn für die was ist denn bei den atheisten jetzt für die christen also was ist denn für die christen jetzt mit den ganz normale menschen die wir lieben und versuchen zum herrn jesus christus zu bringen aber die reaktion der muslime die reaktion der muslime in in stadt von islam und so das war grauenhaft man sollte sie am liebsten verbrennen das sind keine menschen das sind tiere die kann man nicht an gott glauben so denken die deswegen das ist heftig aber ich finde die moscheiangriffe sind auch sehr grauenhaft zum beispiel allein in deutschland wie viele moscheen hier überhaupt angegriffen werden das zeigt doch auch dass christen ja auch moslems hassen zum beispiel und was die dann machen würden wie viele moscheen wurden denn angegriffen in den letzten jahren sehr viele du kannst googeln sehr du kannst googeln von wem wurden die angegriffen von christen es muss ja nicht unbedingt sein dass jemand getötet wird angriffe auch in form von sachbeschädigungen etc du weißt schon dass der jesus christus niemals dazu aufruft irgendwen zu verletzen das ist nicht schon klar du meint es ja was würden moslems machen wenn sie in der überzahl wären und dann sage ich was christen islam ländern bauen siehst du da musst du dir eingestehen siehst du da musst du dir eingestehen dass der islam doch etwas faschistisches im jahr 2022 hat es in deutschland täglich fast zwei angriffe auf muslime und moscheen gegeben insgesamt wurden 569 islam feindliche straftaten erfasst im vergangen jahr hat es in deutschland 569 angriffe auf muslime und moscheen gegeben natürlich gibt es menschen die dann aufgrund von irgendwelchen religiösen texten euch dann angreifen weil ihr habt ja den wahnsinn in eurem koran ja drinnen du weißt ja dass der Allah sagt kämpft gegen diejenigen die nicht an Allah glauben du weißt ja was der islam seit 1400 jahren mit türkei getan hat mit syrien gemacht hat mit afghanistan getan hat mit iran gemacht hat mit jemen gemacht hat und 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 was macht denn die christlichen länder mit afghanistan und et cetera das sind geopolitische strategien die durchgeführt werden und die nichts mit glauben zu tun haben es geht um geld macht und ruhm aber wenn eine religion daherkommt wie allahs religion in seinem koran sagt in surah 9 vers 29 kämpft gegen diejenigen die nicht an allah glauben dann haben wir ein riesen problem verstehst du jetzt den unterschied was steht aber danach du kannst ja lesen was steht danach ja musst du schon sagen du kannst ja nicht einfach irgendeinen Satz aus dem koran danach steht gar nichts danach steht wieder was ganz anderes ok ok der islam ist einfach die vollkommene religion nach dem ja aber warum wenn der islam die vollkommene religion ist warum sagt dieser allah dass die sonne kleiner ist als die erde sag mir mal vers bitte ich will jetzt nachschauen surah 36 vers 38 die sonne dreht sich um die erde dein allah weiß gar nix man hast auch den tefsir dazu gelesen ja klar das ist ja noch schlimmer wenn du die tefsir dazu liest was denn was steht da denn welchen gelehrten hast du tefsir gelesen dazu du kannst von eben kathreir al-kurti biatabari ajal allein aufschlagen die sagen alle das gleich dass die erde eine scheibe ist und dass die sonne sich um die erde am drehen ist der allah weiß gar nicht dass die erde sich um seine eigene achse dreht das ist nämlich dieser unbissende allah verstehst du jetzt aber ich habe auch noch eine frage ist es eigentlich gestattet im christentum hass zu verbreiten gegenüber anderen religionen oder menschen absolut nicht aber du siehst ja dass ich meine meinung äußere und dir die wahrheit ins Gesicht sage für mich ist das und das aber nicht zu sagen so eure religion ist das und das euer Mohammed ist so und so und was machen wir jetzt wenn zum Beispiel jemand sagt deine religion ist die wahrheit würdest du nicht auf die Idee kommen einmal zu prüfen in deinem Leben ob es die Wahrheit ist dann kann ja jeder kommen und sagen das die Wahrheit ja wo ist der Beweis man man muss sich ja damit auseinandersetzen ja habe ich doch deswegen sage ich dir doch da befinden sich katastrophale Aussagen im Koran und in den Haddisen aber guck mal du sagst du sagst ja hast verbreiten nicht korrekt dies das aber vorhin als ich das mit diesen Angriffen auf Moscheen die erzählt habe hast gesagt diese Menschen kann nicht verstehen du hast gesagt du hörst mir nicht mal richtig zu ich habe gesagt ihr habt aufgrund eurer Texte gibt es natürlich Menschen die dann auf die Idee kommen euch anzugreifen weil ihr im Koran stehen habt kämpft gegen diejenigen die nicht an Allah glauben verstehst du ganz Deutschland ganz Europa die die halbe Welt glaubt nicht an Allah willst jetzt alle bekämpfen damit sie an Allah glauben oder was natürlich gibt es Menschen die sich dann von den Leuten die Moscheen antreten oder nicht genau weil die Leute sich dann auskennen und eventuell dann das Gesetz selbst in die Hand nehmen aber das ist falsch hast du das jetzt verstanden mein Netz ist schlecht ne ich glaube du hast das schon gut verstanden oder du musst das gerade verarbeiten hast du noch eine Frage Hast du noch eine Frage dann hole ich den nächsten rein ich hatte gerade noch eine Frage aber hast du noch eine ich habe jetzt auch keine mehr Gott regnet euch ihr wundervoll möge der jesus christus euch segne und beschützt Allah ist der einzig wahre allmächtige Allah ist nur ein Bein Allah ist nur ein Bein und kann niemandem recht leiten Mohammed ist kein Prophet gewesen Allah kann ja möge Allah dich rechts leiten alle Fragen beantwortet und mundtot gemacht hast du gesehen auf einmal okay ich habe keine Fragen ja diese Jungs müssen erstmal so alles sacken lassen die wurden ja noch nie in ihrem Leben mit Islamkritik konfrontiert es wurde alles brav ja und amen gesagt zu allem zu dem kommt noch unkenntnis über den Islam dazu und deswegen sind die immer so vor den Kopf gestoßen wenn da jemand sich hinstellt und sagt nein das ist falsch da sind die geschockt weil niemand in ihrer umgebung sagt das ist falsch weil alle sagen brav ja und amen ja aber durch amirs arbeit werden viele aktiviert trotz ihrem schlaf schlummer schlaf plötzlich beschäftigen sich die muslime mit dieser thematik plötzlich beschäftigen die menschen sich mit dem islam wir sind raus ja wir müssen beide seiten lieben die sich bekämpfen zum beispiel ja wenn atheisten und muslims schlagen nein wir gehen hin und wir sagen zum atheisten und zu dem muslim dass der jesus sie beide liebt und dass sie eben sich die hand geben sollten und umkehren sollten wir sind auf der seite gottes aber die muslime dürfen sich nicht wundern wenn paar leute nach tausenden muslimischen terror anschlägen dass da einer auf einmal seine nerven verliert ja hi hi gott segne dich und deine familie ich auch also ich höre euch schon seit heute mittag zu ich habe auch wirklich nichts gegen leute die ihr glauben irgendwie genauso wie du von christentum rüber gehen also ich respektiere wirklich jeden aber ich finde das was du gerade da machst wirklich nicht korrekt das ist falsch und zwar und zwar ich will mich jetzt auch nicht falsch ausdrücken ja überleg gut was du sagst denn alles was du sagst kann und wird gegen dich verwendet werden nein guck mal ich glaube an allah du glaubst an gott du glaubst doch nicht an allah 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 sagt du sollst dich verhüllen warum siehst du so aus hab 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 ich ein kofftuch an ich seh das doch anhand deines profil bilds danke nora ja aber das ist mein glauben ich glaube nein du hast kein glauben nicht das ist dein eigener glaube aber das hat nichts mit islam zu tun was bist du mit hobby muslima oder was was hat das mit name zu tun ja anscheinend schon nach deinem bild du weißt du dass muslima dich aufgrund deines unreligiösen verhalten eines tages zwingen werden in ein hijab nein bestimmt nicht das kann doch nicht wahr sein warum schaltet ihr euer gehirn aus das ist ein phänomen ich gehe kaputt es ist jedem selbst überlassen was er mit seinem glauben macht ob ich jetzt den punkten im ich werde dafür gerade stehen müssen du musst nicht für meine sünden gerade stehen in einem islamischen staat wo es gesetze gibt muss unser glauben hier nicht klein machen und sagen es ist falsch dies und die in einem islamischen staat gibt es gesetze und regeln was Allah aufgestellt hat und du kannst nicht machen was du willst sondern es werden die gesetze Allah dir vorgegeben und wenn du dich dran hält kommst du durch wenn du dich nicht dran hält kriegst du strafen es gibt keine ich mache das was ich will der andere kann machen was er will nein von wem kriege ich die strafen von der islamischen staat von der scharia von der richter geht über über den vollstrecker ich lebe hier in deutschland ich habe mein koran ich tue nicht alles was im koran steht ja und keiner hat mir was vorzuschreiben oder sonstiges ob ich jetzt fünfmal am tag bete oder nicht ich nicht für euch ach du heilig ja gut die muslime lassen dich nicht auf der erde bleiben einmal ist das die politik und einmal die religion da hat es kein ende warum bist du dann hier drin wenn du nicht diskutieren kannst weil du unser glauben richtig dermaßen runter drückst das sollst du nicht tun also du findest allers verse und tötungsbefehle nicht gut oder wie laut unserem glauben ist das töten eine sünde du bist das heftigste was ich jemals seit langem gesehen habe ehrlich ja nur weil du die ganzen verse aus der bibel aller in und aus nicht kennst bist du jetzt der allwissende hier du warst einmal drüben du warst tot bist da hingegangen und bist wieder zurückgekehrt hast recht wirklich weißt du dass im koran steht dass man dich als Frau dass dein ehemann dich schlagen darf wenn er will schatz willst du mich schlagen sag mal willst du mich schlagen nein ob er das will oder nicht ist nicht wichtig sondern der allah erlaubt deinem ehemann dich zu schlagen findest du das gut du findest alle nicht gut oder das gesetz findest du nicht gut sehr gut dann bist herzlich willkommen im club ja schön dass du raus bist aus dem Islam ich bin gerade am überlegen was ich dazu sagen soll was willst du sagen eine Frau die so was toleriert die hat nicht alle Tasten im Schrank das war es oder was mit der islamischen karriere in zwei minuten nur weil du keine Ahnung von dir gibst werde ich bestimmt nicht das ist nicht das was ich sage das ist das was Allah sagt Koran in so 4 34 da steht im Koran 4 34 wenn ihr befürchtet dass eure Frauen widerspenstig sind ermahnt sie meidet sie im Ehebett und schlagt sie Mohammed sagt ein Mann sollte nicht infrage gestellt werden warum er seine Frau schlägt ist das ein gutes Vorbild natürlich nicht ich ich tolleriere ja auch ich sage ja nicht ich toleriere dein glauben auch mein glauben ok ich toleriere nicht jeden Punkt was da aufgelistet ist das mal dazu aber ich finde nur dass du das sein lassen sollst wirklich Mensch ist Mensch ist egal an was man glaubt deine liberale Auffassung ist egal aber ich liebe den islam aber ich mag den islam nicht eigentlich ich toleriere nicht alle punkte also mal gut zuhören du tolerierst nicht das ist dein gott wie du hast gar nichts zu wollen tolerieren dein gott sagt das und du kannst nicht gott übertrumpfen was soll ich machen soll ich mich schlagen lassen oder was nein du sollst rausgehen aus dieser religion weil die nicht richtig ist also bist du nicht schlagen lassen du glaubst allen ernst dass du muslimer bist du hast nichts mit dem islam zu tun du betest weder fünfmal am tag noch hast du Kopf noch hast du tot alles alles passieren wird das sagt uns doch die schriften die heiligen schriften des islam oder der bibel glaubst du dran oder nicht glaubst du an deinen eigenen gott und seiner koran ja oder nein meine güte ich bin ja nicht hier weil ich jetzt mein glauben hier dings machen möchte ich möchte einfach nur dass er mit dieser hetzerei und alles aufhört und wieder das ist hetze ich frage dich doch die machen von wegen dass das nichts saugt dass das alles Bullshit ist und ich finde das ist falsch was ihr macht wirklich das kann doch nicht dass man schlagen darf was was wir ist falsch und was ist mit den ganzen anderen punkten die der islam hier uns sagen möchte oder sagt oder tut zum beispiel sagt Allah in 29 29 kämpft gegen diejenigen die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben wie findest du das wiederhol bitte noch mal den Satz kämpft gegen diejenigen die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben also alle ungläubigen müssen bekämpft werden die nicht an Allah glauben suche 9 Vers 29 schlag mal bitte auf also soll ich jetzt mit meinem Messer rumlaufen und alle umringen die nicht an Gott glauben oder was ja genau das verlangt dein Gott du brauchst uns nicht dafür wir sind dagegen deswegen sagen wir dir das also ich weiß nur dass Türkei nicht islamisch war wie ist denn dein Land islamisch geworden du weißt anscheinend alles besser sag du es mir ja durch die Vergewaltigung und das Schwert deswegen bist du heute Muslim die Araber haben ja Dschihad gemacht und dann haben die eben ein Land nach dem anderen gewaltsam islamisiert angefangen bei meinem Land Iran und dann ging es zu euch rüber Mohammed hat gesagt der Tag des jüngsten Gerichts kommt nicht eher bis ihr die Türken bekämpft hast du den Hadith direkt parat nein ich kann das nicht ertragen wie kann das denn sein was ist das denn bitte wie der Mohammed hat gesagt die Türken müssen bekämpft werden erst dann kommt der jüngste Tag des Gerichts des jüngsten Tages Tag des jüngsten Gerichts ja die ist geschockt die gute Kalja nicht die Kalja die Schala aber davor mal abgesehen nicht geschockt die Geschwister haben es schon Sahih Al Bukhari 2928 genau ich bin nur fassungslos und ich finde jetzt gerade momentan nicht die richtigen worte wie ich mich jetzt hier bei euch hier ohne etwas falsches zu sagen mich ausdrücken soll er geht nicht also willst du nicht verteidigt das steht schwarz auf weiß in deinem heiligen schriften im koran und in der sünder da kannst du dich nicht verteidigen was ja ja du eine verwässerte irgendwie verwässerte version des islams beigebracht bekommen hast in der du einfach ein euro shisha islam dir zurecht gebastelt hast was überhaupt nichts mit islam zu tun hat das muss ich auch eingestehen charla du bist eine kaffee in den augen der muslime wenn du nicht praktizierst und allahs gesetze befolgst dann wirst du zur rechenschaft gezogen ganz wahrlich allah hat ihr seid die beste gemeinschaft die allah jemals hervorgebracht hat ihr gebietet das gute und verbietet das verwerfliche weißt du also was machst du wenn du auf der straße läufst siehst dir die muslimen an die kein kopftuch haben sprichst du die direkt an drauf oder wie läuft das bei dir ab bin ich ein muslim der die muslimas dann anspricht dass sie sich islam konform anziehen sollen nein nein das sag ich ja nicht du bist ja kein muslim hab ich ja richtig verstanden ja also warum soll ich denn dann zu den muslimen hingehen und sagen zieh ein kopftuch an das werden die muslime dann eines tages übernehmen wir sind gerade ich lebe ja nicht in einem islamischen ja wir gehen ja rein hypothetisch davon aus dass wenn es so weit sein sollte was passiert mit dir was passiert mit mir ich werde erhängt ich werde umgebracht denke ich mir mal was ist das für eine religion darüber reden wir dass diese religion eben nicht gut ist für dich und für uns alle aber ich sage ja ich gebe auch nicht in so einem land und dazu wird es ja auch nicht kommen es geht um die religion ob die jetzt in deutschland kommt oder nicht es geht um die religion findest du die gut oder findest du findest du gut dass frauen geschlagen werden dürfen wenn ja okay wenn nein okay also ich finde das nicht gut wir sind ja keine tiere dann findest du anlass gesetze nicht gut dann findest du anlass nicht gut ja genau kommt zu jesus ja gut ich finde das nicht toll dann finde ich auch mein gott nicht toll oder was nein natürlich du musst auch alles toll finden an deinem gott der hat dich doch erschaffen und nur ich 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 Es wird wirklich kein Ende haben. Guck mal, ihr seid schon seit wie vielen Stunden hier am Telefonieren? Ja, okay. Möchtest du noch etwas sagen, dann hole ich den Nächsten rein. Ich merke schon, dass du nicht bist. Nein, aber hört auf bitte damit. Hast du jetzt nur das gelernt von diesem halbe Stunde Gespräch mit uns? Hört auf damit. Wirklich, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Hört auf damit. Nein, ihr macht unser Glauben einfach nur runter. Hast du hier all diese Sachen aufgetrieben, die Nummer, die Zuhren, die Versen? Möchtest du das nachprüfen oder möchtest du ignorant einfach weitermachen? Nein, ich werde das machen und bei eurem nächsten Live-Dings bin ich wieder dabei. Sehr gut, sehr gut. Begib dich auf den Weg und dann sehen wir uns. Alles klar, Gott segne dich, Charla. Gott ist sehen. Ciao. Stell dir mal vor, Armin, die kommt und dann in so ein paar Wochen nehmt ihr uns alle auseinander mit heftigsten Hadithen, so tausenden Adithen, alle so. Und dann sehen wir alle platt. Dann werden wir nicht mehr, wovon das kommt. Aber nein. Das glaube ich nicht, dass das passiert. Leider nicht. Salamu alaikum, meine Brüder und Schwestern zusammen. Ja, sehr, sehr schön gesprochen von dir. Dankeschön. Ja. Also für einen praktizierenden Christen, der Nächstenliebe zeigen soll, war das nicht. Wir machen doch nicht Spaß, mein Lieber. Ja, aber das ist Spaß auf meinen Nacken. Ja, dann sag du auch mal was zu mir. Nein, nein, ich mach keinen Scherz auf deinen Nacken. Nein, nein, mach Scherz auf meinen Nacken. Mach ich nicht, Bruder, mach ich nicht. Brauche ich nicht. Sehr gut, sehr gut. Ich amüsiere mich nicht mit Scherzen auf andere Leute, ihren Nacken. Ich hab mal eine andere Frage an. Ich hab einen heftigen Nacken. Du kannst gar nicht Spaß machen, weil der ist wie ein Stier, mein Nacken. Der ist heftig. Meine auch. Der ist sehr ernst. Ernst zu nehmender Nacken. Ja, also ich nehm, eure Nacken sind kleine Nacken. Ihr kriegt Nackenklatscher, mehr nicht. Also ihr seid... Nein, auf, sowas zu sagen. Du weißt nicht, der macht Spaß. Nein, der macht Spaß. Panzernacken. Ach, was für Panzernacken. Also ich sag mal so, wenn ihr wirklich Panzernacken hattet, besonders hier unser Ex-Muslim, dann müsste er sich doch, wenn er doch wirklich jetzt ein praktizierender Christ ist und den Weg zu Jesus gefunden hat, warum nennt er sich dann nicht Neuchrist? Warum nennt er sich Ex-Muslim? Schon wieder geht es um den Namen. Nein, nein, das war jetzt nur eine Frage. Du sagst schon wieder. Ich sag nur eine Frage. Ich möchte mich aber Ex-Muslim nennen. Was ist denn schon wieder los mit euch? Nein, nein, deine Letzt. Weil du sagtest schon wieder diese Frage. Ich hab diese Frage vorher noch nie in einem anderen Livestream gehört. Ich sehe auch gerade, wenn ich ehrlich bin, das erste Mal oder das zweite Mal einen Livestream von dir. Also ich hab dich immer weitergescrollt und diesmal bin ich hängen geblieben, weil mich das interessiert hat, warum sich jemand Ex-Muslim nennt, wenn er den Glauben verlassen hat. Du bist ins Netz gegangen. Das erste Mal. Sehr schön. Jetzt bist du im Netz. Ich bin im Netz. Genau. Was passiert jetzt im Netz? Jetzt wirst du vom Allmächtigen Gott seine Worte zu hören bekommen. Allah ist immer bei mir. Der Herr Jesus, der Allmächtige Gott, der Mensch wurde, liebt dich und hat deine Schuld bezahlt. Jetzt musst du es nur noch annehmen. Also ich sag mal so, ich liebe alle Propheten. Am meisten liebe ich den Propheten Mohammed, ich liebe Allah. Und ich leugne nicht, dass Jesus ein Prophet ist. Also wir glauben auch an Jesus. Wir glauben auch an Jesus wie der Auferstehung. Nur glauben wir nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist der Unterschied. Wir leugnen nicht Jesus, so wie ihr den Propheten Mohammed leugnet, ihn schlecht darstellen lässt. Wir stellen Jesus nicht in schlechte Licht. Also da ist doch schon mal... Ja, doch wenn du sagst, dass er nicht Gott ist, dann stellst du ihn in ein falsches Licht, weil Gott lässt sich seine Gottheit nicht nehmen von dir. Richtig. Aber Gott hat gesagt, Gott ist mit nichts und niemandem gleichzustellen. Gott wird in keine körperliche Form reingehen. Gott ist kein Mensch. Ja, Gott hat doch bei dir Körperteile. Nein. Doch, Sura 68, Vers 42, Allah hat entschieden bei dir. Ich wurde aus Erde und Wasser erschaffen. Nein, Allah hat... Ich lenke nicht ab. Ich lenke nicht ab. In Sura 68, Vers 42... Ihr seid diejenigen, die Irre führen. Ihr seid die Leute... Also ich bete für euch, damit Gott eurer Seele gnädig sein wird. Allah eurer Seele gnädig sein wird. Denn am Tag des jüngsten Gerichts wird es keinen Baum, keinen Stein geben, nichts geben, wo ihr euch verstecken könnt. Ja, aber das sagt doch auch die Bibel. Und dann bist du ja sozusagen in Gefahr. Jetzt wollen wir herausfinden, welcher Gott jetzt der wahre ist. Weil unser Gott... Es gibt nur einen Gott. Es ist nicht euer Gott. Ja, mein Gott sagt, wenn du nicht zu ihm kommst und an ihn glaubst, dann wirst du im Tag des jüngsten Gerichts dich nicht verstecken können. Richtig. Das sagt mein Gott in der Bibel. So jetzt bist du mit deiner Religion dasselbe. Also beides kann ja nicht richtig sein. Ein Gott muss falsch sein. Nein, nein. Es ist ja der eine und selbe Allah. Es ist das eine und selbe. Ja, ja, ja. Aber meine Religion, mein Gott der Religion, meine Religion in der Bibel sagt, alle, die nicht an Christus, Jesus glauben, dass er am Kreuz für sie gestorben ist, die werden alle in die Hölle kommen. Deine Religion sagt was anderes. Einer von diesen zwei Göttern ist ein Lügner. Ja, ich würde mal jetzt verauften, es ist nicht Allah, der lügt, sondern der Koran ist nicht verändert worden. Er ist unverändert. Aber die Bibel, die wurde ja durch Menschenhand verändert. Also kann die Bibel ja nicht mehr Allahs Wort sein. Im Jahre 1947 hat man die große Jesaja-Rolle gefunden. Der Prophet Jesaja aus dem Alten Testament. Und diese Schriftrolle Jesaja ist 100 bis 150 Jahre vor Jesus Christus datiert worden. Also von jetzt an 2150 Jahre alt. Und diese Jesaja-Rolle ist sehr gut erhalten geblieben. Und diese Jesaja-Rolle ist eins zu eins genau das Gleiche, was wir jetzt auch in unserer Bibel lesen. Das heißt, keine Verfälschung. Und in Jesaja steht, dass Gott Mensch wird, Sohn Gottes Mensch wird. Und dieser Sohn Gottes ist der Gott selbst. Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Oder Jesaja Kapitel 53, dass dieser Sohn, dass dieser Mensch die Sünden der Welt auf sich nimmt und dafür durchbohrt wird am Kreuz. Nicht verfälscht. Das ist alles perfekt erhalten. Es sind alles nicht verfälscht. Also wir Muslime, Alhamdulillah, wir glauben an den Koran, wir praktizieren den Koran und nichtsdestotrotz respektieren wir alle Bücher, die vom Himmel herabgesandt worden sind. Also unter anderem die Tora, die Bibel und das sind alles Niederschriften von Allah. So erst kam die Tora, daraus kam die Bibel und dann kam der Koran. Jetzt wenn man einfach nur seinen logischen Menschenverstand benutzt, weiß man, dass die Religion im Laufe der Zeit, ich nenne es mal mit anderen Worten, die wir heute verstehen können, ein Update bekommen hat. Also Gott braucht ein Update. Gottes Wort ist nicht vollkommen. Gott ist nicht vollkommen. Wir brauchen wie ein Computer das Wort. Raza, Raza, verdrehen wir nicht die Wörter im Mund. Verdrehen wir nicht die Wörter im Mund. Ich habe nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, dass ein anderer Gottes Wörter updatet, sondern Gott selbst hat diese, Allah selbst hat dieses Update gegeben, weil die Menschen im Laufe der Zeit Irre geführt wurden. Sie wurden in die Irre geführt. Ja, warte, warte, jetzt möchte ich eine Frage stellen. Wer führt die Menschen in die Irre laut Koran? Der Schätan. Dankeschön, dann ist Allah Schätan. Surah 13, Vers 27, Surah 35, Vers 8, Surah 16, Vers 93, Allah ist derjenige, der die Menschen in die Irre führt. Danke, dass du gesagt hast, Allah ist Schätan. Danke schön. Ich habe nicht gesagt, Allah ist der Schätan. Das sind deine Worte. Danke schön, dass du zugegeben hast, dass Allah der Teufel ist. Danke. Teufel ist da von der Teufel. Ja, genau. Allah hat den Teufel erschaffen. Das stimmt. Du hast, ich habe dich doch gerade eben, ich habe dich doch gerade eben gefragt, wer ist derjenige, der die Menschen, wer ist derjenige, der die Menschen in die Irre führt? Du hast klar und deutlich gesagt, Schätan. Da habe ich gesagt, warte, aber Allah ist derjenige, der die Menschen in die Irre führt. Surah 13, Vers 27, Surah 35, Vers 8, Surah 16, Vers 93 und etliche andere Verse auch. Allah leitet recht, wen er will und Allah leitet in die Irre, wen er will. Darf ich dir auch? Du kennst dich null aus mit deiner eigenen Religion, das ist das Problem. Jetzt ist der rausgegangen, heftig. Ja. Ja, wenn Dr. Seher Abu Amin einmal nur hört, was sie da sagen, dann ist Feierabend. Ja. Ja, mal gucken, ob der nochmal reinkommt. Ja, das ist nämlich ein Widerspruch, Leute. Surah 4, 119 und Surah 15, Vers 39 spricht Schätan. Allah, ich will die Menschen in die Irre führen. Und dann sehen wir auf einmal, dass Allah genau dasselbe macht wie der Teufel. Und das finden wir in Surah 13, Vers 27, Surah 35, Vers 8, Surah 16, Vers 93 und etliche andere Verse. Und dann fragt man die Muslime, ja, wer ist denn jetzt derjenige, der die Menschen in die Irre führt? Allah oder Schätan? Danke. Ja, Allah ist der größte Schätan, yes. Nein, darüber sind sich auch viele Muslime eben nicht bewusst, wenn die sagen, Update. Update muss nur ein System machen, was noch nicht vollkommen ist, was Fehler hat. Da muss Update her, damit die Fehler behoben werden. Zum Beispiel gibt es Update bei Computer. da bin ich wieder. Und zwar, Hijjur, zuerst, Ayet 40. Allah hat erst mal Adam erschaffen. Allah hat den Engeln gesagt, die sollen vor Adam knien. Schätan hat gesagt, Iblis hat gesagt, ich werde nicht vor Adam knien, denn du hast ihn aus Erde und Wasser erschaffen. Ich wurde aus Feuer erschaffen. Ich bin mächtiger als er. Ja, aber Iblis ist kein Engel. Da ist ein Fehler drin. Allah weiß nicht, dass Iblis kein Engel ist, sondern ein Dschinn. Töbe, ist da vor Allah. Töbe, ist da vor Allah. Jeden Fehler, was du benutzt kannst, wenn du einen reinen Glauben hättest, dann würdest du mich aussprechen lassen. und mich nicht ständig unterbrechen und mir in Wort fallen. Ja, aber mein Bruder, wenn du ein reinherziger Christ bist, dann würdest du das auch respektieren, was ich sage. Du musst es akzeptieren. Ich wollte nur sagen, dass Allah selber nicht den Unterschied weiß zwischen Engel und Dschinn. Natürlich weiß er das. Nein, du hast doch gerade gelesen, zu den Engeln haben wir gesagt, die sollen sich vorbeugen. Und Schätan ist kein Engel, er ist ein Dschinn. Er war ein Engel und ist dann gefallen. Nein. Nein. Gefallen. Doch. Schätan ist kein Engel, er ist ein Dschinn, er ist aus Feuer erschaffen. So, jetzt hör mir zu, Bruder. Du weißt, ich habe recht, deswegen unterbrichst du mich die ganze Zeit, weil du versuchst, mich aus dem Konzept zu bringen. Denn wenn du von dir selbst überzeugt bist, dann würdest du mich ausreden lassen. Ja, du kannst jetzt ausreden. Ich hoffe aber, dass du verstanden hast, diesen Fehler da in dem Vers, was du gelesen hast. Es ist kein Fehler. Der Fehler ist bei euch. Okay, weiter geht's. Was wolltest du sagen? Und der Schätan hat gesagt, Allah hat den Schätan verbannt und der Schätan hat zu Allah gesagt, gib mir eine Chance. Aber er hat nicht gesprochen, wofür. Allah hat gesagt, meine Augen sind auf dir, du bekommst deine Chance. Und Schätan hat Allah versprochen, ich werde auf Erden die Menschen in die Irre führen. Ah, danke schön. Von oben, von unten. Der Schätan hat das gesagt, nicht Allah hat das gesagt. Allah sagt das auch, ich werde die Menschen in die Irre führen. Nein, Allah wird die Menschen in die Irre führen, die mit dem Schätan sind. Aber die, die ein reines Herz haben. Nein, das ist deine eigene Interpretation. Allah wird einfach willkürlich in die Irre, wie er will und leitet Recht, wie er will. Tausende Fernseh im Koran. Das kannst du nicht leugnen. Ich mach mal eine andere Sache jetzt für euch, Bruder. Pass auf, ich geb euch jetzt einfach mal Recht. Ich sag, ihr habt Recht, weil ich kann mich mit... Ja, wenn du mir Recht gibst, dann haben wir einen sogenannten Widerspruch in deiner göttlichen... Stopp, ich gebe dir Recht. In dem Punkt, lass mich doch ausreden. Unterbrich mich nicht ständig. Das ist respektlos. Hast du keinen Respekt beigebracht bekommen? Ja, doch, aber du musst auch mal Leute ausreden lassen. So wie ich dich ausreden lasse, musst du auch erlauben, dass man auch zwischendurch mal etwas sagt, wo du dann gebremst werden musst. Also wenn ich spreche und du mir in jedem Satz in mein Wort fällst, dann lässt du mich ja nicht aussprechen. Ja, gut, aber wenn du etwas sagst, was nicht der Wahrheit entspricht oder den Koran gerade am korrumpieren bist, dann gehe ich dazwischen und sage, das, was du sagst, ist falsch und bringe meine Beweise. Hast du einen Vers aus dem Koran zitiert? Nicht einen einzigen. Habe ich einen Vers aus dem Koran zitiert? Ah, die ganze Zeit. Wer von uns beiden ist on point? Du auf jeden Fall nicht, mein Freund. Du auf jeden Fall nicht. Ja, du siehst nur, dass du keine Ahnung vom Islam hast, Mann. Du bist auf jeden Fall nicht, nicht rechtgeleitet. Ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade. Ich verurteile dich nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin auch nicht mit Hass erfüllt. Im Gegenteil. Ich wünsche dir mir, du wärst rechtgeleitet und du würdest von dem Höllenfeuer gerettet werden. Jetzt würde ich nur noch eins sagen. Ich sage nur noch einen Satz und danach gehe ich auch aus dem Livestream raus. Der Tag am jüngsten Gericht, meine Brüder. An dem Tag des jüngsten Gerichts werden wir alle da oben stehen. Mich interessiert dann, was ihr da oben sagen werdet. Weil da oben gibt es für euch kein Entkommen mehr. Ja, ich werde Allah zum Beispiel fragen, warum verlangst du von Adam, dass er sich von Ogel niederwerfen soll. Das ist der Götzengest. Der Mensch darf sich ja nur vor Gott niederwerfen. Was verlangst du da von Adam? Warum bist du der Urheber von Schilk? Jetzt ist er rausgegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist das. Wenn die mit ihrer Unwissenheit hier reinkommen und ich genau weiß, wo die Verse zu finden sind, dann müssen die natürlich schlucken. Das ist das. Dieser einzige Vers, was er gerade genannt hat, der hat so viele Fehler. Dass Gott von Adam verlangt, sich vor Engel niederzuwerfen. Das ist der Götzengest. Man darf sich nicht vor Engel niederwerfen. Nur vor Gott. Deswegen beten die Muslime, werfen sich auch nur nieder vor Allah. Richtig. Da ist ein Riesenproblem mit Götzen. Allah verlangt von Adam Götzengest. Ja, nicht nur das. Du weißt ja, dass der Urheber der Sünde, der Allah war. Der hat ja Adam schon vorhergespielt von Schilk. Allah verlangt von Schilk. Du weißt ja, dass der Allah der Urheber von der Sünde war, weil Adam schon bevor seine Erschaffung so gemacht hat, dass er sündigt. Da gibt es ja dieses Gespräch mit Mose und Adam. Dann sagt der Mose zu Adam, du hast uns hier in diese mistliche Lage gebracht. Dann sagt er, warum machst du mich dafür an? Allah hat das schon für mich vorherbestimmt, dass ich das mache. Ja, ja, ja. Eine einzige Katastrophe. Danke, Nora. Lernt und staunt vom Herrn Jesus Christus, der das Gegenteil macht von Allah und von Mohammed. Danke, Niki. Ja, 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 ja. Danke dem, dem Platz ist mir. Kras, ich habe mich nicht damit gerechnet, dass du mich unten bist. Hallo, Zorro. Was geht? Gottes Segen, dir und deine Familie. Das ist dumm, ey. Danke, Nora. Was hast du für eine Frage? Eigentlich gar keine. Ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Ich verstehe kein Wort. Ich habe gesagt, eigentlich gar keine. Ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Möchtest du vom Herrn Jelen hören? Vom wahren Gott der Bibel? Versteht ihr das Wort? Ja, hallo. Nee, der sagt auch nicht. Und so ist es. Raus. Mach wie Gott. Frankie, ja genau. Nur, nur. Raus, raus, raus. Wo kann ich dich treffen? Du kannst mich überall treffen. Guck mal. Fabio, was geht? Was geht bei dir? Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, ich auch. Wie geht's? Ich bin im Auto unterwegs. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, soweit ganz gut. Armin, ich habe mal eine Frage. Ich selbst bin Moslem. Aber, was sagst du? Ich selbst bin Moslem. Ich habe mal eine Frage. Wie siehst du das denn, dass andere dich immer angreifen und sagen, du warst ja nie Moslem? Was sagst du diesen Leuten? Ja, die wissen ja alle, dass ich Moslem war. Ich habe ja alles denen erklärt. Warum, weshalb, wieso. Das ist nur ein Schutzmechanismus, den die auffahren, damit sie nicht glauben, dass es so Menschen gibt, die wirklich aus dem Islam kommen und dann auch noch den Islam verlassen. Und dann auch noch Beweise bringen für den Islam. Da muss man natürlich eine Ausrede finden. Das war kein Moslem und der hat nichts mit Islam zu tun gehabt und sowas ganz, ganz schlimm. Aber warum sagen die das? Wie kommen die darauf, dass man zu dir sagt, du bist kein Moslem gewesen, also kannst du dich auch nicht Ex-Muslim nennen? Habe ich dir doch gerade erklärt. Das ist nur ein Schutzmechanismus, um den Islam nicht zu verlassen. Weil das ist für die das Ultraschlimmste, wenn auf einmal jemand da hinkommt und sagt, dass er den Islam verlassen hat. Weil für die in den Augen verlässt niemand den Islam. Obwohl zig Millionen Menschen weltweit den Islam jeden Tag verlassen. Es gibt aber auch zig Millionen Menschen, die nehmen den an. Aber so kann man das ja auch nicht pauschalisieren. Aber was mich dann nochmal interessiert an deiner Vita ist doch, was war der ausschlaggebende Punkt? Du hast dich ja mit dem Islam lange Zeit beschäftigt, aber was war so der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast, der Islam ist nichts mehr für mich? Da muss es ja irgendwo mal ein Erlebnis gegeben haben, ein Vers, ein Hadith, irgendwas muss es gegeben haben. Ja, Mohammeds Leben hat mich natürlich sehr, sehr weggetrieben vom Islam. Also sein Prophetentum, sogenanntes Prophetentum, habe ich dann nach und nach mir mal durchgeguckt und mir die frühesten Quellen des Islams mal betrachtet und habe gemerkt, dass der Mohammed einfach den Islam erfunden hat und an Frauen, Geld und Macht ranzukommen. Ganz eindeutig durch Sorge 33, Vers 50 und andere Verse. Was steht da zum Beispiel drin? Ja, dass der Mohammed mit allen Frauen schlafen darf, vorausgesetzt, dass er es will. Und dann, wenn du den Tafsir von Al-Kurte wieder durchstiegst, zu dem Vers, dann heißt es, dass der Mohammed mit 20 Privilegien vor der gesamten Menschheit bevorzugt wurde. Und in Punkt 10 heißt es dann, wenn die, wenn die Augen des Propheten auf eine verheiratete Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht eines jeden Muslim, sich scheiden zu lassen, damit Mohammed sie in Ruhe penetrieren kann. Wahnsinn. Kannst du glauben, kannst du glauben, dass das ein Prophet ist oder was? Ich kann, ich kann das nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, von Kind auf mit diesem Glauben groß geworden bin. Aber wie viele halt, hör zu Amir, wie viele halt in Deutschland, ist es halt für uns Jugendlichen schwierig, sich halt mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen und es auch zu verstehen. Aber das gilt auch für das Christentum. Das ist, man muss sich einfach hinsetzen und einfach mal... Genau das habe ich getan. Genau das habe ich getan. Ja, wie alt warst du denn? Da hast du da schon... Warst du da älter? Oder... Ja, Mitte 20 so fing das dann an. Okay, aber da muss ja... du warst ja Rapper, man sieht es ja überall auf YouTube und so. Das ist sehr laut, ich verstehe dich. Es muss ja... Es muss ja einen Punkt gegeben haben, wo du der Musik den Rücken gekehrt hast und dich mit der Religion beschäftigt hast. Wann war das? Hörst du mich? Du bist... Du bist sehr leise. Leider ist draußen. Das sind ja die ganzen Geräusche noch nebenbei. Ah ja, okay. Okay, alles klar. Gut. Dann hol mal jemanden anders rein, der besser... wo du ihn besser verstehen kannst. Gott segne dich. Bis dann. Ciao. 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 Ich bin so müde, ey. Ich bin K.O., Leute. Ich mache heute schon wieder Marathon. Bist du Marathon-Man? Marathon-Man. Hörst du mich, Amir? 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 Hörst du mich? Ja. Ah, okay. Man sieht gar nicht mehr. Man sieht nur dein T-Shirt. Ja, nochmal zu dieser Update-Sache, ihr Lieben. Beziehungsweise die Zuhörer. Wenn der Islam besagt, dass die Bibel ein Update braucht, heißt das ja, dass der Gott selber zugibt, dass sein Wort Fehler hat und dass er durch das Update diese Fehler behebt. So wie ein Update bei einer Software eben dazu dient, die Software zu verbessern. Aber das Wort Gottes kannst du ja nicht verbessern. Das ist ja schon vollkommen. Alleine diese Sache mit dem Update ist schon selbst ein K.O.-Kriterium für den Islam. Wenn man das sich richtig in der Tiefe betrachtet, sieht man, wenn der Islam von einem Update spricht, dann gibt es also gleichzeitig zu, dass das Wort Allahs selber nicht vollkommen ist und erst durch ein Update perfektioniert werden muss. Das war es schon eigentlich. Das ist noch ein Riesengrund, warum der Islam nicht die Wahrheit ist. Ja, weil menschliche Sachen, die in Entwicklung sind, wie eine Software oder sowas, diese Sachen brauchen immer Updates, Verbesserungen. Man sieht auch, dass zum Beispiel so ein Auto, was von Menschen kreiert worden ist, immer wieder Update macht, jede vier Jahre verbessert wird. Und das sind auch die Autos jetzt momentan, die modernen Autos sind halt viel, viel besser als die ersten Autos. Weil das eine menschliche Konstruktion ist, nicht vollkommen ist. Deswegen braucht es immer ein Update und Verbesserung. Dass das, wenn ein Moslem das sagt, der schießt sich selber in den eigenen Fuß mit dieser Argumentation. Es beginnt und es endet mit der Bibel. Deswegen sagt der Herr Jesus, ich bin der Anfang und das Ende. Alpha und Omega. Das Wort Gottes beginnt mit der Bibel und endet mit der Bibel. Da gibt es kein anderes Wort Gottes. Wenn es ein anderes Wort Gottes gibt, dann ist das Wort Gottes nicht vollkommen. Das heißt, es braucht eine Verbesserung. So, logisch. Schluss aus. Schluss aus Mickey Mouse. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nur das Wort Gottes kann nicht vergehen. Wenn der Herr Jesus sagt, meine Worte werden in Ewigkeit bleiben, ja, dann ist er Gott, dann macht er sich zu Gott. Wenn er ein Prophet wäre, würde er sagen, die Worte von Gott werden nie vergehen. Ich bin nur ein Mensch. Aber er sagt, meine Worte werden in Ewigkeit bleiben. Das heißt, sein Wort ist das Wort Gottes, weil das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. So. Und, 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 und. Aber schon, und man sieht nur noch Spaß. Wo bist du denn? Wo ist er denn? Ist er mit den Hunden raus? Ja? Ja. Aber wie du denn? Hörst du mich? Ja, natürlich höre ich dich. Hallo? Warum sagst du denn nichts mehr? Ich habe gerade etwas erledigt. Ich höre dich schon, mach dir keine Sorgen. Ach so. Darf ich auch mal kurz mal was machen? Kein Problem, weil du nichts gesagt hast. Und soll ich den Marathon hier weiter vollziehen und mein Kopf gleich am Rauchen ist? Ja. Das ist halt so. Das ist der Preis, den man bezahlen muss. Der Preis ist heiß. Ich grüße euch beiden. Grüß dich auch. Gott segne dich. Wie geht's euch? Ich war mal gut. Ja. Okay. Ich wollte nur kurz den Ex-Muslimen antworten, weil er hat einen Vers rezitiert. Wenn Gott recht leitet, ist rechtgeleitet und wenn er in die Irre führt, ist er in die Irre gegangen. Was wäre das? Ja, das ist recht. Zum Beispiel, wenn die Menschen Gutes tun, ja, und die Nähe Allahs suchen, so hilft ihnen Allah und leitet sie recht. Doch wenn diejenigen Ungerechtes tun, Menschen schlecht behandeln und nicht die Nähe Allahs suchen, so lässt sie Allah in die Irre gehen. Das ist deine eigene Interpretation. Zeig mir einen Interpretation, der diesen Quatsch erzählt, den du gerade erzählst. Ich weiß, du bist der, der von deinem Schia schön auf den Kopf bekommen hat. Sabr, 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 Sabr. Surah 18, Vers 50 steht es auch. Und dann lesen wir zusammen, was der Bilkethir dazu sagt. Die Bedeutung dieses Verses. Wie zum Beispiel haben wir auch Hadith, dass der Prophet, a.s.w. sagte, weil ich Gott lieb, die Menschen mehr wie die Mutter ihren Sohn liebt. Aber die Liebe Gottes musst du suchen. Es kommt nicht vor sich. Er sagt uns, Surah 32, Allah liebt die Ungläubigen nicht, also haben wir einen Widerspruch. Was bedeutet Ungläubig? Die nicht an Gott glauben. Die nicht an Allahs Religion glauben. Ja, Allah ist doch Gott von allen Menschen. Und, aber er lässt ihn nicht den freien Willen. Nur die Menschen suchen sich selber ihre Goethe aus, weil sie nicht den richtigen Gott kennen. Ja, weil du weißt, dass wir alle als Muslime geboren werden und dann unsere Eltern aus uns Kuffar machen. Schau mal, du weißt doch, was Muslim bedeutet. Weißt du, was Muslim bedeutet, auf Deutsch übersetzt? Ja, das ist ein Unterworfener. Okay, und war Jesus ein Unterworfener? Nein, er war kein Unterworfener. Bist du sicher? Hat er sich nicht seinen Vater gegeben? Ja, er hat sich seinem Vater untergeordnet. Ja, das ist was anderes. Genau. Aber du bist ein Unterworfener von dem Senat, nicht im Sinne von, dass du dich angreifst und du ein Muslim wirst, ein Unterworfener. Verstehst du? Islam bedeutet auch nicht Frieden, sondern Unterwerfung. Und das nicht auf Gott, sondern du hast nicht zu unterwerfen und den Islam anzunehmen. Ansonsten musst du von dieser Erde gehen. Von dieser Erde gehen. Guck mal, ich will nur, mich interessiert eins bei euch. Was ist eigentlich euer Ziel? Muslime zu provozieren oder sie recht zu leiten? Das kann ich dir gar nicht. Ich kann dir nur sagen, dass dein Prophet sehr viele Lügen in Sahih Bukhari und Sahih Muslim gemacht hat und genagt hat. Und aufgrund dieser Tatsache, wenn ich dir nur einen Beweis bringe, der mit der heutigen Wissenschaft nicht übereinstimmt, dann musst du zugeben, den Islam einfach verlassen. Aber du bist unehrlich und bleibst trotzdem im Islam. Guck mal, ihr sagt doch, dass ihr ehrlich seid. Du hast letztens was gelesen aus der Bibel, du hast gesagt, dass Jesus gesagt hat, Liebe deinen Nächsten. Das hat mir gefallen, wirklich. Liebe deinen Nächsten heißt auch, dass ich dir aus Liebe heraus, die die Wahrheit sage, auch wenn sie schmerzhaft ist. Und wenn ich dir zeige, dass Mohammed kein Prophet war, dann musst du den Islam verlassen. Nein, ganz kurz. Wenn jetzt zum Beispiel du... Renan, wärst du bereit, deine geliebte Frau Mohammed zu geben? Ganz kurz, bitte, ganz kurz. Ganz kurz. Aber der Prophet hat doch keine verheirateten Frauen geheiratet. Das ist eine andere Frage. Boah, der hat eine Frau vorgesehen auf solch der Zeit. Nein, sie hat sich von ihm geschieden, dann hat er sie genommen. Das kenne ich schon. Aber wer hat das verursacht? Wer hat das verursacht? Nein, nein, nein. Erst einmal, sie haben Streit gehabt, weil sie war ja seine Cousine, von den Propheten die Cousine. Du kannst aufmachen, aber du kannst es nicht beweisen. Ich will 100% sicher. Ich kann es beweisen. Ich kann es beweisen. Ich habe sie in Alkutu, wie der Mohammed hat sie in seinem Herzen begehrt. Und Jesus Christus sagt, wenn du eine Frau mit lüsterndem Blick angust, hast du Ehebruch in deinem Herzen begangen. Nein, das stimmt nicht. Guck mal. Du musst Geduld sein. Guck mal, ich rede mit Geduld. Nein, von sowas habe ich keine Geduld mehr. Du siehst, dass ich tausende Beweise bringe gegen den Islam und du sagst, du hast keine Beweise. Wie soll ich mit dir diskutieren? Du fast siehst du nicht. Weißt du, warum der Prophet sie geheiratet hat? Viele haben gesagt, da ist dein Sohn, dein Sohn, dein Sohn und Gott hat offenbart, ihr dürft nicht zu euren Adoptivkindern Söhnen nehmen. Weil die Leute sich aufgeregt haben und gesagt haben, die haben getuschtelt, da haben die gesagt, guck mal, der spannt sogar die Frau von seinem Adoptivsohn aus. Und dann hat der Mohammed das verboten durch Allah, verstehst du? Das war ja eine ehrenvolle Sache, ein Kind zu adoptieren. Und Mohammed hat das durch Allah dann weggetan, weil er an die Frau von seinem Adoptivsohn wusste. Das ist die Wahrheit. Nein, Armin, das stimmt wirklich nicht. Das ist die Wahrheit, das ist dein Prophet. Deswegen sagt Al-Kurtubi in Zuge 33, Vers 50, wenn die Augen des Propheten auf eine verheiratete Frau fallen, ist es die unbestreitbare Pflicht von Senat, sich scheiden zu lassen, damit Mohammed sie heiraten darf. Du musst dich scheiden lassen. Das stimmt wirklich nicht. Das stimmt, du nüchtern Mann. Das ist alles normal. Diese Verwünschen, du siehst du, was du siehst. Okay, zeig mal, wo steht das, was du gesagt hast? Das will ich sehen, wo steht, so wie er gesagt hat. Das stimmt, du siehst, du siehst, aber es ist ein ganzes Begründnis. Das stimmt, du sonst gewinnig. Das stimmt, du bist ein ganzes Begründnis. Das stimmt, du bist, du bist, du bist. Du bist, du bist, du bist. Miche, ich habe dich zusammengebracht, eine ganze Zeit. Ja Reza, du kannst auch reden, wenn du mich hörst, wenn du was dazu sagen willst, bis er das gefunden hat, kannst du auch sagen, kein Problem. Hört man mich? Leider, ich bin kurz verhindert, deswegen kann ich mich da jetzt einschalten ins Gespräch. Aber Ami ist da dran. Okay, ich will gucken, wo steht das, wie Ami das erklärt hat, dass nur weil der Prophet sie begehrt hat? Lerne von deiner eigenen Religion, guck mal hier. Tafsir al-Khurtubi, Seite 423. Pass auf, das sind die Sonderprivilegien zur Suche 33 Vers 50 von Allah für seinen Propheten. Daran erkennen wir, dass er nie ein Prophet war. Erstens, ihm wird die beste Beute zuteil. Zweitens, Sonderregelung. Ein ganzes Fünftel der gesamten Kriegsbeute geht an ihn alleine. Drittens, ihm ist es erlaubt, mehr zu fasten. Viertens, er hat die Erlaubnis von Allah mehr als vier Ehefrauen gleichzeitig zu haben. Fünftens, er darf jede Frau Punktpunkten, die ihm als Geschenke dargebracht wird. Sechstens, er darf jede Frau Punktpunkten ohne die Einwilligung eines männlichen Mitglieds ihrer Familie. Siebtens, er darf Frauen Punktpunkten und muss dafür kein Geld zahlen. Achtens, er darf SEX haben, während er Hatsch haben, sowohl mit seinen Ehefrauen als auch mit jeder anderen Frau. Neuntens, ihm ist es erlaubt, jeden Ei zu brechen, den er seinen Ehefrauen gegenüber ablegte. Zehntens, sollten die Augen des Propheten auf eine Frau fallen. So ist es die unbestreitbare Pflicht von Senat, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, damit der Prophet sie ungestört Punktpunkten kann. Ibn al-Arabi sprach, dies geschah auch im Falle Zeyneps. Zeynep war Mohammeds Schwiegertochter. Er begehrte sie und nahm sie zur Frau, nachdem er seinen Sohn dazu zwang, sich von ihr scheiden zu lassen. Senat, pass auf. Elftens, er schenkte Safir die Freiheit. Mohammed tötete ihre Angehörigen und vergewaltete sie brutal, anstatt sie dafür zu bezahlen. Zwölftens, ihm ist es erlaubt, Mekka zu betreten, ohne die Rituale zu praktizieren, die dort für ein Muslim Pflicht sind. Dreizehn, ihm ist es erlaubt, in Mekka zu töten. Vierzehn, niemand ist es erlaubt, etwas von ihm zu erben. Fünfzehn, seine Ehefrauen bleiben mit ihm verheiratet, selbst nach seinem Tod. Das heißt, dass sie als Witwen keinen neuen Mann heiraten dürfen. Sechzehn, wenn er sich von einer seiner Ehefrauen scheiden lässt, so darf sie bis zum Tag ihres Todes keinen anderen Mann heiraten, da sie offiziell immer noch als eine Ehefrau Mohammeds gilt. Siebzehn, dem Propheten ist es erlaubt, den Hungernden sein Essen und dem Durstigen sein Trinken zu stehlen. Jetzt musst du wahrhaftig sein. Dreh mal um, wo steht es in Qutubim? Dreh mal um, wo hast du es gelesen? Wo steht es in Tessiz? Dreh mal um, wo steht es in Tessiz? Dreh mal um, wo steht es in Tessiz? Dreh mal um, wo steht es in Tessiz? von Al-Kurtubi auf der Seite. Nein, das mit 1, 2, 3, 4, 5. Wo hast du es gefunden? Hier. Okay. Nummer 10. Sollte die Augen des Propheten auf eine Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht ihres Ehemanns, sich von ihr scheiden zu lassen, damit der Prophet sie ungestört pumpen kann. Ibn al-Arabi sprach, dies geschah auch im Falle Zeynep. Zeynep war Mohammeds Schwiegertochter. Er begehrten sie und nahm sie zur Frau, nachdem er seinen Sohn dazu zwang, sich von ihr scheiden zu lassen. Dreh mal das Buch um, das will ich sehen. Wer hat das geschrieben? Dreh mal das Buch um. Ich habe doch gerade eben gesagt. Nein, das Buch umdrehen. Wer hat das geschrieben? Bei uns steht nicht mit Ficken, 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 was du da gesagt hast. Ja, was ist denn nicht klar? Dreh mal das Buch um. Wie heißt das Buch? Habe ich doch gerade zu dir gesagt. Das ist von Christian Prince, Sex und Allah. Und wer ist Christian Prince? Das ist dein Meister. War dein Muslim? Nein, der ist ein Christ, der den Islam studiert hat und dir deine Religion beibringt. Und seit wann haben die Christen die Weite über Muslimen gesagt? Nie. Immer schon. Nur ihr habt Taqiyah. Siehst du, du kommst mit Christian Prince? Wer ist denn? Wer ist denn? Seite genannt? Al-Rutubi, Seite, schlag doch auf und dann komm wieder. Und wenn du nicht da stehst, dann kannst du sagen. Das bist du. Ja, genau. Das bist du. Ich schwöre dir, das ist gar nicht wichtig. Du kommst mit einem Buch, was gar nicht Islamisch ist. Jetzt auf Seite von Tafsin Al-Kurte und schlag das auf. Rede nicht. Ist das eigentlich, was du gemacht hast? Selbst wenn ich das aus einer jüdischen Seite habe, gebe ich dir eine Quelle. Raffst du das nicht? Der hat über Kurte gelogen. Ehrlich? Das ist doch nicht mehr normal. Du kommst mit Christian Prince? Erstens, bei uns steht niemals in Kultury mit diesen Wörtern ficken, ficken, ficken. Das habt ihr alle erfunden. Kann doch nicht mehr wahr sein. Weil Leute, wie ihr tut uns damit anlügen? Wie Panne der ist, der Typ? Nee, hast du wirklich gesagt, du kommst an uns mit sowas vorbei mit das Buch von Tafsin Al-Kurte? Denna, schlag auf. Rede nicht, babbel nicht, schlag auf jetzt. Okay. Ich hab den Computer nicht da. Geh mal du jetzt, gib mir einen Tafsin-Kultury. Oh, du hast Computer nicht da. Computer auf einmal nicht da, ne? Urlaub, ich bin nicht zu Hause. Ich schwöre bei Gott, ich bin nicht zu Hause. Mach mal Kamera an, bitte. Ich schwöre bei Gott, ich bin in Frankreich. Wenn ich bei Gott schwöre, dann bin ich auch in Frankreich. Ich lüge nicht. Ja, okay. Du hast ja wohl einen Laptop bei dir zu Hause. Nein, ich bin nicht zu Hause bei mir. Ich hab mein Handy gerade. Steht mit deiner Religion, mach mal jetzt den Laptop an. Du hast einen Laptop zu Hause, schön. Und jetzt wirst du fühlen, kannst du dann den Leuten erklären, dass dein Prophet deine Frau ausspannen will. Jetzt musst du, wieso redest du über, wieso persönlich kannst du nicht sagen? Ich bin nicht unverschämt, du redest über deine Frau. Ich mach das nicht. Dein Mohammed, den sie doch ausspannen, das ist doch nicht so normal. Das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht, was du da sagst. Diese Christen-Treats hat über den Propheten gelohnt. Ich komm, bitte geh mal und schlag mal bitte das Buch von Al-Kurtubi auf. Schlag mal bitte das Buch von Al-Kurtubi auf. Gib mal ein, dann lesen wir alle zusammen, ob das stimmt, wie du gesagt hast. Geh mal Google ein, und liest mal diesen Bücher von Al-Kurtubi nicht so ganz leicht. Du musst die arabischen Buchstaben kennen. Ich kenne die arabischen Buchstaben ganz gut. Okay, dann kannst du das ja machen. Suche 33, Vers 50, Tafsir Al-Kurtubi. Okay, dann geh mal doch in Google und zeig uns allen. Zeig mal. Geh mal jetzt in Google, du hast Google da, und jetzt gehst du zu Tafsir Al-Kurtubi zu Suche 33. Ich komm neben mir. Ich hab nix, nur den Handy hab ich in die Hand. Dann können wir nicht miteinander weiterreden, weil du... Bereis doch du uns aus dem Computer aus. Ich hab dir eine Quelle genannt, Bist du verrückt, oder was? Was für Quelle? Christliche Quelle? Ist es ein... Ich hab gesagt, ey, das kann doch nicht mehr wahr sein. Komm, gib du ein. Gib ein, komm, zeig. Ey, verrückt ist das denn, Nein? Bei uns, in keinem islamischem Buch, kommt das Wort, wie du sagtest, Ficken, 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 ist das für Allah. Was bedeutet denn Nikah? Was bedeutet Nikah? Das wurde zusammengestellt von einem Christ, der den Propheten gehasst hat. Und normal, einen Feind glaubst du nie. Du tust nur Erfinden über ihn. Senat, Senat, schlag mal jetzt den Tafsir zu Suche 33, Vers 50 von Al-Kurte wie auf. Mach ihn. Hab ich doch gesagt, ich hab nicht, Armin, warum schlagst du nicht vor? dann hast du nicht, was soll ich denn jetzt machen? Ja, dann zeig mir aus dem Computer, du hast doch den Computer da. Du hast den Computer da, du bist doch in einem Hotel, in einer Zaun. Nein, ich hab keine Computer da. Hast du Angst, dass du gelogen hast? Das ist doch nicht. Wenn ich also gelogen habe, warte mal. was soll. Oh, keine Ahnung. Vielen Dank. Ich habe dir gerade eben gesagt, guck bitte nach im Tafsir von Al-Kurtubi, Seite 423, ist doch kein Problem für dich. Du kannst ja sagen, okay, jetzt habe ich keinen Computer, du kannst ja ehrlicherweise sagen, ich habe keinen Computer, aber ich werde jetzt gleich rausgehen und werde ich da mal nachprüfen, ob das wirklich so stimmt. Wäre das nicht gut? In Google, du hast was erfunden und diese Christian Prince hat was erfunden. Das ist doch nicht normal, das kann doch nicht normal sein. Genau, das kann nicht normal sein. Okay, dann nehmt ein anderes Tafsir, nimm mal Ibn Kethi, gib mal ein, das siehst du auf Deutsch. Das siehst du jetzt auf einmal, sagt dir Ibn Kethi. Jetzt Al-Jal-Alain ist auch Schrott? Wer? Al-Jal-Alain, Al-Jal-Alain, seine Tafsire, sind auch Schrott? Guck mal, es gibt die berühmte Tafsir von Kurtubi, Ibn Abbas, von Tafsir. Ich habe dir doch gerade einmal Kurtubi gegeben. Nein, du hast mir nur etwas von diesem Christian Prince gezeigt, was er zusammen gemacht hat. Er hat es zusammengetastet, er hat es zu machen. Aber er hat erfunden, er hat erfunden. Schia Omar, bitte, geh auf Al-Tafsir.com, geh dann auf die Tafsire, gib ein Surah 33 Vers 50 und geh, egal welche Tafsir, such dir eine aus, Jal-Alain, das ist einer der höchsten. Okay. Meinst du Surah Azab Vers 50 erstens? Ich kenne dir diesen Vers. Surah Azab Vers 50, ich kenne das, wo der Prophet auf dem Weg war und wo Prophet Frauen heiraten dürften, aber nicht die Gläubigen, okay? Wenn sich Frauen den Propheten geschenkt haben, bedeutet, der Prophet war nicht verpflichtet, ihnen die Brautgabe zu geben. Es ging um die Brautgabe da. Weil normalerweise, wenn ein Muslim eine Frau heiratet, ein Gläubiger, muss er ihr Brautgabe geben und eine Frau darf sich ihm nicht schenken, aber den Propheten darf sie sich ihm schenken, wenn du über diesen Vers sprichst. Aber da steht nirgends, was er da gelesen hat von dieser Christian-Prinz-Quelle, ja, mit, ist doch für Allah, diese Wort, ich will es nicht wiederholen, vielleicht sind da Kinder, ja, mit F, F und so weiter und so fort. Das Wort mit dem F kommt sehr oft in der arabischen Originaltafsäre vor. Leider nicht, wenn dann, da kommt Beischlaf, kommt es ja, mit jeder Übersetzung kommt ein Geschein. Was bedeutet denn Nikah? Senat, was bedeutet Nikah? Nikah bedeutet Heirat. Was bedeutet Zawaj? Zawaj bedeutet Frau. Zawaj bedeutet Frau? Zawaj eh Frau. Zawaj ist verheiratet und so. Und du willst doch von Gitarre zählen, du bist völlig wahnsinnig, ey. Nein, Zawaj bedeutet mit einer Frau, wenn du heiratest. Ja, heiraten. Zawaj bedeutet Heirat. Ich bin Perser, ich bin Perser. Zawaj bedeutet Ehe. Also kann Nikah nicht Ehe sein, oder? Nein, guck mal, guck mal, es gibt ja mal, wenn ich frage... Senat, du hast mich gerade narriert vom Allerfeinsten Zawaj als Frau? Nein, nein, mit Frau verheiratet habe ich doch nicht korrigiert. Ich habe mich korrigiert. Wenn ich dich frage, Herr Antem, Mütte Zawaj, bist du verheiratet? Du darfst heiraten, aber wenn ich sage Nikah. Du hast doch Moral und Anstatt, bist du verheiratet, Senat? Ganz gut, wenn ich sage, hast du eine E-Schließung? Also E-Schließung bedeutet Nikah. Verheiratet bedeutet Mütte Zawaj. Ja, das ist was anderes. Mein Lieber, bist du zu deinem Schwiegervater gegangen und hast gesagt, ich möchte mit deiner Tochter Nikah machen? Guck mal, jeder Schwiegervater, der erlaubt hat, seine Tochter... Du weißt ganz genau, was Nikah bedeutet. Soll ich den Tafsif von Imam Ibn Maja dazu aufschlagen? Meist du nicht, Wali ist was anderes. Wali ist die Loppe. Nein, Senat, hör auf mit dem Blödsinn. Du machst mich wahnsinnig, Mann. Imam Ibn Maja sagt... Imam Ibn Maja sagt, dass Nikah, das Wort Nikah bedeutet S-E-X. Bist du höher als Ibn Maja? Stimmt wirklich nicht. Bitte komm. Nikah bedeutet E-Schließung. Guck mal. Ich habe keinen Nerv mehr für dich, ehrlich. Das ist doch nicht mehr normal. Ich habe keine Nerven mehr. Keine Nerven für so einen Blödsinn. Man nennt ihn eine Quelle, die zweite Quelle, das wird nicht akzeptiert. Ja, schlag mal den Tafsif von Ibn Kater auf. Was bedeutet Zawash? Ehe. Was bedeutet Nikah? Ehe. Ja. Dann sagt er schon wieder Christian Prinz, Christian Prinz. Ich sage ihm Tafsif Al-Kurtubi Seite 423. Dann sagt er schon wieder Christian Prinz. Ja, wir sind hier in einer ganz, ganz schrecklichen, ganz, ganz miesen, miesen, miesen. Dann sagt er schon wieder Christian Prinz. Es ist ja rausgegangen. Ja, ich habe gar keine Nerven für, sei ehrlich. Wenn jemand so auf Ignoranz schaltet, das ist für mich unbeschreiblich. Selbst wenn man das von einer jüdischen oder was weiß ich, was für eine Seite das hat, wenn man die Quelle des Islams da angibt, dann dürfte es doch wohl kein Problem zu sagen, ja warte, ich prüfe das mal kurz, oder? Es sei denn, man hat Angst, oder? Ja. Er weiß das ganz genau, er weiß ganz genau, dass Alt-Kurtebi das so auslegt und Mohammed so als einen Betrüger darstellt. Verstehst du? Aber stell dir mal vor, der nimmt dir deine Frau, der spannt dir deine Frau aus. Wenn seine Augen auf Sinat seine Frau fallen, dann muss er sich scheiden lassen. Ich kenne viele Muslime, die sagen, ja, wenn Prophet Mohammed meine Frau haben will, dann werde ich mich sofort scheiden lassen und ihm meine Frau geben. So weit ist es gekommen, dass die Menschen eben nicht erkennen, was falsch ist und was richtig ist. Das heißt, sie sind einem Menschenkult aufgesessen, wo derjenige eben alles, alles sich erlauben kann und der Mensch ist nicht mehr in der Lage zu sagen, Moment, das ist falsch, was du tust. Das ist nicht nach Gottes Maßstab. Ja, die Sinne sind so weit von unter Kontrolle, ja, die Gedanken der Menschen sind so unter Kontrolle, dass der Mensch, dass der eine Mensch das ausnutzt, ja, das ist das Problem. Weil wie willst du zum Beispiel, du weißt, wenn eine Frau verheiratet ist, ja, die ist weg vom Markt, auch wenn sie sehr, sehr hübsch aussieht, aber wenn du die trotzdem haben willst, weil du das nicht ertragen kannst, dass du sie nicht im Bett gehabt hast, weil du diese begehrst, also kommst du mit irgendwelchen Tricks, ja, um auch diese Frau... Ich habe zwei Sachen. Erste Sache, ich bin Aramäer und Nik oder Nuka oder sonst was ist auf jeden Fall F... Natürlich ist das das, natürlich, Adiktar, Adikar, kein normaler Araber würde zu seinem Schwiegervater gehen und sagen, darf ich die K mit deiner Tochter machen, der wird den Eiskalt dreikantig rauswerfen. Ich hätte auf jeden Fall einen Schlag von meinem Vater bekommen. So, das wäre... Seht du? Dankeschön. Siehst du so, macht der Herr da. Mit dem arabischen Verwandt? Ja, natürlich. Also, ist ähnlich so... Hast du eine semitische Sprache, ja, stimmt, ja, hast du recht. So, die zweite Sache ist, warum sind hier so viele... Ich will nicht beleidigen, aber er gibt euch ein Buch. Okay, das Buch gibt es für euch Moslems nicht, aber das sind zusammengesetzte Sachen mit Quelle. Ich verstehe das nicht, das ist eine Quelle. Das heißt, Aramäer, suche das und das und dann könnt ihr nachschlagen. Ist doch egal, ob das vom Juden ist, vom Christen oder vom... Ich sag dir, was das Problem ist. Hast du gesehen, er kennt das Ganze, nur musst du das runterspielen, weil... Wie kommt das denn auf einmal, sein Profil für seine Frau heiraten und er muss sich scheiden lassen? Er muss ein Betrüger sein, Mann. Er wusste das. Er wusste ganz genau. Aber nicht nur er, hier auch im Chat. Ich lese so ganz, seid mit. Bin ich dumm oder was ist... Die Leute sind am Ende. Nein, das ist das Problem. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen total eine Verblendung bekommen haben, Mann. Mann, 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 Mann. Boah, das regt mich manchmal so... Mich regt nix auf, gell? Ja, jetzt weißt du, warum ich gerade so ausgeflimpt bin, auf den Tisch gehauen habe. Wegen dieser Ignoranz. Mich regt nix auf. Mir ist egal, ob ein Moslem nicht Christ sein will oder das. Das regt mich gar nicht auf. Das ist seine Entscheidung. Aber wenn man sich so dumm stellt und sagt, hier Quelle das und das, Schlag bitte rauf. Und die tun immer noch so, nee, ist vom Christen. Aber ich geb dir doch Quelle, Mann. Martin, ist das wirklich so salopp formuliert? Also das F-Wort? Oder ist das Sex? Nee, ist richtig genau F-Wort. Ähnlich. Wenn da Nika an Dik da habe, bedeutet F. Nika, Nika. Also bei uns heißt das, Nik heißt das Wort F, also im normalen Verb sozusagen. Und zum Beispiel Nuka heißt dann F-D oder? Ja, Nuka. Okay, das ist also dasselbe wie bei euch, das F. Also jetzt nicht verschönert Geschlechtsverkehr, sondern wirklich das explizite Wort F. Genau. Okay, okay. Alles klar, sehr gut. Auf jeden Fall, das regt mich manchmal so auf. Deswegen habe ich ihm als Beispiel genannt, mein Lieber, würdest du zu deinem Schwiegervater gehen und sagen, ich will mit deiner Tochter Nika machen? Kein normaler Araber macht so ein bisschen. Da hat er nicht drauf geantwortet. Da hat er nicht drauf geantwortet. Da war er auf einmal stumpf. Ach. Ja. Naja, ich wollte das nur loswerden, weil... Ja, alles klar, danke dir. Also ich kriege mich auf den Weg. Okay. Alles klar, ciao, ciao. Danke, ihr Lieben, für die 1,3 Millionen Likes. Ey, Wahnsinn. Ey, Ex-Muslim. Ja, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ey, weißt du was? Alhamdulillah, ich bin Muslim. Ich fick deine Toten und ich fick jeden seinen Toten. Der, der was über meine Religion sagt. Heftig, ich bin Muslim, Alhamdulillah und ich Punktpunkte. Direkt in einem Satz. Habt ihr sowas geisteskrankes, wie das gehört? Du kleine Schwuchtel. Heftig, Leute, guckt euch das bitte an. Das macht der Islam aus den Leuten. Verlasst alle den Islam, Leute. Verlasst den Islam, Leute. Gott segne dich und deine Familie. 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 Seht ihr? Mein Schwanz und deine Mutter. Wir haben alle und die ganzen Wörter. Diese Wörter kann dein Stream gesperrt werden, weil du weißt, wie die Muslime sind. Ja. Du musst, wenn du solche Wörter nimmst, dann kann sein, dass TikTok deinen Stream sperrt. Leider Gottes musst du schneller handeln. Ja, der hat sehr viel Werbung gemacht für den Islam. Hast du gesehen? Ja, gut. Das ist halt leider so. Wir wissen ja. Allah, Allah, Mohammed, Islam und dann ich Punktpunkte dich. So geht das ab. Ja, die schlimmsten Wörter. Ganz, ganz übel. Ja, aber gut, das ist verständlich, weil die haben noch nicht den Heiligen Geist. Die sind noch in der Welt, noch verführt. Absolut unter dem Gesetz des Fleisches. Ihr Fleisch, was es begehrt, machen die auch. Das hätte ich auch gemacht früher. Ich hätte auch nur solche Wörter benutzt. Deswegen verwundere ich mich nicht. Aber ich hätte nie gesagt, ich bin Moslem und ich äff dich und so weiter. Das hätte ich nie gemacht. Als Agnostiker hätte ich solche Wörter benutzt, weil ich nicht an Gott geglaubt habe. Aber wenn man sagt, ich glaube an Gott und ich äff deine Mutter, dann weißt du, dass dieser Gott absolut falsch sein muss. Tippe. Ich habe eine Frage. Erstmal Gottes Segen dir und deiner Familie. Ja, wir wissen ganz genau, dass das alles gelogen ist, was du sagst. Nein, ich wünsche dir wirklich Gottes Segen. Ja, wir haben uns letztes Mal gestritten, das weißt du, ne? Ja, kann sein, aber trotzdem habe ich kein Problem mit dir. Ja, aber ich habe eigentlich ein großes Problem mit dir. Ja, weil wir dieses Thema aufgemacht haben, was ich dir letztes Mal gesagt habe. Ich habe gemerkt, du hast zwei Gesichter, das habe ich wirklich gemerkt. Zwei Gesichter? Wieso nicht drei? Und teilweise bist du auch spätpuppertieren, habe ich auch gemerkt. Spätpuppertieren? Ja, habe ich ehrlich gemerkt, ohne Witz. Ich habe eine einzige Analyse über dich gemacht und ich habe gemerkt, du bist spätpuppertieren. Ja, weil du stellst Fragen, da denke ich mir, ja nee, hast du keine Erziehung genossen? Hast du keinen, ja nee, hat das dir deinen Eltern nicht beigebracht, wie man redet oder wie man einen fragt? Ja, ich sage ja nicht zu den anderen Leuten hier, ich punktpunkte deine Mutter, ich punktpunkte deine Toten und so. Achso, das hast du damals nie gesagt. Ja, ich sage ja, als ich in der Welt war, aber die Muslime machen das ja von morgens bis abends. Ja, aber deswegen frage ich dich, weil du hast es damals gesagt, also hat das deinen Eltern dir damals nicht beigebracht. Na, das hat nichts mit meinen Eltern zu tun. Du siehst doch, dass die Muslime sagen, Hamdulillah, ich bin Muslim und dann fängt er an damit. Heftig? Ja, das ist nicht schön. Wo gibt es sowas? Wo gibt es sowas? Wo gibt es sowas? Ja, aber ich hatte auch schon mal einen Livestream, da hat mich auch ein Christus beleidigt. Elia Nathan. Kennst du Elia Nathan? Weißt du, was der zu mir sagt? Ja, ja, es kann sein, dass man vielleicht nicht durchsteht. Er kam einfach rein und hat gesagt, ihr Hunde und bla bla bla. Ja, das ist natürlich nicht gut und er hat nicht auf den Herrn Jesu Christus gehört. Er hat den alten Geist. Nein, hat er nicht, wenn er sowas macht. Ja, aber der war doch mit euch befreundet, oder nicht? Ja, aber der ist abgefallen, der ist ja Moslem geworden. Ja, aber der ist ja wieder Christ geworden. Nein, sowas gibt es nicht. Hebräer 6,4 sagt das Wort Gottes, wenn jemand abfällt und das Blut des Herrn mit den Füßen tritt, so einer ist unmöglich, so Buße zu erneuern. Ja, das respektiere ich. Da hast du auch irgendwie recht. Da hast du irgendwie auch recht. Das habe ich auch zu den anderen auch gesagt, zu wieder lockern, zu den anderen. Weil die haben das auch gemacht. Ja. Ich habe auch zu denen gesagt, was ist das für eine Spielerei. Was ist das? Das ist keine Fußballmannschaft. Ja, genau. Ja. Ja, wer bist du denn? Du hast nicht den alten Geist. Ja, meinst du, du hast den alten Geist, oder was? Dafür braucht man nicht den alten Geist, um zu sehen, dass jemand mit seinem Gott, wie du schon sagst, Fußball spielt. Dann wird es zerfallen. Zerfallen. Das Blut des Herrn, was mir verkostet wurde. Ja, wie so eine Frage, was ich gehe mal CVW, mal gehe ich zu HSV und blablabla. Ja, ja. Das ist ganz normaler Menschenverstand. Ein Weg. Du willst einen Weg und fertig. Ja. Aber ich habe eine Frage. Es gibt manche Menschen, die heißen Herr Fick. Was würdest du sagen? Wie heißen die? Ich kenne manche, die heißen Herr Fick, aber die haben ihren Namen geändert. Ja, du kannst doch nicht einen Namen vergleichen mit bewusster Aussprache solcher Fäkalsprachen, oder? Ich habe dich nicht gehört. Ich habe gesagt, du kannst doch nicht einen Namen vergleichen mit bewusster Aussprache solcher Fäkalsprachen, oder? Also, ich kenne welche, die heißen schon seit Ewigkeiten Herr Fick, aber die haben erst jetzt vor ein paar Jahren gesagt. Mein lieber Schippe, Schippe, hast du mich nicht gehört? Ich habe gesagt, ja. Ja, also wenn jemand sagt, ich äff dich, ich äff deine Mutter, ist doch nicht dasselbe, wie wenn jemand jetzt Herr Fick heißt. Das ist schon schlimm genug, ja. Das ist schlimm, dass er so heißt, ja. Ja, aber trotzdem ändert es sich eine Tatsache, dass wenn ich sage, ich äff dich, dass das eine Beleidigung ist. Ja, die Frage ist nur so, ob das vielleicht damals im Mittelalter oder vor dem Mittelalter ein schlimmes Wort war. Ja, damals haben die so gesprochen. In den arabischen Ländern haben die nicht so mundan wie heutzutage wir Menschen gesprochen, sondern die haben wirklich so rau miteinander gesprochen. Hast du die geäfft? Ja, Mohammed hat das Wort an Nikta haben. Nein, die Sache ist so, dass die Wörter, die damals bei den Hocharabern, es gibt einen Unterschied zwischen Hocharabisch und das Moderne Arabische und das Libanesische und hast du nicht gesehen? Da gibt es ja Unterschiede. Ich gehe davon aus, dass die Sprache mit der Modernität und so, alles dies, das, weil die Araber wollten danach auch modern sein, haben die daraus Ableitung genommen. Da habe ich dir, äh, Schippe, guck mal hier. Schippe, guck mal hier. Gey, wusste ich dir, dass das Wort gay, Schippe, guck mal hier, was steht. In Al-Jami As-Sarir, Band 1, Seite 47, ist jemand stolz auf seine vorislamische Abstammung. So beleidige ihn und sag ihm, er soll in den PINES seines Vaters beißen. Das hat Mohammed gesagt. So beleidige ihn? Ja, man soll ihn beleidigen, wenn er stolz ist auf diese Jahiliah-Zeit. Das muss man ja zeigen, dass er sagt, jetzt beleidigen. Ja, in Al-Jami As-Sarir, Band 1, Seite 47, schreib dir das auf. Geh zu deinem Imam oder Scheich, der dir die arabische Quelle dann geben kann. Weil du bist ja Albaner, du kannst ja kein Arabisch, die spielen mit dir. Ich kann teilweise Arabisch, nicht ganz, aber... Ja, trotzdem spielen sie mit dir. Und du hast recht, Nick, ja Nick, heißt das Wort. Aha. Aha, siehst du, ich hatte recht, ne? Aber Nick, kein Araber würde zu seinem Schwiegervater sagen, ich möchte Nick mit deiner Tochter machen. Der würde den einen Boxer geben, raus aus der Tür. Ja, du gehst ja nicht einfach zu irgendeinem hin und sagst, ja, ich will mit deiner Tochter heiraten. Ja, aber du gehst, natürlich gehst du zu dem Schwiegervater und sagst, ich möchte um die Hand deiner Tochter halten, ich möchte sie gerne heiraten. Du gehst ja nicht hin und sagst, ja, ich bin hier, um die Hand deiner Tochter anzuhalten und mit dir Nikah zu machen. Wenn Nikah nichts Schlimmes ist, dann kann man das ja doch machen. Aber ich kenne keinen Araber, der zu seinem Schwiegervater sagt, darf ich mit deiner Tochter Nikah machen, wenn das heiraten wäre? Ich habe zum Beispiel arabische Kollegen und mein bester Freund ist Araber und als er halt heiraten wollte, ist er da hingegangen und er muss ja gar nicht viel reden. Aber den größten Teil macht sowieso seinen Vater. Ja, ich meine... Er ist mucksmäuschenstill. Mucksmäuschenstill ist er da. Ich weiß, aber ich meine rein hypothetisch gesehen. Und er sagt zu ihm, wir wollen eine islamische Heirat machen. Das reicht schon, wenn er sagt, Nikah, das wissen die ja. Ja, aber das ist keine schöne Ausdrucksweise. Es gibt moderne Araber und es gibt die Araber, die sich nach dem Islam handeln. Es gibt auch diese liberalen Christen und es gibt auch nicht die liberalen Christen. Ich kenne auch keinen, ich habe so viele arabische Kollegen, der sagt zu dir, wenn er dich beleidigen will, sagt er, ja, Nikah, Imbik oder so. Dann lach dich doch aus. Wir hatten ja gerade einen Aramäer und er hat das ja auch bestätigt, in seiner Sprache ist auch Nik, auch das F-Wort. Und ich hatte es auch von anderen Aramern gehört. Das Wort Nik, ja. Aniktaha, Nikah, Nukah. Alles, was das Wort Nik beinhaltet ist, kommt von diesem schlechten Wort mit dem F. Ja, ich weiß, aber ich sage dir, damals hat man das vielleicht anders benutzt. Damals hat man eben in dieser Gossensprache gesprochen. Aber Lisa, weißt du, wie man früher, kennst du das Wort Gay? Das Wort Gay. Ja. War das damals ein schlimmes Wort? Boah, sagen wir mal, 200, 300 Jahren. Ist heute auch kein schlimmes Wort. Ist einfach nur eine Beschreibung von... Würdest du dich als Gay bezeichnen? Nein, aber das ist einfach nur homosexuell. Ja, mein Bruder ist doch kein homosexueller, aber man sollte sich als homosexueller beschreiben. Ja, deswegen... Er sagt, dass Gay kein schlimmes Wort ist. Aber laut... Ja, okay, aber die Leute bezeichnen sich aber trotzdem als Gay. Und jetzt? Gay und Lesbien. Okay, laut die Bibel ist das ein schlimmes Wort. Gay wird schwul und Lesbien wird lesbisch. Was ist denn das Problem? Die bezeichnen sich doch besser. Ist das denn laut Bibel? Wir reden jetzt theologisch. Ist das ein schlimmes Wort? Also für mich nicht. Auch für die Schwulen nicht. Meine Meinung und deine Meinung interessiert nicht. Was sagt die Bibel? Hä? Die Homosexualität ist Sünde in der Bibel, aber das hat nichts mit dem Wort Gay zu tun. Sünde. Die Sünde hasst Gott. Ja. Also ist das ein schlechtes Wort? Dankeschön, das wollte ich nur wissen. Oh mein Gott. Lügen hasst Gott auch? Ist jetzt Lügen ein schlechtes Wort? Natürlich ist das ein schlechtes Wort. Wir reden hier über salope Schimpfwörter. Du wirfst alles mitschernander. Oh mein Gott, ich gehe kaputt hin. Das kann nicht wahr sein. Wieso gehst du kaputt, wenn das doch was Schlechtes ist? Lügen ist doch kein schlechtes Wort, mein Liebermann. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist ein erwachsener Mann mit solchen Aussagen. Das spielt doch keine Rolle. Wenn das schlecht ist, dann ist das schlecht. Egal. Du blamierst dich gerade vor fast 900 Leuten, Mann. Was erzählst du da für ein Quatsch? Okay, also ich blamier mich, weil die Bibel das so sagt. Okay, alles klar, ist doch kein Problem. Du hast gesagt, dass das Wort Lügen ein schlechtes Wort ist, man. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben gerade gemerkt, dass die Sünde was schlecht ist. Aber das Wort homosexuell ist doch kein Schimpfwort. Das ist eine sexuelle Orientierung. Ist eine Sunder bei euch, oder was? Sunder, Jungs. Du bist ja Pfanne, ey. Jetzt bringst du mich zum Lachen, Reza, ohne Witz. Du hast meinen Tag wieder versüßt, Risk-Debate, ehrlich, ey. Du bist so heftig, ey. Ich dachte, ich hätte heute schon mit Selfie-Muslimen gesprochen, aber du hast die Krönung draufgelegt, ey. Ja, danke schön. Ja, es ist auch später geworden. Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Nein, ich muss eins sagen. Je später der Abend, desto besser die Gäste, ey. Nein, ich muss ehrlich eins sagen. Reza, als du letztens mit Jerry geredet hast und du gesagt hast, ist Jesus für 20% deiner Sünden gestorben oder für Wunder? Ich muss mich wirklich kaputt lachen. Ja, das ist halt so. Ich habe das so überspitzt ausgedrückt. Da muss ich mich kaputt lachen. Ja, für 28,5% gestorben, der Herr. Rein theoretisch hattest du ja recht gehabt. Ja, das wollte ich ihm ja so überspitzt sagen, damit er sein Gehirn wieder einschaltet und darüber nachdenkt. Manchmal muss man so überspitzt und übertrieben reden, damit die Leute eine bestimmte Sache begreifen. Nein, also wirklich, ich muss ehrlich sagen, als du das gesagt hast und der das nicht gecheckt hat, war es lustig. Ja, aber du checkst das zum Beispiel. Daran siehst du, dass du mehr Geist hast als er. Das ist traurig. Ein Christ sollte ja, geleitet durch den Heiligen Geist, diese Dinge ja sofort begreifen. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Außenstehender einen Sachverhalt versteht ohne den Heiligen Geist und jemand, der eigentlich den Heiligen Geist haben sollte, es nicht versteht. Das ist eine Katastrophe. Ja, wenn er sagt, für die Sünde, dann kann ja eine Sünde nicht irgendwie 20% sein, ne? Ja, ich meine also 20% der ganzen Sünden, also nicht für 100% aller Sünden, sondern, das weiß ich, ich hätte auch sagen können für 33,8%. Das wäre genauso banal gewesen. Ja, wenn du zu einer Person sagst, du bist gut, dann kannst du auch nicht sagen, ja, ich meine das zu 10%. Oder so, oder wie auch immer, also wenn du eine Tat, also ich sag mal so, wenn eine Tat vollzogen wird, dann kann das nur 10% sein. Ja, natürlich, entweder ganz oder gar nicht, ne? Genau, ja. Ja, aber er hat das trotzdem nicht gecheckt. Aber er hat das ja immer wieder befragt, so, ne? Ja, er hat das nicht gecheckt, ne? Weil sein Herz leider verstockt. Na, wirklich, an dem Tag musste ich mich wirklich kaputt lachen, ey. Dass er das so, das fand ich echt lustig, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist lustig, aber zugleich auch traurig, ne? Ja, traurig auch. Dass ein Christ solche einfachen Sachen nicht versteht, das gibt's gar nicht. Das ist so, als wie bei euch Muslime, jemand Taurid nicht versteht. Dass du ihm erklären musst, was bedeutet der Glaube an einen einzigen Gott. Stimmt, aber vor allem ein Muslim weiß das nicht und du musst ihm das erklären. Das ist verrückt. Das ist traurig, ja. Ja, dasselbe haben wir auch diese ganzen Probleme mit den sogenannten Christen. Dass er die einfachsten Sachen, die einfachsten Konzepte aus der Bibel und aus dem Glauben nicht verstehen, nicht wissen. Ja, das ist Hardcore. Und dann sind das die, die den Leuten irgendwas erzählen und meinen, die haben den heilen Geist und die anderen nicht. Ja, die sind da alle am Machen und Tun. Ja, und dann guckst du so, der kann nicht die einfachste Frage beantworten. Ja. Sünde. Ja, was ist denn eine Sünde? Ja, 30 Prozent ungefähr. Ja. Ja, ich glaube ich das. Leider ist das so. Aber das wollte doch wieder locker mit dir debattieren und dann ist da irgendwie keine Ahnung. Ich rede doch nicht mit diesen Leuten, die sind doch alle daneben. Die sind nicht ganz durchgedrungen, die sind nicht wiedergeboren. Das sind irgendwelche Leute, die Larifari glauben und was weiß ich, was sie da treiben. Was aber richtig peinlich ist, was richtig peinlich ist, ein Widerlocker, der kann nicht mal seine, ja, der kann nicht mal die deutsche Sprache und will dir das erklären. Ja. Das ist mein. Lern doch erstmal die deutsche Sprache. So, so, bis du 100 Prozent erreicht, nicht 20, nicht 30, 100 Prozent. Dann, wenn du das erreicht hast, dann geh zu Reza und dann debattier mit ihm. Ja. Weil der hat ja die ganze Zeit mit Emotionen gehandelt. Das geht nicht. Ja, genau. Diese Leute sind sehr emotional, die sind nicht nüchtern, ne? Ja, genau. Die können nicht nüchtern debattieren über Erza. Erza, ich würde den Dings hier, den Schippe mal fragen. Du weißt ja laut deinem Koran ist ja auf der Zeugenaussage von zwei Frauen wird das erst akzeptiert, richtig? Weil die eine Frau die andere Frau dann unterstützen muss, ne? Ja, bei den Frauen ist das so, ja. Ja, also ein Mann muss dann, also zwei Frauen müssen dann einen Mann quasi dann so unterstützen in Sachen Zeugenaussage. Beine Frau wird es nicht akzeptiert, eine. Die andere muss die andere dann auf die Sprünge helfen, richtig? Ja, das stimmt. Wie viel Prozent, oder sagen wir mal so, eine Zahl, um einen zu sagen, dass ein Polizist gelogen hat, wie viele Zeugen brauchst du? Nee, du brauchst aber ein Zeug, ne? Nein. Nee, weil hier brauchst du mehr. Bei zwei brauchst du mehr. Ja, wenn du einen Polizisten irgendwie als Zeuge beschuldigen willst, brauchst du, glaube ich, mehr als ein Zeuge in Deutschland. Ja, mindestens drei. Ja, ja, mehrere Leute. Okay, aber du weißt ja, du weißt ja ganz genau, dass Mohammed gesagt hat, aufgrund wegen Mangel an Verstand, dass sie der einen oder anderen, also Mohammed betilbt ja die Frauen als dumm, das weißt du ja. Weil sie Mangel an Verstand besitzen, das sehen wir eindeutig aus Sai Bukhari, das kann ich dir auch zeigen. Weil die Zeugenaussage einer Frau nicht gleichgültig ist, wie das eines Mannes, deswegen braucht es eine zweite Frau. Und jetzt stell dir mal vor, dass Mohammed sein Prophetentum durch eine Frau hat bestätigen lassen, obwohl er selber gesagt hat, nein, es müssen zwei Frauen sein. Ist das krank? Der hat ja nicht sein Prophetentum durch eine Frau bezeugen lassen. Doch. Nein, sie hat ihn nur beruhigt. Nein. Sie hat ihm gesagt, siehst du ihn noch, den Dämonen? Hat er gesagt, nein. Sie meinte, gepriesen sei Allah, du bist ein Prophet. Aber sie war ja eine Christin, weißt du das? Und deswegen hat sie ihm sein Prophetentum bestätigt, laut Al-Halabi. Sie hat ihn, okay, okay. Das ist das große Problem, was wir haben. Widerspruch um Widerspruch im Islam. Also wenn ein Mensch etwas bestätigt, ist das schlimm oder wie? Nein. Du siehst, dass der Mohammed gesagt hat, eine Frau kann niemals eine Zeugenaussage tätigen, es sei denn, eine andere Frau bestätigt das. Aber das Wichtigste im Islam, das Prophetentum von Mohammed, wird durch eine Frau namens Khadija bestätigt. Das ist doch Quatsch. Wieso Quatsch? Wer denn Paulus denn das Apostel? Das ist doch nicht normal. Wir reden doch gerade darüber, dass der Mohammed gesagt hat, die Zeugenaussage, einer Frau wird nicht akzeptiert, es muss eine weitere Frau herkommen. Wieso wird das dann bei Khadija akzeptiert, die nur eine Frau ist und die Mohammeds Prophetentum bestätigt? Grabst du das nicht? Über welche Sache geht es denn darum, dass man einen Zeuge braucht? Ging es da um irgendwie... Warum ging es da? Mohammed kann doch seinen eigenen Worten nicht widersprechen, ist doch Quatsch. Aber kam das nach Khadija oder vor Khadija? Wenn Mohammed diese Sachen hat und der Frau sagt, dass eine Frau die andere Frau quasi so berichtigen muss, so als Zeugenaussage, dass die Zeugenaussage auch komplett ist, der kann auch seinem eigenen Wort nicht widersprechen, was er von Allah bekommen hat. Ja, aber die Sache ist auch so, dass du kannst doch jetzt nicht sagen, dass er das Prophetentum nur durch Khadija das sozusagen... Ja, aber so heißt es in der frühesten Biografie von Mohammed, von Ibn Ishaq und Ibn Ishaq und in Sidat al-Halabiya. Da haben wir das große Problem. Ibn Ishaq, das ist auch so eine Sache mit Ibn Ishaq, aber... Jetzt weiß ich, sobald etwas Kritisches, Problematisches auftaucht, sofort schmeißt ihr alles unter den Brust... Das ist heftig bei euch. Als würden diese Leute Lügen verbreiten über euren Propheten. Wir lieben unsere Religion und da gehen wir auch gerne viel sicherer durch. Wir lieben das ja. Das ist nicht einfach eine Deko-Religion. Wir benutzen das nicht als Deko, wie gewisse auch manche Christen auch das Christentum als Deko benutzen, sondern wir lieben das und wir recherchieren danach. Ja. Du magst ja auch nicht alle Kirchenväter. Du würdest doch auch erstmal alles filtern. So, wie filtern jetzt alle? Welche Kirchenväter? Welche Kirchenväter? Euregenius? Ciao! Euregenius? Clemens? Ciao! Der und der? Ciao! Ja, ich weiß, aber du weißt ja, dass wir nur die Bibel als Maßstab anerkennen. Du weißt, dass Kirchenväter auch selber Fehler machen. Deswegen kann man sich nicht auf Menschen verlassen. Wir sind ja nicht wie ihr, die auf einmal Tafsire haben, wie von Al-Kurtubi, At-Tabari und sowas. Nein, der heilige Geiz, der in uns ist, der leitet uns in alle Wahrheit und der ist unser bester Lehrer, wenn wir die Bibel lesen. Aber ihr könnt den Koran nicht einfach auslegen, wie ihr wollt, weil Al-Kurtubi, At-Tabari, Al-Jadalain und Ibn Kassir, die haben den Koran für euch ausgelegt, weil deren Interpretation zurückzuführen ist, zu Mohammed. Und da könnt ihr nicht rumrütteln. Ja, wir rütteln ja auch nicht rum. Ja, aber die meisten haben ein Problem, sobald die kritischen Themen dann auftauchen. Und dann sagen die, das stimmt nicht, wie ich gerade vorgelesen habe, mit einem Muslim. Aber du weißt ja, wie bei uns die Klassifizierung abgeht und wie das läuft, oder? Ja, natürlich. Das ist so, jede Überlieferung muss ja eine sogenannte Kette haben, ein Isnat. Und wenn jemand in der Kette vorkommt, der als Lügner abgestempelt wird, von ihm wird nichts akzeptiert, richtig? Nicht unbedingt nur Lügner, nicht unbedingt Lügner. Wie alt ist diese Person? Ist die Person wirklich so alt, dass man sagen kann, okay, der war noch in dieser Zeit, oder ist er erst später gekommen? Da gibt es ja noch viele Kriterien. Ja. Was hältst du denn von jemandem, der über deinen Propheten Lügen verbreitet? Wenn einer Lügen verbreitet? Ja, bewusste Lügen. Bewusst oder unbewusst? Nein, bewusste Lügen und sich die Hadith aneignet und einfach Geschichten erzählt und einfach Hadith erfindet über deinen Propheten. Ja, das ist sehr schlimm. Warum akzeptierst du dann Hafs in der Überlieferungskette des Korans, der einen Lügner und Betrüger ist, der Hadith erfunden hat, der Lügen verbreitet über deinen Propheten? Das war's. Ich meine, beim Hafs war das so, dass er... Da bin ich mir... Da bin ich... Guck mal. Das war's. Du schwebst in allergrößter Gefahr, du weißt das. Du hast den Koran von zwei Lügnern überliefern lassen. Aber ist das korrekt, wenn ich dich jetzt anlüge und irgendwas erfinde? Nein, nein, nein. Ich bin nur da. Wenn wir jetzt so nach dem Maßstab gehen, wie du das gerade gesagt hast, dass wir akribisch schauen, wer sich in den Überlieferungsketten befindet, so hat der Koran ja auch eine Überlieferungskette und dort drinnen kommen ja Hafs und Aasim vor. Du hast schon mal gesehen, was die Gelehrten über Hafs und Aasim sagen, dass das zwei Lügner Betrüger sind, die Hadiths erfinden, die Gehirnschwund haben und Lügen über deinen Propheten verbreiten. Und ihr nehmt den Koran auch noch von den beiden, die über Mohammed Lügen verbreiten. Und weißt du, was Mohammed gesagt hat? Wer über ihn eine Lüge erdichtet, der wird seinen Platz im Höllenfeuer nehmen. Und du hast den Koran von den beiden. Das war's. Ja, der wird auf einem Stuhl sitzen. Ja, der wird auf einem Stuhl sitzen. Und deswegen sage ich dir schief mir, komm weg von dieser Religion, ist nichts für dich. Diese Religion führt nur ins Verderben und du musst wieder ursprünglichen Glauben zurückkehren und zwar zu Jesus Christus. Weißt du, wie du redest? Soll ich ehrlich sagen, du redest so wie Vodafone. Komm doch bei uns. Warum gehst du bei T-Mobile? Ja, das ist, ich zeige dir den besseren Glauben. Den richtigen Glauben. Johann, du hast dann eine bessere Verbindung zum Herrn. Verstehst du? Samsung Galaxy S 3000 hast du jetzt schon. Plus Unlimited Surf. Aber du weißt, Schippe, du weißt. Aber nach ein paar Jahren wird's teurer, ne? Ja, Schippe, du weißt ganz genau, das kann man ja nicht mehr mehr ernst nehmen. Also wenn Hafs und Aas im Lügen über deinen Propheten verbreiten und einfach Hadithe erfinden, dann könnt ihr doch nicht einfach in der Überlieferungskette des Korans vorkommen lassen. Wer geht denn so vor? Ist doch Quatsch. Ja, da muss ich noch mit... Ja, du wirst den Islam verlassen. Sobald du dich damit beschäftigt hast, wirst du den Islam verlassen. Zigtausende von Menschen haben den Islam deswegen verlassen. Wegen die zwei Namen, oder was? Hafs und Aas. Wenn du schaust, was die Gelehrten über die beiden sagen, sagst du, Amir, du hast recht, ich werde selber jetzt meine ganzen Verwandten und meine Freunde warnen vor dem Islam. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, Wahnsinn. Möchtest du noch was sagen, Schippe? Nein, eigentlich wollte ich wirklich auch sagen, dass ich jetzt auch los muss. Weil ich war jetzt hier, ich warte jetzt hier gerade auf eine Person. Ja. Und die kommt auch gleich. Und... Du wartet auf ein Date wahrscheinlich, auf ein Mädel. Nein, nein. Nein, der ist verheiratet. Ah, okay. Ich bin auch verheiratet. Ich warte auf eine Person, der ist auch männlich. Aber der hat keinen Führer. Ja, ich habe mich letztes Mal mit Risky-Beta gestritten, weil ich habe ihm genau den Tafsir von Al-Kurtebe gezeigt und habe ihm gesagt, der Mohammed ist jetzt unsere Frauen ausgespannt. Du hast das so formuliert, dass ich dann wirklich sauer wurde, ne? Ja, natürlich. Das Unerträgliche wäre auch sauer geworden, wie Mohammed will meine Frau haben, ey. Ja, du hast es schon ein bisschen anders durch... Du hast es anders gesagt. Ja, du hast es falsch aufgefasst. Ich habe gesagt, wie würdest du dich fühlen, wenn Mohammed auf einmal deine Frau, deine geliebte Frau wegnehmen würde? Boah, Armin, was du jetzt gesagt hast? Nein, nein, nein. Ich habe das gespeichert, was du gesagt hast. Das war was ganz anderes, was du gesagt hast. Ja, du hast mich nicht verstanden. Du hast dich komplett in Rage dann geredet. Wusstest du, dass auch ein Christ das auch gehört hat und der gesagt hat, ey, das fand ich auch nicht gut von Armin? Ja, aber ich habe das nicht so rübergebracht, wie du es verstehen solltest. Ich habe gesagt, wärst du bereit, deine geliebte Frau, mit der du Kinder hast, einfach Mohammed herzugeben, nur weil er sagt, meine Augen sind auf deine Frau gefallen, jetzt musst du dich scheiden lassen? Das ist doch kein Prophet. Ja, die Sache ist doch so, wenn ich mich mit meiner Frau nicht gut verstehe und ich nicht gut bin und ich meine Frau nur das Schlechte gewähre und nur das Schlechte gebe, dann ist es besser, wenn sie nicht irgendwie abfällt und irgendeinen anderen nimmt, dann ist es doch besser, wenn ich ihr zu einer sicheren Person bringe. Aber die Sache ist nicht so. Das Problem war ja, dass Mohammed sie begehrt hat, weil ein Wind reinkam und den Vorhang gehoben hat und Mohammed ihre Figur gesehen hat. Da hatte sie begehrt. Ja, atemberaubende Figur. Atemberaubende Figur. Soll ich dir mal vorlesen, Schippe? Guck mal hier. Pass mal auf, das ist so grausam. Suche 33, Vers 37. Die Geschichte mit Said und Zeynep. Ja, okay, komm, schnell, aber das muss schnell gehen, weil die Person... Ja, ja, hier. Tafsir al-Kurtubi, Band 14, Seite 172. Muratil berichtete, dass der Prophet Zeynep die Tochter Jais mit Said verheiratete und sie daraufhin eine Zeit gemeinsam mit Said zusammenlebte. Dann eines Tages kam der Prophet in Zeyns Haus und fand dort Zeynep vor. Sie war weiß mit einer atemberaubenden Figur, einer der vollkommenen Frauen unter den Kulaish. Er begehrte sie und sprach, gepriesen und wundersam ist Allah, der mein Herz zu ihr schlagen lässt. Als Zeynep erfuhr, dass der Prophet durch sie sexuell erregt war, teilte sie das Said mit, der auf der Stelle verstand, was er zu tun hatte. Unglaublich. Said sprach zum Propheten, oh Prophet... Weißt du, was lustig hier daran ist? Weißt du, was lustig hier daran ist? Ja. Schäfer, du kennst nicht deine Mutter, deinen Vater oder deine Cousine, deinen Onkel kennst du nicht. Und du auf einmal fängst an, Begierde zu haben. Ist das gerade dein Ernst? Weil ich noch nie das und das gesehen habe. Gib dir das mal. Ist das gerade dein Ernst, was du da jetzt gerade sagst und vergleich das mit... Aber ist das nicht so, Amir? Du siehst eine... Möchtest du mich gerade auf den Arm nehmen oder meinst du das jetzt ernst? Wie bitte? Lass mich mal weiterlesen, bevor ich gleich wieder hier richtig meine fünf Minuten bekomme. Oh Prophet Allahs, erlaube es mir, mich von ihr scheiden zu lassen, denn sie wurde arrogant. Sie glaubt, dass sie mir überlegen sei und beleidigt mich mit ihrer Zunge. Der Prophet antwortete, behalte deine Ehefrau für dich und töchte Allah. Es heißt, dass Allah einen Wind schickte, der den Vorhang von Zeyneps Zimmer anhob und man sie durch das Fenster ihres Hauses von draußen sehen konnte. Der Prophet sah sie in diesem Moment und begehrte sie. Scheinbar gefiel es Zeynep, dass der Prophet sie begehrte. Als Zeynep wieder hereingekommen war, erzählte Zeynep, was zuvor passierte. Dadurch war Zeynep fest entschlossen, sich von ihr scheiden zu lassen. Krank, ne? Und wer hat das berichtet? Amir, wer hat das berichtet? Alkurtubi. Ich muss aber wirklich feststellen, dass dieser Alkurtubi, der das berichtet hat, sehr, sehr komische, merkwürdige Aussagen gibt, die einfach keinen Sinn mehr geben. Warum? Aber wie kann das sein, dass der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, nicht wusste, wer seine Cousine ist und wie sie aussieht und hat nicht gesehen? Wie meinst du, dass er wusste nicht, wie seine Cousine aussieht? Ja, du weißt doch, wie die Frauen damals vor der islamischen Zeit und so sich benommen haben und wie die sich gekleidet haben und so. Ja, aber mein Bruder hatte doch gerade eben gesagt, der ist zur Zeynep's Haus gegangen. Da hat er sie halbnackt gesehen. Da hat Allah einen Wind reingehaucht, wo sie auf einmal so halbnackter stand. Achso, Allah macht das noch schlimmer aus? Ja, Allah ist der Urheber dieser ganzen Katastrophe. Nein, nein, nein. Hör auf, Armin, was sagt man? Wie der das nicht akzeptieren kann, ist er, ne? Ja. Aber ich kann doch nicht was akzeptieren, was... Ja, sein Herz ist zu, merkst du? Weil jetzt müsste der eigentlich den Islam verlassen, weil es ist ja kein Vorbild. Es ist überhaupt gar kein Prophet. Ja, vor allen Dingen, dass ein Gott zu Ehebruch verhilft. Genau. Dass er so den Vorhang erhebt, damit der Mann sexuelle Gelüste für eine verheiratete Frau bekommt. Ja, Armin, du mal. Die Geschichte ist ja schlimm von vorne. Es kann ja sein, wenn ein Mann zu viel Testosteron hat in sich. Es kann ja sein, dass er wirklich allein schon nur den Anblick einer Frau so durch vielleicht fünf Minuten Anblick und tausende Gedanken auf ihn kommt. Ja, aber ich gehe nicht zu einer verheirateten Frau, also Rizk, ich gehe nicht zu einer verheirateten Frau und sage, oh, danke Gott, dass du mein Herz für sie ausdrücken lässt und spann sie meinem Freund dann aus. Was redest du da, Mann? Wie nochmal, ich habe dich nicht gehört, was? Ich habe dich gerade nicht gehört, akustisch. Ich habe gesagt, das ist noch ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was du gerade sagst und was Mohammed hier getan hat. Der ist einfach zu Seitz Haus gegangen, hat seine Frau gesehen, hat sie auf einmal in seinem Herzen begehrt. Das ist der Wahnsinn. Und Gott gibt ihm auch noch diese wundervolle Liebe in seinem Herzen für diese Frau, dass diese Frau sich dann auf einmal für ihn auch interessiert und die flirten miteinander und Seitz lässt sich dann von ihr scheiden, damit Mohammed sie heiraten darf. Was ist das denn? Nein, nein, Armin, du kennst mich nicht, wie das abläuft. Guck mal hier. Hier schreit, guck mal hier, der Christian Prince merkt noch Folgendes an. Hieran erkennt man gut, was für ein Heuchler Mohammed gewesen ist. Ich habe dir hier zwei Überlieferungen gezeigt, zuerst eine sunnitische und dann eine schiitische. Und sie beide schildern den gleichen Skandal. Mohammed flirtete mit Seitz Ehefrau Zeynep. Er sagte zu einer verheirateten Frau, dass er sie liebt und er sich sexuell von ihr angezogen fühlt. Und zwar absichtlich, sodass sie ihn deutlich hören kann. Dann sagt er aber zu Seitz, dass er Allah fürchten und sie für sich behalten soll. Und wir haben sogar Grund zur Annahme, dass es sich hierbei um ein abgekatertes Spiel zwischen Mohammed und Seitz und Zeynep handeln könnte. Warum? Weil in dieser Geschichte vieles einfach zu auffällig ist. Wie etwa die Tatsache, dass Mohammed der Mann war, der Seitz und Zeynep miteinander verheiratet hat. Und wie immer haben Mohammeds SEX-Geschichten ein Happy End. Weil Allah einen Koranvers herabsendet und so die Wünsche seines Herzens allerliebsten Propheten erfüllt. Wenn wir den Vers im Koran aufmerksam lesen, dann fällt uns gleich auf, dass Mohammed darin behauptet, sein Gott habe ihm dabei geholfen. Das ist der Unterschied, Jipe. Die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich zitiere. Siehe, du sagtest zu dem, dem die Gnade Allahs und dein Wohlgefallen zuteil wird, Seitz, behalte deine Ehefrau in der Ehe für dich und fürchte Allah. Und du verstecktest du in deinem Herzen, was Allah kundtun wollte. Du hast die Menschen gefürchtet, wo es doch sinnvoller gewesen wäre, hättest du Allah gefürchtet. Guck dir das mal an. Heftig. Vers 33, Vers 37. Stell dir mal vor, der leibhaftige Gott würde zu einem Propheten sagen, warum versteckst du dein Verlangen nach einer verheirateten Frau? Punktpunkte sie. Vereinfacht ausgedrückt hat dieser Vers diese Aussage. Schnapp sie dir und mach dir keine Gedanken über ihren Ehemann und die Meinung der anderen Leute. Wie immer fabriziert Mohammed einen Koranvers, um seine eigenen Interessen zu schützen, damit er sagen kann, das ist nicht mein Wunsch, sondern der Wunsch Allahs. Heftig, ne? Harbin, hol mal hier den Bruder Pavlos mal hoch. Warum hast du aus einem kleinen Text einen Roman? Verstehe ich nicht. Da ging es doch darum, dass er, er wollte sich eigentlich scheiden mit seiner Frau. Ich bin kurz... Ja, aufgrund von Mohammeds Aussage... Nein, aufgrund des Mohammeds. Nein, er wollte bei Überlieferung, wie die sich nicht gut... Du weißt ja, was für eine Gruppe er war. Also du weißt doch, was für einen Rang er hatte. Und was für einen Rang sie hatte. Das weißt du ja, ne? Shippe, ich rede gerade mit dir eine Stunde lang und du kommst dann mit diesem Müll. Wieso sagst du Müll? Ja, aber du siehst doch, dass ich dir gerade den Tafsil zitiert habe. Ja, aber... Auf einmal, das stimmt nicht, dass der Mohammed flirtet mit der Frau und Allah hebt dann einen Vorhang hoch, so dass er sich in sie verliebt und spannt seine Frau aus und du kommst mit sowas. Amir, willst du wirklich den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, wirklich so schlecht darstellen? Der Al-Kurtebi legt das doch so aus. Also ist Al-Kurtebi jemand, der so den Mohammed darstellt. Vorhin hast du gesagt, ich bin nicht schag, jetzt Al-Kurtebi... Nein, ich habe doch gesagt, Tafsil Al-Kurtebi Band 14, Seite 143. Ja, aber es gibt ja noch mehrere Überlieferungen für sowas. 172, Band 14, Seite 172. Gibt es denn noch mehr Überlieferungen oder gibt es nur die zwei? Das ist der Tafsil zu Sohre 33, Vers 37. Geh zu deinem Kollegen und sag, sei ehrlich zu mir, was sagt Al-Kurtebi zu dem Vers Sohre 33, Vers 37? Er soll das bitte im Arabischen dir zeigen und dann wirst du sehen, den Schock seines Lebens. Wenn der nicht gleichzeitig mit dem Islam verlässt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Wer macht das? Sag mal, mein Lieber. Weil ich kenne das anders durch Überlieferungen, dass sie sich nicht gut verhalten haben, die beiden. Also Zeynep und, wie heißt der jetzt? Zeyd. Und dass der Prophet dann gesagt hat, dass sie sich wieder vertragen sollen und wieder zusammenbleiben sollen. Aber es ging einfach nicht. Er wollte halt andere Wege gehen und sie auch. Sie waren doch glücklich verheiratet. Aufgrund von Mohammeds Besuch in seinem Haus und seinem Flirten mit dieser Frau hat der Typ sich dann scheiden lassen von seiner Ehefrau, damit Mohammed sie in Ruhe heiraten kann. Der Mohammed hatte doch 13 reguläre Frauen. Dann will er doch meine Frauen. Guck mal, was Al-Kurtebi hier sagt. Guck mal, was Al-Kurtebi sagt. Wir müssen ehrlich bleiben. Die Überlieferungen, die ich gelesen habe, haben sie sich nicht gut verstanden. Nein, du musst dir bitte das Arabische von deinen Freunden zeigen lassen und sagen, seid ehrlich zu mir, ich kann kein Arabisch. Ich möchte von euch, dass ihr mir das eins zu eins zeigt. Das mache ich wohl, ist kein Problem. Und dann komme ich hier wieder und dann erkläre ich dir das. Genau. Und wenn er das genau das sagt, wie du sagst. Dann fragst du ihn bitte, zeig mir bitte den Tafsid von Al-Kurtebi zur Suche 33 Vers 50 und das befindet sich auf der Seite 423. Geh bitte zum zehnten Punkt und hier steht, sollen die Augen des Propheten auf eine Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht ihres Ehemanns, sich von ihr scheiden zu lassen, damit Mohammed sie in Ruhe heiraten kann. Heftig, ne? Das werde ich mir anschauen und wenn das genauso wortwörtlich passt, dann okay. Dann gucken wir. Okay. Ja, ich hoffe, dass du den Islam verlässt und erkennst, dass der Mohammed den Islam erfunden hat. Das haben die Zeugen Jehovas auch zu mir gesagt. Amir. Das haben die Zeugen Jehovas zu dir gesagt. Ja, genau das gleiche, was du sagst. Ich hoffe, du kommst zu uns. Ja, aber auch wenn sie falsch liegen. Ich hoffe, du kommst zu uns. In dem Punkt haben sie ja recht. Ich hoffe, du kommst zu uns und gibst ein 1% von deinem Bruttogehalt. Also, ich soll zu uns Muslimen wieder zurückkommen, wenn Palmen Pienien ist und so, ne? Und hier Sperma in Rippen, ne? Ich sag doch, du bist spätpupportieren. Du redest in ganz... Palmen Pienien? Dein Prozent ist so 80, 90% über das SEX. Aber das ist doch ein schlimmes Thema, das Gott uns so ein Blödsinn verspricht. Darüber sollten die Leute sich doch Gedanken machen, oder nicht? Armin, ich kann dir nur eins sagen. Zum Glück. Ja, Blut, ich weiß, du bist kein richtiger Muslim. Ich weiß, du bist auch so ein Hobbywister. Ich bin doch ein richtiger, aber Alhamdulillah, aber die Sache ist doch so... Siehst du, guck mal, wie ich das herausgefunden habe und du gibst das auch noch zu, ey. Was denn? Ja, du bist so ein Hobbymuslim. Mal hast du Bock auf Islam, mal hast du keinen Bock auf Islam. Nein, ich bin kein Hobbymuslim, Digga, was los? Nur die Sache ist so, Schäfer, du redest die ganze Zeit mit mir nebenbei. Die ganze Zeit über Sex. Boah, Digga, das geht irgendwann auf den Sack. Ja, das musst du dann Mohammed sagen. Er redet ja die ganze Zeit über Sex im Himmel. Nein, der redet gar nicht, du redest doch die ganze Zeit. Ja, ich zieh doch Mohammed. Er redet doch die ganze Zeit darüber. Aber sag mal ehrlich, Armin, stell dir mal vor, ich würde jetzt die ganze Zeit über deine Privatsphäre reden. Die ganze Zeit. Boah, Armin hat das und das erzählt gemacht. Ja, aber ich bin auch nicht ein Prophet. Wenn ich ein Prophet wäre, dann würden die Leute herausfinden, ob ich wirklich ein Prophet wäre. Aber wie würdest du das finden? Jetzt bist du tot zum Beispiel. Du bist morgen tot und jetzt kommt irgendeiner, der sagt so, boah, endlich ist Armin jetzt tot. Jetzt kann ich alles erzählen, was Armin gemacht hat. Ja, das ist doch kein Problem. Aber ich bin ja auch kein Prophet wie dein. Mohammed sich anmacht. Das ist doch keine Rolle, aber der Mensch, der ist doch ein Mensch oder nicht? Ja, okay, er ist ein Mensch, aber ihr sagt, dass er fehlerfrei ist. Wie bitte? Ihr Muslime sagt, dass Mohammed fehlerfrei ist. Nicht fehlerfrei, sinnfrei. Auch noch? Ja. Dann ist er Gott, denn wer außer Gott ist, sündenfrei. Ja, aber Armin, willst du wirklich sagen, dass Moses, der hat ja anscheinend bei euch die vier Bücher geschrieben, dass ein Sünder die fünf Bücher schreiben darf? Ja, weil die Bibel sagt, dass alle Menschen gesündigt haben. Alle Menschen gesündigt haben, okay, aber wenn der Gott, weil ich kenne das so, Gott schickt natürlich diese Person. Mein Lieber, der Koran sagt, dass Mohammed gesündigt hat. Sura 48, Vers 2. Sura 47, Vers 19. Lass dich nicht von den Muslimen reinlegen. Bediene dich deines Verstandes und hör auf, Lügen zu verbreiten. Ich weiß, dass Propheten kleine Fehler machen, das weiß ich. Ja, jetzt auf einmal kleine Fehler. Gerade sagst du mir noch, sündenfrei. Jetzt auf einmal ja kleine Fehler. Was denn jetzt? Du machst mich irre, Mann. Du machst mich irre, Mann. Ja, aber Schäfer, du machst eine unabsichtige Tat. Soll ich jetzt sagen, boah, du Sünder? Ja, aber er ist doch was ganz anderes als wir. Er ist doch ein Prophet laut euch. Wie bitte? Und wir Christen sagen, dass alle Menschen gesündigt haben. Aber ihr sagt, euer Prophet ist Mahasum. Ja, natürlich. Alle Propheten. Nein, das stimmt nicht. Der Koran sagt doch, dass Mohammed gesündigt hat. Was hat er denn gesündigt? Was hat er gemacht? Das kann doch nicht wahr sein. Dein Gott sagt in Sura 48, Vers 2. Und in Sura 47, Vers 19. Dass Allah dem Mohammed seine jetzigen Sünden vergibt. Und die Sünden, die er noch begehen wird. Nochmal, ich hab dich nicht gehört. Das war jetzt akustisch. Mohammed sagt, Allah sagt in Sura 48, Vers 2. Und in Sura 47, Vers 19. Dass Mohammed ein Sünder ist. Und dass er nach Vergebung seiner Sünden bitten soll. Das steht da niemals so. Okay, ich danke dir, Risky-Veter. Ich hab keinen Nerv mehr, ehrlich. Sura 48, Vers 2. Sura 47, Vers 19. Ich danke dir für das Gespräch. Gott segne dich. Schreib mal, dann mach ich jedem Screenshot. Sura 48, Vers 2. Das kannst du doch merken. Sura 48, Vers 2. Und Sura 47, Vers 19. Okay. Ich glaub langsam, mein Kopf ist am Durchdrehen langsam. Von diesen ganzen Gesprächen. Gott segne dich, mein Lieber. Okay, alles klar. Armin, danke. Ciao, Schippe. Niesmal warst du etwas anders, ruhiger. Das mag nicht. Der Dur, oi. Der Dur. Wie heißt das auf deine Sprache? Komm, jetzt check meine Umarmung. Jetzt komm, auf damit. Wie heißt das auf deine Sprache? Du setz da da. Fast gleich, ne? Ja, okay. T2 und du setz da da. Ja, okay. Come on, ja. Nein, alles gut. Okay, Armin. Lass einen Frieden dann rausgehen. Gott segne dich und deine Familie. Ja, dankeschön. Ciao, Reza, ne? Reza, ciao, ne? Jetzt? Der ist beschäftigt wieder. Ja, ich mag ihn ehrlich. Ciao, tschau. Ciao. Ja, letztes Mal habe ich mich mit Schippe ein bisschen gestritten hier mit Risk Debater, aber jetzt, ja, der weiß ja, dass manchmal die Gemüter so ein bisschen aufgehetzt sind, aber ich liebe ihn genau, wie ich alle anderen Muslime auch liebe. Ja, nach so vielen, ich, mein Kopf ist am Drehen und am Rauchen, nach so vielen Aussagen von so vielen Muslimen, ey, und ihr bekommt das alles mit. Natürlich, irgendwann verliert man die Fassung und sagt, das kann doch nicht mehr wahr sein. Rede ich nur noch gegen eine Wand? Wie viel muss euer Doktor Scheer denn noch ertragen, ey? Das ist doch krank, ey. Ist das heftig, wie viel muss euer armer Doktor Scheer denn noch ertragen, das kann nicht wahr sein. Ich muss meinen Kopf gegen Wand hauen, ey. Aber jetzt versteht ihr meine Sorge, ne, dass so viel Ignoranz in dieser Religion existiert, ne? Das ist krass, danke dir für die Hosen. Ich glaube, ich beende das Ganze jetzt, Leute. Ich bin am Ende, ehrlich. Ich, zwei Millionen Likes haben wir heute nicht geschafft, aber 1,4 ist schon sehr gut. Nee, komm, Alexa, antworte. Wir gehen jetzt alle langsam mal in Richtung Hayabubu und beten jetzt noch mal eine Runde für uns alle. Okay, ihr Wundervollen? Ich gehe auf die Knie und bete für uns, ja. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir wieder für diesen wundervollen Tag, Herr, an dem du auch wieder sehr viele Menschen zu uns geholt hast. Der eine offen, der andere natürlich sehr ignorant, Herr. Bitte du, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du ihre Augen, ihre Herzen öffnest für die Wahrheit, Herr. Dass sie erkennen, dass du der wahrhaftige Gott in das ewige Leben bist, Herr, dass sie dich brauchen, um Vergebung ihrer Schuld zu bekommen. Und das, was du am Kreuz für jeden Menschen getan hast, Herr. Und ich danke dir, dass wir das erkannt haben, dass wir dich angenommen haben als unseren Herrn und Heiland. Und wir erkannt haben, dass dein heiliges Blut uns reinwächt von aller Schuld, die in uns ist, Herr Jesus. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich dich liebe, Herr. Wie sehr wir dir nachfolgen wollen, Herr Jesus Christus. Auch in schwierigen Zeiten, auch wenn es brenzlig wird, wollen wir stets zu dir halten, Herr. Und deinen Namen überall in ganz Deutschland, Schweiz und auf der ganzen Welt, in Österreich, überall verkünden, Herr Jesus. Dass dein Name über allen Namen steht und alle anderen Namen sich eines Tages die Knie beuten werden, Herr Jesus. Herr Jesus, lass uns bitte zu denen gehören, die bei deiner Entrückung dabei sind, Herr Jesus Christus. Und segne uns weiterhin. Segne die Menschen, die hier in dem Stream sind, Herr. Und bitte hilf auch unseren Geschwistern, die gerade wieder verfolgt werden, wenn ich jetzt gerade wieder zu dir bete, Herr. Dass du ihnen Trost schenkst und ihnen ihre Bürde erleichterst, Herr Jesus Christus. Du bist der von Grund auf gütige Gott, Herr. Und dir zu folgen ist eine Ehre für uns, Herr Jesus Christus. Hab Dank für alles. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Gott, dass Sieg. Biss auch raus. Ja, ihr Lieben. Ich gehe jetzt langsam. Ja, ich muss den Falschen. Ich muss den Falschen sehen. Wollte den Bruder, hast du den Bruder nicht hochgeholt, den Bruder Pavlos? Ja, soll ich jetzt noch weitermachen? Dann hört das ja gar nicht. Nein, der Bruder hatte, glaube ich, ein paar Fragen, glaube ich, an dich. Ach so. Ist er denn noch überhaupt im Chat? Bist du da, Bruder Pavlos? Siehst du jemanden? Nee, ne? Hast du denn? Ja. Richtig kurz hochkommen, Bruder. Ja, ja. Ah, da ist er ja. Ja, Gottes Segen. Aber der kann ruhig spenden, das ist kein Problem. Der ist ja sehr müde. Der hat ja ganz oft schon für den Hang gearbeitet. Wenn das nicht allzu lange dauert, dann, ähm, was, was liegt dir auf dem Herzen, Pavlos? Ne, ist alles gut. Können wir nächstes Mal machen. Ist wirklich, weil, es waren ein paar Fragen. Können wir nächstes Mal machen. Ist wirklich kein Problem. Okay, weil, guck mal, ich, ich hab Fieber, Erkältung und ich bin die ganze Zeit schon wieder Marathon am halten. Ich hab heute drei Stunden, vier Stunden meine Sachen gebügelt und zusätzlich noch den Islam, äh, vor euren Augen noch weg, widerlegt. Ja, 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 das ist ja krass, ne. Ne, da wünsche ich dir nur das Beste, ne. Ne, geht's segnete Nacht auf jeden Fall. Ich hoffe, dass da Pfeffer mit der Gesundheit besser, ne. Ja, danke schön. Ne, ich hab's nicht immer für euren Dr. Sheet Rabohamele. Nochmal, ich hab dich nicht verstanden. Sag nochmal. Betet immer für euren Dr. Sheet Rabohamele, dass er wieder schnell gesund wird und dass er wieder in seinem Herzmobil wieder sehr viel Herzologie wieder betreiben kann. Dass er wieder an der Universitätshezologie... Universitätshezologie im Herzmobil dozieren kann. Die Hezologie muss weitergehen, das ist Trilogie, dieser Trilogie, Hezologie, Trilogie. Ja, ja. 1,5 Millionen Likes, dieser 1,5 Millionen Likes ist unglaublich. Ja, das ist sehr gut, die Christa unterstützen auch, ne. Danke an euch allen, ihr Wundervollen, ey. Ey, lieben Muslime, bitte auch liken, teilen. Viel, viel. Danke. 700 mal geteilt, 711 mal geteilt, Wahnsinn. Ja, sehr schön. Wir haben 80.900 Gesamtaufrufe, ist das heftig. Fast 1.000 Follower sind dazugekommen. Hammer. Sehr gut, sehr gut. Wie wir den ganzen Rahmen gespielen. Das geht weiter. Okay, Gottes Segen, lieber Bruder. Okay. Also wenn du jetzt noch ein paar Stunden live kommen willst, lieber Pavlos, dann... Oder ein Stündchen oder so, dann ist das okay, dann kann ich dich auch... Ja, ich komm, ich wollte live gehen, wenn du dabei sind willst, Bruder Reza, sei dabei. Ja, wenn du live gehst, dann komme ich auch ein Stündchen dazu, Armin muss entlastet werden. Ja, ich muss jetzt duschen gehen, ich muss jetzt ein bisschen runterkommen, ehrlich, kann nicht mehr. Ja, okay, alles klar, Gottes Segen. Ja, dann werde ich jetzt den Live-Time anmachen. Also ich wünsche dir was, Bruder Armin, ne, Gottes Segen. Ja, alles klar, Bruder Pavlos, tschau tschau, tschau. Macht's gut. Dann bis gleich, tschau tschau. Gottes Segen. Ja, ihr Lieben, ja, ich beende den Stream jetzt. Dankeschön von ganzem Herzen. Ich wollte nochmal kurz euch auch nochmal einen Dank aussprechen, denn ohne euch wäre es ja auch alles gar nicht möglich. Wahnsinn. Sheikh NPC, he, Roses. Morgen bin ich dann wieder aus dem Hetzmobil für euch am Start. Ja, ohne euch ist das gar nicht möglich. Danke dir, Barisa. Es wird wieder köstlich und, ja, betet bitte für mich, ne. Betet um Gesundheit, Schutz und alles. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, ihr Wundervollen. Haltet am Herrn Jesus Christus fest und lasst euch nicht von irgendwelchen Religionen. Karbonat Erol. Danke. Karbonat Erol. Das ist der, wo der Dings, der Manuelsen sich aufgeregt hat. Der Name, Karbonat Erol, ey. Ja, gut, okay, ihr Lieben, ich kann nicht mehr, ehrlich. Ich bin am Ende. Dankeschön, danke, Wake Up, Daniva. Danke, Tommy. Danke von ganzem Herzen, ey. Geh duschen, ruhe dich aus. Ja, danke. Alles klar. Okay, ihr Lieben, ich bin dann jetzt weg. Gute Nacht, der Herr Jesus Christus. Segnet euch und eure Familien und lasst sein Angesicht über euch leuchten. Hier Vogel wird Boxkampf mit dir. Okay. Danke. Der Herr Jesus Christus segne euch. Ciao, ihr Lieben. Ciao. Ciao.